Und dann damit herzlich willkommen zum Spooktober Special Woche 4, die letzte Woche, der letzte Stream im Oktober. Und ja, heute spielen wir Fatal Frame, A Maiden of Black Water. Und ja, heute mit dabei, wir stellen uns mal vor von links, von unserem Links. Tori! Dann... Entschuldigung, ich hab was im Mund. Das ist Entschuldigung, sie hat was im Mund. Und mich kennt hier, wie immer, sowieso keiner. Ich bin einfach random hier, ich hab ein Haus gesehen, bin da reingegangen und hab mir gedacht, wir filmen hier mal so ein bisschen. Also irgendwie kommt es mir so vor, dass letztes Jahr die Atmosphäre etwas düsterer war hier. Ja, ich glaub, wir haben die Jalobés so gemacht, aber ich hab von mir gedacht, weil davon immer so schnell die Batterie leer geht und das auch hinterher ein bisschen abgehakt ist, wenn das in den Nachtsichtmodus geht. Wir lassen es einfach mal auf natürliche Weise dunkel werden. Wir sind ja sowieso den ganzen Tag beschäftigt und wenn es zu dunkel ist für die normale Kamera, schalten wir oben auf die. Und dann haben wir eine schöne Nacht. Alles klar. Dann sind wir alle in schwarz-weiß zu sehen. Gut. Und wie immer... Bei der Kleidung, die wir anhaben, ist das sowieso egal. Ja. Wir sind sowieso schon alles dunkel gekleidet. True. Ja, Tori hatte sich das Spiel ausgesucht, deswegen darfst du auch gerne anfangen. Yikes. Und eigentlich sollte auch alles funktionieren. Wie immer eine Warnung, ich bin keine Gamerin, ich hab meistens keine Ahnung, was ich tue. Dann wird's halt so einer. So, New Game. Das wollte ich auch probieren. Ja, dann wir auch gleich was ein. Ich bringe jetzt erstmal was an. Ich bringe einfach aus deinem Becher. So. Das bringst du auch. Wie hell oder dunkel wollt ihr es haben? Ich glaube, also wir machen mal hier erstmal so. Dann sieht man generell ein bisschen mehr. Und ich würde einfach auch so hell wie es geht machen. Nicht für uns, sondern für den Stream. Okay. Weil im Stream ist in der Regel immer alles ein bisschen dunkler. Alles klar. Ja, aber sieht man jetzt in dem Stream eigentlich. Noch. Ja, noch. Aber man weiß ja nicht, wie dunkle Ecken es gibt. Ja. Ja. Willst du dann mal ein bisschen rinchen? Soll ich auch polizieren oder? Soll ich auch polizieren? Ja, ich kann das ruhig machen. Ja. Spirited away, in the vicinity of Mount Hikami, people have been mysteriously disappearing without a trace. One such girl is Mio Hinasaki. She awakens to find herself in an old, half-flooded building. Jetzt hören wir. Was ist das alles? Das müsste passen. Ja. Perfekt. Hier ist der wenigstens für die Werbung darunter bezahlt. Ich würde es mir wünschen, dass ich bezahlt werde. Aber nein. Was für eine Unfassämtheit. Bitch, weil er hat sich vehement. Also ich meine, ich würde ein paar Bruchteile an Cents bekommen. Aber das verfällt wieder nach einem Jahr. Und ich bekomme nicht genug zusammen, als dass ich eine Auszahlung bekomme. Von daher. Reist. Deswegen habe ich auch eigentlich eingestellt, dass mein Stream werbefrei sein soll. Aber Twitch sagt so nö. Irgendwie hat die Figur so Ähnlichkeit wie die mit Final Fantasy Figuren. Ja, die beeinnert mich auch gerade so ein bisschen daran. Im Wasser, würde ich sagen. Das ist doch voll normal mit Klamotten baden zu gehen. Mhm. Bei mir ist das jetzt extrem laut. Was? Bei mir war das gerade extrem laut, dieses Ding. Ja. Ich glaube das war es bei allen. Mhm. Jumpscare? Ja. Ihr könnt das ansonsten an eurem Headset ein bisschen leiser stellen. Aber eure Headset sind verbunden. Das heißt, wenn es bei dem einen leiser oder lauter geht, wird bei dem anderen auch leiser oder lauter. Ah, okay. Das fängt ja schon gut an. I have to get out of fear. Ich glaube du darfst sie nicht berühren. Ja, davon gehe ich auch aus. Wenn du nicht so die Erfahrung gucken mit dem rechten Trick. Ja. Ah. Also. Yikes. Okay. Ich glaube ich habe es jetzt ein bisschen leiser gemacht. Warte. Hallo? Letzt du mich wo los? Ich gehe schon direkt in die Action rein. Äh. Und schon in Action. Woll ich hier raus? Wollen wir mal hoch? Nein. Da. Natürlich gehe ich erstmal genau in die entgegenwürzte Richtung. Wie im echten Leben. Ja. Eigentlich wäre es sowieso egal gewesen. Wenn du die eine geöffnet hättest, wäre die andere aufgegangen. Und wenn du die aufgemacht hättest, wäre die aufgegangen oder so. Du willst halt deine Freunde nicht alleine lassen da. Diese komischen Monster. Oh ja, natürlich. Okay. Das war einfach ganz unfreundlich, die Tür hinter denen zugemacht. Ich muss hier irgendwie raus. Mir gefällt das nicht. Und vor allem, mir gefällt nicht, dass ich meine Kamera nicht habe. Ja, ich kenne das Spiel, weil ich ein Let's Play gesehen habe. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Vor... äh... Fünf Jahren? Also... Wahrscheinlich werde ich die Hälfte eh nicht mehr wissen. Ich kenne es überhaupt nicht. Also ich bin... Ich kann mich überraschen lassen. Yikes, yikes, yikes. Das ist die Origin-Story von The Ring. Ah, jetzt kann ich rennen. Wahrscheinlich solltest du das auch schon. Ja. Ja. Da... Warte... Oh ungefähr. Das erinnert mich irgendwie auch ein bisschen an die Storys von Junjiyuto. Äh... Ach, da sind wieder so nette Leute. Aber was Horror-Stories angeht, haben irgendwie viele Japaner auch irgendwie eine gleiche Richtung. Ja, die meisten japanischen Horror-Geschichten basieren ja auf der Folklore von Japan. Mit Yokais und Geistern. Mhm. Da gibt es aber auch richtig viele so... also so abgefragene Dinger. Mhm. Ich meine, das haben eigentlich europäische und amerikanische Horror-Geschichten auch. Die sind auch im Grund auch sehr ähnlich. Wenn man mal so im Grunde nachdenkt. Äh... Yikes. Ich habe nicht meine Kamera. Das heißt, ich kann nichts gegen dich machen. Das halte ich mich hier weg, 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 weg. Fuck. Was ist die Tür jetzt offen? Das sieht aus, als ob du schwimmen musst. Vor allem, wo stehe ich bitte? Wie klein ist diese Plattform? Äh... Ich bin ja nicht so wasserscheu. Wie denn ist es kalt? Äh... Kaltes Wasser. Ich glaube, das ist für mich eigentlich eher so das Schlimmere an Wasser. Wenn man irgendwo rein muss, was so richtig arschkalt ist. Es ist scheißegal, ob man nass wird, aber diese Kälte ist einfach... Ja. Dito. 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 Deswegen, im Schwimmbad ist mein Lieblingsort der Reiskocher. Blubberbecken. Und das ist ein Sohlebad. Die sind ja auch immer super. Yikes. Why? Da war jemand sehr lange nicht mehr beim Friseur. Das ist alles normal. Mhm. Das ist die Origin Story von Rapunzel. Die will nur meine Seele und meinen Körper. Ich glaube, sie will deine Haare. Ich glaube, Haare hat sie genug. Wer weiß. Jetzt geht's weiter und jetzt hast du eine Gelapze. Das wär was. Irgendwie ist dieser Spooktober auch sehr wasserlastig. Ich hab noch ein Spiel gespielt, das auch was mit Blackwater Seas. Dann hab ich Still Wakes the Deep, was auf dem Ozean spielt. Und ich glaub, da war noch irgendein Spiel, was auch irgendwie im Wasser spielte. Ich bin so vergesslich. Aber manche Spiele, die wir so beim Stream gespielt haben, die waren auch manche echt langweilig. Du hast ja sowieso ein anderes Konzept. Wenn bei dir nicht die ganze Zeit Action ist, dann... Ja, bei mir muss am liebsten alle fünf Minuten eine abgeschlachtet werden. Wobei das andere Spiel davon letzte Woche, Scorn, das war echt merkwürdig. Das war als Horror-Spiel gekennzeichnet, aber das war eher so... Puzzle-Spiel mit ner gruseligen Atmosphäre, aber nicht wirklich gruselig. Und jetzt geht das Spiel erst los. Shadow Reading Among the residents of the village at the foot of Mount Ikami, a certain unique ability has been passed through the ages. This ability, known as Shadow Reading, enables the user to view the shadow or trace of someone lost in inexplicable circumstances. This is not unlike the Psychometry... Sorry, this is Psychometry... Practice elsewhere. Yuri Kozukata accompanies Hisoka Kurosawa, a woman who possesses the shadow reading ability, to an abandoned inn on Mount Ikami. Also, ich kenne Geometrie, aber ich kenne nicht Psychometry. Sensing Yuri could in time become talented at Shadow Reading. Hisoka takes her long on an assignment. Ich dachte, dass ich Angst habe, dass ich Angst habe. Aber ich kann gar nicht grünen. Aber wenn du vor hast, sich umzubringen, hast du keine Furcht mehr vor dem Tod. Nee, definitiv nicht. Das ist meine Kamera. Mit ominösen Zeichen drauf. This is a camera obscure. It will let you see the unseen. Including the clues that will help you find what we're here for. This is your opportunity. Your first case. Technisch gesehen ist auf jeder analoge Kamera eine Kamera obscure. I'm sure you'll do well. Hm, technisch gesehen ja. Und ich weiß, als die Kamera das erste Mal erfunden wurde, haben sehr viele Menschen auch daran geglaubt, dass die Kamera die Seelen der Menschen einfängt. Ja, so ein Stück. Warum haben sie das nochmal gebracht? Ich glaube, war das nicht bei, ähm, Traumschrift Surprise? Wo sie doch auch in der Vergangenheit waren und dann mit dem Handy so. Du meinst, ich glaub so, ja. Kann gut sein. Warum bist du so empfindlich? Ich glaub so, dass die Kamera, die wir durch die Lenz sehen, ist nicht anders als die Nachricht. Jetzt hör auf dich zu bewegen. Ich glaub nicht, dass das so präzise ist. Ich glaub nicht, also ich glaub du musst sie nur in das Viereck bringen, nicht in den Kreis. Geh ich mal von aus. So wie ich das vom Elpene im Kopf habe, glaub ich, macht das mehr Schaden, wenn das... Je zentrierter das ist, desto mehr Schaden macht das bei den Geisterviechern. Ja, da oben stehen ja auch Total Points. Ja. Irgendwie wirkt es immer mehr wie Final Fantasy auf mich mit diesem Point System. Was auch sehr interessant ist. Aber die Figuren, die erinnern einen da voll dran. Das ist so typisch, äh, Japanese. Das. Ah. 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 Jetzt alle drei. Haben wir unendlich viele Fotos oder nur jetzt gerade im Tutorial? Äh, ne, und ich glaub unendlich, aber es dauert halt immer bis... Bis sich das sich auflädt. Genau, bis die Kamera sich wieder auflädt, dass du das nächste... Aber es kann sein, dass wir andere Filmtypen bekommen, oder? Weil irgendwo rechts ist ja, sag ich mal, die Munition. Ja. Man bekommt andere Filmtypen, die dann mehr Schaden machen. Eine andere Form von Schufe. So. Okay. Ich hab genug geübt. Postmodern Photograph. Ach ja. In der viktorianischen Zeit richtig beliebt. Todesfotografien. Das Spiel hat ja sogar 5.1 Sound. Ist ja interessant. Ähm. Haben die damals nicht sogar irgendwie ihre Totenfamilienmitglieder auf dem... Also sie haben noch gelebt und die Totenfamilienmitglieder waren dann trotzdem auf dem Foto. Genau. Boah, das ist so... Was muss das drücken? Das fällt mir irgendwie ein bisschen eklig vor, aber naja. Boah, ich bin geblind. Die Asiaten sind ja sowieso ein bisschen abergläubischer, was die Totenwelt und sowas angeht. Das war eher ein europäisches Ding. Das mit den Fotografien. Ja. Ja. Es ist ja auch sowas, viele Asiaten, die entdecken ja auch noch die Tische für die Toten, nachdem die verstorben sind. Ich glaube irgendwie ein Jahr lang oder so. Oder wie lange machen die das? So ungefähr... Auf jeden Fall deutlich länger als im Westen. Ich glaube, die machen das überhaupt nicht, oder? Kommt tatsächlich drauf an. Also orthodoxe Christen machen das. Die ersten 40 Tage nach dem Tod und Katholiken weiß ich gar nicht. Und dann halt bei Orthodoxen, vor allem bei russischen Orthodoxen ist es dann jährlich, jeweils am Todestag und am Geburtstag des Verstorbene, wird ihm halt gedacht. Ja gut, das ist ja auch... Also am Totentag vor allen Dingen, das kenne ich ja auch, dass man dann zum Friedhof fährt oder sonst was, aber... Genau. Also bei uns ist es so, dass wir halt an dem Todestag dann auch ein Porträt entweder von den Verstorbenen aufstellen und vor dem Porträt ein Glas mit Alkohol und ein Stück Brot hinstellen. Und selber halt das... meistens das Lieblingsessen des Verstorbenen zu bereiten und das dann Essen in Gedenken an den Verstorbenen. Das ist ja eigentlich ganz cool. Was muss ich... ich kapiere nicht, was ich machen soll. Du kannst LB pressen. LB aus LB. Das ist ja... LB aus LB. Das ist ja... Und X. Ja, drücke ich. Und jetzt? Passiert nichts. Ja. Ja. Das war nur eine Erklärung. Ja. Ja. Danke dafür, aber du kannst es jetzt gerade nicht. Ja, super. Du kannst es zu jeder Teil machen, aber nicht jetzt. Perfekt. Und ich dachte, das wäre noch Tutorial. Ich bin so überfordert. Und natürlich, die erste Mission, die ich habe und ich werde einfach in ein Labyrinth geschmissen. Ist ja nicht so, dass ich die Orientierung einer Tauben-Pledermaus habe. Ein Labyrinth und einfach immer an einer Seite das... an einer Seite der Wand bewegen. So lost man jedes Labyrinth. Außer man geht im Kreis. Also wenn du das vom Ausgang aus machst, kannst du das nicht. Echt? Okay. Es sei denn, du spawnst aus irgendeinem Grund in der Mitte des Labyrinths. Aber wenn du sag ich mal vom Eingang bis zum Ausgang, da das ja die Außenwand ist, kannst du gar nicht im Kreis laufen. Ah. Außer wie gesagt, das Ziel ist in der Mitte oder sonst was. Aber bei so herkömmlichen Labyrinthen, wo es ein- und ausgeht, müsste es eigentlich funktionieren. Zumindest bei... Ich nenne es mal zweidimensionale Labyrinthen, die halt keine Etasen haben. Ja. Ach, wie ich mich kenne, würde ich mich in den einfachsten Labyrinth verirren. Wie gesagt, taube Fledermaus. Es gibt genau drei Abzweigungen. Ich laufe im Kreis. Ich... Mh... Jikes. Stell ich mir grad so vor. Wird das jetzt mein erster Kampf? Wird das jetzt mein erster Kampf? Nee. Ist nur der Hausmeister. Na... Wenn der Tod ist, macht es keinen großen Unterschied. Ja, gut. Sei denn, der will nur aufräumen. Ja, und der Geist will nur ein Date mit dir. Mh... 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 Nee, danke. Nicht mein Kuchen. Hi. Okay, das bin nur ich. Alles klar. Verstehe. Juri, warte. Ich kann etwas sensieren. Ich stand ja auch hinter dir. Schön, dass du etwas fühlen kannst. Ich sehe es. Jetzt kannst du die Trails finden. Ja. Ja, ähm... Warte. Hier ist der Hintergrund. Okay. Ähm... Ja. Es nennt ein Trace. Ein Schmerz des Vergangenes. Der Token zeigt dir den Weg. Ah, ich hab's mir fast gedacht, dass ich hier langen muss. Gibt's da oben was Interessantes? Sieht wie das Adler auf und lässt es ans Frieden. Ja. Ich muss ja da lang. Why? Ist halt die Frage, gibt's Collectibles? Gibt's Easter Eggs? Ja, dachte ich mir grad auch. Also meine Neugier gewinnt gerade. Okay. War klar. Neugier. Nope. Turn around. Die Spiel sagt nope. Computer sagt nein. Ja, ich hab's nicht getan. Ja. 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 Ich hab's nicht getan. So, wie? Ist hier immer ein Ausrufezeichen? No! Wir haben kein Internet, aber egal. Wir spielen einfach weiter. Das heißt, wir sind gerade offline, weil... Aber wie gesagt, weil die Aufnahme läuft, ja. Der Stream hat halt Pech. Der arme Stream! Ach nee, da komme ich ja her. Hä? Entschuldigung. Was ist eigentlich die Erklärung dafür, dass sich Geister immer ultra-creepy aufführen müssen? Ah, gute Frage. Da komme ich nicht dran. Ich kann das ja fast sehen, wenn ein Geist im grausamen Tod geschoben ist, dass der dann irgendwie sich sehr verrückt und creepy aufführt. Aber... Oder wenn sie zu Lebzeiten halt schon bescheuert waren. Ja. Aber... Deswegen sind ja auch so Irrenanstalten beliebte gruselige Orte. Das kann ich definitiv nicht lesen. Ja. Aber auch verlassene Kinderheime oder Krankenhäuser. Ja gut, bei so vielen Texten mache ich immer die Ansage, wer will, kann ja gerne auf Stopp machen. Es war alles zu sehen. Ja. Aber... Wir wollen uns nicht so lange damit aufhalten. Vor allem, ich hätte es auch so oder so nicht lesen können, weil ich habe da nichts gesehen. Die Schrift war schon doof auf dem Papier. Ja, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber ich hoffe, dass wenn Spiele so... Also einem wirklich so ganze Absätze um die Ohren hauen gleichzeitig. Ich habe da doch... Was willst du von mir? Ich habe da doch geholt, was ich holen musste. Du hast den Geist ja gesehen, da links im Gang und der ist ja dann nach rechts gegangen. Ja, aber da komme ich ja nicht durch. Hat da noch nicht was mit Crouch? Ah, hier. Also hier komme ich nicht durch. Nee, da kommst du ja nicht durch, aber da rechts und dann nochmal rechts. War da was mit Crouch? Ich glaube schon. Da müsstest du... Ah, ja. Okay. Ah, B. Ah, B. Maybe it's maybe it's locked. Was? Bettlich muss jetzt deine Treppe hoch, wo ich vorhin hin wollte. Wahrscheinlich sogar. Ich glaube, du kannst die Kamera auf der... ja, auf die Tür da anwenden. Ja. Ah. So macht man Türen auf. Muss ich auch mal ausprobieren. Muss ich auch mal ausprobieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sagt einem jetzt nur, wo der Schlüssel ist, oder? Ja. 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 Das ist jetzt eine Etage höher. Das ist jetzt eine Etage höher. Warum hast du mich nicht verhindert hingehen lassen? Nein, dann... Hau ihr die Tassen dann vom Ohr an. Ah. Dann hätten wir jetzt den Schlüssel und müssten nicht alles doppelt machen. Ja. Das ist doch so Mathe-Lehrer-Technisch. Du hast zwar die richtige Lösung, aber du hast den Lösungsweg nicht aufgeschrieben. Also... Ja. Da waren Füße. Da waren Füße. Ja. Ja. Hab ich auch gesehen. Yikes. Äh. Äh. Ne. Ne. Sonst war da aber nichts. Ne, nur Füße. Was? Was bist du eigentlich du? Erinnert mich wieder an diesen einen Regisseur. Mit einem Fußfetisch? Ja. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er Kill Bill gemacht hat. Ach, das ist so ein ganz bekannter. Quentin Tarantino? Ja, genau. Das war der. Japanese Sora-Movie made by Quentin Tarantino. Ah, das ist doch nicht oben. Sollen wir noch ein paar Haare mitnehmen? Ne. Keine Haare, warum nicht? Hm? Ah, warum fixst du es nicht ab? Dass man die Taste aber auch gedrückt halten muss, damit sie das Ding holt. Ich glaube, das liegt daran, dass später Situationen kommen, wo man die Hand immer wieder zurückziehen muss. Yikes. Weil man sonst erwischt wird. War der Besitzer der Füße? Ja. Und ich bin zu spät. Wetten. Ja. Viel zu spät. Da ist keiner mehr. Doch, Menno. Schade. Ja. Wir können ein paar Haare mitnehmen. Nee. Fremde Haare sind nicht so mein Fall. Zu Not können wir sie auf Ebay verkaufen. Ja, also... Oh, da kann man alles verkaufen. Nee. Man muss es immer mit Profit sehen. Ich hab den Schlüssel. Schön, dass du mir bei der Suche geholfen hast. Kannst du auch sehen, solange da die gelbe Lampen leuchtet am Router, haben wir kein Internet. Ach so, okay. Und danach kannst du es erst mal wieder ein. Ich weiß nicht, das Spiel ist schon den ganzen Monat verrückt. Aber... Bisher war es noch nie am Wochenende. Ich weiß nicht, was entweder Telekom oder Cologne da wieder treibt. Ich dachte für sich so, ah, heute muss ich auch mal am Wochenende spinnen. Das unsichtbare Band, da ist er bestimmt. Der blockiert dir den Weg. Gleich kommen Füße. Ja, was auch sonst. Was? Ich weiß nicht, ob wir bei ihr Damage machen wollen. Nee, da. Ja! Wir wollen nur die... Wir wollen nur so die Ecken drauf haben. So gerade so zu sehen. So wie jedes typische, ähm... Foto von, keine Ahnung, Loch Ness oder Eti oder sonst was. Ganz... Nur ganz leicht am Brand. Ähm... Hä? Was hast du? Du kannst irgendwie drehen. Ja, so... Ah! Oh! Ah! Ah! Ja! Maximal Damage! Ein Buch! Ja, ich schließe einfach die App und mache sie neu aus. Das, was ich mich jetzt nur frage, geht der Stream automatisch weiter oder muss ich nochmal neu starten? Keine Ahnung! Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ja, aber hast du denn überhaupt Internet? Ich habe Internet. Weil nämlich mir werden andere Streams angezeigt. Anderen Boots. Probier jetzt nochmal auf meinen zu gehen. Der Computer braucht manchmal auch ein bisschen länger, um... Ja, ich gehe auf deinen und vielleicht ist schon wieder Werbung. Das heißt aber, wir sind live, sonst wäre keine Werbung da. So, war hier noch irgendwas? So, hey Leute, wir sind wieder da. Ich habe wahrscheinlich sowieso keine Stream-Zuschauer, aber... Wir sind wieder da. Ops. Ah, nein. Ich will raus. Lass mich raus. Rutschen. Ich will kriechen. Für den Stream-Ausfall könnt ihr euch bei der Telekom bedanken. Jax. Juri, zu suchen für Objekte, wie wir gerade gemacht haben, könnte es einfach einfacher sein. Aber zu suchen für Menschen ist viel schwieriger. Psychometrie kann dir die psychische Imprint als Schäu. Man könnte ja meinen, es liegt daran, dass Leute sich bewegen. Hm. Du könntest auch etwas sehen, das du nicht mehr hättest. Ah, das denke ich mir 90% meiner wachen Zeit. Warum ist die Tür zugegangen? Ich dachte, sie wäre da durchgegangen, aber ich sehe ja nicht. Ganz vorsichtig. Als würde sie schon damit rechnen, gleich angegriffen zu werden. Jax. Na, kommt was runter? Ja, Füße. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist ein Stock-Bike höher, weil es ist schon an mehreren Orten jetzt das runtergerieselt. Ja. Aber nicht. Na, ich habe das nicht. Na, ich habe das nicht. Na, die Wanddrehen. Hä? Wo sind die Tür jetzt? Irgendwas? Ich habe da glaube ich gerade machen, oder? Ich habe gerade ganz kurz so ein Ding aufgefloppt. Warte. Da. Da kann ich was öffnen. Oh. In den Schrank. Ich glaube das. Ja, ich glaube. Danke dafür. Das war jetzt... Danke für mich. Da ist aber glaube ich gar nichts drin, oder? Kannst du dich da drin verstecken oder so? Ich gucke mal, ob meine tolle Kamera was sieht. Ich glaube da war der Schlüssel drin, kann das sein? Ich glaube so, ja. Weil rein komme ich da nicht. Weil da ist ja auch in den... Also war da nicht auch die Kommode? Ja. Ist eigentlich gut, dass wir alle ein Gedächtnis einer Erdnuss haben, ey. Ja. Keiner weiß mehr irgendwas von. Nein, da will ich nicht. Dahin will ich. Und jetzt kann ich die Treppe hoch. So. Ah. Da lang. Sie trippelt. Und das nennt sie Laufen? Das halt da. Nee, wir wollten... Wir wollen nach oben. Ernsthaft. Vor allem... Kann mir mal einer erklären, warum... Sie... Was ich mich schon immer gefragt habe. Warum trägt sie ein... äh... Gardabelt. Also ein Oberschenkelband. Weil es stylisch ist. Weil sie darf später ihr Messer dran aufhängen. Hm. Ihre einzige Waffe bleibt die Kamera. Ach man. Vielleicht hat sie das vorher da drum rum getragen. Hm. Wovor sie äh... Hi. Bu. Hi. Hier die Kamera. Hi. Headshot. Hm. Der wollte dich doch nur umarmen. Nee, danke. Ich habe echt so... Huuuuh. Hilf mir. Ich bin blind. Jaja. Jetzt wird's stressig. Ja. 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 Zu lang überlegt. Ja. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ach Gott. Geh weg. Geh weg. Ja. Du gehst weg. Ja. Ja. Geh weg. Wie der auch gerabter wartet. Ach von wegen nicht mehr lange. Ah bleib du wohl stehen. es ist hier zu viele menschen ich glaube nicht wo alle vier aber es macht irgendwie nicht mehr schaden das ja man muss immer so in kombination weil du kannst den links ja auch wenn ich weiß es hilft auf jeden fall wenn ich alle dinger captionen will wir nacheinander auf sind ja jetzt gerade nur vier und danach sind es für sie könnten sonst auch gleich mal in der steuerung gucken wenn er es irgendwie zu sehen oder sowas ist schlitt 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 bleibst du wohl weg geist einfach teile seiner seele raus ja so in etwa funktioniert die kamera ja 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 nein 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 ah nein mist bin ich froh wenn die kamera hochgestuft wurde dass sie mehr dass sie schneller auflädt ja nein hat mich leider schon einmal mit allen fünf gebrochen ja schon nein ich glaube ich muss ihn nochmal mit allen fünf treten doch hallo ja wie lange willst du noch leben er ist schon tot das ist ja sein Problem leben tut er nicht mehr ja also bitte verschwinden und ja muss ich warten bis noch mehr drauf ich kann nicht mehr ich will es den geist doch nur leiden sehen Den gibts doch zu. Ich fühl, dass er verschwindet. Jetzt kommen vier. Ich brauch alle vier von euch. Bevor das Vieh verschwindet. Ja, zu spät. Okay. Aber er macht dann auch irgendwie nichts. Ja, ich glaube, ich komm nicht auf ein Tutorial raus, bevor ich ihn nicht nochmal mit den Fünfer finische. So mit anderen Worten, wir foltern ihn noch ein bisschen. Vielleicht das Tätergeist ja auch foltern. Weiß ich nicht. Gott, das ist so preis schwer. Nein, nein. Gott. Bei allem, es fängt immer wieder von vorne an. Warum? Man muss da so schnell sein. Nein. Jetzt sagt es vielleicht. Wenn ich es schaffe. Da sind alle vorne. Ja, wenn ich die jetzt noch in die Kamera kriege. Endlich. Nee, den hast du einen gewischt. Seriously? Aber es war schon knapp. Ja. Oh Gott. Weil immerhin ist das zum Glück noch der Tutorial-Geist. Ja. Ich werde später so verrecken, wenn ich das machen muss. Es wird irgendwie kacke, wenn die so weit auseinander sind. Ja. Ja. Trinkt man nicht gerade so da rein. Mhm. Und wieso hast du jetzt wieder von vorne angefangen? Kannst du mir das gut erklären? Wie der geistig ein bisschen ärgernd wird. Mhm. Du merkst. Ich glaube, ich werde hier noch drei Stunden dran hinsetzen. Versuch du mal. Ich werde noch drücken dran die. Damit schieße ich, damit dreh ich. Was macht das? Ja. Das ist genau in dem Moment die Schule. Mhm. Wie gesagt, du brauchst da halt wirklich diese Kette. Das war so ätzend. Vor allem später, wenn ein Dutzend von den Viechern da um dich herum spürt und dich auch noch alle fünf Minuten attackiert. Was? Dann wird's doof. Mhm. Das ist echt kacke. Ja. Wir sind zu weit auseinander, ey. Was meine ich? Wir nehmen die Dinger einfach und kleben sie aneinander. Mhm. Ich frag mich, ob man das timen kann irgendwie. Mhm. Ist die halt... Ich hab auch versucht, das zu zoomen oder also rauszuzoomen, aber... Ja, jetzt ist es wieder so weit. Das ist die auch nicht. Aber er wischt grad noch so. Ja, jetzt ist es wieder zu komplett. Ja. Kann ich meine ganze Runde warten. Ja. Das ist das Problem. Man muss es dann sofort, wenn die Trümmer sind, ein bisschen beim ersten Mal. Ja. Ja. Sonst war's was. Gut, dass wir einen endlosen Film haben. Mhm. Ja. Meine Fresse, ey. Aber jetzt fängt sie da von vorne an. Und da oben sind ja auch so... Und dann hol... Blocket. Mhm. Okay. Vielleicht sollten wir auch einfach lesen. Ich kann nicht lesen. Eigentlich kann ich lesen, aber ich will nicht lesen. Aber vorhin stand das da doch gar nicht. Glaub schon. Dann war ich einfach doof. Spirit Fragments. Okay, jetzt kommt es mit den fünf. Gemeinsam ja dafür schon geübt. Mhm. Puff. Ja, ich glaube... Da ist er noch mal. Da ist er noch mal? Er hat... Also es geht halt auch Folter und wartet nur da drauf. Ja. Detle Frame. Jetzt kommt der Name raus rein. Nee, jetzt. Ja, schade aber sicher. Genau das meinte ich. Ja, bis der Rahmenboot ist dann... Abschießen. Okay, ich warte. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Attack, range, und attack, power. Ja, ja, ja. Das ist ganz schön lange nicht so zu real. Je größer der Target, desto mehr Damage die Kamera wird. Ich hoffe, ich bin... Ich warte. Noch ne? Nee. Komm, du wirst ihn rein. Bumm. Ich mache 162 Schaden. Bumm. Wie lehrt der denn aus? Viel zu viel. Ich meine, er ist ja schon tot. Wann muss er denn jetzt? Der ist oben, glaube ich. Oder? Nee, der ist überall. Ja, eben. Der ist angeblich wahrscheinlich... Da. Da. Ich habe ihn durch die Wand durchgeschossen. Ja. Na, endlich. Beinlich. Und das war nur das Tutorial. Ja, so. Ja. 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 Im Moment nicht. Oh je. Ich überlasse dir dann das Campen. Ja. Immer wenn schwierige Gegner kommen, darf ich verkacken. Hm? Ich möchte nur das Laufen machen. Ja. Ich sollte dich hier nicht bringen. Hey, du läufst. Du suchst nach Objekten. Ich kämpfe. Ja. Perfekt. Ja. So kann man das doch auch teilen. Ich bin allein. Sehr gut. Für jemanden mit einer extrem instabilen Psyche in so eine Situation zu bringen. Nice. Ist auch noch was dann. Andere sind dafür doch gar nicht empfänglich. Hm. Ach ja. Deswegen habe ich das Spiel geliebt. Ja. Ritual-Szenen. Ist dir jetzt nicht mal aufgefallen, dass irgendwie alle Leute, die eine instabilisere Psyche haben, sehr stark auf Horrorspiele und Horrorfilme uns was schreiben? Mhm. Ja. Was soll das denn heißen? Okay. Man könnte meinen, es gibt eine Korrelation dazwischen. Aber ich mag auch Horror. Ich glaube, das hat was über dich auszusagen. Und auch über sämtliche Zuschauer dieses Videos. Also alle drei. Wie viele Aufrufe dieses Video auch immer bekommen wird. Es ist keine Beleidigung. Es ist nur eine Feststellung. Das gilt für uns alle, die hier sitzen, ja auch. Definitiv. Ich meine, ich habe erst vor kurzem rausgefunden, dass ich wohl eine... Ah, wie heißt das nochmal? Ob ich aber irgendeine Angststörung habe. Genau. Davon gibt es haufenweise. Ja, ich habe die allgemeine Angststörung. Also ohne Phobie, sondern ich habe im Prinzip Angst vor allem Irrationalem. Einfach grundsätzliche Anxiety. Ja. Generalisiert. Das ist halt eine Angststörung. So heißt das. Er ist denn in der heutigen Welt überhaupt noch psychisch gesund? Mhm. Die Leute, die es sind, müsste man auch fragen, ob die irgendwelche anderen psychischen Probleme haben. Das ist halt das Problem der Welt. Jeder, der psychisch gesund ist oder wirkt, hat irgendwelche anderen Probleme. Sehr wahrscheinlich. True story. While learning about shadow reading from Hisoka, Yuri used the ability to retrieve an album of post-mortem photographs from a ruined inn on Mount Hikami. The album was repressed by a certain Ren Bojo. As Ren awoke from a bad dream, he found himself tormented by uncertainty. Was it really just a dream? Or suppressed childhood memory? This question has plagued him for some time. Hey? Ich wollte doch mal. Ist er Psychologe oder C? C. Mhm. Wir sind richtig gut. Ja. Ich bin froh. 10. Dann C steht für cool. Wir sind alle cool. Ich wollte dieses Drehen ausstellen. Ist da nicht immer alles... Dreh. Ja, ja, ja. Und die ganzen Triggerwarnungen. Was ist das denn? Die ganzen Triggerwarnungen. Alle Zufall, aber keine Sorge, die skippen wir. Aber wir können Sachen kaufen. Oder. Hast du jetzt Sachen gekauft? Ich glaub nicht. Ich weiß nicht, ich bin bei so Texten immer a a a a spammen. Ja, okay. Jetzt dreht sich das nicht mehr. So. Turn around. Ja, das ist doch doof, wenn du dich das andauernd dreht. Das Bild. Ah, mehr Text. Ja. Es tut mir sehr leid. Aber ich werde diese Namen später alle durcheinander werfen. Kein Problem. Ich bin auch richtig scheiße im Namen merken. Sehr gut. Hm. Mhm. Hi, hi. Welcher Zeit spielt das eigentlich? In der Moderne? Ich glaube, er spielt in der Moderne. Oder zumindest so spätes Mittelalter. Ich glaube, dass uns ein bisschen früh angesetzt, weil das späte Mittelalter ist so um 14, 15, 100 rum. Mhm. Ja, ich meinte, das späte Mittelalter kurz vor der Neuzeit. Es muss ja mindestens um 19, 100 noch aus, genau. Weil wegen der Kameras... Ja. Irgendwann zwischen 18, 9, 19, 100. Warum soll ich irgendwie einen Teller für die... äh... Donuts holen? Ein Messer vielleicht, dann können wir die alle einfach durchschwenden. Ja, okay. Mach ich einmal die Donuts... Ich geh auch einmal in die Kamera halten. Okay. Komm zurück! Machen sich hier wieder Sachen selbstständig? Na, hast du hier auch ein paar Geister als Unterbewohner? Ja, das habe ich sowieso. Da steht auch schon fest, dass dir ein Geist umhergeht. Verschwinden Dinge bei dir? Das ist nicht mal wirklich, aber... Ja, es gibt hier einige Sachen. Das extremste Beispiel, was ich mal hatte, war... Was ich nachts... Hier durch den Flur gegangen bin. Dann war ich irgendwie gerade aufs Spolette gegangen, kam wieder hoch. Und wollte hier durch den Flur. Und dann höre ich auf einmal, als ich durch den Flur gegangen bin, so ein... Bumm, 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 bumm. Als würde jemand durch den Flur auf mich zurennen. Ich habe mich so verjagt, und da war niemand. Jetzt erzählst du wieder von Huibu? Ja. Geil! Also irgendwie... Mir ist wirklich ein Geist unterwegs. Perfekt! Es gibt auch noch andere Anzeichen. Zum Beispiel, er hat in diesem Monat auch wieder... Da ging bei meiner Mutter im Wohnzimmer einfach manchmal mitten in der Nacht den Fernseher an. Ohne Ton. Und ging nach ein paar Minuten wieder aus. Und das fast jede Nacht. Okay. Ich glaube, du brauchst ebenfalls eine Kamera Obscura. Das Auge klebt am Deckel. Ich glaube, das war bei diesem Weiß-Pinken. Ja. Ne, das musst du abpielen. Plopp. Gleich macht es Plopp. Plopp. Jetzt krieg ich eine gute Schotze an. Alter! Oha! Möchte einer ein bisschen Papier? Mit Pappe! Das geht einfach überhaupt nicht ab. Möchtest du ein bisschen Papier? Ja. Ich bin da schmerzfrei. Oh, ich möchte die Spinne. Guckt euch diesen Monats von deinem Monats an. Ich muss einfach den Fokus da drauf festlegen. Ich bin wunderschön. Komm, komm. Halloween. Der ist dunkel. Der ist pink. Naja, ich mag Svart. Pink mag ich in gedeckten Farben. Welchen Teiler möchtest du? So war es jetzt. Ich hätte mir ein schärferes. Danke. Ich schneide die alle in der Mitte mal durch, wie das geht. Ja, eine hier ist tatsächlich nicht von der Halloween Edition, weil die hatten irgendwie nur 5, obwohl es mit 6 angekündigt war. Ja. Fail. War wahrscheinlich ausverkauft oder so. Jetzt schneidet er den Grabs dann durch. Natürlich. Jetzt hätte ich ja zwei unterschiedliche helfen. Das wäre ja bescheuert. Ja, das sind... So. Ja. Einfach nur Informationen. Nichts Relevantes. Der Grüne sieht aus, als ob man irgendwie Sreck drüber ausgepresst hätte. Hat man ja vielleicht auch. Mhm. Sehr lecker. Yikes. Die Spinne kriege ich wahrscheinlich nicht durch. Nee, vermutlich nicht. Genauso wie das Auge. Doch, das kriege ich durch. Was? Ich möchte die Spinne. Ja. Das Auge will ich nicht. Dann nehme ich das Auge. Oh, die Idioten. Du musst mal gucken, dass da keine Pappe mehr drin ist. Ja, ja. Ich habe versucht, das abzumachen, aber... Ja, wie gesagt, ich bin da nicht so pingelig. Ich finde die voll krass. Kannst du die ja mal einfach rausnehmen? Das ist genau da an der Wand. Dann nehme ich hier diese... Den Wurm. Ich glaube, das sind sogar zwei. Du isst Würmer. Ich esse eine Spinne. Sie hat einen Auge. Sie hat einen Auge. Könnt ihr euch ja schon mal irgendeine Hälfte aussuchen? Ja. Ja. Das ist... Oh Gott. Und den Rest der Woche wird dann wieder... Ja. Also man hält es einfach länger durch. Es ist ein unglaublicher Motivationsverstärker. Also die Spinne sah besser aus, wie sie geschmeckt hat. Also ich fand den Geschmack jetzt nicht so draußen. War das denn auch die Gummispinne oder hast du gerade eine echte Ginge? Natürlich eine echte. Yikes. Weißt du doch, ich esse echte Spinne. Mhm. Mhm. Gibt es hier irgendwas? Habe ich eigentlich nur meine Kamera? Nein. Oder? Nein. Natürlich nicht. Wer braucht schon Kameras? Irgendwas... Hast du hier irgendwas interessantes Mädchen? Sind wir nicht auch gerade zu Hause oder so? Ja. Ich versuche gerade rauszufinden, ob es hier irgendwas gibt und wenn nein, wie ich hier rauskomme. Also wir sind nicht zu Hause, wir sind irgendwie bei der, die uns aufgenommen hat. Ach, bei der Truller da. Ja. Ja. Das ist ja so ein Gasthof oder sowas. Ja. Hier ist Hesoka. Ja, ja, ja. Ja. Danke. Wenigstens haben wir ein Spiegelbild. Ich will nicht mein Spiegelbild checken. Ich will... So eitel bin ich das auch wieder nicht. Ich will das da. Ja, ja. 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 Ich liebe Dunkin Donuts Donuts. Ich wünsche nur, sie wären nicht so teuer. Ja, ja. Ja, alles Gute ist teuer. Aber ist auch gut in Sachen Diät. Dann holt man es nicht so richtig. Das stimmt. Also dackeln wir ihr hinterher. Ich glaube, das Weiße soll ein Geist sein, ne? Ich glaube schon. Ja. Ja. Ein auf dem Kopf stehender Geist. Die Augen und Mund. Ja, scheint sowieso irgendwie alles auf dem Kopf. Ja. Ja. Der Geist will nicht. Ich schnappe den Grün. Das Grün soll vermutlich Frankenstein sein oder sowas. Oder ein Zombie. Oder einfach nur irgendein Schleim. Ich glaube, der hat auch eine Apfelfüllung, so wie das aussieht. Echt? Ja. Hier ist auch so ein Loch drin. Ich glaube, der hat auch eine Füllung. Ich finde die schon, aber der ist eigentlich rund. Oder trotzdem eine Füllung. Erdbeer. Genau. Hier ist Apfelmus. Ich glaube, ich trinke eine Zuckerschapel. Das ist... Ich probiere ja bei meiner Diät echt überhaupt keinen Zucker zu essen. Das ist so cool. Ja. Das ist so eine Low Carb Diät im Endeffekt. Ich achte jetzt nicht so wie bei der Keto Diät drauf komplett auf Null. Oder einfach nur möglichst wenig. Ja. Ja. Keine Verdammt. Na, meine Diät besteht meistens aus, ich esse gar nichts. Jetzt ist es bei mir tatsächlich kombiniert. Also ich frühstücke meistens überhaupt nicht, trinke nur einen Kee und esse dann eine Mahlzeit am Tag. Ja. Und wenn ich mal so richtig Hunger habe, dann so vorm Mittagessen, sag ich mal, oder vorm Abendessen eher, so, keine Ahnung, ein paar Weintrauben oder sonst was, einfach irgendwas um den Hunger zu stillen. Ja, genau das. Und um den Hunger abends zu überdrücken, habe ich meistens einen zuckerfreien Energy oder sowas. Und das hilft auch. Also ich bin zwar auch kein Fan von Süßstoffen oder so, aber das hilft wirklich durchzuhalten. Ja. Das ist einfach so, keine Ahnung, trinkt man so ein bisschen was und dann ist man auch mehr oder weniger gesättigt oder gaukelt zumindest in seinem Körper vor, gesättigt zu sein. Da kommt der Tod in die rote Suppe raus an der anderen Seite. Der Geist blutet, er war gar nicht tot. Ich habe ihn getötet. Er war nur ein verkleidetes Kind. Ja. Ich bin ein Kannibalen geworden. Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Und wo soll ich jetzt hin? Ja, anscheinend nicht. Ich meine, das Spiel ist auch irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Ja. Aber immerhin lässt es einen nicht überall hingehen. Vermutlich wäre es übersichtlicher, wenn man lesen würde. Das auch. The road has collapsed. Ich muss fallen. It must have been in the last. Ja, schön. Das hilft mir aber trotzdem nicht weiter. Ich habe immer noch nicht meine Kamera. Ach hier. Einfach in den Wald. Ach. Ja, sie hat die Kamera wahrscheinlich mitgenommen. Ja. Und jetzt finden wir sie wahrscheinlich gleich die Kamera. Aber ohne... Ist das die Kamera? Ne. Das ist ein Flyer. Ja, 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 ja. mich lasst mich so ab den fluss runter mit dir ja ich das ist nicht jetzt irgendwo magier unterwegs ja jetzt muss wahrscheinlich das vorsichtig hochnehmen ja jetzt ist ja ja es war so die einleitung darin ab jetzt kommen nämlich ganz viele solche nette leute blöden hände von überall ja da bist du aber sind hier noch irgendwo ja ja war mir kurz nicht sicher aber ja das gute ist wenn man keine waffe hat muss man nicht kämpfen das ist das rechts am rand eigentlich unsere psyche oder ja ich glaube quasi unsere gesundheit also mentale stabilität ist es eine katze sagen wir einfach mal es wäre eine katze wusste ich doch wusste ich es doch jetzt lässt du mich wohl los meine güte herbal medicines die konnten wir doch irgendwie durch den zwischenbildschirm kaufen oder so wo lang rechts links können wir irgendwie auf die bursche ich glaube da links ist gar nichts oder uns mal reingucken sieht sehr nach mal sagt was so aussieht ja ok spiel hat entschieden jetzt denke ich auch immer wenn spieler das machen ja du hast jetzt zwei wege aber einer der das ist wohl wahr war dann warum überhaupt diese nische da machen damit die welt wenigstens nicht anschreien ja ja ich 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 weiß das thema hier war mal ein weg Schmon正lich. Ha, ha. Ha, ha. Not a third time! Your truth! Not a third time! Aber wir haben trotzdem irgendwie Schaden bekommen. Nimmt das einfach auch über Zeit ab? Keine Ahnung, ich fall das nicht. Eigentlich sollte… Da kam, glaube ich, von unten. I'm lost. Da ist die. Na toll, das hast du uns verwirrt. Ich meine, wir wären daher gekommen, da ist nämlich die Abzweigung. Ach so, da sind zwei Wege nach unten. Don't confuse me. Da bringt die uns einfach, um wieder zurückzulaufen, ey. Ja, ich dachte, da geht's weiter hoch. Nein. Das ist ein Berg, es geht hoch und dann irgendwann wieder runter, wenn du oben bist. Will ich ins Wasser. Ich glaube, du musst. Ja, ich wollte einerseits das und andererseits. Hast du, glaube ich, keine Wahl. Komm ich nicht da auf die Brücke? Und ich glaube, nee, das da unten ist nicht unsere Gesundheit, sondern Stamina, oder? Weil das nimmt nämlich mit der Zeit ab. Ja, so sag ich ja, aber das fühlt sich auch nicht wieder auf. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, das Spiel confused mich. Okay, ich komme nicht auf die Brücke, also muss ich, oder? Spieler lesen nichts durch, laufen einfach, skippen alles. Hä, das Spiel ist total verwirrend, das erklärt einem überhaupt nichts. Was? Du wirst mir in Kontant auch mal ... Ah. Einfach wär auch langweilig. Logisch wäre langweilig. Die müssen alles selbst herausfinden. Ist wieder irgendwie ne Band. Ja. Ich meine, die besten Spiele sind ja eigentlich sowieso die, die es schaffen, mit möglichst wenig Text ihr Spiel zu erklären. Ich... Ja, ich... Da ist auch noch was... Hä? Ich will dieses blöde Ding da haben, was auch immer das ist. Futter nicht eben. Ah, okay. Wie war es? Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Komm schon? Die Hand wartet drauf. Garantiert. Nee? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt. Ah, die Kamera, nein. Auch die noch funktioniert. Äh... Also wenn ich meine Kamera so unter Wasser halten würde, würde sie glaube ich nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht, was du hast. Ich glaube, wir haben immer mit Kameras. Einfach in Wasser werfen. Ja, vor allem... ...hab ich jetzt das Problem, dass wir jetzt die Kamera haben. Oh, jetzt haben wir aber nur 66 Schuss. Ja. Erstens ist die jetzt limitiert. Wobei... Kannst du einen anderen Film aussuchen? Aktuell nicht. Ich habe nur diesen einen. Später kriegt man andere Filme. Das Problem ist, wie gesagt, wir haben jetzt eine Kamera. Dann kommen auch die netten Leute. Genau das ist es. Ach da, jetzt hast du einen anderen. Ah, wie habe ich das denn gemacht? Mit dem Steuerkreuz anscheinend. Ah, ja tatsächlich. Du kannst den Linse wechseln. Ah, das ist die Linse. Genau das ist er. Ähm, hinter dir ist glaube ich... Jaix, 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 jaix. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Da. Jaix, jaix. Nein! Oh, tu lahm. Oh, er hat einen Teufel mitgebracht. Ja, ich will... Ich will Abstand. Ich will erstmal Abstand. Bei technisch gesehen können wir auch einfach weglaufen, oder? Vor allem will ich... Ja, nicht immer. Vor allem deswegen. Okay, gut. Feuer frei. 413 Schaden. So, lass dir erstmal einen Erdraum. Meines kommt weg. Ha? Ja. Ich glaube, jetzt würde ich wieder ein bisschen auf Abstand gehen. Ja, wenn ich jetzt wüs- Ah, wo hast du. Jaix! Wow! Also der ist jetzt zum Glück neben dir hingeflogen. Wow! That was a close call! Er ist tot. Der ist noch nicht. Nein, 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 nein. Basal Frame! Das war close. Hör auf. Kannst du das bitte nicht nochmal machen, wenn ich gerade am Aufladen bin? Noch ein Stück. Noch ein Stück. Geht doch. Ah, Hilfe! Ähm. Äh. Ja, also die Kamera auf Skuba, das was wir uns auch denken können, muss irgendwie da hingetragen worden sein, das heißt sie kann nicht weit sein. ja somit mit dem text hätten sie auch komplett sparen können weil das hier soll eigentlich vor geistern schützen was der fack der bösen geist also eigentlich vor dämonen oder generell vor bösen wesen ja dort ist die sind eigentlich gar nicht böse die haben mich angegriffen sie wollten dich nur umarmen vielleicht bist du auch die böse ja wo soll ich hin was halt nicht wollen wollen muss ich doch durch dieses ding das habe ich ja so ein riemen da ist echt ja die leute die diese diese sticker auf der kappe drauf kleben lassen das ist echt einfach so ein style den geld also hier ist nichts also muss ich jetzt zu nein wollte ich nicht du wolltest ein andenkendes foto machen wir wollen es ja nicht okay die hat sich gerade die kippe runter gespürzt würde mich nicht wundern wir haben es nicht gesehen vielleicht besser für jemanden dass ich selber am liebsten die kippe runter stürzen würde also leute wisst ihr bescheid wenn ihr umbringen wollt erst wenn ihr schon tot seid beziehungsweise sucht euch einen tot aus der nicht ganz so traumatisierend ist weil den werdet ihr immer und immer und immer wieder als geist durchleben also mit anderen worten wartet darauf bis ihr friedlich im halter einschlafen das ist glaube ich das einzige was nicht traumatisierend ist ja noch mehr film deswegen muss man ab jetzt alles untersuchen weil sonst filmemangel wir haben ja von dem einen unendlich vielen und der macht nicht so viel schaden vielleicht solltest du das mal gucken weil jetzt gerade keine geister da sind du kannst auch noch die linse wechseln ja aber ich habe nur die eine linse habe ich nämlich mit der kamera zusammengefunden wir werden bewachsen und die genau wir werden noch zwei in welchem slot die da ist ja wir werden noch zwei linsen auf jeden fall da ist da 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 ein zettel wieder zu viel zu leben story wir sind hier nicht für die story wir sind die fürs gameplay und wenn wir irgendwas verwirrend finden oder unnugelst dann schieben jetzt genau die einzige story vorgelesen wird sind die zwischen sequenzen vor und nach den kapiteln das muss als story reichen und das kann man sich denken ja wo ist jemand es ist halt ein altes menschenopferritual das schiefgegangen ist frag mich aber auch was ist das rechts für eine leiste ich glaube ich glaube die leiste ist unsere gesundheit und was da tropfen ist keine ahnung vielleicht ist das wenn sie sich eingepinkelt hat soja ist das überhaupt für eine wortschaft tempel ja warum sind da 20 millionen geister menschenopfer ich glaube wir haben was gegen jeden vielleicht sind wir auch eine nachbarin ja ich glaube ich meine ich weiß ich weiß nicht ob ich das verwechsel mit dem nachfolger oder crimson butterfly aber in irgendeinem von diesen teilen waren wir auf jeden fall die nachfahren oder reinkarnationen von den priestern also geopfert wurden oder ja also dann ich glaube das war crimson butterfly aber das wird ja vielleicht dann erklären warum die so angepustet sind auf allen ich glaube ein paar der wichtigen werden gespeichert aber ich glaube nicht diese die killing frames können gespeichert werden aber nicht die normalen attacken fotos das wäre cool das wäre cool ich weiß nicht wie ein spiel hatte das glaube ich mal dass dann so ein paar fotos so in den credits gezeigt worden sind das kann ich eigentlich auch nur jedem spieler entwickler team sagen dass irgendwie eine mechanik mit fotos hat packt die ganzen fotos die die spieler machen irgendwie in die credits rein weil das ist wenigstens mal eine motivation sich die credits anzugucken ja und das internet ist wieder weg ach wie immer ich sag ja telekom du wohnst aber auch in einem loch eigentlich nicht also das heißt telekom mietet jetzt mittlerweile die leitung von netcologne deswegen wollte ich demnächst auch mal zu netcologne wechseln weil es einfach günstiger ist wie verwirrend willst du einen ein wald gestalten ja ich habe keine ok da ist etwas ist mehr fläger ja das sieht so aus oder ja das sieht doch bilden aus ja sehr schön als ist dieser standard film später kommt ja ich glaube ich habe voll kann das sein mit denen auf dem willen you can't hold anymore du siehst ja das ist ja ne verarsche ja das ist schein das ist schein ja hätte sie sich mal statt ihrem scheiß Riemen da dann eine hose angezogen wo sie ein bisschen sacht verstauen kann ja oder einen kleinen rucksack ja mach ich das noch mehr okay wollen wir die kürze machen die kürze machen die kürze machen die kürze machen irgendetwas hm nee geht nicht so aus alles klar achso nee wir haben ja diesen wir haben doch diesen Trace Mode genau also dieses Fotodings ja wo blinkt das ich will das sind glaube ich auch nur noch nein ich glaube das musst du einfach aufheben oder ja ich warte da keiner hin denn mehr na die kommen noch die kommen noch ja wir haben schon lange auf sich warten lassen bis jetzt ja 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 leider ja ja beide kommen mir langsam zu nah ja ja vor allem ich kann nicht weiter ausweichen ich muss rennen oh ist sie jetzt... doooohh... nö die sind auch dabei ich meine je näher sie sind, desto mehr Schaden ja aber ich hätte gerne auch ne Möglichkeit das auszunutzen Oh. Oh, da war auch noch sie mit bei. Ja. Sie hat sich gerade noch dahin geportet. Oh, kein Foto. Jecks. Oh, ein Foto. Einmal alle aufstellen. Ich mag es halt nicht. Ja, aber das ist hinter dir. Ja, ich weiß. Und das gefällt mir gerade absolut nicht. Genau deswegen. Ich wusste... Erst mal auf Stopp machen. Das wird mir hier alles zu stressig. Ah, ja. Hilfe. Ich will raus. Ich will raus. Ja, ja, ja. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Lass los. Da ist die andere. Jetzt will sie auch. Gruppenvergewaltigung. Lass mich los. Biest. So, und jetzt lass mich bitte hier raus und lass mich kurz Abstand. Ihr seid mir eindeutig zu sehr auf Kuschelkurs. Corona 1,5 Abstand bitte. Ich bin introvertiert. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Und ich mag jetzt vor allem nicht, mich in Sackgassen zu bewegen. Egal, da musst du jetzt kämpfen. Ja. Genau von da. Ja. Das ist auch gut. Da können sie nämlich sich nirgends... Doch. Ja. Das ist das Problem. Jetzt sind Geister. Jetzt sind Geister. Die können durch Sachen gehen. Ihr, das ist so... Warum teilen die dann nicht durch den Boden durch? Sie schweben. Ich hasse es, gegen zwei auf einmal zu kämpfen. Hi. Nein, 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 nein. Bleibt mir bitte vom Leib. Könnt ihr euch bitte irgendwie so positionieren, dass ich euch in Ruhe erledigen kann? Kannst du da nicht in den Kreis laufen um den Baum? Oh, Feuer. Oh, na toll. Det Congit. Du kannst beide... Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Ah! Da gab es irgendwie gar keine Fatal Frame. Ja, na toll. Ich bin fast tot. Hier geht es doch noch gut. Nicht wirklich. Das Herz fängt an zu rasen. Ich bin fast tot. Warum sind die nicht tot? Ich hasse diese Ladezeit Was ist das? Overkill? Ryshot Overkill Was ist das? Hans? Yuri? Kannst du eine Herbal Medicine nehmen? Ja Ja, muss ich Die Frage ist wie Einfach alle Tasten aufprobieren Ne, hier ist die Map Das ist die Kamera Wie war das normal? Da Da Ja Ja Oh, wir haben richtig viel davon Das passt doch erstmal Das passt doch erstmal Oh Warte, nein Nein, das wollte ich nicht Wir sind wieder allein Sacred Water Was macht das eigentlich? Clean Water You heal completely Das hält komplett Ja Mirrorstone If you run out of here It will protect you Also immer so ein Wiederbelebung Ja So ein So ein Egg Ja Ich hatte die gar nicht equipped Doch, müsste ich Jetzt müsste es aber glaube ich die anderen wieder aufnehmen können Wo auch immer die waren Ach, keine Ahnung, da ist auf jeden Fall etwas Ja Ach, da sind die glaube ich sogar Ne Das sind 61er Auch gut Ja Egal, nimm mit Alles was Da da rumliegt Aber die äh Die stärkeren sollten wir für die Bosse aufheben Ja, wahrscheinlich Weil diese äh 14er, die Werden hier glaube ich wie Sand am Meer verstreut Aber diese stärkeren Wir werden ja gerade schon zu viel Mhm So Hat einer von euch noch eine Orientierung? Ich nämlich nicht Nee Da ist irgendwas Wahnsinn Hm This place has some sort of spiritual significance To have cancer Ah J- Maybe Das sieht aus wie ein Tempel Aber nee Jizo Statuen gelten in Japan als Beschützer von verstorbenen Kindern Insbesondere von ertrunkenen Kindern Und Beschützer von Irgendwas mit Atomkindern Was dann Warum will man Bereits Tote beschützen Die Seelen Von denen Ja Scheint nicht so gut funktioniert zu haben Und Äh Und als Beschützer Von Bandaran Ja Scheint nicht so gut funktioniert zu haben Nope Not really Ah nee So Alles useless Ach So Bei irgendeinem Zelt war irgendwas Aber ich hab keine Ahnung wo das Zelt war Da oben vielleicht Ja Beziehungsweise der Fluch war stärker Irgendwas ist ganz doll schief gelaufen Deswegen Ah Heilung Keine Hand Deswegen Meine Freunde Menschenopfer Immer mit Vorsicht genießen War klar War klar War klar Ja Oder die Menschen Die zu Opfernden Menschen So Manipulieren Und brainwaschen Dass sie gerne geopfert werden Ich glaub das erfordert aber zu viel Zeit Kannst du da noch weiter Äh Da war irgendwas Da aus wie so ne Hülle oder Ja noch mehr Jesus Dachte du mehr so die Ja ja Wenn man da rein kriegst dann aber ne Wahrscheinlich Nee Nee Nur Irgendwas sagte dazu aber Ja Dass da Wind durchkommt der wie nach Stimmen klingt Irgendwie sowas Wind Natürlich Mhm Mhm Where the heck am I Ohne Witz ich fühl mich wie im echten Leben Ähm Da hab ich das schon viel gehabt Einfach durch die Gegend rennen Einfach durch die Gegend rennen Ohne zu wissen wohin Ja Und da am Zelt es nickt doch da ist was ne Ja ja So für ne das ne Ah kein Film Ja Das Spiel ist sehr realistisch Alter Wie reicht auch mit den Texten Es kommt noch mehr Wir lesen ihn nicht mal und ich reg mich darüber auf Ja Das ist ein richtig Das war ja jetzt nur Das war ja nur so ein kleiner Zettel So wo kam ich jetzt her Ich glaub ich muss da lang Ich mein wir haben ne Karte Na Karten sind für Anfänger Hm So laufen einfach Weißt du's not so Es wird nichts durchgelesen Alle Hirten werden nicht benutzt Ich weiß überhaupt nicht wo man hier hin muss Das Spiel ergibt keinen Sinn Das Spiel Scheißpiel hier eh Das Spiel ist so unübersichtlich Shit Ich wünschte ich hätte ne Karte Sind wir von da gekommen oder Ich glaub nicht oder Ne ich glaub auch nicht Warte gibt's hier auch was Da leuchtet was Und dann Warum sind wir tot Achja wir haben nichts gelesen Scheißspiel ey Oh ne was ist das Eine Bombe Ne Purifying Embers Oh Einfach Noch mehr Wald Je Wenn's doch nur ne Karte geben würde Na Ja Nein Nein Einfach Sachen aufsammeln Überall dahin wo was leuchtet Da leuchtet bloß Da auch Da auch Das leuchtet überall Ja einfach ins Wasser Ja Je mehr Je mehr Der Vorteil ist Je mehr Stuff wir jetzt finden Umso Mehr Chancen haben wir gegen die Bosse Oder auch nicht Oder auch nicht Weil wir das nicht mal mehr mitnehmen können Du hast es gejinxt Ich hab's nicht gejinxt Ich wusste es Wir können maximal 99 von einem Film halten Und wir haben jetzt über 80 Na Ich kann Mathe Ja ich hab nichts gejinxt Das ist auch Ja ist genau der gleiche Scheiß Ja ist der selbere Das ist ein bester Aber Das sieht nach dem gleichen Film aus Sonst brauchst du gar nicht versuchen Ne Was Warum sieht das Aber warum sieht das genauso aus Weil Die Game Entwickler Keine Lust hatten Genau Wir wollen nicht noch mehr Lizenzen bezahlen Genau Machen wir einfach alles gleich Das Design Team sind immer ein bisschen das Bühne gekürzt Ja Grabsteine Ich auch Bei mir rumstehen Grabsteine Mhm Das stimmt doch Das stimmt sogar bei mir eine Kirche Szene welche Ja gut In vielen Kulturen Ich meine sogar in asiatischen Kulturen War es sogar gang und gäbe Dass man noch Während noch zu Lebzeiten Sich seinen eigenen Sarg anfertigen ließ Jakes Und da kommt wieder ein freundlicher Geselle Ah Nicht ganz so freundlich Was ist denn nur einer Weil einer ist glaube ich kein Problem Ja einer ist easy Solang es nur der eine bleibt Hey Ja komm gib mir ein Fatal Das ist ein Fatal Auch diesmal ohne seine Freundin Ja 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 Bist du noch ein bisschen? Bitte drin Acht Gut Ah ja Aber wir haben jetzt noch Fragmente Und die alle drauf bekommen Denn die alle drauf bekommen Dann geht es so Das ist ein Fatal Echt Ja Na komm Kliess 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 Where did I come from? Where did I come? Klappt das halt an. Das war wieder der Tutorial-Geist. Er kommt immer wieder und wieder und wieder. Weißt du das, was ich nicht aufnehmen kann? Jaaaa. Jaaaa. Ne. Das waren nur 12, deswegen kannst du es mitnehmen. Ja, und ich habe ja jetzt welche verschwendet. Also Verbrauch. Verschwendet? Ja, aber sonst waren das immer 24. Den kriegen wir auch noch weniger. Hm. Solange wir genug haben. Ja gut, wie gesagt, von diesen 14ern oder 12ern, von den einfachen da werden wir zugespampt mit. Davon... Und die brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Und die stärkeren, die wir vorsichtig behandeln müssen. Gut, ich meine, ich sag mal, die ganz einfachen Geister könnten wir wahrscheinlich zur Not auch mit dem Unendlichkeitsding da besiegen. Dauert halt nur länger. Ja. Und wie gesagt, wie gesagt, bei den einfachen Geistern das Problem ist halt, wenn die wirklich in Massen auftauchen. Das Bein sind schon, äh, pain in the butt. Wie mein Arzt sagt mir. Man soll alles in Massen genießen. Hm. Hey, Sacred Water. Ja. Und diesmal keine fucking Hand. Sehr gut. Ich wurde schon genug gemolestet. Ich glaube aber, unser Charakter verwendet das falsch. Sie trinkt das einfach, fühlt sich dann besser, weil sie durch irgendwelche Sachen dann glaubt, dass ihre Psyche dadurch geheilt wird. Aber eigentlich sollte sie das verwenden, um uns auf die Geister zu werfen. Das wäre wahrscheinlich ein One-Hit. Warum daher sind wir gekommen, oder? Ich hab keine Ahnung. Aber die sehen auch gleich aus. Das ist ein Wald. Ich glaube wir sind gerade im Kreis gelaufen, das ist wieder die Brücke. Ich bin komplett irritiert. Ja gut, wenn da die Brücke ist, können wir immerhin über die Brücke. Ja, aber du bist gerade dran vorbeigelaufen. Und noch ne Runde. Was ist da? Wait. Ah. Wo war jetzt die Brücke? Da. Da. Nee. Hinter dir. War die nicht kaputt? Nee, eine war kaputt. Nee, eine war kaputt. Das ist die, die nicht kaputt war. Da ist irgendetwas. Amara, was passiert, wenn du da... Warum steht halt in denen immer... Warum steht halt in denen immer... Also, dass es mal ein Y drücken sollte. Ganz viele Figuren. Also, da wollte jemand sicher gehen. Hm. Erstmal ein Foto machen. Oh, nee. Und dann wären die alle lebendig. Ja, diese Figuren... Wird auf jeden Fall im... Wird mich nicht wundern, wenn die andere nicht wären. Wird mich nicht wundern, wenn die andere nicht wären. Ich bin auf jeden Fall... Ritual. Das erinnert mich gerade ein bisschen an The Grudge. Oder war das The Calling? Was? Oh, in eins von den beiden Spielen, da kommen auch diese Figuren drin vor. Ich weiß nur gerade nicht mehr, ob es The Grudge oder The Calling war, aber ich meine, es wäre The Grudge. Von The Grudge gibt es ein Spiel? Ja, ein relativ altes. Das war für die Nintendo Wii damals rausgekommen. Für Nintendo? Ja. What the fuck? Aber das war sogar... Das war sogar tatsächlich sehr gut. Okay. Das habe ich damals bei PewDiePie gesehen. Lol. Boah, das ist so ein altes Spiel. Wie lange ist das her, ey? Über 10 Jahre. Loll. Aber dass Nintendo echt mal Horrorspiel rausbringt. Wo kann das das? Ah. Es gibt richtig viele Horrorspiele für Nintendo, die vermarkten sie nur nicht so. Nintendo ist halt eine Spielekonsole für die ganze Familie. Mhm. Das nehme ich als mein Hintergrundbild, ey. Überhaupt nicht ein Zettelin oder so. So tapeziehe ich mein Zimmer. Einfach mit so Puppenköpfen überall. Puppen sind auch so eine Sache. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich liebe sie. Also bei mir kommt es drauf an, wie die Puppen aussehen. Ich hasse es, dass ich sie liebe. Also ich habe... Ich finde auch... Ich finde eigentlich auch nicht so die... Ähm... Ich finde Saki auch nicht irgendwie so schlimm. Ah, hier ist kaputt. Hier die Bulge ist kaputt. Da leuchtet was rechts. Ja. Da komme ich dahin. Ja. Da müssen wir einmal gucken. Da leuchtet noch was rechts. Wieder ein Film. Also die haben wir wahrscheinlich nicht mitnehmen können. Kommt drauf an was. 63er. Aber wir haben sonst noch... Wieder Wege. Wo sind wir hergekommen? Couch. Couch. Warte erstmal. Party Couch. Ja. Okay. Ähm. Mach den Party und Couch. Auch voll normal, dass man nachts mit einer Tasselampe in den Wald rumläuft. Willst du ohne Tasselampe nachts in den Wald rumlaufen? Nee, aber allgemein, dass man da nachts rumläuft, wenn da irgendwie Geister rum... Ja gut, sie sucht halt ihre Freundin. Ach, ich würde die einfach da lassen. Okay. Okay. Wer war schuld, wenn die sich nachts in den Wald begibt? Ist doch nicht mein Problem, wenn sie da rein rennt in den Wald. Warum soll ich mein Leben riskieren? Apparentalte Suicide-Node. Ja. Ja. Ich wäre vermutlich diejenige, die nachts alleine in den Wald reinläuft und dann gerettet werden muss. Ich würde auch einfach hinterher in den Wald gehen und mich aber die ganze Zeit... Ich würde die Geister wahrscheinlich einfach anschnaufen. Ich würde fragen, ob sie Kekse wollen. Oder einen Kaffee. Und wenn sie mir nicht antworten würden, wäre ich sauer auf die Geister. War da nicht noch ein zweiter? Ich glaube nicht. Nee. Gott sei Dank. Wie gesagt, solange die Geister einzeln kommen, habe ich kein Problem mit den Viechern. Hat das eigentlich auch mehr Schaden, je länger man bei der Fatal Frame wartet? Ich glaube nicht. Später, je nach Linse... Ich glaube, entweder liegt es an der Linse oder am Film, aber du kannst später mehrere Schüsse hintereinander abgeben. Ich weiß noch nicht, was das genau beeinflusst, die Linse oder der Film. Aber die zweite Fatal Frame, die du jetzt gerade gemacht hast, hat mehr Schaden gemacht? Ja, ich glaube, weil der bei der zweiten am Taumeln war. Ja. Oh, da liegt noch was. Ja. Obwohl wir keine Ahnung haben, wie wir da hinkommen, weil wir hier... Doch, wir können durchs Wasser durch. Ja. Das war Sankenpferden nass, das ist doch äterlich. Ja. Die sind doch sowieso schon nass. Sankenlotion. Aber sie liegt an Land. Die macht hier überhaupt keinen Sinn. Die ist doch gar nicht eingesunken. Die sind gleich eingesunken. Die sind gleich grandes geworden. Wie denn? All Seeing. Wir brauchen alle von etwasêm. Ist das, wir können da nicht lang? Ja... Alles klar. Alles klar, danke für Ihr Infospiel. Hier können wir auch nicht lang. Mittags? Nee, ich hoffe nicht. Schauen wir mal an den Stream, falls überhaupt niemand da ist, der zuschaut. Wir haben Internetprobleme. Könnt ihr euch gerne bei der Telekom oder bei NetCologne bedanken. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Einer von den beiden. Und wenn es zwischendurch mal ausfällt, ich kann da nicht viel machen. Aber der Stream wird auch nächsten Dienstag auf YouTube in voller Länge und ohne Unterbrechung zu sehen sein. Also, wer gerne gucken möchte, kann es da auch nochmal nachholen. Wir sind hier sowieso nur sinnlos am rumgeistern. Es ist noch nichts spannendes passiert. Wir sind der Geist, der einfach die verlorene Seele, die durch den Wald wandert. Und die Leute, die wir da angreifen, das sind eigentlich irgendwelche Wanderer, die noch am Leben sind. Natürlich. Das wäre doch mal ein Spiel. Ja. Ich weiß nicht, warum ich die abgemacht habe, aber naja. Tja. Ich weiß auch nicht, warum ich Sachen mache. Was ist die denn? Ja. Ich mache jetzt hier noch eine Kette ausbasteln. Ja. Ich glaube genau, ich bastel eine schöne Kette raus. Ach, diesmal keine Ohrenkette. Nein. Das macht doch nur mein DnD-Charakter. Hier den Brückerweister. In jedem von uns steckt ein Stück von unserem DnD-Charakter. Ja. Bei euch auf jeden Fall. Keks verrückt. Sein. Er. Das ist aber glaube ich bei jedem so. Ja. Jeder, der seinen allerersten DnD-Charakter entwirft, entwirft ihn irgendwie im Abbild seiner Welt. Ja. Später dann, wenn andere Charaktere gemacht werden, wandert sich das ein bisschen auf. Die Karte? Das Spiel hat eine Karte. Nee. Ja, ich gebe auch. Wo muss ich hin? Bring mal die leeren Dinger weg. Die Karte bringt nichts. Wo muss ich hin? Naja, es gibt noch Abzweigungen. Die Karte zeigt dir da zum Beispiel. Da geht es nach oben. Müssen wir da wahrscheinlich hin. Die Karte zeigt dir ja nur Sachen, wo du schon warst. Und wir müssen wahrscheinlich nach oben. Also müssen wir zurück. Also zurück. Ganz weit geradeaus. Dann nach unten. Und dann in dieses große Ding. Also da, wo die kaputte Brücke ist im Endeffekt. Ja. Zurück war hier lang. Rüften. Ups. Du sitzt bald mit deinem Po auf meinen Händen. Ja, aber fliegt dein Handy da auch unter meinem Po? Ja. Damit es dann warm ist. Hehehe. So. Back, 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 back. Back, 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 back. Bin ich noch am Track? Jaaaa. Ich meine, viel kann nicht passieren. Du läufst entweder in eine Sackgasse rein oder den Weg weiter. Zumindest ab jetzt. Ja. Ja. Genau. Alles klar. Ich glaube, er verzögert auch das Spiel, oder? Das ist normal. Ah, ok. Au. Ah, nein. Ach, nein. Ja, hier ein bisschen zu lange. Aber das ist einfach, wenn du es aktualisierst, dann wäre er wieder ein bisschen aktueller. Ja. Komm. Ja, aber ist ja auch egal. Das Video interessiert uns ja nicht so sehr. Mhm. Wir haben das ja nicht mehr hier für den Chat liegen. So. Genau. Hier. So, wo muss ich jetzt von hier aus weiter? Nach links. Das heißt? Einfach in das Haus rein. Da links. Hä? Das sind die Puppen. Da konnte ich doch nicht rein. Da würde ich mich hinsetzen. Das ist aber der einzige Punkt, wo wir noch nicht waren. Aber vielleicht können wir da... Das gecheckt haben wir ja schon. Können wir da vielleicht rumlaufen oder so an irgendeiner Seite? Warte mal. Irgend so direkt im Klang. Sag mal, eine Kamera hier irgendwas? Äh, wir sollten vielleicht auch mal der Trace folgen, oder? Können wir die da vielleicht aktivieren? Wie ging das nochmal? Äh, gute Frage. Ich glaube, dafür brauchen wir ein Foto. Die letzte Trace ist ja abge... abbrochen. Ähm... War das nicht einfach mit LT und X oder so? Äh... L... Der linke Seite vordere praktisch. Und X. LT und X. Welcome... Nee, das ist der Snap-Mode. Nee. Was? Nein, nein. Raus. Ja. Da können wir sogar richtige Fotos machen. Selfies. Nee. Nee, weil außenrum komme ich auch nicht. Hm. Nimm einfach die Puppen nicht. Aber doch. Ah. Wo kommt die Treppe auf einmal her? Geister. Ja, da kann ich rein, da kann ich rein. Doch mehr, Dolls. So viele Puppen. Ich würde gerne eine mitnehmen. Ich mag die. Alle. Einfach alle. Ich hätte echt gerne so ein Zimmer mit komplett Puppen. Was stand da? Braucht die einen Schlüssel? Oder sagt er nur, dass sie abgeschlossen ist? Hey, da liegt was. Das lag aber gerade noch nicht da. Nope. Haben wir wieder eine Note? Ja. Das könnten wir bestimmt die Trace machen. Wenn wir wissen, wie es bei... Ein gutes Mädchen. Geht ihr jetzt die Tür auf? Na? Hm. Der Deutschschalter. Der Look. Es went into the shrine. Alles klar. Der ist hier auch rein und hat sich verbarrikadiert. So. Woher willst du das wissen? Aber das heißt trotzdem, jetzt müssten wir da irgendwie den Trace-Mode machen. Dann wissen wir auch, wo lang. Nur, wie machen wir den? Ne. Das ist Snapped-Mode immer noch. Ähm. Du musst mal in der Steuerung gucken. Im Menü. Äh. Ups. Ich glaube, der würde uns jetzt weiterhelfen. Wo ist denn die Steuerung? Äh. Hast du Start gedrückt für das? Ne. X. Moment. Start. Start ist die Map. Start ist die Map. Genau. Aber da kannst du rund runter, oder? Da sieht man die Map. Mit dem Steuerkreuz. Ja. Achso. Das ist auch nur... Genau. Das sind einfach die anderen Maps. Mhm. Also. Weiter durch die Gegend, Irren. Hätten wir uns mal gemerkt, wie das Spiel funktioniert. Warte. Ich spule mal eben den Spiel zurück. Wäre zu einfach. Aber ich glaube, wir haben keinen Trace. Weil, äh, wir haben ja keinen Trace. Wir haben ja kein Foto bekommen. Wir können ja... Aha. Ja. Kamera aufs Koba. Ah, nein. Mist. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Nein, das sah aber nett aus. Ja. Diese Szenen soll man eigentlich fotografieren, aber da bin ich immer... Da haben wir bisher noch keiner. Ne. Da bin ich immer zu langsam für. Ich hab echt die Reflexe eines... keine Ahnung was. Eines Toten Wasbärens. Mhm. So in etwa. Aber kann ich jetzt... Ist da jetzt noch irgendwas trotzdem aufgetaucht, oder? Mein Go-To-Wort ist ja immer Kartoffeln. Nein. Okay. Also einfach... Ja, ein Go-To-Wasbären auch keine Reflexe. Einfach durch die Gegend irren und gucken, wo dieses Geistermädchen wieder auftaucht. Und ich will dieses Ding da haben, was auch immer das ist. Wie komm ich da dran? Kannst du mal direkt links? So einfach in den Wald? Mhm. Aber da leuchtet auch noch was. Da leuchtet auch was. Immer den Leuchten. Das ist, glaub ich, was, was wir nicht... Hm? Oder? Nee. Nee, das ist ein Wasser. Ah. Die Hände kommen immer dann, wenn du sie nicht erwartest. Noch mal Wasser. Wasser an Wasser. Da ist ein Geist. Oh, und... Geist. Geister. Drei. Ja. Ja. Ich muss... Ich will abhauen. Ich will abhauen. Ich will abhauen. Lass mich abhauen. Nein. Nein. Ah. Raus. So. Jetzt kann ich rennen. Ich will... Nein. Ich will erstmal irgendwo hin, wo ich euch in aller Ruhe bekämpfen kann. Wo ihr mir nicht in den Rücken fallen könnt, am besten. Weil ihr seid... Die Geister können sowieso irgendwie nichts machen, wenn du einfach ein Neues. Ja, jetzt... Klar, toll. Ja, toll. Heißt das, wir können da nicht weiter? Ja. Alles klar. Dann... Oh Gott. Nein. Neat Najlale, na. Jetzt lass dich umdrehen. Dann teleportieren Sie sich... Ich glaub du rennst halt zu weit weg. Weil da waren Sie grad alles schön in einem Gang... und da hätten Sie sich auch nicht teleportiert. Na? Das Problem ist... Ich... Ich... Ich akte halt auf die blöden Pfeile. Und die sind momentan überall... so... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich... Hinter dir ist aber auch einer. Ja, ich weiß. Aber ich hoffe... War klar. Ich hatte gehofft, dass er mir nicht zu nahe kommt. Aber jetzt sind sie alle schön nebeneinander. Ja, weil... Ich bin gleich tot. Das geht du auch so ein bisschen. Aber da würde ich jetzt nicht weglaufen. Nee. Ja, ein bisschen... Nee, ein bisschen muss ich... Na, wollte ich nicht. Nee! Oh Gott. Ah, das war close. Ja, trotzdem erwischt. Er hat sie unter den Rock geguckt, der Penner. Mhm. Genau das wollte er was sein, nicht nur. Das ist so ein geiler Geil. Wo kommst du her? Wir nehmen einfach ein Wasser. Ja, genau das. Davon haben wir ganz viele. Ja. Ja, alter Spiel. Ach, purifying. Da ist der Concorde. Ja, das war's. Danke. Ist doch kein Problem, das Spiel ist für Noobs wie uns gemacht. Ja. Und ich muss hier irgendwo weg. Erstmal. Aber einer ist aber schon tot. Es sind jetzt nur noch zwei. Find ich super. Da, 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 da. Perfekt. Wenn der andere sich jetzt nicht weg teleportieren. Da? Ah, nein. Mist. Ja. Ja. Da. Da. Innen die Weichteile. Da ist nur noch einer. Ja. Oder? Ja, die andere ist am sterben. Und so. Halleluja. So, jetzt kann ich mich in Ruhe um dich kümmern. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Komm, gib mir ein Fatal. Pfff. 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 Ist auch gut. Ah, finally. Also, wenn ihr das kann mal dran gefuckt. Ah, ich hasse diese Kücher. Warum müssen auch immer mehrere auf einmal kommen? Das wäre jetzt ja zu einfach. Jetzt kommt auch noch die Hand. War klar. Lass mich los, blödes Vieh. Jetzt kommt alles gleichzeitig. Okay, die blöden Hände kommen dann, wenn man sie nicht erwartet. Wofür sind eigentlich diese Lagen? Oh, da war noch was, wenn du an einem Wasser entlangst? Glaub ich. Ja? Du musst gleich mal gucken. Die Eid, äh, die Lampen. Ja. Die haben doch bestimmt auch irgendwas. Ja. Würde sie mit dem Steuerkreuz machen. Das, glaub ich, einfacher. Co-coasted light the forbidden flame. They dry you and remove the taint of the black water. Ach so, okay. Also können Geister nur kommen, wenn du ins Wasser gehst? Nee, ich glaub, äh, die, ähm... Ja, die füllen diesen, diesen Tropfen auf. Ja, und das sorgt, glaub ich, darf... Dieser Tropfen sorgt, glaub ich, dafür, dass, äh, entweder die Hände oder irgendwas angelockt wird. Keine Ahnung. Ich benutze es auf jeden Fall und trockne mich. Oh, ja. Ja. So. So. Wo war das jetzt? Ja, nicht. Wo hast du das gesehen? Das andere Leuchtding. So, da hat nix geleuchtet. Ich hab nur nen Gegenstand gesehen. Also, die leuchten ja nicht, wenn man von den Geistern wegrennt. Deswegen, ich mein, da wär irgendwo was. Ich mein, in die andere Richtung. Erstmal getrocknet und jetzt erstmal wieder ins Wasser. Ja. Eine Runde auf Swimmen. Ich bin so verwurrt gerade. Ich mein, da am Ende ist ja sowieso noch das eine Eis da ist. Ja, ist irgendwas da. Ich wusste doch, irgendwo war was. Ja. Ja, noch mehr Medizin. Sehr schön. Sehr schön. Medizin können wir definitiv nicht genug haben. Ich hoffe, dass wir die Items das ganze Spiel über so im Überfluss bekommen, weil dann haben wir kein Problem. Mhm. Frage ist halt, ob man am Ende weniger bekommt. Ja, ich glaub, später wird's weniger. Deswegen jetzt so viel wie möglich aufsammeln. So, nochmal. Nee. Nein, wollte ich nicht. Und das, was man mitnehmen kann, einfach alles mitnehmen. Ich kann das nicht. Okay, ich denke mal... Ja, jetzt willst du doch vielleicht da oben links hin, wo wir vorher waren. Ich versuch's mal. Vorher wollte sie da ja nicht lang. Ja. Aber jetzt ist ja der einzige Weg. Ja. Also, hier... Warte, war es hier links? Ja, da leuchtet auch noch was. Nee, das war in die andere Richtung schon. Ja. Da war das nur das Licht, was ich da gesehen hab. Vielleicht hab ich da auch nur was durch Schimmern sehen, aber... Ich glaub das noch. Ja, also, so oder so geht's da lang. Aber, äh, muss jetzt einmal um den See rum und dann nach links. Okay. Aber ich dachte, ich hätte halt was Leuchten sehen, aber ich glaub, das war nur irgendwie, was durch die Küche gestrahlt hat. Mhm, ja. Da steht, glaub ich, wer, oder? Andere Seite? Ja. Das ist das Girl. Das... Fuyuhi, oder wie sie heißt. Oder Fuyuhi. Irgendwie so. Ja. Ja. Sieht noch lebendig aus. Noch. Und gleich fällt sie tot um. Mhm. Äh. Ein Porträt. Für Yuhi. Für Yuhi. Für Yuhi. Eine Hölle. Mhm. Gruppensuizid. Wobei ich mich bei sowas frage, wann Leute hat, die sich mit einem umbringen würden. Müsste man da nicht auch einen Grund zum Weiterleben haben? Weil die meisten Menschen, die sich umbringen, fühlen sich alleine. Kommt drauf an. Es kann auch genau das Umgekehrte sein, dass sich gerade Leute, die sich umbringen wollen, dich mit reinziehen. Weil so funktionieren ja beispielsweise auch Kulte. Ja gut, aber Kult ist was anderes. Da glaubst du ja an etwas Höheres, aber... Ja, in dem Fall glaubst du auch daran, dass es danach besser wird. Ich weiß ja nicht. Ich finde das ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Sie ist die Einzige, die überlebt hat. Oder auch nicht. Kann ja auch sein, dass sie die Einzige ist, die ein guter Geist ist. Mhm. Aha. Hey, das X markiert die Stelle. Wo willst du jetzt hin? Ich glaube, sie wollte nur den Corona-Abstand einbauen. Nein. Was sie auch als guten Geist kennzeichnet. Ah. Corona-Abstandsland, glaub ich. Okay, also ich muss da lang, da lang, da lang. Das Spiel ist von 2021, also. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Okay. Okay, ich muss zur Brücke. Einfach die ganze Zeit nach rechts. Ja. Ich muss quasi zur Brücke. Alles klar. Halt dich einfach an der linken Wand. Das war schon, glaub ich, die falsche Richtung. Hä? So an der linken Wand? Ja, die ganze Zeit an der linken Wand halten. Oh, da ist noch eine nette Daumen. Ach, was ist die vom Berg getrunken? Das war ja herrlich. Hm? Ja. Na komm. Komm her. Und mit das Kleid? Solange du alleine bist, ist alles gut. Einfach nur her. Langsam. Langsam. Langsam und dann schnell. Genau so. Die Brücke ist so herrlich. Ja. Ich glaub schon. Nee, ich glaub nicht. Du konntest dich aber auch, glaub ich, ein Stück nach vorne bewegen, ansonsten. Ja, ja. Weil sie ist echt lahmarschig. Sie weiß noch nicht, ob sie tot ist oder nicht. Nee, sie hat, ich glaub sie hat gebrochene Beine, deswegen. Hm. Doch. Haben noch keine Killer Notification oder steht jetzt auch nichts? Ja, vor allem die Musik sagt eigentlich auch, dass sie noch lebt. Ja. Lebt noch. Ich geh noch mal auf den Brot. Hm. Bei nem süßen Zeug muss ich ja auf den Brot. Aber von Trink ist glaub ich nie noch Waffe. Ah, ich geh nicht. Huch. Huch. Immer noch nicht. Wie bläht sie denn aus? Viel. Wie gesagt, die Viecher werden immer hartnäckiger. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja gut, mit gebrochenen Beinen kann man halt nicht so schnell, ne? Ich glaub, sie muss auch so froh, das wird sein. Das war knapp. Das war klaus. Aber das ist hinter dir. Ja, ich, 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 ich. Oder? Nee. Unter mir? Über mir? Sie ist in dir drin. Hä? Sie ist... Da. Nee, sie ist da in der Wand. War in der Wand drin. Sehr komische Anzeige. Ja. Katastrophe. Oh. 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 Jetzt ist sie tot. Yes. Und für Hugh denkt sich so, was zur Hölle tut wieder? Autsch. Was zur Hölle war das denn jetzt schon wieder? Ah, ihre Todesszene. Ja, toll. Ja, X. Und sie hat mich natürlich da nochmal erwischt. Weil ich genau unter ihr stand. Wenn ich schon sterbe, dann nehme ich dich mit. Ja. So in etwa, so. Ja. Ich darf ja einfach die ganze Zeit da an der linken Wand halten. Ja, links halten, da aber nicht da rein. Nee, da einmal kurz dran vorbei, aber ansonsten die ganze Zeit an der linken Wand halten. Alles klar. Warte. Stehe ich denn richtig? Nein. Jetzt aber richtig, ne? Ja, genau. Genau. Da dran vorbei und dann... Da, da lange. Ja, genau. Fisch nicht. Oh, hier. Genau. Oh, hier. Genau. Ja, wo ist sie an dir vorbeigelocken? Ja. Ja. Hallo Kinder. Äh, nix hallo. Die sind die schlimmsten. Weil die am schnellsten sind. Oh ja. Oh ja. Oh. Nein, 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 nein. Bleib mir vom Leib. Bleib mir vom Leib. Da. Ich bin in der Kasse. Ich bin in der Kasse. Ich bin hier gerade... Wir brauchen ein Gruppenfoto. Ja. Einmal ein Gruppenfoto. Rechts. Ja. Links jetzt wieder. Die sind hier überall. Die machen bisher auch nichts. Das ist gut. Wie gesagt, einerseits sind die Kindergeister am wenigsten aggressiv, andererseits sind die... Oh, ich finde das war close. Aber sie ist schon mal tot. Der hat mich trotzdem erwischt. Wie gesagt, Kindergeister sind am wenigsten aggressiv, aber die sind halt am schnellsten und am unberechenbarsten, weil sie überall rumlaufen. Na, gib mir ein Fatal. Warum gibst du mir kein Fatal? Die mag ich. Ist doch nie cool. Na. Von wegen niedlich. Ah. Ich glaube, sie ist die einzige, die noch da ist. Kann das sein? Anscheinend, ja. Ja. Ich hätte zwar nicht mitbekommen, warum du den Jungen getötet hast. Ich auch nicht. Na los, komm her. Brauchen wir uns immerhin nur auf sie konzentrieren. Gib mir einen schönen Fatal. Und dann... Ja, fast. Ja, immerhin. Na, zu. Ziemlich schon. Na ja, langsam wird sie angriffslustiger. Wir machen... Das war ja mies. Die arme Freiner. Die fand ich niedlich. Hä? Sie verreckt da gerade irgendwo in den Büchchen. Ja. Aber die fand ich niedlich. Ja, nehmen sie doch mit nach Hause. Wir erlösen sie. Wir erlösen sie. Ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit nach Hause, weil ich sie niedlich fand. Und wir haben wieder kein Entgelt. Und sie ist hier. Aber die Tür ist abgeschlossen. Mh, Betten jetzt nicht mehr. Ja. Ich dachte, sie ist da drinnen. Ach, dann halt nicht. Wo soll sie dann sein? Jenseits. Sie ist da wahrscheinlich drinnen, aber... Ja, ja, stand ja. Ich muss sie finden. Mh, Mh. Du sollst ja erst mal sie jetzt aus dem... Ach so. Ja, ich habe nicht gelesen. Ups. Sie muss aus der Gefahrenzone raus. Ja, die Frage ist, wohin mit dir? Wahrscheinlich da, wo vorher das X auf der Karte war, oder? Ja. Wir werfen sie einfach eine Klippe runter, dann ist sie auch unten. Das will ich nicht. Dann ist sie zwar wahrscheinlich tot, aber... sie ist außer Gefahr. So. Hä? Die Karte hat sich erneuert. Warum? Oder das ist einfach nur die Karte von dem Gebäude. Und wenn du da runterläufst, hast du die andere Karte. Das wird es wahrscheinlich sein. Ja, vermutlich. So. Ah, nein. Oh. Ich mach das jetzt... Ich werd mich gleich... Mal aus den Stream und sehen wer hier oben... So. Und ich werd mich jetzt erst mal nochmal heilen. Ja. Ja. Internet ist wieder weg. Jetzt ist er noch wieder da. Ja. So. Noch. Ja. So. 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 Ich drücke mir die falschen Tasten, I'm sorry. Ich würde aber wahrscheinlich ein bisschen Dings nehmen, eher ein bisschen Herbs. Weil wir ja nicht noch ein bisschen Leben haben. Und noch eins. Jakes. Da leuchtet was. Das war aber anscheinend vorher nicht da. Nee, und es scheint was wichtiges zu sein. Hand. Das dachte ich wäre so ein Moment, wo wir doch eine Hand bekommen können. Aber genau aus diesem Grund kommt da natürlich keine, weil man ja mit rechnet. Ja. Tschüss. Mhm. Guck, dass die Kamera wasserdicht ist. Mhm. Und weg ist sie. Na super. Immerhin müssen wir dann nicht ganz zum Ausgang laufen. Nein, wir müssen sie jetzt suchen. Jetzt wird sie wahrscheinlich am Spanien sein, oder? Mhm. So, was ist das nochmal? So, was ist das nochmal? Evade, Upgrade, das sind auch so. Dodged. Ah, ok. Du hast gelernt auszuweichen. Du hast gelernt auszuweichen. Ja, aber ich glaube, ich muss das noch ausrüsten. Bitte was? Ja. Ja, diese Dinger musst du ausrüsten. Äh. Du hast gelernt auszuweichen, aber nur wenn du diesen Gegenstand trägst. Oder? Ist das vielleicht eine Linse oder sowas? Ne. Welcome, Melon Taubert, Letters, Cursions. Muss ja bei Items sein. Notes, ja. Aber da war es nicht bei. Oder hat es sich automatisch ausgerüstet. Ich dachte, man müsste das ausrüsten. Hier sehe ich jetzt keinen Unterschied. Und werden wir spätestens im nächsten Kampf sehen. Ups. Wer ist so gut denn jetzt da? Keine Ahnung. Wo lang muss ich? Ich glaube, ich muss immer noch da hin. Ja, aber wir müssen doch erstmal sie jetzt finden. Ja, die Frage ist, wo suchen wir sie? Sie ist doch wahrscheinlich irgendwie so gut, oder? Und da sind noch mehr Geister. Wann gehe ich eigentlich? Ups. Doch das Summen kommt vom Schreien, glaube ich. Ah. Oder singen wir? Ne, nicht singen. Ne. Ich glaube, da ist jemand. Ich glaube, das ist die, die Fuhri, die singt. Gerade ist nur... Ja, da komme ich halt nicht hin. Das ist das Problem. Genau da muss ich lang. Ne. Ja, aber geh erstmal zum Schreien, weil ich glaube, das... Okay. Ja. Oder meinst du echt, das sind wir, die Summen? Ne, ich glaube, das ist die, die wir suchen. Die Summen. Ah. Sekunde mal. Ist jetzt die... War die Brücke nicht vorhin ganz? Ja, die links. Ja, es waren doch zwei. Ach so. Ach so. Ich bin so confused. Kann man aber auch was fehlen, so viel Wald wieder ist und so viele Sachen wieder rumstehen. Ja, da ist sie. Oder? Ne, doch nicht. Aber das hört sich an, als würde hier das Singen lauter werden. Kann man jetzt vielleicht wieder was machen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ah. Dachte ich mir. Sind die Puppen? Nein. Ah, wir singen. Hm. Nicht so ganz. Oh Gott, Mädchen, wo bist du? Ist sie dann doch vielleicht einfach weiter geradeaus gelaufen? Weil das hört sich halt nicht so an, als würde das Singen, wenn wir laufen lauter oder leiser werden. Deswegen... Ja, kann auch sein, dass wir es sind. Oder es ist in unserem Kopf. Okay. Wir üben halt so ein bisschen unsere Bauchrednerfähigkeiten. Mhm. 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 Es ist doch... Fuyui. Es ist doch Fuyui gesingt. Ja. Ja. Ja, sie will das Ritual beenden. Und do it. Okay, das gibt ein bisschen viel Ketchup. Mhm. Hinter dir. Das ging aber schnell. Mhm. Nö. Was ist der Boss? Und warum ist sie jetzt böse? Wie gesagt, ich meine, das hat was mit einem Ritual zu tun. Was? Hallo? Das sah auch so, als wäre das eine Fatal Frame gewesen vorher. Ja. Dachte ich auch. Was soll das? Die Frage ist, ob wir jetzt einen anderen Film nehmen sollten. Hä? Ja. Oder du musst ausweichen, weil das stand da. Oh. Okay. Wie weiche ich aus? Am besten machen wir auch erstmal Schaden. Ja. Wenn ich das schon so anfühle. Genau. Äh, einfach auf A, wenns da steht. Da, jetzt A. Ja, jetzt halt. Ich hab mich ja festgehalten. Also ich glaub, du kannst erst in dieser Cutscene ausweichen. Vermutlich. Ah, ich muss jetzt mehrmals. Jetzt kann ich mehrmals. Naja, Internet ist immer noch nicht so draußen für Streaming immer. Ja, ich weiß, dass du Schmerzen hast. Ich erlöse dich. Ja. Alles klar. Memories. Ja, ich... Laufen, laufen, laufen. Really? Remember? Really? 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 Berühren. Nicht berühren! Tanto. Ja, sie hat sie nachgemacht. Beziehungsweise, sie wurde von ihr besessen. Ich glaub doch, alles ist in schwarz-weiß, aber das Blut... Ja. Einfach ein Rotfilter. Mhm. Bin ich eigentlich die Einzige, die das... Da das so geht, oder findet noch jemand die Kombination aus schwarz-weiß und rot geil? Wird ja auch häufig angewendet im filmischen Stil. Ja. Weil Rot halt so eine intensive Farbe ist. Rot ist eine Signalfarbe so. Ja, es ist halt... Weil es halt die intensivste Farbe ist. Ja. Ganz hoch auf dem Spektrum. Mhm. Anders als die niedrigste Farbe, was halt blau ist. Und die Priesterin. Mhm. Ja. 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 Ich glaube, sie greift dich nicht an. Aber, wait a second, kann ich mich heilen? Macht sie überhaupt eine Fade in Frame? Weil ich glaube, sie greift dich gar nicht an. Ich glaube sie will nicht nur tainten. Boah, war richtig anticipativen Licht? Ne, ich glaube, sie greift dich nicht an. Ja. Wie war denn? Und dann ist man tot. Ja, genau da. Ah, die hat mich gerade gepackt. Warte. Warte, kann ich schnell? Ich glaube, jetzt kannst du einmal ein Wasser unten Ember verwenden. Ja. Erstmal ein paar Briefe legen während der Geisterung. Natürlich. Einmal Wasser und einmal Ember. Wobei, ich glaube, ich bin purified. Nee, bist du nicht. Jetzt bist du purified. Ah, jetzt bin ich purified. Ich war die ganze Zeit, oh. Ja, deswegen ja. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit gedienst war. Ah, fack, fack. Nee. Nee. Ah, Mist. Boah, ich hasse diese Ladezeit. Das hat der Mensch gemacht. Ja. Aber die lebt, glaube ich, mal jetzt wieder. Ja. Aber ich glaube, da lohnt sich das irgendwann nicht. Nee. Nee. Wie gesagt, ich muss einfach nur auf die Leiste achten, dass ich nicht zu... bis die nicht zu weit abfällt. What the fuck? Ich hoffe, das passt nicht so ganz mit der Fatal Frame in Kombination. Nee. Nee, ich war zu... Ich war zu nah dran. Natürlich auch versuchen hier ein paar mehr Seelen-Dinger aus... ...und blocken alles. Natürlich. In letzter Sekunde. Oh mein Gott. Wo bist du? Da. Gib mir doch einfach ein paar Fatal Frames. Und lass mich dann in Ruhe. Ich glaube, da musst du weiter nach unten gucken für. Weil sie so nach unten geht dann. Mhm. 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 Tja. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich bin ein Fan. Nein. 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 Ich bin ein Fan. Nein. Ich bin ein Fan. Da ist der Schock-Kommode irgendwie. Hm. Ja wahrscheinlich deswegen. Der Schrein Maiden. Tempel-Jungfrau Erster Boss geschafft Der Mini-Boss So, und ich will mich jetzt erstmal purifyen Das Problem ist, der Regen benässt dich die ganze Zeit wieder Ja, aber ich glaube, der Regen hat nicht so viel damit zu tun Sondern eher die Geister und der See, wo die Mädels sich ertränkt haben Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Regen hat schon einiges damit zu tun In Anbetracht dessen, dass wir jetzt wieder komplett getränkt sind Okay, never mind Ja, aber bringt jetzt nichts, wenn du wieder welche nehmen willst Ja, nee, 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 ich wollte... Ah, ich wollte die Karte Ich will wissen, wo ich hin muss Ähm, ich glaube da einfach den Weg entlang Aber anders Da muss ich mich umdrehen Nee, das ist schon eine richtige Richtung Ja? Ja Ja Ich sagte, ich muss da lang Nee, nee, da bist du hergekommen Du musst da einfach weiter den Weg entlang Ah, okay Aber da ist doch Wasser, komme ich da durchs Wasser? Ja, das war da, wo du die Kamera gefunden hast Ach so, ah Und sie sagt ja, sie will erstmal zurück Ja Ja, okay Ja Das macht uns prima wieder zu, weil der hängt nicht andauernd Wobei Internet jetzt eigentlich da sein müsste Ja, aber trotzdem Internet geht halt auch Will einer von euch eigentlich? Weil mir... Will einer von euch übernehmen? Ich kann mal, ja, aber ich bin ja auch irgendwie auf Ich bin schön Ich bin mal gespannt Wie ich mich so schlage Ja, hier hängt er bei mir aber auch Ja, deshalb Bei mir hang der gerade auch andauernd Deshalb habe ich den jetzt auch Man kann zu leben Ja, das ist ganz gut Aber erstmal mal richtig kurz Ich bin die Pause auch wieder auf Ich weiß von mich, ob das was gelingt Aber wir probieren Einfach mal Vielleicht war es ja Es ist schön, dass sich auch nicht wirklich beendet Das auch super ist Sehr gut Ich bin ja 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 Und ich bin ich Weihrengate, wir werden besser Ja, genau. Hast du Teams? Können wir uns umziehen? Wir können Sachen gefangen. Ja, aber kann ich mir die wenigstens vorher angucken? Ich will doch keine kaufen, ohne zu wissen, wie die aussehen. Genau. Blindkauf. Swimsuit. Ja, das wäre doch passend. Klar, wir laufen einfach mit dem Badeanzug. Aber ich glaube, du kaufst noch nicht, dann schaltest du frei. Ja, hier steht Swimsuit Blue. 10.000 Punkte. Aber das ist halt dumm, weil... Eine Tüte? Du darfst. Perfekt. Oder die musst du erst im Shop kaufen und dann kannst du sie hier... Oh, der Hut ist süß. Ich kann sie ja schon ausrüsten, nur... Ach, und den Hut finde ich cool. In this cage ring. Oder kostet nur 1.000. Okay. In this cage ring is now available as an accessory. Haben wir jetzt irgendwie was in der Hand? In der Frage... Ich glaube, die Fragezeichen Sachen müssen wir halt anlocken. Ja. Ich mag den Hut. Und... Haben wir irgendein Outfit, was uns auch hier... Cutey Goth Ensemble. Das klingt doch super. Ja. Ja. Kannst du den Hut auflassen? Ja. Ja, gut. Do you want to apply? Lulitha Stil. Das klingt. Wenn ich den Kamera... Äh... Gut. Auch sehr toll fand. Ach das... Wir könnten auch auf Easy stellen. Nee. Wir machen mal normal weiter. Ja. Wenn wir vorher normal waren, dann sollten wir dann... Wechseln. Würde ich wieder auf Dings gehen, oder? Generell erstmal gerne gucken. Wir sind live. Und... Ja... Ich glaube, es hängt aber trotzdem... Das Internet ist, glaube ich, gerade einfach kacke, aber... Es macht ja nichts. Es stört ja nicht. Und ja auch noch. Und siehst du, hier können wir Sachen kaufen. Das kostet uns halt Punkte. Aber die Sache ist... Warte mal... Wir haben keinen Film hier? Wir haben noch welche aufgesammelt. Ja. Die zählen nur für das eine Kapitel? Wir starten halt mit dem allem. Also das ist aber das Heiße. Okay. Dann hätten... Das wundert mich auch. Hättest du die ja theoretisch einfach verballern können in dem Kapitel. Ja. Wenn wir das gewusst hätten. Naja. Start Episode. Ja. Postmortem Fotografie. Wir haben es doch. Wunderbar. 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 Spielen wir zu ihm anders? Keine Frage. Ja. Wir spielen jetzt den Typen. Glaube ich. Wofür habe ich denn dann das Outfit freigeschaltet? Ich fühle mich verarscht im Hintergang. Der schöne Hut. Ich kauere jetzt den Hut hinterher. Daraufhin erstmal ein Maß. Boah, die Finger sind ja sauer. Es ist hell. War das so? Als ich davon eins probiert habe, war es nicht so sauer. Beziehungsweise nur so ganz kurz am Anfang. Will you die with me? She's beautiful, but she looks sad, too. Ja. Isn't she the type of woman you get nervous around? Yeah. 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 There may be more of this stuff out there. Die Frage liegt daran, dass sie tot ist, oder? Ja. Let's go there ourselves. It'll be quicker that way. At this hour? It won't take long. So then, shouldn't you take the camera obscura? Oh, eine andere? This could be your chance. People say there's something off about that place. Okay. Können wir ihm den Mut aufsetzen und das Kleidchen anziehen? Nein, leider nicht. Mann. Ich glaube schon. Aber das Problem ist, wir mussten ihn jetzt erstmal... Gott, the measure upgrade. This displays the current health of a locked-on enemy. Unnötig. Unfinished manuscripts. Das sind halt geteilt, das ist ganz schön. Viel Spaß beim Lesen. Viel Spaß beim nochmal Lesen. Was haben wir hier denn noch so? Hier leuchtet doch ganz viel. Muss ich jetzt auch? Kommt hier auch eine Geiste an, wenn ich an meiner Couch packe? Nee, hier ausnahmsweise nicht. Nicht. Okay. Wir müssen irgendwie da auch zum Mount. Da leuchtet was. The Maidenslayer. So viel zum Lesen. Will nicht lesen. Ruiz Journal. I feel bad reading it, but... Ja... Du brauchst dich nicht schlecht fühlen, wir lesen es nämlich nicht. Es ist fast Sonntag. Wir müssen uns fertig. Ja... Los geht's. Okay... Los geht's. Es ist eine lokale Superstition, die Menschen warnen, nicht, um Mount Hakami nach der Nacht zu gehen. Wenn du die Mountain in den Sonntagern schlägst, wird es dir eine andere Form zeigen. Es ist eine richtige Form. Nur die, die zu sterben, kommen hier an dieser Zeit. Okay, ja dann. Auf geht's. Ah, das erinnert mich an den Suicide Forest in Japan. Das stimmt. Noch mal ein Tutorial. Oh Gott, weil es eine andere ist. Ja, genau. Weil er eine andere hat. Jetzt können wir mehrere machen. Aber jetzt können wir Multishots machen. Ja, aber danach brauchst du auch länger um... Ja. Das braucht richtig lange nach Multishot. Ja. Ich brauch sogar gar nicht so häufig drücken. Ich brauch nur einmal zum drücken. Ja. Also Multishot sollten wir echt nur einsetzen. Entweder kurz vorm Tod der Viecher oder wenn die sehr schwach sind. Ich hab direkt ein paar Fotos verschwendet, aber macht nichts. Aber ich kann halt nicht wechseln zwischen Multishot und... Doch da. Okay. Auf X kann ich Multishot und so kann ich normal machen. Okay. Okay. Und das sind die verschiedenen Säcken. Aber eine andere Linse haben wir auch. Ach so, hier sind die Linse. Ja. Du hast... Diese Kamera hat nur zwei Varianten. Ja. Das ist nichts. Irgendwann die andere hatte zwar drei, aber hatten wir auch nur eine. Ja. Ja. Aber ein bisschen. Die Kamera ist reagiert zu etwas. the Passons Rail. Aber ist hier hinten auch etwas? Wahrscheinlich nicht. Hi. Jetzt hat man mal hier drüben was. Okay. Oh, ich konnte mich nicht gut. Schade. Was ist hier? Wirklich? Nope. Außer Sieg. Jetzt nicht mehr. Ist sie wieder da, wenn ich nochmal weg und wieder hin gucke? Ich glaub, du hättest du fotografieren können. Ja, ich dachte eigentlich nur, es wäre ein Gegner. Ja. Genau das sind halt diese Collectible Fotos. Die sind halt richtig schwer zu machen. Aber wir machen halt einen No Collectible Run. Ja. Haben wir ja schon festgestellt. Ja. Aber wenn du das halt nicht weißt, dass du das Spiel zum ersten Mal spielst, kennst du das alles gar nicht. Ja. Mehr Medizin. Hier liegt aber richtig viel irgendwie. Hm? Besser zu viel als zu wenig. Ich meine, wenn man die anderen Sachen von davor nicht benutzen kann. Machen wir uns erstmal ein bisschen nass. Aber hier scheint nichts zu sein. Oder hier kommt man zu wenigstens, oder? Nee, ich glaub im anderen Raum. Hier stimmt grad was. Hier kommen wir auch nicht durch. Und wo hier der Geist gerade war? Ist auch nix. Doch. Check. Das ist Heap of Scrap. Ja. Hier guckt sich jetzt jeden einzelnen Mistplatz an, ey. Und da liegt Mist. Und da liegt auch noch was. Und hier auch. Ist ne Hände. Nichts. Hände. Mhm. Falsche Taste. Ich sag halt. Ach wer muss denn schon Fotos machen? Ich sag ja No Collectible Run. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir wenigstens eins schaffen. Nein, das würde ja unseren No Collectible Run. Devalidieren. Ähm. Der Medizin? Der Medizin. Auge 2017 Open Salam. Glaub zwar nicht, dass wir hier rein müssen, aber... jetzt nur unsere kissing. Noch mal Püppchen. Jetzt hier irgendetwas im Schrank. Antwort ist nein. Keine Füße. Die waren sowieso nicht im Schrank. Ja. Da hätte ja sein können, dass sie diesmal ins Fang sind, die Füße. Autsch. Die Frage ist, brauchen wir jetzt trotzdem einen Schlüssel? Nope. Wir. Unglaublich. Wir haben eine Füße. Yay. Der hängt einer rum. Ja. Aber ich hatte doch schon... Ich hab den Typen doch schon fotografiert. Was wollt ihr hier denn eigentlich? Dann musst du eher wieder... Ja. Ich glaube du musst... Oder so. Erstmal muss man... Ja, muss man wahrscheinlich auch. Phantom Expose. Wieder was zum Linken. Diesmal sind es nur zwei Seiten. Ja gut, aber wir haben bisher nichts gelesen, deswegen brauchen wir jetzt auch gar nicht damit ab. Nee. Hey. Man in Darkest. Du kannst sie ruhig angreifen, hab ich überhaupt kein Problem mit. Ja. Ja. Das ist ein Foto lange sie nicht so aggressiv sind. Das ist ein Foto lange sie nicht so aggressiv sind. Lil chair. Und das ist ein Foto. Nibli. Wunderbar. Ich glaube es kannst du ihn berüren. Aber ne. Nee. Es geht glaube ich nur mit speziellen Geistern. Oh nein. Ja. Irgendwas hier drin? Zum Beispiel Filmen oder so? Nope. Wofür dann überhaupt die Sprenker einbauen? Weil irgendwann ist da was. Irgendwann. Vielleicht kann man sich da ja auch irgendwann was stecken. Dafür sind sie viel zu fett. Ja. In diesem Spiel kommt es gar nicht einmal vor, dass man sich verstecken muss. Ach so. Da sind wieder Händchen, oder? Nee. Geist. Geist der. Da kommen ein paar Leute. Ja. Dann kommt man. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Untergrund direkt miterwischt. Ja. Was fühlst du denn? Genau das. Komm, probier es nochmal. Jetzt will dein Freund auch. Ja. Schön synchron hier. Ich hab echt Glück mit den beiden. Ist ja auch nur ein Gang hier. Komm, und nochmal. Du bist irgendwie nicht so beeindruckt. Du bist irgendwie nicht so beeindruckt. Du bist irgendwie nicht so beeindruckt. Du bist gemein. Ja. Verzache. Ach, Quatsch. Die kann ich sogar tatsächlich berühren. Ja. Ja. Für ihn. Das sah vorher aus wie eine Sie. Ja eben. Dachte ich auch, das wäre eine Sie gewesen. Ich mein, wir wollen ja hier kein Gender Shaming machen. Jetzt haben wir noch die Erinnerung von der, der so einen von den anderen Geistern hat. Und umschlagen. Das ist doch bestimmt ein Traum von Ihnen so. Viele Weiber um ihn. Ich glaub, da waren auch Männer dabei. Ah, dann... Vielleicht ist er happy. Ja eben. Kommt doch auf. Dann müsste er aber einen King für ertränkt werden haben. Ich weiß. Kein King Shaming hier. Also... Es gibt doch ein bisschen Dau. Man sagt doch immer der Orgasmus, wenn man nicht so viel Luft bekommt. In einem kleiner Tod. Dass der wohl stärker sein soll. Also doch ertränken. Ja, oder einfach Luft abdrücken. Ach so. Mach was. Scheiße. Komm schichtbar. Kannst du da nicht drüber klettern, meine Güte? Einmal aus Schemmerung. Nein. Und hier wartet jetzt etwas auf mich. Ja. Der Sensenmann. Eher das Gegenteil. Wir sind so eine Frau. Das ist nicht das Gegenteil. Das ist nicht der, der geholt kommt, sondern der, der geholt werden sollte. Aber dann komm ich doch bestimmt da auch nicht her. Aber hier vielleicht. Der Zwischengang. Noch mehr Fotografie. Oh ja. Das war eine sehr schöne Katzi. Das ist ein 24er Film. Ja, das ist halt der Schwächste. Bei den Multishots ist es vielleicht ja noch ganz angebracht, aber... Ich glaube hier rechts ist eine Tür, oder? Ja, ja. Ja. Aber es ist lockt. Versuch mal mit der Kamera drauf. Mhm. Das ist immer Raum nebenan. Ja, oder unten war das irgendwo. Das kann jeder Raum sein, ehrlich gesagt. Das ist wunderschön. Aber ich glaube, das ist echt hier hinten. Da leuchtet vor allen Dingen auch was. Ja. Ich wollte gerade sagen, immerhin ist es jetzt aufgetaucht. Ja, aber auch. Da hangt wieder einen. Der hing da, ja? Ja, der hat Langweil und muss rumhängen. Ja, der ist hier oben. Die ist im Weg hier. Der Mann hängt in der Halle. In der Halle? Keine Hände dieses Mal. Wieder ein paar Notizen. Tja, und jetzt ist die Frage. Ja, das sind die Optionen. Entweder das ist da oder da oder irgendwo anders. Das sehe ich auch so. Das ist einfach irgendwo. Ich glaube, das ist die beschaffte Variante. Wir laufen doch sowieso einfach immer ohne Plan. True. Also das war auf jeden Fall nicht in dem Bereich mit dem Wasser. Aber da war es auch nicht, weil da war ja ein Schrank. Und hier auch nicht. Das heißt, es kann eigentlich gar nicht hier unten sein. Die ist so lahmarschig, ey. Ich habe eine Idee. Wir werfen die einfach die Treppe runter. Ja, klar. Das ist aber interessant. Das eine Mal sah es irgendwie so aus, als würde sie vom Geist angriffen werden. Der erste Geist, den wir hier getroffen haben im Haus. Ja, ich glaube, die dürfen nicht verletzt werden. Was ist denn das Ding? Kann es sein, dass es die andere Treppe runter ist? Also hier runter und dann direkt... Ach so, meins eine wird runter, ne? Genau. Aber da ist ja alles voller Wasser und auf dem Foto war kein Wasser drauf. Deswegen würde ich die Etage komplett ausschließen eigentlich. Aber hier ist ja nirgendwo was. Ich nutze das Foto, aber wir können uns das ja bestimmt nochmal angucken. Ach, hier ist übrigens das mit was. Das ist gut. Ähm. Items in Brackets. Das müsste ja bei Collections oder bei Notes sein. Oder weder noch? Weder noch, glaube ich. Jetzt, ob wir uns das Foto nicht nochmal angucken können. Bestimmt. Die Frage ist nur wo. Hier sind die Dinger. Tokens vielleicht? Ist das das nicht? Ja, das ist es. Ja, weil da ist ja... also da ist kein Wasser. Das ist halt irgendeine Ecke. Ja. Ja, aber da gibt es viele Ecken. Ja, aber da liegt halt auch nichts rum. Nee. Das ist halt hier... Nichts, woran du es erkennen kannst. Hier liegt... Nein, aber hier liegt ja überall was rum. Ja, das ist ja das Problem. Und dann kann auch nicht Sonneecke sein, weil die sind zu klein dafür. Ja. Deswegen. Das kann ja nicht hier oben sein. Muss es unten sein, irgendwo. Da unten ist alles voller Wasser. Irgendwann mal nachschauen. Weil... keine Ahnung. Vielleicht in einem der Räume, wo die Schränke sind. Weil da war ja nicht irgendwie Wasser. Kann ja auch sein, dass das dann so gegenüber von dem Schrank ist, wo man den nicht sieht, ne? Ja. Also den Schrank dann auch im Bild. Ja. Dann direkt hier gibt es was bedachtig. Ja, aber hier ist ja wirklich alles voll mit Wasser. Aber... Gibt da keine Räume? Hey, hier zum Beispiel kein... Ja! Da ist es! Ah, ich hätte doch recht! Real Think-Shot. Taking photos identical to the psychic photographs taken with the camera of Skura can break seals from your Exes. Ah, yay. Wir sind aus dem exakt selben Winkel. Ja. Ja, ich kann mir schon denken, wieviel er ist. Und du hast nen Gegner. Ja. nein sie hat ein gegner aber am wenigsten aus der läuft einfach sie hat sie er hat sie doch alles weil das war schon keine fähigkeit für mich aber er hat ja hier angegriffen nicht mich das meine ich ja ach so aber ich glaube die ich weiß gar nicht ob die feld frame damit flammen hängt oder ob du eigentlich nur nahe mit dran stehen musst um die feld frame zu haben bzw ob der geist generell im angriffsmodus sein muss egal wen er angreift was versteckt da sich noch also was soll das denn jetzt hier er will auch noch mit ihr das tecknis spiel ich hab das schon wie war das mit es gibt hier nur einen gang deswegen meinte ich dass du mit den beiden vorherigen glück hattest nein die wollen ja eigentlich gar nicht in bänder was machst du da ist ja richtig wieder zu ihr um die attack hat sich jetzt nicht gegen uns gerichtet sie dann eigentlich auch heilen ich glaube die nehmen keinen schaden oder sie sterben halt einfach an der zeit ja das kann auch sein aber nehmen wir mal noch höher wieso hat er eigentlich seine hosenträger da so runter hängt was für hosenträger hier guck guck mal da an der hose hängen so hosenträger runter ach so ja stylisch ich bin feld weg das ist genauso wie ein style statement zeigt er uns sogar noch den a weil er musste ich glaube ich würde nur generell in eine attacke von ihm Ich bin einfach falsch. Er soll sich zurückziehen. Wo soll er jetzt hin? Oh! Nope. Da kommt man. Geht's doch nicht. Du nassel in das Feld. Komm, unten auch ne Runde. Oh nein, falsche Richtung. Ich weiß nicht. Nö, nö, nö. Stand ja bei den Punkten, Fatal Frame Kill. Ja. Er hat was gedroppt. Er hat Filme gedroppt. Und ne Notiz. Oder nur ne Notiz, ich weiß es nicht. Es sah doch aus wie ein... Rui, bist du okay? Ja, ich bin okay. Was? Da ist nichts mehr. Du hast doch alles ja gerade für ein... Was ist? War, glaube ich einfach nur... Oh, keine Ahnung. Open Salami. Nein. Hi. Bei dir seht's und bei mir ist kein und dasselbe wild. Ja, das... Ist halt noch. Kein Stream ohne technische Probleme. Wär ja auch langweilig, wenn's... Mhm. Und alles flüssig wäre. Mhm. Okay. Aber wie gesagt, YouTube hat keine Probleme. Das ist schön. Mhm. Brauchten wir bisher noch nicht, weil wir uns immer voll gehalten haben. Ich hab teilweise auch weil wir Glück hatten. So nah wie ich im Wald an der Todesschwelle war. Ach Quatsch. Das ist der, der da abgestürzt ist. Tschüss. Beziehungsweise der sich erhängt hat. Ja. Noch mehr zu lesen. Ach ne, das ist nur die abgeworfene Eisenschranke. Ich hab da für einen guten Würfel. Wie soll ich den denn fotografieren? Da hab ich doch gar keine Chance. Nope. Ich glaub da musst du wirklich perfekt stehen. Ja ne, ich muss ja die Köpfe der Geister fotografieren. Aber das ist ja unmöglich. Weil selbst wenn ich hier gestanden hätte... Oder du kannst ihn nur fotografieren, wenn du wieder drinnen bist. Warte. So schnell wie der verschwunden ist, so schnell ist ich doch gar nicht wieder reingekommen. Ich weiß gar nicht, ob man die Köpfe zwangsweit fotografieren muss. Doch, das war bei dem anderen gerade auch so, der vor der Tür stand. Okay. Den hatte ich auf der Brust, als ich die Kamera gezogen hab und ich musste hoch aufs Gesicht. Ach so, okay. Der andere, den ich drinnen hängt hab, da war das auch so. Den konnte ich nicht nur den Unterkörper. Ja, okay. Na gut dann. Sehr, sehr merkwürdig alles. Die Frage ist, ist die Tür hier vorne offen? Werbung wird aber allen immer noch angezeigt. Ja, das ist wunderschön, dass der Stream nicht funktioniert. Check. Okay, wir können hier nur runter gucken. Ja. Sehr schön, dass der Stream nicht funktioniert, aber die Werbung funktioniert. Ja. Ja. Ja, Twitch will halt trotzdem noch Geld verdienen. Bei Zuschauern, die sowieso schon nicht reinschalten. Ja. Ja. Ja, das ist halt auch. Der Marker ist halt auch immer auf dem Kopf. Ja, ja. Und. Also. Kamera? Ja. Kamera. Was ist das? Eine alte Abrechnung? Foto? Und sie ist besessen von etwas. Ja, tschau! Sie ist besessen von dem Geist, tschau. Ich sehe es noch mal weniger. Ich stand sowieso nur im Weg. Rui! Ja, lauf! Er guckt einfach nur. Boah, da feuert sie noch am besten an. Los, ich will mehr Geister am Kämpfen. Gut, ich glaube, wenn jemand gerade dabei ist, darfst du halt nicht zu voreilig sein. Das ist ganz schön. Ja. Oh. Du musst das Vieh töten. Wie? Das sieht doch nett aus. Die hat wahrscheinlich auch den anderen Perl oder die Platz sich da hängen. Erst bekämpfst du sie und dann kickst du die andere einfach herunter. Genau so machen wir es. Erstmal schön von dir weghalten. Immer weiter zurück. Hey. Liegen zählt hier übrigens nicht. Ja, du musst in der Arbeit gehen. Außer, nein. Ich bin legendär, nein. Ich bin legendär. Nein. Ich bin legendär. Und weg mit dir. Hey, wir haben sie erfolgreich gerettet. Hätte ich ja nicht gedacht. Also, ich hätte noch etwas anders gemacht. Ich hätte sie, äh, da runtergekickt. Die ist noch mal wieder. Ja. Die Priester werden. Ja. So schön sind in der Wand drin. Das ist weh, ja. Ey. Hör mal auf. Denkst du, das hält mich auch? Und dies. Das ist nicht gut. Aua. Ja. Komm ja. Rolig. Das war's. Ja, das werden wir nie herausfinden, weil wir sie nicht lesen werden. Moment, rest like a shrine maiden. Ist sie connected to the note I found? Ja, das werden wir nie herausfinden, weil wir sie nicht lesen. The photo album Left Behind by the Innkeeper was put together by a folk folklorist who lived on Mount Karben. As Ren and Rui explored the inn and traced the spirit of its owner, a ghost tried to lure Rui to suicide. Then, through the pouring rain, an ominous, ominous shrine maiden appeared. Ren and Rui left the mountain with more questions than when they started. Yay, Arang. Wir verbessern uns echt von Ding zu Ding. Jetzt bist du dran. Und ich werde sterben. Das macht nichts. Gnadenlos wird sterben. Nein, ich will nicht A drücken. Mit Hisoka still missing, Yuri recalled what she witnessed on the mountain. Fuyuhi, taking her own life while entranced by a malevolent spirit, and the bodies of their trine maidens washed up the pool of purification. These disquieting images leave Yuri with no doubt that Mount Hikami houses some kind of horrifying secret. Yuri takes the camera of Skura that she found on the mountain and begins searching for a token that will lead her to Hisoka. Und wir konnten da gar nichts bauen. Wann sehen wir hübs aus? Wären jetzt ein Kapitel abgeschlossen? Oder ist das nicht? Du hast vielleicht noch gar nicht abgeschlossen. Ah, so kann ich laufen. Es gab den Earth-Block? Ja, da stand vorhin Interloot oder sowas. Inzwischen quasi. Das müsste jetzt eine Zwischensequenz sein. Zwischenkapitel. Ich muss auf jeden Fall auch mal schnell aufs Fluch. Ja, wenn du wiederkommst, bin ich wahrscheinlich so ein 5-Mang-Storm. Mit Glück. Er sagt immer noch, dass wir ein schlechtes Internet hätten. Invent ihr andere Sachen oder ist das Internet einfach? Also, Instagram ging ohne Probleme. Auf die Videos da. Wie ist nochmal das, äh, das Wort hier? Und dann geht's mal los. Aber wie ist es das Ding? Ich glaube, wir haben uns Videokonflöcher dazu. Einen Fall auch. Wie ist das Ding? Und das, äh, das ist mein technisch? Und ich wünsche mir das Ding. Es gibt uns die Grenze – die Grenze des Fluches erhebenden. Und ich wünsche mir das, was es nicht zu schaden. Und ich wünsche mir das, was das Leben nicht zu tun. Und ich wünsche mir das eine Lerin. Und ich wünsche dir das, was das Thema Mu oluyor. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, guck mal, wie hübsch. So richtig hübsch. Ah, da krieg ich's gut hier wieder auf. Okay. Oh, und? Oh, egal. Ja. Da lauf ich mal an der Wand. Ja. Ist auch was Schönes. Das hätte ich auch fotografieren können. Na ja, egal. Also die Kamera schon eingesammelt? Ja, also die war ja bei uns ins Zimmer da. Ja, genau. Die hat dich schon mitgenommen. Sehr schön. Ich muss gleich auch nochmal auf den Klo. Ja. Bitte öffnen. Ja. Ah, da ist noch ein Klo. Danke. Mann. Ich hab' nicht die Kamera ausgerüstet gehabt, aber nicht gut papiert. Meine Güte. Also. Danke. Das Problem kenne ich. Und das Öffnen. Wow, wunderschön. So, und jetzt muss ich mal, äh, wo ist nochmal die... Au! Okay, da kann ich mich schalten. Da geht's auch nicht weiter, also zurück. Hm, hm, hm. Hm, hm. Ja, ich muss noch mal abgucken. Nein, bitte nicht. Das ist die andere. Ja. Möchtest du noch eine Donut-Werfe? Hm, hm. Oder hier sowas? Nee, jetzt danke, das weiß. Möchtest du? Na gut, ne? Ja, ich seh nix. Ich seh nix. Die einzige Sorge. Ja, ich seh nix. Ja. Ja. Ja, kommt schon. Ist das Freehouse hier? Oder geht's dahin? War ich da schon? Ja. War ich da schon? War ich hier schon? War ich hier schon? War hier schon? Ja, hier war ich schon. Ich bin in den Kreis gelaufen. So. Also, das Kleid gefällt mir. Und der Hut auch. Ein wunderschönes Outfit. Patzen zu einer Geisterjägerin. Also, ich find's cool. Hey, da war ich... Da war ich doch grad. Ich bin in den Kreis gelaufen. Was sagt denn die Karte, wo du hin musst? Warte mal, wo kann ich die denn öffnen? Ähm. Ich hab ja jetzt auch nix mitbekommen. Ich bin ja grade erst gekommen. Da bin ich. Wahrscheinlich muss ich raus. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich such jetzt den Ausgang. Ich würde aber sagen, der Ausgang ist nicht oben. Warte. Da war was. Ja, da irgendwo, ne? Oder kannst du da nur rausgucken? Ah, ich kann nur rausgucken. Aber da kann ich um eine Ecke biegen. Das könnte... Das sieht doch... Das hat einen Briefschlitz. Da kann ich jetzt raus, oder? The back door is locked as usual. Tja. Satz mit X. Das war wohl nix. War ich da schon? Nein. This leads to the bathroom. He looked at reverse a large bathroom. Ja. Ich... Weiß nicht mehr, wo... Aber wenn das die back door ist, musst du glaub ich nach links. Weil dann ist da ja irgendwo die Front. Das ist ein Schlafzimmer. Das ist nochmal falsch. Wann wird das da die Haustür sein? Geradeaus. Komischer Haustür. Mhm. Ach so, da bis jetzt am innen. Kannst du übrigens auch reden, wenn du hier hinten drückst. Ach so, okay. Na dann... War ich da nicht auch... Hab ich da nicht auch schon vorgestellt? Was stand denn da jetzt da? Warte. Ja, da kann ich auch nicht. Diesmal war das Rad noch nicht ganz so irritierend. Nein. I can't go looking for Hisoka without any clues. Also müssen wir erstmal clues finden. Also müssen wir noch nicht drauf. Ja. Nee. Irgendwas hast du nicht gefunden. Ich lauf einfach hier noch ein bisschen rum. Warte mal. Ist nix. Da ist nix. Kann ich denn da... Wow. Aus dem Fenster gucken. Ja, und ich weiß, dass es steht nicht. Das hab ich auch schon bemerkt. Jetzt scheint der Stream wieder zu laufen, nachdem wir einmal den Router resetet haben. Und da war grad was. Da war grad was. Da war grad was. Mhm. Ja. Erstmal aufs WC. Ja, könnte ich auch nicht. Nein. Ja, WC kann ich auch nicht rein. Ja, aber da musst du in einem der Räume gucken. Dann vielleicht doch weiter oben. Oder hinter den Tresen. Warst du da schon? Ja. Warst du im Schlafzimmer von Hisoka? Ich guck mich jetzt einfach nochmal um. Ja, aber es muss ja irgendwas sein, was auch leuchtet. Das sind ja nicht so Sachen, die man so abchecken kann. Ja. Das ist... Da wirst du nix finden. Nee. Wahrscheinlich... Geh nochmal ins Schlafzimmer. Wahrscheinlich nochmal nach oben. Ja, genau. Halt mal die Taste hier gleich gedrückt. Was ist das denn für eine? Na, die gibt dir eine Trace. Wollt's denn eine gibt? Was uns jetzt gerade anscheinend gibt. Nee, gibt's nicht. Dafür brauchst du ja erst den Hinweis. Ja, nicht unbedingt. Ich dachte, die Trace kannst du nur mit einem Foto aktivieren. Das hatten wir doch da in dem Haus auch. Als ich mit den Typen in diese Schule oder was es immer war reingegangen bin. Ich glaub Tempel war das oder Gasthaus eins von beiden. Ja, was auch immer es war. Aber da konnte ich ja auch direkt am Anfang die Trace machen. So bin ich denn hier. Das ist halt einfach nur, wenn irgendwas abgeht, was man verfolgen kann. Ah, okay. Ja, da ist auch nix. Du brauchst das nicht alles abchecken, da wird nix sein. Da auf dem Tisch vielleicht? Nee, das ist aber auch nix. Nee, das ist aber auch ihr... Da hab ich die Kamera mitgenommen. Ja, das ist ihr Zimmer. Du musst in das andere. Ich mag den Hut immer noch. Geht's denn links weiter? Hier hin, ne? Ja. Ich find das Kleid schön. Ja, das Kleid find ich auch gut. Aber ich würd beides auch so tragen. Der Hut müsste aber noch schwärzer sein, damit er zum Kleid passt. Ein bisschen zu hell. Nee. Wenn da jetzt nix ist, ne, dann krieg ich ins... Das ist dieses verrückte Bild. Doch, hier ist etwas. Da leuchtet es. Da, den weißen Pfeil. Also auf die andere Seite. Wahrscheinlich am Schreibtisch. Ich glaub, da musst du wahrscheinlich die Kamera nehmen. Wie das aussieht. Wo? X in Kamera. Y. Ypsilon. Ah, okay. Ja, genau. Da. Da musst du mit LT hin. LT, LT. Oh Gott. Äh, anvisieren. Wieso hab ich denn so lange kein... Ja, okay. Das war Fotos. Ich hab so lange nicht mehr mit so einem Xbox-Controller gespielt. Anvisieren? Nee. Ja, Entschuldigung. Ich hatte das letzte Mal so einen Controller vor einem Jahr in der Hand. Ja, ich spiel mittlerweile nur noch mit der Computermaus und Tastatur, deshalb... Du drückt halt nicht. Ah. Und jetzt kannst du drehen. Rotieren. Ja. Ah, okay. Du hast auch gedrückt halt. Wenn es halt rot leuchtet. Und piept. War richtig. Und piept. War richtig. Ja. Jetzt. Jetzt Foto. Psychic Photograph. Okay, das ist... Unterm Bett. Unterm Bett. Glaub ich in dieser Ab... Ist das die Abstellkammer oder ist das die... Wo wir so... Ich glaub der Raum hier drin. Auf jeden Fall nicht. Nee, der Raum ist es nicht. Ich glaub das war... Ich glaub eher die Abstell... Also das Abstellzimmer da drin. Ja, unten war ja noch eins. So. Auf jeden Fall nicht dieses. Da sind wir uns schon mal einig. Dann gehen wir jetzt mal wieder raus. Ich würd doch noch mal sicherheitshalber da rein und gucken. Und dann lauf ich noch einmal um den Pudding... Und dann runter. Was für ein Pudding? Kennst du das nicht? Einmal um den Pudding laufen? Ich glaub das ist die falsche Treppe, oder? Lass mich! Was sind wir da? Keine Ahnung. Ich hab... No clue. Ich bin irgendwo runter gegangen. Warum ist das Haus eigentlich noch ein schlimmeres Level drin als der Wald? Keine Ahnung. Da sind... Weiß ich nicht... Ich hab das Gefühl, dass... Weiß ich... So... Warte mal. Nee, da kommt man zu dieser ähnliche... Was da so Kneipen... Links und dann direkt nochmal links. Das ist nicht links. Da und dann da rein. Das ist die Abstellkammer. Ich werde aber auch nie Räume verstehen, die keine Flure sind, die mehr als eine Tür haben. Warte... Ich... Da ist unterm Tisch was. Ja, unterm Bett. Ja, warte mal. Da. Ja. Jetzt kommt ne Hand. Oh, wir haben auch... Das ist unpraktisch mit dem Hut. Das ist sehr unpraktisch. Ich mag den Hut. Nix gegen den Hut. Der ist hübsch. Ja, du wirst nur niemals sehen, wenn dich jetzt eine Hand angreift. Blablabla... Blablabla... Ach, von der Trulle an. Foto, ja. Schön. Freut mich. Als ich noch jung war. Wie hatte ich das nicht... Warte mal. Haus. So. Noch ein Foto. Haus. Noch ein Foto. Ey, wie viele Fotos denn? Ich will nicht von... Und der... Wer hat von uns überhaupt ein Foto gemacht? Warum liegt das in ihrem Zimmer? So. Keine Ahnung. So. Jetzt kann man vorne raus. Mhm. Noch eine Kurve. Meine Güte. Ey, das ist... Wenn ich da in dem Haus wohnen würde, ich würde erstmal 100 Jahre brauchen, um irgendwo hinzukommen. Also richtig schnell ist sie aber auch nicht am Rennen. Nope. Das ist keiner von denen. Ja, du gehst rüber durch dein Haus in... Mit einer Marathon-Gefündigkeit oder... Was? Das heißt, du brauchst noch irgendwas. Oh Gott. Jetzt bin ich aber echt überhaupt da. Ja, ich auch. Jetzt vielleicht da links in den Raum rein. Warte mal, du meinst... Nein, nein. Erst da rein. Okay, ja. Und dann direkt links. So. Hier rein. Nein, nein. Was brauche ich denn noch? Ein Hinweis, ein Hinweis. Da ist nix. Da ist nix. Nee, hier ist nirgendwo. Geh nochmal nach oben. Oh, warte. Vielleicht nochmal ins Schlafzimmer. Weil wir haben ja keinen Schlüssel oder was gefunden. Nee. Ah, da ist sogar noch drücken nach oben. Ja, ja. Oder versuch jetzt mal einen Trace. Nee, das ist keine... Du hast ja jetzt Fotos, versuch jetzt mal einen Trace. Warte mal, wo muss ich da draufdrücken? Hier einfach gedrückt rein. Nee, kommt nix. Also irgendwas ist passiert. Ja. Was ist denn da, in dem Raum? Warum mal länger? Da? Nee, wir hätten irgendwas sehen müssen. Ich glaube, da ist mein Zimmer, ne? Oder ihr Zimmer. Ich weiß nicht mehr, ob das mein Zimmer war oder ihr Zimmer. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Ja, ich bin... Ah, genau. Ja, da waren wir nämlich noch nicht. Und da liegt wieder irgendwas, was wir mit der Kamera fotografieren. Ja. Oder? Ja. Ja. Die Box. Nee, es leuchtet einfach so. Oder? Nee, ich glaube, es leuchtet einfach so. Warte. Ja, das leuchtet da. Das ist weiß auf weiß. Sieht man nur nicht, weil alles weiß ist. Genau. Pick up. Weiß auf weiß auf weiß. Wir wollen nicht lösen. Okay. Nothing I could do. Okay. Subject you sees. Noch ein Bild. Wow. Von Geister. Ja. So. Reicht das jetzt? Kann ich jetzt? Raus. Weil jetzt waren wir ja überall. Jetzt müssten wir doch raus können, oder? Ich versuch's einfach. Wenn nicht, dann krieg ich einen Freikram. Das Haus ist einfach zu groß, ey. Das Haus, das weiß ich nicht. World Problems. Ich würde gerne in so einem Haus wohnen. Ich würd's nur nicht gerne putzen. Ich glaube, wenn du dir ein Haus leisten kannst, das so groß ist, kannst du dir wahrscheinlich auch eine Putzfrau leisten. Wahrscheinlich, ja. Heutzutage, ja. Früher waren ja solche Häuser eher gang und gäbe. Ach, falsche Taste. Okay. Wenn ich jetzt nicht raus kann. Die öffnet aber auch die Türen, ey. So nicht, dass da ein Geist hinter steht. Immer noch nicht? Alter. Was denn jütt noch? Guckst du in diese Tür, anscheinend. Oh, ey. Die Grace gibt dir anscheinend trotzdem vor, durch welche Tür du gehen musst? Ja. Oder in welche Richtung? Ach, Mann. Noch mal? Hinten auf die andere Seite. Jetzt musst du wahrscheinlich ins Badezimmer. Dann mal rundherum. Ne, da geht's wieder hoch. Hoch? Ja, geh doch weiter. Du kannst da rechts lang. Und nochmal drehen. Und da ins Badezimmer. Meine Güte. Ne, da können wir immer noch nicht rein. Ich krieg hier ein... Halt nochmal das Dings gedrückt. Ach, Mann. Aber geh von der Tür weg, weil aus irgendeinem Grund funktioniert der Knopf genauso. Okay, er zoomt anscheinend einfach geradeaus. Das ist kein Hinweis, wo man hin muss. Ne, aber irgendwas ist da auch. Da geht's nicht weiter, das ist die Backdoor. Ich könnte ja nochmal nach oben gehen und alles. Ja, muss so. Woanders gibt's ja nichts. Nach oben. Ne, wir checken jetzt nochmal jeden Raum. Ist da vielleicht? Ja. Erstmal da rein. Das ist aber, glaub ich, unser Zimmer. Aber wer weiß, vielleicht ist ja irgendwas Neues aufgetoppt. Mhm. Irgendwie weiß ich nicht. Hundertmal in... Ne. 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 Sehen sie nichts. Kannst du denn da die Kamera... Probier einfach mal da die Kamera auszuholen und guck dich einmal rund um. Ja, ne. 360 Grad. Ich glaub selbst, wenn du die Kamera brauchst. Ja, würde es leuchten. Das war ja gerade auch. Aber die Sache ist, wir waren jetzt schon in jedem Raum, also... Versuch nochmal das Schlafzimmer. Ein... 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 Ich guck jetzt einfach einfach nochmal oben alle nach, die da sind. Und dann unten nochmal alle nachgucken. Und wenn dann immer noch nicht, dann... Weiß ich nicht. Jetzt hätten wir doch den Kamera... Wenn wir doch nur Texte lesen würden, dann werden wir vielleicht auch nicht so verwirrt. Mhm. Das ist überbewertet, was man da geht. Das wäre zu einfach. Ah, da... Aber das ist doch kein Zimmer, oder? Doch. Wir brauchen natürlich eine Special Tür. Ah, doch. Warum wurde uns das gerade noch nicht angezeigt? Ja, keine Ahnung. Ich war doch schon... Vielleicht ist es neu aufgetaucht. Ich glaube... Ja, Kamera. Unter dir? Oder in den Füßen vielleicht. Ähm... Ich glaube, du brauchst nur nicht die Kamera dafür. Was? Open. Open. Ah, ein Schlüssel. Auch nicht noch... Sonst heiß, ey. Ja, aber wofür? Ja, noch mehr Bilder! Nein, nicht die Bilder. Ich meine, der Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel? Keine Ahnung. Ja. All from a plane. Nee, ich will mir keine Krasselte anhören. Ey! Was? Was? Das ist einfach... Das ist ein sehr story-intensiver. Doch. Das hört nicht auf. Das ist unendlich. Jetzt kann ich aber raus, oder? Ich weiß es nicht, aber geh einfach. Ich fang sonst gleich an zu heulen. Die Frage ist das jetzt für die Hintertür? Andere Richtung? Andere Richtung? Andere Richtung? Vielleicht ist der Schlüssel für die Tür, in die wir nicht rein konnten. Fürs Band? Wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass sie gesagt hat, dass es abgeschlossen war. Sie hat nur ein bisschen davon geredet. Die einzige Tür, die abgeschlossen war, war da links jetzt. Links. Und nochmal links. Bist du dran vorbeigelaufen, aber kannst du da gerne mal gucken. Aber wie gesagt, die ist nicht abgeschlossen. Nee. Die sagt halt nur, dass das Badezimmer ist, das ganz toll aussieht. Aber da rechts, die Tür walt abgeschlossen. Lauf ein bisschen. Aber das ist halt die Hintertür. The back door is locked as usual. Ja, schön. Okay. Das Outfit ist schön, ja. Das Outfit ist schön. Das Outfit ist schön. Ja, ich weiß nicht noch nicht, dass der Schlüssel fürs Bett ist. Doch! Oh! Wo man ein story-intensives Spiel spielt ohne die Story zu lesen. Das ist überbewertet. Storys. So, wo gehe ich jetzt hin? Ich lese mir auch immer, bzw. ich spiele auch immer Visual Novels, mit denen ich alle Texte gekümmert habe. Da ist ja auch nichts, was abgeschlossen ist, glaube ich. Denn da könnten höchstens die Schreibtisch-Supplanen abgeschlossen sein. Oder der Fernseher, der wird sein. Der ist abgeschlossen. Nein, aber was ist hinter der anderen Tür? Da geht es wieder die Treppe hoch. Ah, ja. Guck mal, ob du jetzt raus kannst. Vielleicht brauchten wir auch den Schlüssel, um irgendwo hinzukommen. Vielleicht brauchten wir auch den Schlüssel, um durchzudrehen. Vielleicht ist der Schlüssel ja auch für ein anderes Level und deswegen konnten wir vorher nicht los, weil... Ja. Foto! Nice. Das ist ein unglaubliches Foto, wie sie rausgeht. Ja, immerhin. Ein Foto. Using the camera obscura, Yuri found a number of missing person case files connected to Mount Hikami. She is now more determined than ever to head back to the mountain and find Hisoka. Woher weiß sie, dass sie dazu connected ist? Wir haben es nicht durchgelesen. Es kann auch sonst was sein. Es könnte ihr Zahnarzt sein. Wir haben es nicht gelesen, sie schon. Hat sie ein fotografisches Gedächtnis? Wahrscheinlich. Sie hat Psycho-Fähigkeiten. Ja, Interlude war es. Jetzt kommt das nächste Kapitel. Und wir haben keinen S-Rank bekommen, obwohl wir 1000 Punkte besammelt haben. Oder wir haben dich zu lange gebraucht. Nein, du hast kein Aussehen gekauft für den Typen. Wie kannst du nur? Ach, sind wir jetzt bei den hässigen Typen? Ja, weiß ich nicht. Oder was? Das hätte sein können, aber ich glaube nicht. Hier steht Yuriko Lukata. Text. Sokka's Whereabouts. Guten Nacht. Sobald ein Geist kommt, bin ich aufgeschlossen. Ich will nicht noch mehr Bilder. Da rennt sie aber auch nicht mehr Christen. Nee, wie gesagt, sie rennt an sich langsam. Sie willte auch in so einem Kostüm rennen. Das ist ein schönes Kostüm. Ich weiß nicht, was du da hast. Das habe ich ja auch nicht behauptet, dass es nicht schön ist. Ich habe gesagt, wie willst du darin schnell rennen? Keine Ahnung. Rechts. Als erst mal wieder den Weg zum Tempel finden. Und gucken, ob ich unterwegs was finde. Vielleicht hat ja mittlerweile jemand die Brücke repariert. Ah, bezeichne ich. Natürlich. So geil es da war. Und du hast dein Erdgegen. Wo ist denn einer? Der kommt da aus dem Wasser. Ja. Der muss erst mal aufstehen. Ganz ruhig. Ja. Wie gesagt. Wo ist er denn? Wenn es drauf ankommt, packen sie schnell die Viecher. Wo ist noch mal Auslöser? Unglaubliche Umfindigkeit. Hinten RT. Ah, okay. Ich glaube, das war zu früh, ne? Nee. Geht. Egal, Hauptsache der ist ein bisschen weiter weg. Ich meine, es ist ja nur erst mal einer. Da könnte sich ja ein bisschen warm schießen. Egal, Hauptsache der ist weiter weg. Nee, egal, ob ich das dann zu früh gemacht habe oder nicht. Der arme Geist. Ja, der soll mich nicht betatzen, ja? Ich geh so doch auch klar durch. Du legst es ja auch drauf an. Der sieht irgendwie so, weiß ich nicht aus. Er ist tot. Oh Gott. Das ging jetzt mal. Wenn man das so nennen kann. Er ist erlöst. Ja, das weiß ich nicht. Das hat sich noch nicht geklärt. Sauer rappen. Glaube ich hier überhaupt richtig? Ja. Ja, ich. Danke. Noch mal? Ich will weg. Da liegt aber was. Ja. 100 Jahre erst mal um. Aber bei dem Kerl kam überhaupt keine Hände in dieser Weise. Ja. Jetzt hier wieder weg. Und da. Da ist die Katze hier. Mhm. Da hier? Mhm. Mhm. Da liegt was. Wenn da jetzt eine Hand kommt, hau ich die Hand aber weg. Wir haben das letzte Mal schon eine Hand. Ja. Diesmal aber nicht. Nee. Geradeaus oder? Mhm. Okay. Links geht es eh nicht weiter. Ja. Das Haus hat mich halt zu sehr verwirrt. Da weiß ich jetzt nicht mehr was los war. Warte mal bis du gleich im Wald bist. Ja. Das ist genau so ein Zeiss wahrscheinlich. Ähm. Ah, da funkelt was. Ich will's haben. Wenigstens kein Händchen. Die Horrifying Embassy überhaupt nichts bringen. Mhm. Vor allem nicht im Regen. Ja. Ja. Und war? Mhm. Ähm. Kamera. Mistful Shrine Maiden. Wird auch was gebrockt. Mhm. Was ist das Ding denn? Achso. Ich weiß nicht, ob man das noch lesen kann im Wasser. Ja, einfach mit wasserfester könnte. Oh. Nein. Verpisst euch. Hallo. Verpisst euch. Oh mein Gott. Äh. Ja, Entschuldigung. Verpisst euch. Verpisst euch. Verpisst euch. Gott. Ich denke, tut der nicht. Achso. Der muss schon abdrücken. Hat er jetzt noch so eine Truller, ne? Äh. Warum verpisst dich? Ich hab was anderes zu tun. Ich hab was anderes zu tun. Ich weiß zwar nicht was, aber ich hab was anderes zu tun, ja? Also verpisst dich. Man kann sich weiter zurück. Ich weiß selber nicht, wer. Ja. Oh man, das Leben ist so lange. Ist das nicht schlimm. Die machen sie aber auch einfach. Wo sind sie denn jetzt? Was? Ähm. Also eine ist tot. Die andere noch nicht, glaub ich. Ne. Ist links. Ja, dort wo der rote Peil hin zeigt. Ne, sind tatsächlich noch beide. Ne, die eine ist gerade geschworen. Okay. Jetzt. Hä? Ja, die kommt da durch die Laterne. Oh. Und die soll mal hinne machen. Brauchst du so ne neue Brille? Ne, aber die ist, ich bin ungeduldig, wenn die nicht hinne macht. Und darauf siehst du du auch nicht? Ne. Ich steh nicht so auf Geister umarmen. Ja komm, sneller. Put, 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 put. Mach mal hinne. I. Warte mal. Das ist nicht A. Nein, aber. Kann ich gar nicht. Ah ne, ich hab noch genug Leben, ne? Ja. Wurde es jetzt gerade einmal getroffen. Yes. I. Was war das? Ich wusste wie das ist. Die ist einfach gut. Nein. Mann. Das müsste sie aber auch gleich los sein. Die haben bei mir schon so viel Schaden gemacht. Ja. Wenn du weiter wegläufst, dauert es doch umso lecker. Ich glaube, jetzt ist sie gut. Ich glaube, fast die andere hätte man vorher berühren können, aber das Problem war, dass sie noch da war. Nein, ich will keine berühren. Ich steh mich auf Geister. Berühren. Nicht berühren! Da lang, ja. Nicht in die Wand. In die Wand. Du bist kein Geist. Ich will in die Wand. Da kannst du unterspringen. Okay. So, Assassin's Creed Style. Oh, check. Das haben wir letztes Mal gesehen. Aber, ja. Da ist ein Geist. Auch kann... Das gibt's doch nicht. Jetzt will die auch noch. Das ist schon wieder die. Ja. Warte, das ist nicht echt. Die ist ein bisschen weiter. So. Die kommt von oben gefallen. Ja. Von oben gefallen. Ja. Was liegt die denn da rum? Zieh mal auf. Ja, schieß. Einfach mal. Wenn du dich nicht bewegt, kannst du dir ja ruhig ein bisschen Schaden machen. Zieh mal auf. Beweg dich mal. Ja, jetzt geh doch nicht in die Wand. Die kommt von oben drauf. Die rennt aber auch so vorne. Die ist auf dich drauf gefallen. Ich hatte... Kamera, Kamera, so. Die lag noch auf dem Boden, da kann man auch fassen müssen. Die sind wahrscheinlich gleich wieder gefallen. Egal. Futter. Gehen sie einfach. Ja, laufen. Ja. Ich hab dir mal an der Selbststelle runter gefallen. Okay. 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 Wieder gefallen? Ja. Aber du bist... Auch nämlich nicht... Genau. Vor meinen Füßen. Das ist ein nerviger Geist. Jetzt ist sie tot. Aber jetzt ist sie tot. Oder auch nicht, weil es war sie gerade auch schon. Das Erste. Das Erste. Wo muss ich jetzt hin? Hier hoch? Ja. Okay. Wir haben aber auch nicht mehr so viele von den 14ern. Ich weiß nicht, ob wir da noch mehr finden. Ja, garantiert. Grünes Blumenberg. Da liegt was. Rechts. 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 Oh Gott. Jetzt bin ich in den Blumen. Da liegt man. Da. Ja. Wir haben direkt wieder welche. Mhm. Ich glaube, die lagen sogar an der gleichen Stelle. Letzte Mal, oder? Kann gut sein. Ich bin ein Minusgedächtnis für. Nichts. Du kannst da durch. Okay. Du musst da durch. Proceed. Unfeathermobile Forest. Ne, das sind nur Blumen. Ich dachte, da läuft das. Da läuft etwas. Ja, da hinten, ne? Mhm. Blau. Foto. 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 Du musst schon. Foto. 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 Nein. Oder sowas. Jetzt liegt da auch was. Mhm. Erstmal will ich das. Auch wenn... Das ist mir die... Das ist ein Geist oder Fehlstück? Irgendwas kommt da auch nicht. Nee, ne Leiche. Ist mir egal. Ich will erst mal das haben. Ich hab das jetzt so fotografieren können. Ist so... Hast du so hergekommen? Ja, wo muss ich... Ja, aber da kann ich ja nicht mehr. Rechts. 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 Wir machen es wie die AfD und gehen rechts. Mhm. Ich hab gedacht, ich wäre schon tot. Bis jetzt schlag ich mich ja eigentlich ganz gut. Ich mein, ich brauch 100 Jahre für einmal in Haus rumlaufen, aber egal. Die Geister die ganze Zeit beide ineinander. So viel zum Thema. Ich hab Glück mit den Geistern. Da ist was, da ist was, da leuchtet was. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ein Kopf. Eine Tasche. Okay. War aus, als ob da ein Kopf drin wäre. Ist das jetzt hier von... Boah, wer war das nochmal? Was? Was ist das? Dieser eine Typ von den Paul-Brüdern, der... Ob in diesem Suicide Forest was... Oh, oh... Der eine heißt Logan und der andere... Logan Paul. Ja, das war Logan Paul. Das war Logan? War das nicht sein Bruder? Ich glaub das war Logan Paul. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Nein, 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 nein. Verpiste, verpiste. Ja. Wenn du mir zu nahe kommst... Tötest dich. Okay, ich tötest du oder so, aber... Ich... Er hat eine Fackel. Vorher schon. Er findet, dass er rausnimmt. Kannst du denn jetzt sein? Das ist der Kind da wie. Das hat ja... Der entschwert. Ich verstehe doch ein Messer oder so. Meine Güte... Ja. Wenn du mich mit der Fackel haust, nee, dann... Hau ich dich aber woanders mit. Ich weiß zwar nicht wo mit, aber... Wir finden's... Der wird's... Ja, ich seh nur Punkte. Ja, ist gut. Also, du solltest da weggeben, oder? Ah, der ist vorne. Drück einfach. Brauch ich. Denn, ein bisschen da hin, so. Gucken wir da hoch. Oh, ja, Kamera sollte klauselischen. Ist er? Ich glaube, der ist ein bisschen verpackt. Ja, ich glaube, er ist verpackt. Ich glaube, er ist eine Eigenschaft. Dass er sich verstecken kann. Ja, aber er macht das ja nur, wenn man so nahe ist. Ich glaube, das ist eher so ein Anzeigeglips, als wenn er zu nah ist. Dass man hier ja nicht sieht. Aber ich weiß nicht. Du solltest da, glaube ich, nicht stehen bleiben. Ich muss nicht. Ich will doch hier nur weg. Oh, ja, ich lauf durch den Geist. Perfekt. Ist ja auch normal. Ist ein Geist, ne? Der hat gerade den Baum da. Ja, da ist er auch wieder ungefähr. Ja. Das ist seine Eigenschaft. Ja, ganz schlecht. Bringt das überhaupt, wenn ich denn auch ohne dieses Rote fotografiere? Ja. Ja, macht auch Aussagen. Ja, Hauptsache, der tricht zahlen. Ja, das Rote ist ja nur, wenn genug Sachen da sind. Dafür musst du ihn ja so hüten. Entweder, wenn genug Sachen da sind, oder wenn er nah genug dran ist. Nur um Angriff zu machen. Aber wie gesagt, das Problem ist halt, dass du lange aufladen musst. Wenn du einfach so fotografierst, dann verpasst du halt... Da war sogar die Fatal Frame. Der hält aber auch ganz schön viel aus. Auf verpasst du im schlimmsten Fall gute Shots. Ja, aber der greift jetzt eh nicht so häufig an. Ja, wie gesagt, bei den Geistern jetzt ist es auch meistens eher chillig, ne? Wo soll er denn wohl da... Aber steht da dann. Ich weiß nicht, dass... Ja. Das ist fündig da. Voll. Er ist, er macht halt nix außer mit seiner Pfacken und ich glaub, da kriegt man keine Fatal Frame, wenn er damit haut. Ja. Genau, das meine ich nämlich. Deswegen, den solltest du schon so fotografieren. Okay, gut. Ja, zeig dich. Oder zeig deine Punkte zumindest, ne? Ne, das ist so ein Fatal Frame bei ihm viel schwieriger. Das ist halt nur, wenn der auf einen Zug rankommt, dann kriegst du ne Fatal Frame, aber wenn er normal angreift... Soll ich mich irgendwie mal heilen? Ich glaub, er ist grad froh. Ja, aber trotzdem vielleicht heilen? Ja, du kannst zweimal die Hörbel Medicine nehmen. Ne, wo ist das denn? X. Ah, okay. Dann Items. Dann Items. Und davon zwei. Da haben wir ja mehr als gut. Aber jetzt haben wir auch wieder die anderen Filmtypen. Das ist wahrscheinlich letztes Mal nur nicht, weil wir den anderen Fügen da gespielt haben. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wo muss ich hin? Ich hab keine Ahnung. Okay. Das ist der Wald. Da hat keiner von uns ne Ahnung. Warte mal, wo ist denn die Map? Map? Start. Du musst da hoch. Rechts lang jetzt. Ja. Ja. Echt. Da, ja. Ach, nee. Nein. Da, da liegt ja. Foto. Foto. Hallo, Ute. Komm mal raus. Zu spät. Hauptsache noch ein Foto machen. Hey. Hey. War gar niemand da. Ihr selbst seid auch nicht besser, also. Was? Ich hab fast alle gemacht. Ähm, warte mal, hier bin ich in der... Ja. Okay, da kann ich nicht. Zu spät. Ja, egal. Ähm, warte mal. Ich hab den Boden fotografiert. Gott, ey, das ist... Nein, falsch. Da, händer. Da leuchtet doch irgendwas. Ja, durch den Baum kann ich mal nicht. Wieso, ne? Weil ich kein Geist bin. Warum? Weil man... Lass nicht töten, dann kannst du es vielleicht... Lass nicht, ob das so einfach geht. Ich glaub schon. Also sich töten zu lassen, da haben wir glaub ich kein Problem mit in diesem Spiel. Ob man dann Geist, äh, als Geist weiter spielen kann, kann schon. Man... Warte, vielleicht mach mal eben... ... zu. Okay. Du hast ja das auch, ne? Ja, ja. Weil nämlich bei mir war wieder das Stören. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ne, mehr Medizin. Egal, kann man gebrauchen. Hm. Es ist aber noch nie, also bei mir noch kein Händchen bekommen. Ja. Hier ist auch irgendwie komisch. Aber vielleicht hat das echt damit was zu tun, wie nass man ist. Vielleicht, dann musst du jetzt wieder... Und weiter rechts. Und nach Lauf. Verleuchtet was? Das sieht nach dem Emberzeug aus. Jetzt ist irgendwie alles an der gleichen Position. Da waren sie auch sehr... ...faul in der Dienstpositionierung. Und rechts da. Eins links. Warte. Ich glaube jetzt musst du links zum Tempel. Über die Brücke. Nein. Nein. Zurück. Ja, da riecht's noch. Da hin. Da riecht's? Warte, ist der nicht immer für die Brücke? Da? Da? Ne, andere Seite. Da. Ja. Da leuchtet was. Egal, da muss ich hin. Erstmal das Leuchten... ...mit den leuchtenden Zeiss einsammeln. Mach mal bitte die Karte offen. Jetzt weiß ich gerade auch nicht mehr. Was hab ich denn da hinbekommen? Ja gut, dann musst du da hoch erstmal. Warte mal da hoch. Ja, da lang. Da leuchtet mich was. Links. Ein Hinweis, ein Hinweis. Mach mehr, was man mitnimmt. Und jetzt hab ich keine Ahnung wohin. Ja, weil sie sich die Kamera auch gedreht hat. Mach nochmal auf die Karte. Ja, ein Stück nach rechts und da dann lang. Also... Da so lang, ja. Rechts hoch oder da. Da läuft was. Was ist das? Was ist das? Oder ein Stein. Oder... Was ist das? Oder ein Stein. Oder... Was ist das? Oder ein... Wiederbelebungsstein quasi. Hier kann ich nicht durch, also... Unter und links lang. Nein, mal komplett oben. Nochmal links. Links. Da hoch. Rechts. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ja, da kommt jetzt die Brücke. Ja, da kommt jetzt die Brücke. Und da leuchtet noch was. Noch mehr Sacred Water und da leuchtet noch irgendwo was. Oh, ich sammle schon alles ein. Das, was ich mitnehmen kann. Blut. Hi. Oh Mann. Rhyne Maiden. Ja. Eh, genau. Da krieg ich doch am Arsch, den blöden Brunner. Das war halt auch nicht so lustig. Ja. Gut. Ah, okay. Na dann. Zumindest bei der Petal Frame. Zumindest bei der Petal Frame. Wo bin ich denn? Tschüss Leute. Mehrmals. Und jetzt sollte sie dich vielleicht mal kurz halten. Warte mal. Ah ne, warte mal. X? X? Nein, nicht X. Aber sie ist nicht tot. Okay. Trotzdem sollst du dich heilen. Wo ist denn... Jetzt X. Ah, X. Dann wieder... Das, ne? Du kannst auch das Sacred Water jetzt nehmen. Du bist ja fast tot. Okay. Ich hab' nicht gedacht, dass die Maiden ein Problem nimmt. Okay. Hinter dir. Warte mal. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Hinter mir. Und rechts da. Na? Und schon wieder so einer. Kamera! Rekt 2. Murdered Shrine Maiden. Man going out... Out ice. Ach, gouging out ice. Scheint aber auch ein Gegner zu sein. Hm. Auch nicht. Wenn er weg geht, ist es besser so. Ist kein Problem mit. Da leuchtet was. Hm. Ich kann gerne wegbleiben. Das ist das von dem Foto, was wir gemacht haben. Echt? Ja, mehr zum Leben! Yay! So viel wie es noch gar nicht. Erleuchtet was! Warum musst du nicht weinen da? Dafür musst du sie komplett ausdrücken. Foto! Nette Pütze. Foto! Ja, toll. Keine Reaktionszeichen. Du kriegst gleich keine Reaktionszeit. Dann nehme ich nächste Mal einen Baseballschläger mit. Ich hab doch schon keine Reaktionszeit gekriegt. Ich weiß nicht, was du willst. Wer bist du? Du siehst noch ziemlich lebendig aus. Ich glaube, das sind Puppen. Ach so. Boah, ich sag zu einer Puppe, du siehst noch ziemlich lebendig aus. Okay. Okay. Ups. Oh, die Puppe, der Fall noch. Kannst du in die Türen rein? Oh. Open Salami. Nein. Ich weiß. Bei einer starken Kraft brauchen. Mit einer starken Kraft zu behalten. Ist auch sehr interessant. Einen Schrank. Mh. Saving? Doch, doch, ein Schrank. Ein Durchgang. Ein Flur, der in einen anderen Flur führt. Ist auch sehr merkwürdig. Das ist nun wirklich verschwendeter Space. So viel Puppen. So viel Loot. So ein Zimmer hätte ich gerne. Ja, dann zieh da ein. Dann bräuchte ich erstmal so ein großes Haus. Und dann in der Mitte einfach so ein Esskriff oder sowas. Wir haben eine neue Nähe. Ein Bett. Ein Bett? Aber wirklich so einfach in der Mitte des Raumes. Ja. Ein Photon. Oder mein Schlafzimmer. Also wenn irgendwann mal ein Dieb oder sonst was zu dir reinkommt. Der ergreift sofort die Flucht. Die Puppen beschützen mich. Naja. Und du hast jetzt eine zweite Linse. Ich finde die Puppen jetzt nicht so. Foto. 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 Bei denen wenden вечeren Wolken nicht zu anderen Richtung bringen ja. Jetzt liegt deine Leiche. Ich will jederrufe. Geheimer Tunnel. Geheimer Tunnel. Und man muss sterben. Und man muss sterben. Hi. Ja, daran erinnere ich mich noch. Ist nicht böse, meine ich. Sieht ganz niedlich aus. Wir können nicht sterben. Woher weiß sie, dass wir nicht sterben können? Was? Wir sollen nicht sterben. Sie hat eine schöne Augenfarbe. Ist ein Alpino. Ja, du musst dich finden. Offenbar müssen wir ein paar Kindergeister bedienen. Oder nicht? Nee. Ich muss jetzt mit der Kamera suchen und finden. Andere Seite. Weiter, weiter, weiter gucken. Wie war das nochmal mit den Drillen? Vorne die Schräger. Nee, war das... Ja, okay. Hat mich jemand erhinkt? Mhm. Ja, wo könnte dieses Foto sein? Das ist noch schlimmer als die Ecke. Man sieht gar nichts vom Hintergrund. Super. Perfekt. Für die FPG. Also musst du diese Poppe finden. Die wird nicht in dem Raum sein. Ich erinnere mich nicht. Ja, aber nicht mit der Kamera. Nee, ich glaube, du kannst nicht aus dem Raum raus. Sieht auch erst. Ich kann auch keinen Tasten. Ich wollte gerade sagen, das andere ist ja die Tür. Kamera. Das sagt mir keine Reaktion. Warum machst du noch ein Foto, wenn sie schon weggehen? Weil ich gerne Sachen fotografiere. Lass mich Sachen fotografieren, wenn ich Sachen... Oh, da geht's runter. Ins Wasser. Ich habe das Gefühl, dass gleich irgendein Geist kommt. Nee, weil da ist Blut. Kein Geschenk. Ich vermisse sie nicht. Star Lins, noch eine Linse. Verbrauchen sich die Linse? Nee, eigentlich nicht. Was bringen denn die anderen Linzen überhaupt? Unterschiedlichen Schaden und ich glaube auch unterschiedliche Effekte. Ich weiß gerade nicht mehr. Sehe ich das richtig und sind das haufenweise Puppen? Ja. Nein. Das sind echte Menschen. Echte kleine Menschen. Warum sind hier so viele Puppen? Das könnte echt mein Zuhause sein. Dein Keller. Ohne Witz, ich würde mich da so wohl fühlen. Irgendwo muss man die ganzen Puppen hier lagern. Na na na. Aus. Verpiss dich. Turn around. Irgendwie hätte ich damit gerechnet, dass jetzt eine Hand kommt. Das hat viel zu lange gedauert mittlerweile. Ich glaube, das könnte aber echt was damit zu tun haben, wie nass man ist. Ja, dann kommen hier wahrscheinlich noch öfter Hände, weil ich hier sehr nass werde. Ja, aber der Vorteil ist, du kannst jetzt damit rechnen. Ich glaube, du solltest mal gucken, ob in deinem Keller nicht irgendwie ein Wasserraubbruch ist. Und wenn du nicht da ein Foto nutzt. Sie hat aber nichts gedroppt. Na gut, sie ist auch noch da. Du kannst weiter raus. Die verschwindet gleich. Oh, ich würde... Ist sie jetzt weg? Okay, sie ist weg. Danke. Ja, mehr Fotos. Ja. Oh, Zero Zero für dich. Ich glaube, das ist der Beste. So sieht er auch aus. Ja. Aber davon gab es nur einen, ne? Mhm. Weil es der Beste ist logischerweise auch der seltenste. Ein One-Shot-Film. Da kann sich ja die Informationen durchlesen, was genau das bringt. Welcher Film was macht. Aber ich glaube, wir können auch einfach davon ausgehen, dass die wieder häufiger Film... Hallo? Oh Mann, jetzt kommt hier auch noch so eine komische... Brüller. Warum bist du denn da oben? Kannst du mal runterkommen? Sie kann fliegen. Das ist nicht nett. Komm da mal runter. Madame, komm da runter. Das wird sie nicht. Ich hab gesagt, dass ihr euch da runterkommt. Der wird sich gleich von oben auseinanderreifen. Ja, in dem Regal. Perfekt. Lass doch die Püppchen in Ruhe. Das war auch interessant, dass das noch keine Patreon-Frame war. Warte, warte, da ist sie. Warte. Hä, warum... Ah, jetzt hab ich die Kamera wieder... Äh... Äh... Ja, ich bin schon... Hä, warum ist hier überall Holz? Nein. Warum hat sie so eine Maske an? Wie? Ja. Was? Ja. Ja. Kommt's auf Damage? Du lebst immer noch? Mann. Verpiss dich doch mal. Du gehst mir auf den Becker. Du hast nur eine Kamera. Du hast keinen Becker, ja? Na, dann geht sie mir auf meine Kamera. Ja, wenn die gleich weg ist, können wir am besten mal gucken, ob wir die anderen Linsen ausrüsten können. Ja. Ja. Bitte? Doch, sie ist tot. Ja? Sicher? Ja. Guck mal, ob du sie gerührt hast. Ja, die kann... Nee, nee. Schnell weg. Ähm, warte mal, nein. Wo ist das mit den Linsen? Massen wahrscheinlich... Bei der Kammer? Oder? Ja, da. Ja. Ja, da. Linsen. Hallo? Wir können die auch verbessern mit Upgrade, hm? Ja. Ja, genau. Wir haben... Ja, da. Verschiedene rote Linsen. Warte mal. Wir haben... Nee, nicht von... Nee. Wir können insgesamt drei Linsen gleichzeitig ausrüsten. Ja. Da kann ich mich auch... Ja. Ach so. Ja. 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 nach Bedarf wechseln. Ja. Und... Äh... Was haben wir hier für... Was ist das überhaupt? In Use & Use, die benutzen wir alle. Ja. 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 Und das bringt uns glaube ich nix, da wir eher auf die Fated Frames warten. Das Loading Speed ist glaube ich auf jeden Fall richtig. Ja. Auf jeden Fall. Hm, dann... Oh, Attack Distance oder Damage? Das würde eigentlich eher für die Distance gehen, oder? Mhm. Wobei, Attack Distance? Das ist nicht die Breite, sondern das ist wie weit entfernt die sein können, oder? ja dann würde ich dafür aber nicht gehen weil dann eher für den damage oder noch für noch mehr loading speed ich glaube loading loading speed weil nämlich das ist von nervig und hier können wir jetzt gerade eh nix aber upgrade the crush lens increasing damage upgrade the stun lens reducing spirit power cost die ist damit oder müssen wir mal gucken welche wir verwenden ist es dann noch was am baum das sind nur deutsch aber da rechts kann ich noch so was beleuchtet deshalb frage ich auch wenn das war und sein aber das ist auch auf der anderen seite des regals oder schon nach links gegangen von da sind wir gekommen da waren wir noch nicht hä hatten wir die nicht gerade erledigt jetzt fragt doch nicht sondern erst mal rumstehen und sich fragen ob man wirklich schon erledigt werden sie uns gerade angreifen erst mal in die kante noch einen kaffee geben äh und fähig jetzt hier erst mal aus der ecke auf jeden fall raus mag es nicht so in der ecke los gehen wo ist sie ja mal wieder ein regal ja mal wieder ein regal wie lange du kreisen siehst kannst du aufkrießen ob du dann sie in den regalen wirst die jetzt merken ja ich glaube schon bist du jetzt weg nein du bist noch nicht weg bist du da meine liebe du hättest dich wenigstens hübs machen können ja ich bin sofort wieder jetzt läuft der eis ziel durch oder der eis ziel durch ja weil wir jetzt alle langsam häufiger aufs klo müssen immer auf den pfeil es langweilig ist okay er geht doch zurück wir haben ja noch nicht in die ecke wir kamen ja nicht zu links lang ich habe ich nur der geist war da eigentlich nur ein baunt hier drin oder hast du die alle gegessen da waren zwei ich habe beide gegessen ich mag ich auch ich bring dir nächstes mal das ding hat einen fehler der ist wo man das auch machen soll ist nicht richtig eingeritzt ich bin wieder oben ja und glaube woanders ich hätte ich es nicht oft das kann ich nicht und soll ich durchgehen kannst du da vielleicht mit der kamera nicht unbedingt gar generell doch da sollten wir da noch gar nicht hin vielleicht doch noch mal nach unten doch nur runderschwimmen passiert auch nichts keine runde schwimmen Ja. Wenn ich nicht mal tief bin, um da zu schwimmen. Das Wasser reicht uns ja gerade bis zum Arsch. Ja. Da ist wieder unsere Freunde. Da ist es noch schön. Hier ist es noch angenehm. Da ist es kalt. Das ist der Vor- aber auch der Nachteil in meinem Zimmer. Hier ist es immer warm. Im Sommer ist es richtig scheiße. Im Winter ist es natürlich super. Ja. Der Vorteil ist auch, ich brauche mir nicht mal Heizung anmachen. Manchmal schon, aber wenn hier die Heizungsrohre für oben durchlaufen. Nice. Heizkosten gespart. Ja, eigentlich nicht. Also zusätzliche Heizkosten gespart. Eigentlich auch nicht, weil es hier ja durchgängig heißt, auch wenn es nicht heizen müsste. Achso, ja. Deswegen sind eigentlich Heizungsrohre uns ja immer abgedichtet. Achso, ja gut. Ach, ich stehe in ihren Dränen, ja schön. Man darf ja nicht vergessen, alles was hier geheizt wird, kommt ja oben nicht an. Das heißt, oben muss länger geheizt werden. Achso. Ja. Bis rechts. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. So. Okay. Dann kann ich ja weitergucken. Der Vorteil ist, wir mussten da nicht mal runter. Das war der Vorteil. Das Problem. Weil, ähm, da ist eine abgeschlossene Tür am Ende und das war's. Ah. Ja. Doch, lauf. Ja, dann bin ich aber auch nicht viel schneller. Ja, aber du bist schneller. Genau. Das hat halt keinen Nachteil. Hinter dir. Da noch. Ich wollte gucken, ob da noch was war. Nee, da ist nichts. Andere Seite, rechts. Wir wollen ja nur da raus. Wir müssen ja diese komische Rolle finden, die sich ja hängt haben. Nee, das Mädchen. Ach, jetzt ist die da nochmal, ey. Ich hab irgendwie das Gefühl, die kommt häufiger. Ja. Deswegen sollten wir da jetzt noch schnell einfach raus. Ja. Seidem, wir wollen da Punkte farben für den Westfussergebnis. Das können wir natürlich machen. Aber irgendwann gehen uns auch die Fotos aus. Er hat uns das und zwar, ich glaub, das macht nicht mal so'n Unterschied, wenn wir mehr Zeit verbrauchen für das Level. Auf. Kommt drauf an. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, der Zeitfaktor hat ein Maximum. So, dass man irgendwie... So. Hinter dir. Hinter dir. Nee, die ist da. Ich glaub, sie war grad hinter dir. Aber so möglich hat das Aufladen jetzt auch nichts gekauft. Ja. Nee. Es ist wirklich schneller. Ja, aber... Aber... Du stehst doch nicht näher drin. Ja, ich... Ich steh drauf, um Geister zu stehen. Vergleich nicht mehr. Heil dich erstmal. Ja, warte. So. Ähm... Ja. Und du kamst von einem Zeug überall. Ja, wurde ja Zeit und Zeit in der Wand. Was ist da? Nein. Du bist echt nicht so gut drin, Geister zu bekämpfen. Ich mach halt eigentlich auch Geister. Ich hatte früher Ghostbusters das Spiel. Weißt du, wie lange ich da den Mars Maloman bekämpft hab? Ich glaub ein ganzes Jahr, weil ich den nicht töten wollte. Ja. Ja. Also ich kriegst du die Rekordellische Probleme. Er war halt so süß! Und wenn ich halt was mag, dann dauert es halt nicht. Ja. Du kannst jetzt mal an einer Stelle bleiben und gehst mir auf den Weckern. Cool. Geht's tot? Ja. Ja, sieht tot. Oder? Nee. Doch nicht. Nee. Aber ich dachte der Pfeil wird nicht mehr angezeigt. Nee. Solange die Musik noch so spielt. Wo denn? Rechts, links? Sie ist in der Wand, aber... Nee, das geht laufen weg, wenn sie an der Wand trifft. Ja, bewegt nicht halt weg. Das braucht sie woanders. Wenn sie nicht teleportiert, das braucht sie ja nie in der Wand. Geht das wieder? Ja, jetzt. Ja. Und jetzt lauf bitte aus dem Wasser raus. Ist doch der Weg, ne? Ja. Brauch sie gleich nochmal kommt, ey. Und ja, ich lauf sonst schneller. Ja, das merke ich. Ich seh das an ihrer Bewegung. Ja, ich seh das an ihrer Bewegung, ob du läufst oder nicht. Viel dich aber am besten. Viel und trocknen. Aber jetzt noch ruhig die Herbal Medicine nehmen von oben. Ja. Nein, nein. Ja. 2 oder 2. Mal gucken. Ja. Und dann trocknen, damit die Gesundheit nicht abnimmt. Dann... Die... Ja, genau. Ja, genau. Ich glaub, die Gesundheit nimmt aber auch nur ab, wenn Geister... Also wenn man nass ist und Geister in der Nähe sind. Hallo, Polizei. Ne, da sind wir hergekommen. Wir waren nach links wahrscheinlich. Das ist nicht links. Hier liegt das. Ja, hier liegt das. Mehr... Das ist nicht links. Guck mal, ob die Tür jetzt offen ist. Ja, warte. Die... Die war ja vorher abgeschlossen. Oder was heißt abgeschlossen? Wird von einer mysteriösen Kraft zugehalten. Da liegt noch Schrott. Was ist schlecht. Hier liegt auch noch was. Warte mal, was konnte ich das weg noch checken? Boah, was angucken. Ich glaube nicht. Ja. Nix von Bedeutung. Das heißt... Das wird ja nie, wenn du irgendwas angucken kannst. Noch mal zum Lesen. Yay. Wollen wir so oder so nicht? Oh, was ist das? Der Doll Memorial. Der Doll Memorial. Eine weitere Tür. Das Haus besteht eben nur aus Fluren. Und dann ist ein Zimmer da. Bist du noch ein Flur? Alter, ey. Das ist doch... Das ist ein Haus, was nur aus Fluren besteht. Recht? Das weiß ich nicht. Such dir was aus im Lauf. Und schwein in die andere Richtung. Okay. Ja, boah. Ist was zum Fotografieren. Maske, man. Wo ist der denn Maske? Geht weg, was? Seine Maske aufhat, sehe ich jetzt nicht. Ich will nicht durch das Wasser. Musst du ab. Mhm. Muss ich dann hochfahren? Was heißt dafür? Ich schieße keine Tür. Doch. Ist doch. Nee. Hinter dir. Die einzige Wand, die anders aussieht hinter dir. Hinter dir. Ja, da. Nein. Ja, doch. Das ist doch eine Tür dahinter. Ja, aber direkt neben dir ist auch eine. Links. Nein. Da. Ja. Noch ein Stück. Ja. Meine Güte. Ein Wandstück, das anders aussieht. Gibt es hier gar nicht falsch oder so? Gibt es das? Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Ja. 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 Die Püppchen. Die Puppen sind easy. Zumindest wenn sie alleine kommen. immerhin bin ich das auch ein hier ich glaube das ist aber im nebenraum tatsächlich oder mit der kamera das ist sonst wird das schon vorher angezeigt werden das wird ja nur angezeigt wenn wir da komplett am rand stehen ja das ist ja nicht das ist echt der ist seine forrester das ist nur gucken sind ja das sein wenn die aber lebendig mich nicht wenn sie lebendig werden dann haben sie nicht nicht lange etwas von ihrer existenz das item ist übrigens da hinten neben der terrasse und feine noch zu urteilen jetzt gleich was mit der kamera der pfeil zeigt immer woanders hin ja wer zeigt auch die puppen ja wer zeigt auch die puppen ja wer zeigt auch die puppen ich wollte vielleicht packieren vielleicht ungewöhn die puppen da das gleiche foto kann ich aber wieder aufs boot raus ja hallo da leuchtet was eine puppe endlich können wir eine mitnehmen machen sonst unser effigy ja hier kinder Jetzt ich habe keine kinder nein spiel nicht mit euch ich kill euch ist auf dem ins im Bei den Kreisen einfach, wenn die Kreise sind, mache ich jetzt einfach immer drauf auf die Flücher. Der Vorteil ist bei so vielen, da kann man ordentlich Damage machen. Ja. Echt zu hier? Ja, ich bin... Jetzt ist ein 1 tot. Und... So. Der andere Ende ist, glaube ich, oder? mädchen muss ich ja auch dann schieße einfach mal da hat sich der auch mitten innen schon rein teleportiert jetzt ist er noch mit mädchen da oben die rennt nicht mehr zu viel rum jetzt nicht mehr oder? ne vielleicht kannst du die anfassen ja ja nein ah toll ich sag ja Reaktionszeit von der Koppel du kriegst gleich Reaktionszeit von der Kartoffel hab ich schon ein paar mal das ist ja mein Problem dann hau ich dich dann hast du ne Reaktionszeit von der Kartoffel warte mal wo muss ich denn jetzt hin wie willst du mich denn mit einer Reaktionszeit von der Kartoffel hau wo muss ich denn hin scheint da hin in den Schwein wahrscheinlich wieder ja schon wieder ja du hast ja jetzt diese Puppe gefunden ja wofür die du suchen musstest hm mhm falls ich würd zur anderen Seite reingehen da waren wir noch nicht das ist nicht die andere Sache du musst ansteigen auch zur anderen Seite rein ja ja aber ich wär sowieso auch zur anderen Seite reingegangen einfach weil man da auch noch Mut finden kann einfach weil man da auch noch Mut finden kann da ist wieder die hm 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 na was mir an Puppen hm 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 da bist du her hm 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 ja ne da 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 kommt wieder woanders nein du musst ja zurück das war jetzt einfach nur ne Shortcut das wir eben glaub ich nicht nochmal durch das ganze Ding durchmuss muss ich jetzt wieder raus ne ich glaub du musst mal in diesen Hauptbaum wieder ja ähm wie komm ich denn da hin ja da lang wo die Puppe steht ja die Puppen zeigen dir den Weg ja ja da wahrscheinlich lange ich und zur Not hast du auch ne Karte ne Karte ja super das Lut guck nicht das Lut ne ja was hast du da angeguckt das ist sogar doppeltes Lut ne ne also also ne also ne 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 oder ein anderer Raum. Kann auch sein. Geh mal einen Schritt zurück, dann sieht man mehr. Das ist aber ein bisschen komisch hier mit den ganzen Köppen. Du musst auch dahin gucken, wo der Pfeil hin zeigt. Ja, da sind mehrere Pfeile, du do. Ja, aber nur einer zeigt da in die Ecke, deswegen. Ja, aber das ist glaube ich im anderen Raum. Ja, weiß ich nicht. Nix für der Pfeil könnte sein... Okay, da kommt aber auch ein Pfeil. Und bleibt noch ein bisschen noch? Ja, da geht es ja auch zurück, glaube ich. Jetzt ist einfach nur ein Schwank. Keine Ahnung, mach mal die Karte auf. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo wir sind. So, wir wollen... Wir wollen da... Das heißt, ja gut, da wollte ich durch die Tür... Geht das nicht. Das heißt, wir müssen komplett außen oben. Ja, nicht so wahrscheinlich. Links lang, nicht in den Schrank. Ich habe Badbedarf. Links lang, lass es nicht links. Er macht immer die Schranktüren wieder zu. Geister, die sind sehr höflich. Wir lassen einfach alles offen. Links, jetzt einmal komplett oben. Links. Da durch. Da durch. Noch mal eine Tür. Wieder nach links. Geht nicht, aber da erstmal ruhig. Da sind wir jetzt. Ne, da gehe ich jetzt aber nicht rein in den Wasser. Ja, musst du, aber kommst ja nirgendwo anders lang. Einmal durch. Einmal durch zur anderen Seite. Auch am besten erstmal zum Ende des Ganges, bevor du den Geist bekämpfst, falls er jetzt kommt. Ja. Einfach. Foto, Foto, Foto. Ist das ein Gegner? Ja. Ja. Ich dachte, das wäre einfach ein... Ja, dachte ich erst auch, aber dann hat das zu lange gedauert, dass er da war. Ist klar, dass er ein Gegner ist. Aber das ist nicht unser typischer Gegner. Dann würde ich jetzt trotzdem erstmal zum Ende des Ganges laufen. Andere Seite. Andere Seite. Andere Seite. Meine Güte. Warte. Geh aus der Kamera raus. Das Problem ist halt, die Geistausbohren ja immer neu. Mhm. Deswegen glaube ich erst mal zum Ende des Raumes. Ich honoriere den einfach. Oh, zwei. Nein. Nein, nein. Ich gehe jetzt einfach nach oben. Ich frage mich, was passieren würde, wenn wir die Abenteuer ignorieren würden. Tschüss. Ich glaube, das passiert dann. Ich bin beeindruckt. Oder ist das sehr... sehr gleich hier? Wobei wir jetzt nach oben. Und jetzt kannst du da anfangen zu kämpfen. Na. Kommt ihr? Ja, die kommt. Ja. Die bleiben unten. Ja. Ja. Also der auf jeden Fall nicht. Die Charging muss immer warten, bis die Payton Frame kommt. Ja. Ansonsten kannst du schade machen. Jetzt zum Beispiel kannst du... Ich bin... Ich bin... ...diff... ...defeuern. Ja und die andere ist unten. Ja. War das die Tür jetzt? Keine Ahnung. Weib auf. Wahrscheinlich. Ja! Genau! Entweder jetzt kommt eine Katze, oder du kannst direkt hinter den Vorhand. Ich finde das schön, wenn man so richtig schön hört, dass unsere Füße voll gesifft sind mit Wasser. Wir brauchten jetzt das Effigy. Sie hat uns gesagt, wir sollen füchten, aber warum? Ja, weil sie uns, glaube ich, sonst nicht durchlässt. Wir müssen sie jetzt finden. Guck mal die Karte auf und wir gucken auch mal, wo wir hin müssen. Wir sind im richtigen Raum. Ja, wir müssen sie jetzt finden. Oder die Puppe da hinstellen. Versuch mal, das zu untersuchen. Genau. Okay. Ja, genau. Ja, genau. Hier, wir können zusammen spielen. Bleib, bis du dich fühlst, als du weißt. Spiel! Uff. Und auch so Gegner. Wie? Ja. Ich dachte, sie wär unsere Freundin. Äh, so halb. Ach man. Kann man auch niemals irgendwie den Geist dann trauen. So toll. Sie benutzt halt die Puppen, ja. Ist egal, Hauptsache in Damage. Ja, aber, also, wenn sie dich schon angreift, dann musst du echt warten. Ansonsten kannst du ja die ganze Zeit abdrücken. Aber du wartest, wartest und dann machst du es zu früh. Ja. 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 Meine Güte, lass mich doch spielen wie ich will. Die geben dir doch nur Tipps. Ja, ne. Ich kann das aber nicht haben. Weil ich spiele halt und spiele so wie ich, wenn ich fertig bin. Ah, wie viel Puppen kann nun mal. Ah, gut klar. Oh, okay. Das war jetzt... Also, Kamera auf. So, ist ja die Kamera auf. Ja. Wie weit kommt. Ich werde ihn wieder gucken. But da sind rein. Dasnego ist vor allem dr Puppen. Ah, so bitte. Entwurf einfach Weil ein Stein verloren, also niederbelebt. Ja klar, aber warum? Irgendwie auch wo? Weil es bequemer ist. Die Alps hier? Ja. Ja. Äh, du schreibst da nicht zum Eben. Das war ja klar, wenn du da bist. Du hast wirklich keinen Fokus mehr. Ja, dann mach ich einfach das unendliche Ding. Dauert dann zwar länger, aber geht auch. Wie wechsel ich das dann? Die Feuerkreuzung. Und die andere Richtung. Weil die Starken wirklich nicht gegen die Puppen einsetzen. Ja, beim nächsten Level können wir die ja so oder so nicht mehr benutzen. Ja doch, das war ja nur, weil wir den Araküten gespielt haben. Und wir haben logischerweise auch andere dokumentar. Ja. Du hast noch stärkere genommen. Gibt mir jetzt egal. Ja, aber das bringt ja nichts, wenn du sie gegen die Puppen gleich einsetzt. Das sind die... Da, da, da. Ja, die... Hörgeräusch und die Klimaschauer. das ist immer kleiner. Das ist immer ein kleines Kreuz. Was ist immer unser Kleid? Okay, das ist immer ein kleines Kuss. Das ist immer so groß und dann ist immer so groß. Und du hast ihn? Und du hast den Kuss zu gehen. Ah. Sind die Muskel, äh, dieses Nasse, nicht auch wieder weg? Scheisse! Gym-반 delivered. Erstens ist es noch nicht voll und zweitens sind jetzt erst mal der Geist, der erledigt hat. Ich dachte, wir müssen uns jetzt wieder da hinstellen. Warum ein Souvenir kann man doch mitnehmen. Das muss die Klappe auf dem sein. Ab in die Klappe. Warum sind wir jetzt im Tunnel? Die Klappe dauert eigentlich ewig. Du musst jetzt noch nicht mehr vorbei sein. Wo haben wir eigentlich gleich? Ja, wir können danach gleich erstmal erstmal in die Stellung des Geistes. Warte. Oh, das ist vor ein bisschen unter dir. Ja. Man carrying a reliquary. Ja. Okay, dann was kann ich... Ne, da kann ich nicht her. Ne. Bodo. Oh, da oben. Ja, da oben hat... Internet ist wieder weg. Ja. Das Internet ist andauernd weg. Ja. Das ist echt ein China. Okay, da ist auch noch was. Nase doch. Je nachdem wann ich es heute nach Hause schaffe, muss ich eigentlich auch noch meine Bude aufräumen. Und sonst muss ich das morgen erledigen. Ja. Hier kannst du noch eine kleine Zeit dafür. Da war noch irgendwas. Also das Spiel soll ungefähr siebeneinhalb Stunden gehen. So wir spielen wahrscheinlich eher so neun. Mindestens, ja. Und wir wollen ja gleich noch Essen bestellen. Wollen wir diesmal nur das eine Spiel spielen oder habt ihr für danach noch andere Spiele? Also beim Essen würde ich wieder dieses eine spielen, was wir jetzt noch aufgespielt haben. Ja, auf jeden Fall. Weil das ja immer gut ist. Und da ist jetzt auch ein neues rausgekommen und das ist sogar vor drei Tagen oder so. Also es gab eine Demo-Version, die haben wir die letzten Wochen gespielt, aber da war halt nur ein Level. Und vor drei Tagen ist halt die volle Version rausgekommen. Ich weiß, da bin ich auch gespannt drauf. Auf jeden Fall. Und... Ja, dann könnte man mal gucken, wieviel Zeit noch danach ist, aber... Ich geh mal stark davon aus, dass wir danach wahrscheinlich fertig sind. Ja. Aber wir schauen mal. 90er Film. Okay. Bin ich vorbei? Jetzt hätte ich wahrscheinlich gucken, oder? Ja. Du musst was erklautschen. Ja. Sind ja eh nass. Ja. Vor allen Dingen mit nem Kleid und ner Strumpfhose ist das auch nicht schmerzhaft über so Steine dann. Die Klobe wollte es doch anziehen. Ja, es ist... Zirnes Outfit halt, ja? Alles deine eigene Schuld. Ja. Ich hab's ja doch fotografiert. Jetzt ist ja auch okay. Warte mal, wie geht das? Ypsilon. Ja. Ja, das ist schon. Ich... Ypsilon. Ja, aber Y geht nicht weg. B. Nee. Nee. Nee, eigentlich Ypsilon ist Ypsilon. Jetzt. Es ist immer Ypsilon. Einfach alle Knöpfe durchdrücken. Ist das ein Arm? Ja. Nein, das ist kein Arm. Ihr seht... Ja. Es ist ein Bein, eindeutig. Genau. Es ist ein Bein. Seht... Seht ihr doch, oder? Mhm, da sind die 15 dran. Mhm. Genau. In jeder Kiste ist eine Leiche. Nein, das sind Puppe. Das ist auch kein Blut. Das ist Marmelade. Nicht nicht. Irgendwie muss man ja es schaffen, dass die Puppen zusammengeheben. Mhm. Wie schafft man das? Mit Marmelade. Nee, du musst uns triggern. Ja. Hier kommt jetzt... Müsst du jetzt im Kampf kommen. Du musst das an der Hand triggern. Das fändieren. Aber an der Hand konnten wir grad nicht... Die Hand ist weg. Ach, nee da. Nee da. Aber an der Hand stammt noch nichts. Ich glaube... Es stammt Dora noch nicht. Ja. Ausfindsalabi. Wie an der Hand. Na gut, ey, da sieht man noch gar nichts mit. Aber er ist schön. Man sieht nichts, aber er ist wunderschön. Ja. Ist das nicht ihre Freundin? Doch. Aruka! Lebst du noch? Oder wirst du jetzt zu nem Geist? Da sieht man, dass sie lebt. Sind sie auch in ihrer Erinnerung? Nein, nein. Auch in der Kiste lebt sie noch. Machen wir uns lebt. Wir werden doch nicht die Einzelnen überleben. Wir haben zwei überlebt. Da war das jetzt ein anderer Vorfall. Der Spiegel hat sie in die Kiste gepackt. Ich bin froh, dass du den Arm noch zwischenbekommen hast. Boah, sie sind ganz verschlossen. Was ist das denn? Nein. Machen wir uns es weiter und gehen. Nein. Nein. Statt mit mir, Aruka. Und selbst sie bringt die Narben durcheinander. Ja gut, bei ihr ist das auch entschuldbar. Soll das heißen bei mir nicht, oder wie? Du bist nicht um ein Haar krumpelt. Sagt wer. Ich ertrinke hier halb in energy. Möge. Möge. Ich hab noch das unendliche Ding als du denkst. Du wirst ja auch nicht viel von den anderen. Es sei denn, du möchtest bei dem Brustkampf jetzt stärker nehmen, was ich vielleicht ansiehen würde. Ja. Ich glaub, sie hat zwei oder drei. Nee, Game Over. Ja. Wirklich total. Hatten wir nicht mehr von den Steinen eigentlich verloren? Ja, aber sie hat ja alle verbraucht in den einen Kampf. Kampf? Ja. Ich dachte nur einen. Nein. Das waren aber nicht alle eigentlich. Doch, wir hatten zwei Steine mit ihr. Und du bist zweimal gestorben. Ich dachte aber, wir hätten mehr als zwei. Nein, wir haben einen mit dem anderen Typen gefunden. Okay. Mit ihr hatten wir nur zwei. Das ist der Reload-Loss-Checkpoint. Ja. Wo ist der Witz da? Failed. Wahrscheinlich da direkt beim Bosskampf. Ach nee, ich will nicht wieder die Hand öffnen. Ich will meinen Bosskampf. Deinen Bosskampf. Aber ich will erst mal... Wie ging es mit Mid-Damage? Wahrscheinlich. Okay. Keine Öhrjädern. Die Erzähnden haben aber immer noch keine gefunden. Ich probiere mal die Eifrechtssäger. Aber wir hatten ja gar keine Möglichkeit, irgendetwas zu finden. Oder das auch zu skippen. Selbst da auf dem Weg dahin war ja... Ich bin auch noch nicht glücklich. Das ist mit einer Kacki. Ja. Also jetzt muss ich noch mal wieder Internetилen. Ja. Ich habe mit bloß die Flanken. Ja. Achtung. Ist das hier runter? und wenn es stärker ist ja war dann lohnt sich das ja gar nicht dann könnte ich genau die schwächeren nehmen und dafür vielmehr abschießen was das war nicht die fälte das macht heute einfach zu sehen viele kommen hat kein bock heute das war es schon ja nicht berühren leider nicht was mit den anderen kisten kann mich gerade ja ich ja das bekennen uns doch nein das ist die freundin von der die sich umgebracht hat ach so ja wie hieß denn noch mal die mit also unsere mentoren praktisch ja auch mit haar irgendwas ja deswegen deswegen habe ich sie auch verwechseln ja deswegen hat sie sich auch zuerst juli genannt weil sie dachte du wärst sie jetzt einfach groß ist locker heißt glaubt schon so das ist doch alles das gleiche er steckt dass es muss Ich will Essen bestellen. Ich muss ja raus. Wie lange ist dieses verdammte Kapitel? Keine Ahnung. Lang. Weißt du, meins war so mega kurz. Ja, das eine war ja auch nur ein Zwischen-Kapitel. Schweben die Treppe hoch. Das ist ein Geist. Okay, ich wollte gerade sagen, dass sie jetzt mitbekommt. Nein. Give me. Erstmal hier ein bisschen viel. Ein bisschen trocken machen. Jetzt haben wir ja aus dem Wasser raus. Okay, das war nur ein Schatz. Darf schon mehr Raum werden. Ich habe gesagt, dass wir zusammen sein würden. Ich kann eine Song hören. Ich kann mich nicht wundern. Ich kann mich nicht wundern. Das ist der Song. Und dann bin ich verraten. So, die ist wieder hier. Sie ist wieder hier. So, natürlich ist sie gleich hier hoch. Die steht jetzt wieder auf der anderen Seeseite. Hä? Okay. Stand doch gerade nicht da, oder? Ja. Zurück mit ihr, weise zurück. Im Namen von Jesus Christus. Oh Gott, nein, bitte nicht. Ich glaube, dann weiche ich sogar zurück. Ja. Wie gesagt, funktioniert doch. Ich glaube, dass es funktioniert bei den falschen. Ja. Ich glaube, dann sitzt du alleine gleich hier bei dem Spiel. Alter, hör doch mal auf, wie es gerade eben für mich zu teleportieren ist. Ich habe noch einen Schnappschuss von mir mit drauf. Aber mit der hast du echt Glück, dass du die ganze Zeit einen coolen Tops machen kannst. Ja. Wie hat sie mich die ganze Zeit so fühlen? Ja. Dann ist sie so, Juri, was machst du da? Man darf ja nie vergessen, die sehen die Geister nicht. Nein, aber die hören sie. Ich habe mich in die Fotos und die hören immer mit der ganze Zeit so, Ah! 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 Gar nicht seltsam. Das ist wieder der Typ. Mhm. Das erkennen wir gut an den Wosen. Was warst du da? Was warst du da? Ich sah das Setzen, Junge. Es war mir in. Ich war ein Teil davon. Ich war ein Teil davon. Als ob ich... ...melt. Was wichtig ist, dass du zurück bist. Miracle, dass du nicht hörst. Das hat mir auch kein Gefühl. Oh! Da ist die Tür. Ein... Ich hör ein Fisch. Die Fisch. Aruka, bitte. Ich versuchte mit einemen Rest, okay? Pass auf. Ja, ja. Mit Glück habe ich mein Handy schon bereit zu legen, falls er hinfällt. Danke. Ja, Fotos zu machen. Genau deswegen. Zuerst machen wir Fotos und dann rufen wir in Krankenwagen. Macht man das Ding immer wieder? Ich glaube wir können auch gleich mal auf die Nachtsichtkammer umschreiten, weil langsam wird es ein bisschen dunkel. Das Kapitel geht immer noch weiter, also ich bitte dich. Ah, du musst jetzt mit dem Typen reden. Ja, aber wo ist er? Hier? Irgendwo. Hallo, Ren? Nein. Ja, ja. Wusste ich doch. You must be having a terrible nightmare. Ich muss aber mit dir reden. Bleibt sie in eine. Berühren. Jetzt kommt eine Geisterhand. Nein, eine Vision. Ein childhood trauma, yay! Ist das das weißhaarige Misch? Ja, genau. Was? Ist das Kapitel jetzt endlich fertig? Sie geht mit Hooper? Ja, natürlich. Ja, weil es ausgerüstet ist. Ich glaube, sie realisiert nicht mal, dass sie einen Hut trägt. Hoffnung, sie hat ihr Kleid nicht an. Ich hätte es aber auch lustig davon, wenn sie das Kleid auch noch angehabt hätte. Na? Ganz eintauchen, klar. Mit den Hut. Bis sie auch gewaschen werden. Das ist ein wasserfester Hut. Ganz ruhig, in so einer Lage, niemals ruhig drehen. Sonst mal braucht man zu viel Sauerstoff rein. Das ist aber sehr kuschelig. Gute Scheiße. Versuch du mal in so einer Lage, ruhig zu bleiben. Gut hat sie noch auch, aber sie hat andere Sachen an. Ja. Würde der anderen auch sagen, sie soll ruhig bleiben. Ja, weil... Da ist ein Hakenkreuz auf den Mund. Nicht nur eins. Ja, Swastikas. Im Original bedeuten sie was anderes. Im Original sind sie aber auch Spiele verkehrt. Ja. Schon. Ja gut, da sind eigentlich beide drauf. Sowohl welche in die eine als auch in die andere Richtung. Ja. The Dream, I need no more, maybe I ask her. Alter. Kapitel, Ende doch bitte. Nächstes Jahr ist das Kapitel vor. Ich glaube, das Spiel hat einfach nur vier Kapitel. So ein, zwei und drei, die alle mega kurz sind. Dann noch zwischendurch so ein Ninja Loot. Und dann vier, das einfach der Rest des Spiels ist. Warte mal, sie ist ja im ersten Zimmer, also hier unten. Oder auch nicht. Jetzt wieder zum Tempel. Wahrscheinlich. Können die nicht wenigstens einen Zettel hinterlassen? Ja. Nicht, wenn du bewessen bist, nein. Diese Geister sind so unhöflich. Ich glaube, wenn du tot bist, interessiert dich Höflichkeit auch nicht mehr. Also ich weiß ja nicht. Sie machen ja immer Türen zu und Schränke und sowas. Also von daher... Ich glaube, das machen sie nicht um höflich zu sein oder einfach nur um grusig zu sein. Nein, das machen sie eindeutig um höflich zu sein. Das ist so scheiße, dass man hier Gesicht nicht sehen kann. Wegen dem Hut. Mit der Kamera wär's noch besser. Fuyuhi. 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 Fuyuhi, das ist besitzt. Fuyuhi. Fuyuhi ist besitzt. Fuyuhi. Fuyuhi ist besitzt wenn sie nach unten zu sein. Ja, sagd dich doch. Das ist alles, was wir gerade gesehen haben. Ja toll, wegen dir haben wir jetzt wieder einen D. Ich reiß's dein Kopf ab. Das ist deine Schuld. Ich reiß's dein Kopf ab. So, die Kostüme. Haben wir irgendwas Neues freigeschaltet? Ich glaub ich kann... Ich weiß nicht, aber sie kennen immer. Neu, da... Oh, da ist er. Oh, können wir ihn auch ein Kleid anziehen? Und wir haben auch noch Miu. Mal sehen, was wir für ihn so haben. Ja, er muss die Kamera. Ich denk's einen haben. Das war's anscheinend schon. Er muss die Kamera tragen. Ich wär für die Kamera. Ja. So sieht er besser aus. Miu. Sollten sie so. Standard-Sachen. Jetzt auch. Blütsig war kein Sandel, aber in nur weiß. Wie sieht das denn aus in weiß? Oh, was noch so da ist. Alter! Hör doch auf, hier die ganze Zeit zu wechseln. Die Steuerung ist echt ein bisschen... Ja. Dein Arm ist mir auch aufgefallen. Wer ist ein Wiebel? Okay, ah, komm. Ich guck mir mal... Sie sieht doch auch ganz nett aus. Auch wenn ich das nicht mehr als Rock im Kino würde, einfach weil... Ja. Ja... Lolita aber, nicht mehr Goff. Ja, gut, aber natürlich. Wann sinds hier einer eigentlich. Ich glaub nicht, wie teuer ist das? Ja. Gucken wir uns das mal an. Uuuuhh! Rocks das Beiß, aber irgendwie passt das zu mir. Niemals so. Die sehen jetzt alle sehr merkwürdig aus. Yes. Dann... Ah, guck mal, da sind wir direkt im Menü. Sehr gut, dann machen wir jetzt erstmal die Essensbestellung und während wir zum Essen warten, werden wir dann wahrscheinlich noch ein Kapitel oder so spielen. Meine Öhrchen. Ich mache auch gleich mal einen Kamerawechsel. Oder? Ja. Anime habe ich nicht gesehen, aber der Manga war geil. Mein Hintergrund ändert sich auch. Echt? Nein. Das hätte er mir gemacht. Ach so, ja, wir haben ein Problem. Ach ja, wir haben kein Internet. Es sind die Stellen ohne Internet. Tja, ich gehe erstmal aufs Klo. Laut meinem Handy sollten wir Internet haben, aber... Nach meinen nicht. Also technisch zu sehen... Nee, also ich habe WLAN komischerweise, aber... Aber guck mal da. Ja, da leuchtet auch die Lampe. Ja, wenn die Lampe leuchtet, kannst du vielleicht WLAN haben, aber es wird nichts laden. Ja, super. Da leuchtet es auch wieder. Super. Da wird die SMS ein bisschen problematisch. Ja. Ich habe jetzt auch kein Highspeed mehr. Ja, Dito. Also ich habe gar kein Datenvolumen. Ja, ich auch nicht. Ich muss mir erstmal wieder... Anfang des nächsten Monats wieder Guthaben holen. Ja. Ja. Ja gut, ich kriege automatisch Anfang des Monats. Ja, ich nicht. Ich muss immer Guthaben zum Aufladen holen. Diesen Monat, glaube ich, gar nicht gemacht, weil ich halt nicht so auch draußen war. Ja, klar. Also halt nicht irgendwie so unterwegs war, wo ich dann unterwegs war. Ja, verständlich. Meine Brau... Da ist es ja auch dann zwachsinnig, dass man es nicht unbedingt braucht. Ja. Ne, wenn du extra das nehmen musst, dann ja. Wie gesagt, bei mir kommt es automatisch. Ja, dann geht es ja. Ah, guck mal. Also ich habe automatisch jeden Monat sechs Gigabyte. Frag dich jetzt bloß, wie lange das Internet dauert. Ja. Genau das. Wir gucken fünf Minuten und dann ist es wieder weg. Joachim. Könnte ich zumindestens mir vorstellen. Hm, hm hm. Hm, hm hm. Ja, ja. Ja, ich habe ja noch ein paar Minuten. Ja, okay, aber das Internet ist immer noch nicht so gut, weil dann nicht das merkt. Da muss man nur kurz bei Instagram reingehen oder so. Dann, wenn die Sachen nicht so richtig laden. Da muss noch von der Toilette wiederkommen, sonst fangen wir kein Essen mehr bis hin. Bis zum nächsten Mal! Schrauben sie? Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen ganz nett Essen bestellen, bevor das Internet wieder weggeht. Ich habe auch das Gefühl, Telekom ist angepisst, wenn ich zu viel Datenvolumen verbrauche am Internet, aber... Ey, wir bezahlen dafür. Ähm, schon schwer eine Bewertung, nach Bewertungen ist es schon einsatziert. Und dann müssen wir es auch schnell machen, bevor das Internet weg ist. Ja. Ich traue den Internet nicht. Me too, me too. Was wollt ihr denn? Pizza, Pasta, Burger... Und was gab es denn da bei Pasta? Gibt es was aviatisches? Ich glaube, bei denen eher weniger. Aber die Asiaten hier in der Nähe sind auch nicht so toll zu bestellen. Ach so, okay. Also die, die hier hinliefern, kannst du eigentlich wieder auch noch gucken. Okay. Okay. Wow. 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 Wir geben uns noch mal Pasta. Hey, wie viel Geld soll ich denn? Du musst. 10. Wie viele, also, wie kannst du mir das hinterher sonst noch über Paypal, über Weisung oder sonst was? Ja. 10. 12. 12. 12. Ich glaube, du willst jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, so eine Familienpizza dir bestellen und alleine essen. Nein. Was möchtest du? Oder hast du jetzt irgendwo Pasta gesehen? Oh, weiß ich nicht. Vielleicht... Gibt es denn irgendwelche Meeresfrüchten? Stimmt. Also die haben hier Black Tiger, da ist... Da ist Garnelen drauf. Ja. Ansonsten... Dabei gibt es ja nicht. Doch, doch. Die hätten auch eine Pizza Asia. Aha. Mit Asia-Sauce. Spicy Chicken Springs. Sehr geil. Aber das ist halt ein bisschen scharf. Okay. Aber das ist von denen richtig gut. Blue Hawaii. Was denn Blue Hawaii? Ich glaube, das mit... Ja, mit Burgonzola. Ah. Achso, ja. Nee, dann nehme ich die Asia Pizza. Normal oder groß oder... Normal. Nicht Familie und Pizza. Nee. So verpressen bin ich dann doch wieder nicht. Obwohl, ich glaube, da kannst du dann eine ganze Woche alleine. Jetzt sind noch irgendwas zusätzlich drauf. Zum Beispiel Knoblauches umsonst. War das, glaub ich, hier oder was? Nee, das war bei Gemüse. Na, was probiert umsonst? Aber ich glaube... Nee. 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 Ansonsten kann man die Pizza auch zum Meerraumteig machen. Das habe ich noch nicht probiert. Aber das ist halt so. Nee. 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 Aber was haben sie denn noch als Desserts? Ja. Was will denn sonst wissen? Du bist ja richtig hierbei. Nee, nee. Ich dir. Ich glaube, hier haben so Ben und Jerrys und von anderen Eisdiele was. Bitch. Aber die sind halt da teuer. Ja. Ist zwar lecker. Aber auf der anderen Seite, wir haben hier auch noch Schokolade. Und noch mehr Kinderbombs. Schokolade. Also... Wenn's hier da rum geht... Ja. Ja. Süßkram haben wir noch ein bisschen. Ja gut, dann bin ich mit Pizza zufrieden. So, und du? Weiß nicht. Die Pasta, das klingt mich da nicht so an. Ich glaub, dann nimm ich irgendwie wieder. Aber mit Knoblauch. Und du spielst ja mit Knoblauch. Du möchtest eine normale, große... Die von letztem Mal. Das war eine große. Echt? Letztem Mal hatte es noch eine große, oder? Ich dachte, eine normale. Normale hätte ich. Normale möchtest du? Aber mit Knoblauch. Den mal Knoblauch. Genau. Den mal Knoblauch. Das ist sowieso voll crazy bei der Seite hier. Weil du halt einfach... Ja, okay. Ja. Nee. Nee. Und es ist kostenlos, Alter. Nee. Gewöhn' ich ne Millionen Mal Knoblauch. Ich dachte, ich würde mich auch so weiter Vampire bekämpfen. Wollen sie auch etwas Pizza zu ihrem Knoblauch? Ich hab nix gegen Vampire. Also... Ich würde... Ich mag aber Knoblauch. Ich sag mal, beim Knoblauch werden die wahrscheinlich egal, wie viel du da anklickst, trotzdem nur einmal drüber packen. Ja, klar. Aber wenn du jetzt bei etwas bezahlten, zum Beispiel, keine Ahnung, du kannst das noch sogar über 99, also du kannst, ich glaub 999 vielleicht... Ach du Scheiße. Ja, weil du jetzt so keine Ahnung, ich mach jetzt so 500 Mal Jalapenos dazu. Und ich bezahl ja dafür. Ich mein, das würde mich wahrscheinlich, keine Ahnung, 800 Euro oder so kosten. Aber wenn ich dafür bezahle, was bringen die mir dann? Ja. Also irgendwann, wenn man mal zu viel Geld hat, einfach mal ausprobieren. Was gibt's noch kostenlos? Was, du? Ja, geht auch. Möchtest du noch scharf drauf? Ja, ein bisschen scharf. Aber ansonsten gibt's halt nur die unterschiedlichen Dingskosten, wo ist die... Ja, einfach Pizza-Pike. Nee, was? Soll ich mit Pizza-Pike? Einmal noch ein paar Mal Pizza-Teil geguckt. Ich möchte einmal 5 Mal Pizza-Teil. Das hatten wir das letzte Mal ausprobiert, aber das ist nicht passiert. Nee. Nee, ich verstehe. So, und welchen nehme ich? Du nimmst 20 Mal Pizza-Teil? Ich glaube, ich nehme mal die Antalya. Plus 20 Mal Pizza-Teil. Ein bisschen probiert. Aber das ist ein Gemüse. Ich weiß nicht, warum das bei Gemüse ist, weil... Im Endeffekt ist es eine Soße. Da können wir auch Öl da drauf. Ja, ich brauch's nicht in den Schaden. Ich hab meine Oma Reutel nix. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Halt. Ich bin doch nicht zu schnell. Ich fange zu. Ach, Gute Nacht. Das ist alles. Ganz hart und schön glücklich. Sieht gut aus. Und jetzt ist sie ja auch klar. Ja, das ist halt immer was anderes. Nice. So. Ähm. Ich glaube... genug. Du wolltest auch um 10 Euro scheinen, ne? Ja, genau. Dann würde ich dir schon mal 2 Euro geben. Ja. Wie viele waren es immer genau? Äh, bei dir 8 Euro und 90. Aber gib mir ab die 10 und passt das. Ja, okay. Oh, hier nicht gleich. Ach, schön. Dann... Ich geh zu. Jo, ich will noch 5.2 Euro. Und dann... Und dann... Wenn ich nicht mehr in die Hand oder so. Irgend hier bei dem Schwachen nicht irgendwas erfinden würde. Ich muss gleich auch mein Handy irgendwo einstecken. Stellt da so ein Kabel, da hängt glaube ich auch noch irgendwo Kabel. Ja, auf deiner Seite müsste auch ein Kabel sein, weil das Kabel werde ich gleich brauchen. Perfekt. Äh... Ja, notfalls ein Kabel habe ich dabei. Ich bräuchte da nur einen Stecker. Ist da wahrscheinlich auch. Nöder ist eigentlich ein Stecker mit Kabel. Das ist das. Das ist wahrscheinlich alles. Ich dachte, dass es jetzt so passt. 50, 30... Wunderbar. Das ist meine Arzt. Ich muss schon mal vorher fahren in die... Oh Gott. Oh Gott. Das einzige Problem ist, das Internet ist jetzt wieder weg. Ich hoffe mal, dass die Bestellung noch durchgegangen ist. Wenn nicht, geht die noch halt gleich. Und jetzt kommt's. Wir warten dann drei bis vier Stunden. Denken, wir haben uns vergessen und dann ist das Internet einfach weg gewesen. Ich würde mich nicht wundern. Ach ne. Das ist... Der bringt mir ja gar nichts, der Stecker. War der nicht eingesteckt oder was? Neee. Ich... Das ist... So ein Stecker. Der passt weder von der einen noch von der anderen Seite. Okay. Ich habe... Ich bräuchte nämlich entweder einen Stecker für USB. Oder ein kompletter Ding mit so einem Mikro. Ach so, USB. Deswegen... Ah, bin ich jetzt gerade am rufen, aber... Und nicht danach aus, dass hier was... Weil sonst musst du es an der Steckdose anschließen. Nee, das ist auch der Falsche. Nee. So, Internet ist wieder da. Bestellung ist abgeschickt. Das ist sehr gut. Perfekt. Und dann... Sind wir auch wieder live? Ja, wie viele Minuten denn? Ja, aber ich kann jetzt erstmal die Zeit nutzen. Wie gesagt, für... Also der Stream ist sowieso den ganzen Zeit im Arsch. Aber ich habe eh keine Zuschauer. Deswegen gibt es auch niemanden, der so beschweren könnte. Und für die Leute, die es interessiert, haben wir immer noch das YouTube-Video. Licht. Ja. Yikes. Ich glaube, ich zerfalle. Bei Licht. Kamera raus. Wiedersehen-Bild. Und alle diese Bevölkerung. Mal mal absticken. Kümmer hier rein. Die Wildkammer war starb. Wir filmen jetzt das Wild. Mag pourrait- W Silber boundaries. Sempre! Den habe ich irgendwann mal irgendwann gesehen. Das ist cute. Da war er, glaube ich, mal krank und dann habe ich ihn gemeldet. Cute. So schick. So schick. Ja, dann verbind dich mal. Leider muss sie den mal nicht essen. Nee, leider nicht. Die zwei Masken musst du auch noch aufhängen, wenn du schon alle Masken hängen hast. Ja, das Problem war nur, die aufzuhängen. Aber die eine hat sich auch das letzte Mal an Halloween getragen und die andere ist halt halt kaputt. Ja. Unextrem verstaubt. Ja, weil die hier die ganzen... Ich habe die hier liegen zum Aufhängen, aber das Problem ist, da muss ich erstmal irgendwie eine andere Befestigung machen. Weg, du geh wieder an, hier bitte mit deinem Wackelkontakt. Und dann... Ist das SilenceCat eine Spardose? Ja, die habe ich aber auch schon gemeldet. Lol. Und da oben ist sowieso alles verstaubt, also da muss man aufpassen. Genau. Wenn du irgendwas drin berührst, dann nimmt man sich auf keinen Bockstaubkommission, weil einfach... Es ist alles voll. Aber das kann man auch verstehen. Ich habe auch bei mir so viele Figuren... Das ist genauso wie meine Vitrine, da siehst du auch die Staubschicken. Das ist aber einfach, weil da so viel Kram drin liegt. Aber hat eigentlich so ein Dings, auch sonst taub... Wie heißt die nochmal? Ich kann Renn von Ramm nicht interessieren. Ramm? Ja, wen meinst du denn? Ja, die Blauhaarige, die da steht. Das ist Renn. Ja, jetzt ist auch sonst taub. Das stimmt. Das sieht man noch nicht so gut, aber ja. So, Kamera starten. Kamera aktivieren. Du brauchst ihre Spez beeinflusst. Hier hin. Wir sind zu sehen. Wenn ich jetzt Licht ausmache, werden die wahrscheinlich auch... Ja. Passt. Ich gehe. Puff! Es ist gerade so dunkel genug, dass die Nachtsicht aktiviert. Die einzige Sache... Ich gehe auch nicht hin. Wie ich jetzt noch machen muss, ist hier alles ein bisschen verzögern, weil... Das ist leer. Da ist noch was drin. Verbrennerverzüge drin. Hier. Ah. Verbrennerverzüge drin. Hier. Und hier. Wie viel... Was ich... Witzig fand, wo ich nach Müller gearbeitet hab, da hab ich eine DVD gesehen von Simon's Cat für ich glaube 10 Euro oder so. Wo einfach die ganzen Clips von YouTube auf DVD sind. Wo ich mir denke, warum soll man sich das kaufen? Warum nicht? Ja, aber man kann's doch kostenlos auf YouTube gucken. Ah, du kannst auch Musik kostenlos auf YouTube hören. Warum gibt's Spotify? Ja. Ja. Ich lade mir die Musik einfach runter. Pssst. Natürlich nur auf legalen Quellen, wo man sie vorher gekauft haben muss, digital. Natürlich. Na. Dann... Das kann ich unterlegen. Das kann ich unterlegen. Das kann ich unterlegen. Sehr gut. Sehr schön. Dann... Nom nom. Viel Spaß. Danke. Okay. Load Game. Ah. Und da ist schon direkt unsere... Macher weg? Wait a minute. Ich darf's anscheinend runterlegen. Ich darf's anscheinend runterlegen. Auch gut. Dann legen wir's halt nicht runter. Dann bleibt's halt auf. Ja, das ist auch nicht klar so. Ist mir auch recht. Ich darf die Winsch. Was? Hm. 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 Ich will euch eben kaufen. Wollen wir irgendwas zu kaufen, ey, oder? Das ist nicht die... Zeitenglanz. Die Linsen, die erlaubst du dir zu experience spiritual phenomena. Was heißt hier für eine Linse? Ja, weil... Brauchen wir davon mehr als eine? Ja, weil... Nee, nee, nee. Es ist halt nur... Ja, aber wir können die doch auch so sehen. Nimm sie mit. Ja, ich ne... Genau, ich nehm... Ups. Nehm sie... Ja, du kannst so und dann einfach auch Start Episode machen. Hä? Hab ich jetzt? Nee, nee. Warte, was... Was hab ich gemacht? Hä? Noch mal A. A. Noch mal. A. So. Und jetzt? Jetzt hast du noch einen Film hin zugefügt. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Aber ist eigentlich auch egal. Start Episode. Ja. Genau so. Jetzt. Dann fällt aus. Ah, wir spielen wieder den Tüdli. Du darfst leben! In the course of their investigation, Ren and Rui learn of Keiji Watarai, a folklorist who settled on Mount Hikami. His writings are certain to be a treasure trove of information about the mountain and its peculiar folklore. Ren and Rui happen across a video... Happen? Happen across a videotape that may just indicate the way to Batari's residence. Ich hab irgendwie das Gefühl, da hat ein Wort gefehlt. Ich brauch einmal meinen Kopf. Okay, hier. Mein Kopfhörer. Ach, das sieht so toll aus. Ich sag ja, wir brauchen jetzt keine Kamera mehr. Wir sind die Kamera! Das irritiert mich so sehr. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich sehe da nichts, was ungewöhnlich wäre. Hast du nicht auch irgendeine Kamera auf dem Kopf? Ah, nee. Als hätte ich der nur als Halloween-Kostüm. Einfach so ne Kamera. Kannst hier eine basteln. Ich glaub, das schaff ich nicht mehr. Für dieses Jahr nicht, aber für nächstes. Ja, bestimmt. Jetzt musst du übrigens wieder den Dings aufmachen, weil ich das nicht mehr hab. Mein Handy ist jetzt unsere Kamera. Ach so! Du wolltest schon sagen, hä? Was soll ich aufmachen? Ich dachte, das ist dann irgendwas Zweideutiges oder so. Natürlich! Ja, live! Du musst jetzt leider deine Beine aufmachen, weil ich kann's nicht mehr. Ja. Das ist so, wir müssen ja irgendwie Zuschauer rankriegen, ne? Also... Aber das Internet ist immer noch scheiße. Ich krieg das gar nicht auf. Das wird bei mir 100 Jahre überhaupt hier. Ah! Ja, ist ja auch gerade wieder ausgegangen. Na, dann. Na ja. Gut, dann machen wir halt einen einzigen Stream für YouTube. Ja. YouTube Special! Yay! So dramatisch auch nicht. Ich sag ja, ich hab ja sowieso keine Stream-Zuschauer. Was hast du noch für Getränke? Außer nur der Teufel, der manchmal reinschneit. Wir haben noch die... Wir haben noch die... Wir haben hier noch... Wir haben einen Flying Power mit Pfirsich-Vanille. Wir haben einen Red Bull mit... Äh... Eist Vanilla. Wir haben ein normales Monster. Und wir haben noch die zuckerfreien Monster, die drüber stehen. Ich würde da drüber stehen. Okay, ich trinke Dr. Pfeffer. Ich mag Dr. Pfeffer. Ja. Das Getränk der Intellektuellen. Und Auserwählten. Ich fotografiere das mal für Lilly. Die liebt nämlich auch Dr. Pfeffer. Ist die einzige Dose? Ja! Das reicht schon, um sie zu ärgern. Sie liebt Dr. Pfeffer. Und jetzt trinke ich es. Ja. Ich habe so einen Ball hinter mir. Warte mal... Ist das gerade noch eine Cutscene oder läuft's? Nee, das ist eine Cutscene. Ist ganz schön lachbar. Ja. Das ist ja dieses Videotape. Was wir uns angucken. Das restliche ist viel. Besteht jetzt nur noch aus Cutscene. Nächstes Jahr gucke ich echt mal, ob ich The Grudge and The Calling auf die Dings setze. Ja. 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 Wo ist das Telefon? Ja. 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 Der zweite Ding zeigt auf DAS da, was am Boden liegt. Ah. Dann würde ich sagen, ist das Telefon wahrscheinlich in einem anderen Raum. Ja. Vermutlich. Aber erstmal das. Als echt keiner hier ist. So, ja gut. Vielleicht auf YouTube jemand. Was war das denn? Von den ganzen drei Zuschauern, die ich auf YouTube habe, wird es sich bestimmt keiner lieblichsten. Hä? Ja, da ist das Telefon, da auf dem Schrank neben der Tür. Da. Es leuchtet. Ja, weil jemand anruft. Ja, genau. So benutze ich auch immer ein Telefon. Mit dem Tamaracop. Kazuya. Die Katze registriert nicht diese Collecting-Outfits. Hör, was ich dir vorhin gesagt habe. Ich bin ein bescheidener Freund. Was? Du bist? Ja. Das ist... wow. Ich habe eine WhatsApp-Logge bekommen. Von wen bloß? Und... Wer ist die glückliche Bride? Anyone, die ich weiß? Ein Geist. Seitdem ich unsere Bildung sah. Will du mit mir sterben? Was ist das denn? Das ist der Imperator. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn im Spiegel? Habt ihr das gesehen? Der Spiegel hat sich bewegt. Der Spiegel hat sich bewegt. Der Spiegel hat sich bewegt. Sie hat auch nichts im Outfit zu sagen. Wie gesagt, das wird zum Spiel nicht anerkannt. Ich weiß gar nicht was ihr habt. So läuft man doch immer rum. Warte, war da... Ich glaube, war da und richtig weiße Pfeile? Nee, oder? Nee. Also wenn wir da rüber auf die andere Insel kommen, sind da bestimmt wieder Collectibles, aber... Ja, nee. Ist halt die Frage, ob wir so rumlaufen wollen. Nee. Es wird auch schon angezeigt, wie häufig das Internet weg war. Anhand jedes Mal des Schriftzuges, wann wir wieder dem Chat beigetreten sind. Das ist... Das ist schon über 10 Mal. Ja. Fail. In den letzten 5 Minuten? Nee. Du glaubst doch nicht, dass wir so häufig Internet hatten. Ja. Aber wir können froh sein, dass wir überhaupt Essen nicht stellen konnten. Ja. Es ist jetzt schon irgendwie immer wieder da. Große Hütte. Ja, mal wieder. Alles klar. Das heißt erstmal irgendwas erledigen. Brenny, you're going the wrong way. Okay. Ja. Ach, okay. Potenzial für Thumbnails. Die sehen einfach gar nicht. Mhm. Die Kamera blockiert den Katzen. Definitiv. Die. 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 Gelächter? Schickel. Don't talk to me bitch! Nicht beruhend. roses. Ein Mann, am Ende. Wer ist ein Mann? Sind Sie nicht? Hm, eigentlich nicht, oder? Ich bin eine Mädchen. Lieber. Ich bin. Wir sehen. In der Nacht. Lasst uns spielen. Aber sie hat keine Kamera. This is an effigy of you. No. I'll make you into an effigy. Oh, es wartet auf einem Ehemann. Guck mich über diese Kamera auf. So total die ernste Szene. Cut! Und dann steht da so ein Typ mit so einer Kamera rein. Das ist so dumm. Ich finde es hart, dass wir ihm nicht ein Kleid anziehen konnten. Playtime. You're the groom. Now find your bride. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Die Geister sich verwandeln. Sie machen nur Probleme. Schon wieder macht mir die Tür zu. Ich weiß nicht, ob wir da runter gehen sollten. Keine Ahnung, ich gehe einfach mal. Hätten wir uns nicht die Klappe angucken können? Die Dingsklappe? Keine Ahnung. Das ist so dumm. Ich glaube, es wird jetzt gleich wieder die Olle die ganze Zeit spawnen. Aber da sind auch sehr viele Items. Ja, und wir können sie ja ignorieren. Das ist wohl wahr. Das ist so dumm. Hat ja auch bei mir. Dedeedeedeedeede. Achso, das ist einfach. Irgendwie kann man das jetzt nicht mehr ernst nehmen, seitdem er den Kamerakop hat. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist alles völlig normal. Außerdem ist es halt nur schlimm, wenn es irgendwelche ernsten Zehen sind. Gerade. Oh, ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich wieder zurückgegangen bin. Ja, bist du. Oh, okay. Egal, dann guck ich das mal. Ich dachte, das war der Plan. Nee, eigentlich. Ansonsten hätte ich was gesagt. Eigentlich nicht. Und das ist auch nicht der Plan. Und du wolltest, glaubst, wenn wir einen einbauen, ne? Ja, eigentlich. Eigentlich wollte ich einmal durch das Wasser in den anderen, auf die andere Seite. Aber wenn ich eh schon hier bin, ungeplant, dann kann ich mir auch die Klappe ansehen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und man hat nichts gesehen. Ja, aber wie war er da? Ja. Das Problem ist, letztes Mal war das, als wir durchs Wasser gegangen sind, da war die Tür halt verschlossen. Ja. Und genau das war das Problem. Ja. Und jetzt wird sie wahrscheinlich offen. Ja, das kann sein. Weil wir da nicht mit Dings hin mussten, sondern mit ihm. Nee, wir sind ja da rausgekommen am Ende. Ach so. Ja, gut. Ach, ich habe doch ein Spatzengedächtnis. Das haben wir doch gut angekündigt. Ah, nächster Monat wird so geil. Erstmal nächste Woche Frühschicht, okay. Kann ich noch überleben. Aber danach eine Woche Urlaub, eine Woche Arbeit, zwei Wochen Urlaub. Das ist doch echt geil. Mhm. Na. Ich glaube, da kommst du nur von der anderen Seite dran. Dann. Ich glaube, das solltest du da sein. Ja. Ja. Perfekt. Mit ihm hatten wir ja noch keinen. Nee. Hä? Dann noch was? Ja, da kommst du nur von der anderen Seite dran, glaube ich. Ach so, ja. Ja, das ist von der anderen Seite. Aber da hat noch irgendwas geleuchtet. Und wo da? Ja, da. Und das ist da. Das ist schon die richtige Seite. Ja? Ja. 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 Keiner von. Nee. Er ist hier im Jumbi-Gehinder anscheinend. Okay. Vielleicht stehen die Hände nur auf Frauen. Ja. Ich sehe nichts. Außer auch nichts. Geh nur was zum Lesen. Aber jetzt... Woh, woh lang jetzt? Hinter dir. Da bist du hergekommen. Mhm. Also da nach rechts. Oh, der Geist ist tatsächlich so krumm. Ja. Ja. Ja, das perfekte Outfit. Einfach mit einem Weizenanzug durch dreckiges Wasser. Ja. Und... Oh, sie geht tatsächlich auf. Ja. Es geht irgendwo was. Das ist mein... Da ist die Tür. Ist da irgendwas. In der Kuche. In der Kuche. Da kommen wir jetzt zu dem Raum, wo wir letztes Mal nicht durch kamen. Ja. Dann gucke ich erstmal ein Schieger. Und da gehts noch draußen, oder? Ne, das ist einfach nur ein Schlankwinterpumpe. Auch gut. Ja, da gehts tatsächlich noch vorbei. Nein. Check. Ja. Aber da kannst du anscheinend irgendwas fotografieren. Ja. Ja. Ich glaube, das ist aber draußen. Ne, du schießt einfach genau daraus. das ist es. Ah, nein. Falscher Knopf. So, jetzt habe ich es perfekt ausgewählt. Und jetzt wieder zu machen. Jetzt erst mal die Kamera. Das ist doch richtig so. So muss man es machen. Es bleibt aber so gut, oder? Ja. Phantom Expose! Oh, nur ein ganzer Mensch! Voll normal. Okay, jetzt müssen wir wieder zum Schreien. Jetzt fängst du auch schon an. Jetzt fängst du auch schon an. Doch nicht! Nein! Direkt wie auf Bottos! Jetzt muss man doch die Umgebung kennen! Wo wäre ich jetzt wieder hier? Wollte ich nicht. Da wollte ich. Das braucht uns Alarm. Und Schrank! Nee. Hä? Willst du zurück, oder willst du weiter erkunden? Ähm... Erkunden! Dann musst du da lang. Wenn's denn auch geht. Ja. Da kamen wir nämlich letztes Mal auch nicht früh. Und das ist wieder in diesem Pool. Ich bin aber auch... W- 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 J- 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 Oh Gott! Was wir aber gleich mal gucken könnten wäre, ob er auch andere Linsen hat. Ja. Eine auf den Kopf. Wo bist du? Wo bist du? Nein 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 Mensch, Rui, hilf doch mal, mach mal was. Ich hab sich nur auch gut traumatisiert. Ich frage mich, ob das auch mehr Schaden macht, wenn man sie pack schmizografiert, weil sie auch einen Kunt hat. Ja, ich frage mich jetzt mal Geld ab, bitte. Overkill. Kann ich dich anfassen? Ja, vielleicht, aber so nicht. Erstmal noch ein paar Fotos verschwinden. Da bist du hergekommen. Ja, da hat doch irgendwo noch was geleuchtet, oder bin ich doof? Kann sein? Kamera? Ah, was mache ich? Fotos. Ja, wollte ich nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Ich wollte das und... Ich glaube, das was geleuchtet hat da in dem Raum war das Geister-Event, aber die war ja mega schnell weg. Ja. Ja. Und hier ist ordentlich. Gut. Gut, gut. Konntest halt höchstens gucken wegen der Lens, ob er da wie ein anderer hat. Ja. Wir hatten doch eine gekauft. Ja, genau. Renskamera hier. Ah. Ah. Moment. Was sind denn die Sachen beim Filmen? Wir haben anscheinend gar keine Lenses. Hä, wir haben doch eine gekauft. Ach, Mann. Ja, das ist vielleicht nur bei der anderen Kamera. Ja, komm. Enhancement. Gut, dafür haben wir eh nicht genug Punkte. Also zumindest für nichts, was sinnvoll ist. Ah. Okay, dann nicht. Rensfindet ist wieder weg. Okay. Dann ist das wahrscheinlich nur... Oder bei Eiter. Weil bei ihm ist es ja nicht mal die... Ja, da sind sie. Aber ich glaube nicht, dass du die von da ausrüsten kannst. Also die waren gerade da irgendwo. Ich glaube aber nicht bei Items. Und gerade bei Collection glaube ich, da wurde es... Nee, bei Togent. Nee, wo war es denn? Nee, bei Togent kann es nicht sein. Ich habe doch gerade irgendwo gelesen. Bei Collection. Das war nicht bei Items. Auch da. Nee, da ist die Psyche mit Lens, aber die kannst du noch nicht ausrüsten. Aber nein, die anderen Lenses wurden noch irgendwo angezeigt. Aber ich glaube, die ist halt wirklich einfach nur für Yuris Kamera. Keine Ahnung. Weil bei ihm hast du ja nicht mal den Reiter mit Lenses. Ja, stimmt. Das einzige, was wir vielleicht machen könnten, wäre bei der Kamera die Linse mit den Vierfachdings rauszunehmen, weil ich glaube, die verwenden wir eh nie. Ja. Und dann machst du nicht... Also dann verschwenden wir halt nicht die Fotos. Ja. Ich frage es, wie machen wir das? Du wählst die Kamera aus. Also nicht da, sondern äh... Äh... Warte. Ich meine einfach die Kamera... Ja, ja, ja. Okay, ja. Äh... Das hier ist so. Im Steuerkreuz nach oben. Oh, da ist doch ein Ding. Ähm... Ja, ja. Aber wir können halt... Also ich glaube, das ist halt einfach nur, wenn du halt... Wie wir jetzt nicht die vier Fotos machen willst. Weil wir die ganze Zeit auf die Taste kommen. Ja. Alright. Okay, ähm... Äh... Wenn du zum doll willst, dann zurück. Ja. Oder nach links. Ja, warte. Ja. Genau. Ah, so. Hey. Müssen wir jetzt noch mal gegen sie kämpfen? Ja... Weil sie ihn jetzt als Ehemann ausgewählt hat. Die Frau. Auf einmal auch, du bist noch Frau. Das kann sowieso keiner erkennen mit der Kamera. Mhm. Ja, aber nach Stimme. Ich bin eine Frau. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh mein Tolkien. Ich bin... ... 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 Diese Kamera. Die zerstört die Atmosphäre komplett. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich finde, sie gibt der ganzen Atmosphäre einen schönen Touch an Humor. Ich weiß nicht, was ihr meint, das soll ein Horrorspiel sein. Ich dachte, wir spielen hier eine Comedy. Durch diese Kamera auf dem Kopf ist es eine Comedy. Ah, Mist. Links ist ein Item. Ich sehe es nicht, aber du konntest es aufheben. Ich bin da, wie sie da am Rand konntest und gerade ein Pick-up machen. Aber da ist es. Da ist es. Boah. So. Ah, so viele Wege. So, da, wo? Batsch. Sag ja, wir sind die Geister. Wir können nicht durch die Dinger durch. Oder? Also, das würde wahrscheinlich angezeigt werden, oder? Ja, müsste eigentlich. Also, ich dachte mir, bei der Kiste, weil die da so... Ja, ja. Ja, ich... Wo ist die denn? Hinter dir. Hier rechts. Jetzt habe ich auf den Überblick verloren. Das wird angezeigt, nur mal. Gön positioniert. Niemand fragt sich, was da drin ist. Die steht halt einfach da. Wir machen wieder den Bartikraut. Hm. Hm. Ja. Ja. Ah, der gute Gang hier. Krass. Freit nach Kampfs. Ja, können wir gar nicht angucken. Ah, wir müssen irgendwas triggern und dann... Da, glaube ich, auch einer an der Kiste... Ja. Ja, das blockt. Aber wir können mit der Kamera drauf machen. Ja. Ja. Die ist jetzt in den Weg gestillend, ey. Sie steht hier halb im Weg, aber... Okay, merkt euch dieses Bild. Der ist die Bühne mit dem... Mit dem Tunnel im Hintergrund. Also genau die da. Ne, die rechts von dir. Also entweder ist es hier, aber aus einem anderen Winkel. Aber ich glaube, es ist eher die, die direkt hinter dir jetzt steht. Okay. Die steht jetzt direkt hinter einer. Ja. Da. Aber es ist auch nicht der Tunnel, sondern der, wo du reingekrochen bist. Also da, hinter dir ist der Tunnel eingegangen. Du bist auf der falschen Seite. Der ist doch gar kein Tunnel. Ach da. Ach da. Das heißt... Da bist du da. Entweder die oder die links daneben. Eine von den beiden. Ich würde eigentlich eher sagen, die. Ja. Ich muss auch gar nicht mit der Kamera. Ich muss dann auch einfach so mit interagieren. Weil da ist ja auch nichts zum Anvisieren. Ja. Hm. Das ist schön. Und dann vielleicht doch die links daneben? Weg einfach alle ab. Das muss ja auf jeden Fall eine sein, die du auf den Tunnel eingangs richten kannst. Ich glaube, die hatten wir noch nicht, oder? Die hatten wir schon, aber... Die einzige, die wir noch nicht hatten, ist die ganz hinten an der Ecke. Also da hinten am Funde. Hier nicht. Die hier rechts. Jetzt am Ende. Und da steht auch noch eine. Die noch nicht. Die hat es jetzt bei uns ver... Also jetzt am dritten. Ah. Die hinter dir. Die da, ja. Hä? Oh, jetzt neu. Also vielleicht doch eine von den beiden mit dem Foto? Vielleicht hat man noch nicht den richtigen Winkel. Guck dir das Foto nochmal an. Ah. Opsana. Es war bei... Äh... Items and Redcards auf jeden Fall. Und dann glaube ich bei... Tokens? Nodes. Oh, nee. Bei Tokens. Ja, da. Äh. Ja, weiß ich nicht da. Ah, super. Ja. 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 Ähm. Dann hatte ich den von mir gar nichts. Ah. Ah. Okay. Eine Box. Ah. Ah. Okay. I see. Okay. Der Tunnel muss da sein. Den sieht man ja auf dem Bild auch. Ja, der muss auf links von mir, äh, rechts von mir sein und links muss die Box sein. Und nicht umgekehrt. Das heißt, ich muss gerade mich ausrichten. Da ist der Tunnel. Das heißt, die Box öffnet sich und ich muss diese Box sehen. Ich muss aus diesem Winkel hier ungefähr fotografieren. Ja, wir hatten den falschen Winkel. Das muss so sein ungefähr. Ja. Ja, aber da leuchtet es halt nichts. Ja. Bei der Puppe zum Beispiel, die wir fotografieren mussten, haben wir auch den falschen Winkel. Jetzt steht die Pante da im Weg. Ja. Ich hab doch nicht daran, dass das was erinnert. Weil du musst ja auf jeden Fall was zum Anvisieren haben. Ja, eigentlich schon, aber das ist auf jeden Fall, weil, weil die... Also den Tunnel hat man auf jeden Fall auch im Bild gesehen. Ja, und die Box da, die öffnet sich. Die Frage ist bloß wie oder was man da jetzt genau angesehen muss. Ja. Ja, da bin ich auch gerade überfragt. In jedem Fall. Oder... Ups, das Armband. Das Armband. Die Armband. Es wird niemals nicht lustig sein. Danke. Danke. Der Tunnel muss da sein. Da die Bock, oder? Wo muss das so was hin? Ja? Das wird ja auch bei der anderen Buchsen sein, weil man sieht ja auf dem Foto, wenn die andere Bock sind hinterlohn. Ja. Ich bin überfordert. Oder müssen wir einfach durch den Tunnel? Meinst du auf der anderen Seite? Ja. Also... Versuch einfach. Habe ich auch gedacht, aber da stand eigentlich gerade noch keine Box. Auf jeden Fall kommen wir da durch. Ja, einfach mal versuchen. Und gucken, was passiert. Ja, ist ne Box aber das ist kein viertelig von Foto. Okay, auf jeden Fall haben wir einen Geist getriggert. Nein, 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 nein. Da konnten wir den Geist aber so in einem Ausniff drücken. Das war auch sein Tag. Genau. Das ist auf Damage. Ja. Ja, ein bisschen auch nicht mehr. Nope. Doch, mit ihm haben wir noch zwei. Aber wir wollen sie ja nicht unbedingt passen. Ja. Ja, das meine ich halt mit Nope. Das wäre unnötig. Äh... Eich doch. Natürlich, direkt. Lass mich doch, das war unfair. Oh mein Gott. Wozu habe ich mich gerade noch mal geheilt? Damit du schierst. Ja. Du musst übrigens nicht purifien, weil... Ja. Ja. Wenn ich den hier mal raus... Ja. Ja. Jetzt hat sich erledigt. Ich kann aber noch einschreiben. Ich muss hier raus, ey. Von hier. Wie ist das gegräbt? Wenn es auf dem Leben nervt mich, darauf an die Pated Frame zu achten. Vor allem... ... da haben wir halt auch absolut nie... Zero Chance da raus zu kommen. Kommt, wenn ich raus... Du brauchst bei dir nicht warten, weil ich sonst... Ja, ja, bringt nix. Ey, ich hab die ganze Zeit auf Fatal Train gehofft, aber bringt nix bei dir. Ja, immerhin. Ah, Gott. Kannst du da so speichern? Ja, ich glaub nicht, das speichert automatisch. Ne, wenn auf... Nicht Gabo Start... Ja, ich wollte mich purifyen. Achso. Ja gut, das bringt ja jetzt nix, weil du wirst gleich wieder durchs Wasser durchgehen. Achso, ja. Gut. Okay, wo könnte man speichern? Gegenüber von Start. Ach, so nett. Auf der Seite ist alles der Knopf. Äh... Reload Last Checkpoint... Ne... Weil ich weiß jetzt halt auch nicht... Der speichert halt automatisch, aber... Ich glaub... Also ich glaub, wenn wir jetzt das beenden... Wird's hoffentlich... Was war das denn da? Ops, wo bin ich denn jetzt? Bei irgendwelchen Optionen... Oh... Der letzte Checkpoint dürfte ja eigentlich nicht so weit weg sein, oder? Ja, ich hab keine Ahnung wo der letzte... Wahrscheinlich irgendwo in den Haus, oder? Nee, danach schon. Wird irgendwo da in der Höhle sein, hoffentlich. Definitiv in der Höhle. Ja... Sonst würd ich sagen, essen wir erstmal... Sonst wird nämlich gleich die Pizza kalt. Und dann würd ich halt zum... Äh... Observation Beauty wechseln. Äh... Mach du. Ja, dann brauchst du nur noch Spielebild. Ich bitte gut das Game. Äh... Ups. Andere Seite? Ah... Naja... Da... Kann mir auch gut gehen. Bis... So... Wird schon nicht so weit weg sein. Hoffentlich... Und jetzt... Und dann auch, dann ist mir ja was zu tun. Ja. Oder auch nicht. So... Naja, so lange bin ich ganz von vorne anfangen müssen. Nääää... Das ist immerhin nicht. das wäre ein desaster so war aber kurz die zeit wieder weg kann ganz schnell wie ich glaube ich habe immer die Klappe von dem Muffin, Muffin, Donut dann Observation Unity mal 7 fertig ja also der Pizza hat ja auch Ananas, das ist geil Observation Unity Cool fish mit Snowblow ich hätte schon mal hier auf irgendetwas runter zu laden, weil jetzt hier zum Beispiel ja, das ist ja ich bin mit dir gewissen, ich hab mich nicht Lord hast du ähm der Lecker? mh ja dieses Observation Ding macht auch so süchtig ja das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja ja so und so ist mein Handy aus dann nimm's ab für Toko so also das was war denn die Demo-Version die Demo-Version war das also kannst du dir gerne mal eins von den anderen aussuchen die kennen wir auch noch nicht hm hm Spa gehen wir direkt in den Spa ich könnte einen Spa, der echt gebrauchen Attention Employee, ja das kennen wir ja wir müssen ja so, wer macht den Anfang? Pflanzen, die sind alle rechts ist Frau, links ist Mann und Pflanzen sind alle relativ symmetrisch aufgestellt ach du Scheiße oh Gott ich bin raus diese Kamera das ist der Raum, der gefällt mir schon mal gut jeiks das ist ganz übersichtlich das ist ganz übersichtlich obwohl hier die kleineren, aber dann auch immer ja, aber das ist übersichtlicher als der davor hm das ist die andere Seite? Ne, das ist ein anderer Pool aber auch recht übersichtlich ja ja das ist ein anderer Pool ok Cold Pool und das ist der Main Pool ok die Waterslide achso, ich sollte vielleicht auch noch ähm ja gut sonst sieht der Stream nämlich nix und wo ist der Hot Pool? die Sauna ja geht auch noch von den Sachen her mhm also das Einzige ist halt wirklich die Umkleide ja, das war die Hölle mhm ja ok dann ja 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 ok dann ja eine Pizza fällt auseinander ja ich sag ja der Oktober ist heute sehr wasserlastig mhm Ja, das war schon so. Das war einfach ein Loch? Ja. Alle Wasserrutschen enden auch immer in einem Loch. Und wie liegt da eigentlich jemand? Wo? In der unteren rechten Ecke. Hier sind Pflanzen und zwei Stühle. Ja. Das sieht aus, als würde da jemand liegen. Das ist doch das Schatten. Oder haben wir schon eins hatten? Obwohl, den haben wir, glaube ich, alle so oder so. Was? Ja, dass wir ein bisschen bekloppt sind. War der schon vorher so groß der Gang? Ich glaube so, ich weiß es nicht. Sieht glücklich aus, weil der nicht so groß ist. Ja. Ich stelle jetzt alles in Frage. Kann ich nachvollziehen? Die Kamera war echt geschenkt. Ja, aber alles andere in dem Raum hier... Nee. Haben hier denn vorher schon so drei Dinge? Ja. Das auf jeden Fall. Ich würde es lustig finden, wenn da einfach einer in die Wasserrutsche runterrutscht. Ja, wenn er das tut, dann wird er danach weg. Auf ewig. War in der Sauna dieses Loch? Ja. Ja. Das ist so Wasser. Ja. Ich dachte euch, irgendwann werden sich wahrscheinlich auch die beiden hier austauschen. Ja, aber dann wird es das gleiche sein. Hier kann sich auch schon wieder irgendwas verändert haben. Ich wüsste es nicht. Nee. Nee. Jetzt. Ja. Nein, das war vorher auch. Man rutscht ins Licht. Besser als in ewige Dunkelheit. Ja. Ich frage mich, wie werden die alle mal hingefixt? Das sind eigentlich nur Kamerafehler. Mhm. Ich habe jetzt ganz kurz ein Spezialteam reingefickt. Das ist immer noch keiner, der rutscht. Nee. Ich wundere noch so sehr, dass dieser Gang vergrößer ist als der andere. Ich habe mich nicht verändert. Ich glaube, das war es dann immer so. Ich glaube auch. Aber das andere rote Bild. Das war auch so. Ja? War es auch so? Okay. Das war auch so. Ja? Ja. Ja. Da muss mich keiner nachfragen, nach diesem Raum. Ja. Ja. Das ist normal. Normal Wind. Im Main Pool. Da wollte wohl jemand das Wellenbad. Ja. Wir waren in diesem Sommer gar nicht schwimmen. Fällt mir darum. Das war ja auch scheiß Wetter. Weil man wartet so einen Tag, der schön war. Da ist die Lust noch nicht so ganz aufgekommen. Und die nächsten Tage war dann schon immer scheiße. Und das war den ganzen Sommer so. Ja. Ich gehe so gerne. Ich gehe so gerne schön. Ja, ich auch. Aber nicht, wenn scheiß Wetter ist. Das war das. Das war der Double Click. Ja. Das hat zwar nur einmal geklickt, aber... Die Räume können auch tauschen, ne? Also die Reihenfolge. Die Räume nicht selber. Es kann dann manchmal ein Raum fehlen. Ah. Aber ich glaube bisher haben wir noch alles. Ja. Ein bisschen... War hier schon immer so ein komisches Geräusch? Ja. Ich habe die Kopfhörer nicht drauf. Ja. Das sind die verlieren irgendwie. Mhm. Die werden wahrscheinlich eh die Hälfte nicht finden. Also vor allem was den Raum hier angeht. Mhm. Kann hier schon immer zwei Müller noch? Ja. Sicher? Ich glaube schon. Wir haben auf jeden Fall gerade drei Anomalien aktiv. Ähm, na, okay. Dann... Okay. Fragt sich wo. Wie viele Anomalien gibt es maximal aktiv sein? Hier, wenn die Warnung kommt. Die kommt auch nur einmal. Und drei aktiv. Okay. Dann das Geräusch in dieser Rutschding. Ja, aber... Hier... Also das Geräusch selber kann ich nicht reporten. Es muss wenn irgendwas sein, was das Geräusch verursacht. Aber ich sehe nichts. Mhm. Ich sag hier waren die zwei Mülleiber. Okay. Extra Object. Ich weiß nicht, ob die nicht geachtet wird. Mhm. Es ist mir zu viel los. Ich denke, ob die nicht geachtet wird. Ich denke, ob die nicht geachtet wird. Die eine Linie ist ein bisschen schräg, weil das immer so. Von dem hier? Mhm. Hauptstunden. Ey. Was ist mit der Maus los? Warum klickt die manchmal doppelt? Ja. Okay. Klar, dass du da nichts gefunden hast, weil ich nicht mal weiß, was ich ausgewählt habe. Object Explorement. Kann auch sein, dass ich ein bisschen paranoid geworden bin. Wir werden jetzt hier gleich verraten. Ja. Keine Ahnung. Also ich glaube, hier geht irgendwas ab, aber ich weiß nicht was. Ja. Ist es in der Rutsche? Ich glaube, das Bild hat sich gerade nicht gehandelt. Mal sagen, was ihr wollt. Wenn nicht, reporte ich das hier noch. Wir werden das nie erfahren. Nope. Kann man nicht sehen, was... Ja, doch. Hier. Object Movement in der Sauna. Okay. Extra Object in der Waterslide. Okay. Und Extra Object in der Lobby. Also es waren nicht mal die Umkleider. Ja. Also Extra Object in der Waterslide und Lobby und Object Movement in der Sauna. Ja. Das in der Rutsche war das, was ich vorhin noch wollte. Hier war irgendwas auf dem Tisch extra. Ich weiß noch nicht was. Aber hier lag irgendwas extra auf dem Tisch. Und Sauna... Ne. Hier war... Ob du... Auch extra Object. In der Rutsche. Aber was? Hm. Wahrscheinlich das, was das Geräusch verursacht hat. Ne, das Geräusch ist ja immer noch da. Hm. Das Geräusch ist einfach normal, aber ich weiß nicht was hier extra war. Aber... Keine Ahnung. Kann ja auch eine Blume gewesen sein. Erstmal ins Glas reinsprechen. Hm. Und hier ist Object Movement. Die Latschen haben sich gedreht. Ich hab mich schon gefragt. Aber ich dachte, nein, das ist nur meine Paranoia. Ich wollte fragen. Haben sich die Latschen umgedreht? Ha. Aber ich dachte so... Neee. Das wird's nicht sein. Aber doch. Es war's. Ja. Muss ich jetzt noch dein Rest oder nicht? Muss du wissen. Ich weiß es nicht. Ach so, Hunger. Ja. Aber irgendwie... Aber irgendwie auch nicht mehr. Das nennt man Appetit. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht noch einen. Und dann ist die ganze Pizza weg. Hm. Vielleicht noch eins. Und noch einen. Vielleicht noch eins. Die helft dir hier. Ich glaub so schlecht wie in dem war ich schon lange nicht mehr. Hm. Hm. Wird schon vorher was drauf. Ja, es wird schon. Hm. Wird hier auch schon immer so ein Ding? Hm. Hm. Ich sag jetzt ständig wieder alles in den Fragen. Weil irgendwas übersehen wir schon. Hm. Hm. Im Normalfall kommt die erste Anomaly um 0.15 Uhr so in den Dreh. Zwischen 0.15 Uhr und 0.20 Uhr. Hm. Das heißt irgendwas übersehen wir jetzt schon. Wir machen einfach die Speedrun. Waren die Türen in der Umkleide schon immer auf? Die hier ja. Okay. Hm. Wie schnell kann man verlieren? Hm. Speedrun. Haben hier schon immer zwei Pflanzen so nebeneinander? Hm. Ich denke ja. Aber hier sieht nirgendwo eine kleine und sonst so aus. Überall nur große Pflanzen und dann steht hier so eine kleine. Aber anscheinend gehört sie dahin. Ja. Die erste Runde wurde uns echt zu leicht gemacht am Anfang. Ist jetzt das Bild irgendwie anders? Mhm. Ob hier so ein Gesicht drauf oder? Ja. Es sieht irgendwie komisch aus. Och Maus! Ich hab nicht gedrückt. Du wirst das jetzt auch machen! Warum würdest du das tun? Jetzt bin ich aber fertig. Image Unomalive. Und wieder passiert da jetzt was oder nicht? Nee, noch? Wow! Na hier ist ja vorher schon so ein Magazin? Ja! Das sind gerade Schlappen. Ja, das kann sein. Nicht hinten? Was auch immer dieses schwarze ist, war das vorher auch schon da? Ja, ich mein schon. Braucht jemand einen Feuchten? Ah, du noch nicht, weil ich noch nicht fertig bin. Aber ich bräuchte noch was zu trinken, am besten Wasser. Kannst du gleich mal eben gucken? Ja, ich mach mir eben die Hände. Da ist ja auch noch eine Flasche, um zu deinem Ding zu gehen. Mhm. Leg die hier hin, ne? Ja. Was ist das mit der 1, oder? Der 1? Wo der Pfeil ist, runter. Ach so, das? Das war auch vorne. Das war aber schon da, ja. Ah, war schon da. Das ist halt eins von den Dingern, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so ein Trügen oder so. Wahrscheinlich ist das so ein Pugel, der nur leer ist. Mhm. Aua. Meine Knoten, Knoten. Es stehen hier schon immer so viele Pflanzen. Junkleid überfordert mich so arg. Fehlt hier irgendwas? Nichts, was mir auffällt. Hier fehlt eine Pflanze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier eine Pflanze fehlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier eine Pflanze fehlt. Okay. Hiiii. Da fehlt 100 pro der Pflanze. Juhi. Danke. Kann sie ruhig auch aus der Fremde kriegen. Oh. Danke. Wow. Au. Was ist das? Nebel. Dampf. sag mal so das ist auch wenn ich ja wir sehen nur die auffälligen wir sind trotzdem gerade noch zweistisch aktiv ich fand dieses blaue licht auf so einem malen pool die können wir gleich sehen zwei anomalien wir werden schlechter object replacement in der sauna da haben wir gerade erst nebel entfernt object manipulation in lobby wieder in der lobby intruder in sauna okay das schlimmste ist es ist nicht mehr die scheiß umkleidung und da finden die sachen trotzdem nicht object manipulation in lobby ja und intruder ja da haben wir gerade erst die nebel entfernt da waren wir gar nicht den hätten wir wahrscheinlich gesehen ja was hat sich hier verändert keine ahnung irgendwas wurde ersetzt oder war das hier manipulation ne object manipulation war im coal pool replacement das war replacement das heißt irgendwas war ersetzt worden ich habe was keine ahnung was hier im coal pool oder war also warte hier war es nicht replacement sondern hier war es manipulation genau hier war es manipulation guck dir das an guck dir das an der sieht komisch aus oder war das ne ok hier war das mit der pflanze ich dachte schon ich dachte der ganze bereich hier wäre einfach weg denn keine ahnung was hier war also wirklich nicht keine ahnung naja naja noch sind keine ahnung mal liegen unterwegs er ist noch 15 nicht so aber gleich gleich ups hmm 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 toll ich habe einen slug auf ich musste was trinken ich habe schon was bekommen so ab jetzt das ist echt so sad irgendwas in der sauna gewesen wer könnte ich das völlig verstehen aber raus wer bitte auf mit den doppelflicks es ist nicht mehr in der sauna hmm na in der unfeierbar hmm 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 mhhh mh mh mhm Kannst du gleich mal bei der Rutsche anklicken, ob etwas in der Rutsche drin ist? Hast du da was gesehen? Nee, ich dachte nur wegen dem Geräusch. Ich dachte kurz, das wäre wieder intensiver geworden dort. Ich sehe immer etwas, was man auch sieht. War es beim anderen nicht, dass auch akustische Sachen? Also die können die höchsten Hinweise auch geben, dass irgendwo etwas ist. Okay. Aber es sind niemals nur akustische Sachen. Toll, wir übersehen wieder was. Ja, mittlerweile glaube ich zwei Sachen. Minimum. Wenn es drei wären, hätten wir ja schon den Wahnsinn bekommen. Achso, ja. Ja gut. Dann auf jeden Fall zwei. Ja und wahrscheinlich auch nicht in der Umkleide. Es ist bestimmt wieder so ein Raum, wo du dir denkst... Ach, hat sich das einfach hier unangenehm? Kann sein, bin mir nicht sicher. Maus, bitte. Es ist keine Image in Monormally. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin glücklich. Was zur Hölle geht hier ab? Yikes. Was ist das? Kamera-Bahn-Function? Ja. Ja. Im Main Pool. Ich weiß hier no Anomalies. Das ist der Main Pool. Ja, aber dann war das was anderes. Dann war es keine Kamera-Fehl-Funktion, sondern was anderes. Aber... Auf jeden Fall ist es was. Ist es der Abyss? Wie bist du denn Abyss? Und es sind noch zwei andere Anomalies unterwegs. Das war der Abyss. Ja. Wie lange ist der denn schon gewachsen? Der fängt eigentlich ganz klein an. Okay, krass. Wie sollen wir den übersehen? Blind? Keine Ahnung. Wir sind gerade echt einfach blind. War das... Warte. In der Sauna. Das weiße Ding. War das auch immer schon da? Beim Gelände. Das hier? Nee. Da. Drüber. Nee, das auf... Da. Genau. Das hier? Das ist glaube ich nur eine Spiegelung, aber... Ich weiß es nicht. Okay. Hier ist auf jeden Fall was. Radio. Ist das ein Grammophon vielleicht, was da auch kommt? Ja. Ja, wahrscheinlich ist das hier. Aber... Man kriegt da die Polen schon. Ja. Okay. Gut. Ja, gut. Ich hatte schon für den Moment Panik, dass uns das schon so gegeben wird und wir es nicht finden. Hm. Hat da hier schon immer eine Leite gegeben? Äh... Bin mir nicht sicher. Ja. Da war das Ding schon immer da im Wasser? Das so... Nee, das ja. Das habe ich schon öfter gesehen. Ja, nee. Hm. Inzwischen... Fehlt da nicht zwischen den beiden... Was? Oder... Hier? Nein, zwischen den beiden grünen Dingern. Ah, ja. Ich glaube da war was. Irgendwas war da. Ja. Hier ist der Objekt. Aber was? Keine Ahnung. Jetzt kriegst du ihn. Ja. Okay. Ah, what the fuck? Ich war mir ganz... Warum sind wir so schlecht? Ich war mir ganz sicher. Wiegt das an dem Level? Also ganz ehrlich, sonst... Irgendwie doch heute ist irgendwas in der Pizza drin gewesen, oder? Mhm. Das Magazin vielleicht verändert? Naja. Aber eigentlich nicht. Hm. Hat sich was an den Bildern? Sauna fehlt. Hat sich wieder was an den Bildern verändert in der Sauna? Ja. Ich fühle mich nicht danach aus. Wir nehmen jetzt gleich schon wieder Raum ins. Mhm. Auf den Seiten. Na gut, noch haben wir keine Warnung. Oder kommt sie nur einmal? Die kommt nur einmal. Ah, na toll. Ich dachte, die kommt jedes Mal. Nee, das wäre ja zu einfach. Aber wir können schon davon ausgehen, dass die Latschung wieder umgeht. Ist da nicht wieder dieses Gesicht? Nee, nee, die haben sich umgedreht. Ah. Aber was denn noch? Oh. Wahrscheinlich hier irgendwas? Ja, das ist aber so ein Raum, wo man sich denkt, ja super. Hm. Kann ich schon immer so einen schwarzen Streifen nach dem? Keine Ahnung, probier's aus. Oder Manipulation? Nee. Manipulation ist sowas irgendwie selten, aber keine Ahnung. Das weiß ich ehrlich nicht. Bitte. Maus. Nicht zweimal. Hm. Ich weiß schon. Ja. Wir sehen lassen, aber das sind nicht die Zahlen. Wir sehen lassen, aber das sind nicht die Zahlen. Wir sehen. Dass wir nicht nur die aller auffälligsten Sachen sehen, ist ja nicht... Da. Kamera. Ja, aber das ist ja jetzt erst gekommen. Ja. Es sind immer noch zwei aktiv. Woran merkst du das eigentlich? Dass wir die zwei, seitdem wir die Bahnmeldung bekommen hatten, noch nicht gefunden haben. Ach so, ja. 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 Und ansonsten ist es einfach meine Gefühlsache. Ja. Ich hab keine Ahnung. Das ist überfordert. Und der liegt auch nirgendwo im Kopf oder so, ne? Das decken die ja auch manchmal gern. Irgendwas in der Sauna, aber... Who knows. War hier schon immer so ein schwarzes Handkopf gemacht? Ich glaub ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß gar nichts mehr. Hier auf dem Tisch kommt doch irgendetwas. Ich muss auch nicht wissen. Und das sieht aus, als ob da eine Treppe unten was wär. Das hier ist von der Pflanze. Ah, okay. Die Pflanzen sind hier überall. Jetzt fliegen wir gleich raus. Ich hab aber sowas von keine Ahnung. Ich auch nicht. Ey, das Level ist echt scheiße schwer. Hier müssen wir vielleicht gleich noch mal eine Runde in einem anderen Level. Ja, könnte machen. Aber was zur Hölle ist denn da falsch? Doch. Wir werden jetzt auch wahrscheinlich gerade wieder drei Anomalies im Kopf haben. Das heißt, wir tun uns in drei, zwei, eins und raus. Hm, noch nicht. Der Tanto ruts weg. Ich hab noch beide gleichzeitig da hingeguckt. Ja. Aber das heißt, ansonsten kann jetzt gerade nichts in der Sauna sein, aber wir werden trotzdem noch zwei irgendwo anders haben. Das heißt wahrscheinlich wieder irgendwas hier. Oder hier. Ah, toll. No idea. Hat sich das vielleicht einfach bewegt? Dass das hier vorher gar nicht da war und... Mach's. Dass das ein Object Movement von da nach da ist? Keine Ahnung. Ja. Da. Jax. Der ist normal. Was ist das? Äh. Entguder? Das ist ein Regenwurm, aber... Äh. Da kam sogar ein Gesicht. Jax. Ja. Jax. Der ist immer noch da. Der ist immer noch da. Mit allem Regenwürmer so gezichtbar. Das heißt aber, da ist nichts. Das heißt, wir haben entweder was in der Sauna. Oder in der Lobby. Oder in einem der beiden Poolen. Nur eine Anomalie pro Raum. Hm. Ja. Okay. Also, es war jedenfalls nie anders. Kann vielleicht irgendwie was mit dem Teppich passiert sein? Hat der vielleicht nicht so ein Nuss da? Das ist keine Ahnung. Das hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. War hier schon immer so ein Kästen? Ich glaub ja. Ja, aber guck mal. Bei den anderen sind auch Kästen. Ja, das sind nur die Abschlüsse. Das ist da vielleicht auch so ein Abschlüsse. Ja. Natürlich sind Abschlüsse im Pool. Aber das heißt nicht, dass der eine immer da war. Ja, keine Ahnung. Das ist halt so der Clou des Spiels. Hier passiert irgendwas. Ja. Es atmet. Object Movement. Es atmet. Zuerst kommt da ein Regenwurm raus. Dann atmet sie. In den anderen Räumen kann halt nichts passieren viel, weil hier noch irgendwas ist. Ich bin echt überfordert. Ich wunderte eher, dass wir so lange überleben. Hm? Oh, keine Ahnung. Ist doch scheiße. Hey, wir haben einen neuen Rekord. Was? War da schon immer eine Pflanze in diesem Gang? Da oben? Mhm. Die war da. Okay. Ich glaube, dass auf der anderen Seite eine fehlt. Okay. Okay. Ist doch... Vielleicht machst du mir den Badeanzug nicht. Keine Ahnung. Hier kann alles falsch sein. Oder... Ja. Eine Fliese ist mehr. Ja. Das wird sein. Die Fliesenzahl erhöht von 600 mal 500 auf 601 mal 500. Genau. Ja. Jetzt fliegen wir aber raus. Dass wir auch nur die offensichtlichen Sachen sehen, ey. Ja. So, was haben wir denn? Objekt Replacement in Cold Pool und Footprints? In Lobby. Missing Object in Main Pool. Ich will das jetzt einmal nochmal drehen, aber danach gehen wir mal auf ein anderes Level. Gerne. Footprints in Lobby? Please what? Ich hab keine Ahnung, wo hier Footprints sind. Vielleicht auf den Teppich, weil... Ja, aber da hab ich irgendwann drauf geachtet. Ich... Keine Ahnung. Und hier war Object Replacement. Das waren große Pflanzen hier. Oh, nee. Ah, super. Die kleinen waren große. Ah, super. Oder? Ne, ich mein, das wären große gewesen. Keine Ahnung. Kann gut sein. Ja, und das andere war im Main Pool, Missing Object, aber das war jetzt ganz am Ende. Ja, da hab ich keine Ahnung. Ich auch nicht. Ne. Vielleicht ist das auch zwischendurch passiert und wir waren schon nicht mehr rechtzeitig da. Ja. Sehr gut. Dann machen wir noch ein anderes Level. Help. Das fände ja so gut hier eins aus. Ähm... Mach mal so eins, wenn die Bilder... Museum. Oh je. Oh je. Katastrophe. Mhm. Ich mag Museum. Aber es... Ich auch, aber... Katastrophe wird's bestimmt. Fehlersuche in einem Museum? Jeigs, und da ändert sich auch noch das Bild. Das ist eindeutig eine Ahnung. Ah, weil das so ein Fernseher ist, ja. Perfekt. Das ist eindeutig eine Ahnung. Die Bilder können sich theoretisch dann auch ändern, ne? Mhm. Ich bereue es gerade, dass ich Museum gesagt habe. Was ist das denn in der Sprache? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber an... Weil da können sich die Bilder ändern. Ui. Das Bild ist ja schön. Das ist echt geil. Warum nimmt die Kamera? Keine Ahnung. Nettes Statue. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die sich zu eindreht oder so. Ach, wie ist das? Die finde ich cool. Die hat was, aber yikes. Die will ich haben. Ach du Scheiße. Viel Spaß. Ja, das ist, glaube ich, ich bereue es. Wenn das schlimmste Museum nicht mal das Museum ist. Sondern die Kaffee. Ja, oder der Fanshop, ne? Ja. Aber das Bild da ist auch cool. Mhm. Das sind die es da. Ich will mal hoffen, dass hier jetzt keine Anomalgie ist, worauf wir warten müssen. Weil das wäre ja dumm. Ja. Bilder sind noch so. Ja, das... Achte jetzt einfach auf die Statuen und die Bilder hoffentlich. Das war doch vorher nicht so, oder? Doch. Das waren so Curse-Bilder. Ja, aber... Ja, aber das... Keine Ahnung. Das war so... Wenn du das sagst. War die Kasse an? Ja, keine Ahnung. Ich glaube aber schon. Ich habe nur auch die Bilder an. Also irgendwas Buntes war hier unten. Okay. Waren da auch bei dem Tisch oben rechts in der Ecke auch diese Flecken unten? Okay. Hat jemand hingepunktet. Waren die nicht vorher weiß? Ja. Sein. Könnte sein. Das sind doch alle anderen braun. Dann ist es wahrscheinlich, dass die auch braun waren. Ja. Es wäre mies, wenn wir die Reihenfolge merken müssten von den Bildern. Wenn was bei dem Fernseher ist, auf Wiedersehen. Das wäre auch gemein. Nee. Fehlt da ein Bild? Seien hier schon zwei Lichtschilder? Ja, ich glaube schon. Hier fehlt ein Bild, oder? Es sieht irgendwie so leer aus. Ja. Da fehlt definitiv was. Bitte. Hör doch einfach auf mit den Doppelklicks. Warum? Oben. Ich krieg ihn kurz rein. Die Maus ist besessen. Da ist ein Entru da drin. Okay. Da kam ein so vorne. Hm. Son. Yikes. Ja, weil wir auf zwei Woche kacken. Ich glaube trotzdem nicht, dass das Bild vorher so aussah. Das kommt mir so probisch vor. Da ist ein Donut zu viel. Ja. Ich sagte doch, dass das Bild war so. Okay. Nett. Das war ein ganz schön harter Donut. Vielleicht doch die T-Shirts. Bin mir nicht sicher, aber... Ich auch nicht. Aber ich meine, die wären vorher weiß gewesen. Was denn mit den Zildern? Ne, die scannten. Haben sich die bewegt? Ich meine das schon vorher hier links. Anscheinend nicht. Dieser Kaffeebecher ist zu viel. Irgendwie das ganze... Ich finde, das ganze Game irgendwie so... Ist irgendwie viel fairer, wie die hier davor. Mhm. Wir sind einfach nur schlecht heute. Jetzt hat sich das Bild hier veräumt. Das war schon immer ein hässliches Baby. Sie guckt dann nach. Ja. Stimmt die Uhrzeit da? Ja, ne? Stimmt. Wir hatten doch gerade erst den Donut. Ja, sind es ein Uhr. Ja. Hat sich was an den Schaufensterpuppen geändert? Die könnten sich eventuell getauscht haben. Das kann sein. Es könnte sein, dass Männer nicht weiblich und weiblich umgekehrt waren. Das... War hier schon eine kleine Wand. Es standen die Statoren da auf dem Dings und alle so. In der... Die beiden Schilder auf dem Tisch waren auch da, oder? Die ganze Zeit. Ja. Du meinst die, äh... Ich glaube der Stuhl hat sich gleich getriegt. Diese Führer. Ja. Ja, ja. Das war so. Da habe ich schon geachtet. Okay. Da hat sich nichts von geändert bis jetzt. Ja. Wie heißt das? Na, keine Ahnung. Ja. Ja, genau. Okay. Hm. Hm. Da sind immer zwei Geschmacks. Für die Doppelte sauber. Ich weiß nur nicht, wenn einer extra ist, welcher extra ist. Deswegen muss ich beide markieren. Anscheinend waren da schon immer zwei. Irgendwie finde ich... Jedes Level müsste jetzt da so... ...bleben. Deswegen seit Donut auch gefallen ist oder sonst nicht. Sag hier schon immer einen Cent. Du willst auch einen Zeller? Ja. Da sind immer drei Blut. Ähm. Hier ist hoch. Der macht einen anderen. Oh. Das heißt, wir haben trotzdem noch zwei. Sind die Schilder noch da? Diese Nummer? Ist alles da. Ja. Okay. Hm. Jemand startet davon aus, dass sich unten den Bild verändert hat. Hm. Die Frage ist nur, welches. Hm. Hm. Hier kann ja schon mal nichts anderes sein, weil der gerade nicht funktionieren war. Das heißt, wir haben entweder hier etwas. Hier. Ist das Engelbild vielleicht größer geworden? Ich glaube nicht, aber... Die haben sich gedreht. Hm. Hm. Die haben sich gedreht. Nein. Die roten Stühle vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Denn hier kann ja nichts sein. Hier könnte doch etwas sein. Irgendwas mit dem Bild anders. Oder vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ja. War die Statue da hinten immer schon in der Pose? Ja. Okay. Okay. Wir können es auf jeden Fall nicht auf das Level schieben. Wir sind einfach schlecht. Hm. Warte. Warte. Hinter dem einen roten Stuhl auf dem Boden. Das schwarze X. Oder das ja. War das schon immer da? Ich glaube ja. Ist der rote Stuhl immer schon in der Position? Ich glaube ja. Aber das steht ja auch in der Zeitung. Also sicher bin ich mir nicht. Sicher bin ich mir bei gar nichts. Aber... Versuch mal dieses untere Schild. Ja. Das Gewischtschild. Als extra? Ja. Hm. Okay. Ich glaube, wir sind heute einfach nur Slash. Egal welches Level. Aber Spaß macht es trotzdem, komischerweise. Aber so wunderbar. Yay! Was haben wir? Vier. Ja, aber... Ja. Missing... Der Junkel. Okay. Objekt Manipulation in Lobby und Objekt Manipulation in Painting Gallery. Okay. Ich glaube, das mit der Statuen waren glaube ich da, wo zwei waren, oder? Ja. Glaub ich auch. Also ein manipuliertes Bild bei den Statuen was manipuliert und ein fehlendes Objekt in der... Ja. Das ist hier eine Painting Gallery oder Statue Gallery. Ja. Oh Gott. Was war hier manipuliert? Also sagst du mir nicht, dass es eins der äh... Ja. Sagst du mir bitte nicht, dass es eins der Bilder war, weil... Ja. Das wäre gemein. Das wäre auch Vollzeit so. Da musst du ja ewig warten. Ja. Ansonsten sehe ich hier aber auch nichts. Nee. Und die Bilder, da habe ich nicht drauf geachtet. Nee. Und hier ist die Painting Gallery. Hier war... Missing? Ja. Irgendwas hat anschein' gefehlt. Oder war hier auch Manipulation? Painting Gallery... Manipulation. Ich glaube es hat... Manipulation. Ja. Das kann gut sein. Die Painting Gallery war glaube ich Manipulation. Das Missing war in der Statuen. Statuen Galerie. Ich habe auch keine Ahnung was hier sein sollte. Hm. Hm. Auf jeden Fall unser Rekord war bisher 7. Können wir den noch schlagen? Und hier war ein Missing Object? Ja. Hier hat irgendwas gefehlt. Ich glaube die... Waren die Bäume weg? Eventuell einer. Aber ansonsten sehe ich halt auch nichts. Weil nämlich... Das weiß ich auch nicht. Das hat ein Bild gefehlt. Ja das kann auch sein. Ja. Dann machen wir noch eine Runde und dann gehen wir wieder rüber zum... Ja. Wir können ja ansonsten auch am Ende noch ein bisschen... Ja. Observation-Duty. Aber die Statuen sahen auch aus als ob sie anders kann. Alter. Ausrastet aus. Oh jetzt können schon Fehler kommen, ne? Mhm. Super. Perfekt. Boah. Mhm. 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 Sehen? Sehen sie nichts? Mhm. Aber wenn das irgendwas mit dem Scheiß fern wird... Ey, das wäre so eine verarsene. Ja, das wäre richtig dreist. Das kann sich doch kein Mensch merken. Nee, vor allen Dingen, weil die Bilder sich auch... Wenn das ja zwei Bilder wären, okay, aber das sind ja irgendwie sechs oder so. Und wenn sich das andauernd auch ändert. Ja, ja. Raus. Ist doch... Das ist heute nichts mit dir. Ein Downloads. Kein Anruf. Kein Anruf. Kein Anruf. Kein Anruf. Kein Anruf. Einer. Kein Anruf. Ein Anruf. Kein Anruf. Kein Anruf. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Ich hatte hier schon immer eine Leiter? Ja, also zumindest ein letztes Mal. Hat sich der eine Stuhl bewegt, der linke? Ne. Sagt sich er auch. Bitte! Echt jetzt! Bitte! Wo? Mann! Zeigt er mit der einen Hand irgendwie was anderes? Und die sieht irgendwie so komisch aus. Es kann sein, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Die sieht aber irgendwie so komisch aus. Ich habe keine Ahnung. Das sind so Mikrodinge. Mann! Hat sich hier das Kaffeebild verändert? Kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Entweder das oder das daneben, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist nicht. Jetzt hat er sich verändert. Okay, wie sieht das Original aus? Wie ein Kaffee. Wow! Was? Okay. Es war halt vorher kein Kaffee. Ja. Aber trotzdem haben wir noch zwei irgendwo. Aber die Hand von der einen Statue sieht irgendwie auch komisch. Vielleicht die andere Statue? Hat jetzt nichts passiert für mich? Ich finde auch an der Statue sieht irgendwas komisch aus. Ja, die Hand finde ich. Ich weiß aber nicht warum. Nee. Kann auch sein, dass das schon immer so war und mir das nicht aufgefallen ist. Was zur Hölle ist hier anders? Image Anomaly. Nee, da ist Licht ausgegangen. Light Anomaly. Hast du da... Ah ne, doch nicht. Hast du das Licht schon reportet? Welches Licht? Das war... Weil hier die Lampe ausgegangen ist. Ach so. Ja ne, das war hier. Ich kann hier leider nicht aus dem Bildschirm raus mit der Maus. Das tut mir sehr leid. Der Kopf ist hart. Okay. Nein. Oh. 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 Immer noch zwei ... Ach ja, wir sind einfach schlecht. Wir müssen uns eingeprägen, wir schaffen das nicht. Aber vielleicht können wir wenigstens noch unseren Rekord brechen. Das bezweifle ich. Dafür müssen wir bis 3 Uhr durchhalten. Wir werden jetzt gleich wieder rausfliegen. Find ich irgendwo ein Intruder. Also irgendwas Auffällige? Ja. Wahrscheinlich ist die dritte Anomalie schon da und wir warten gerade nur auf die vierte. Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich ist irgendwas hier oder irgendwas in der Kantine. Hat sich was an der Schrift geändert von den Schildern? Ja, oder an das, was geschrieben worden ist. Ich weiß ja nicht mal sowas da steht, weil ich es nicht lesen kann. Weil es in irgendeiner komischen Sprache ist. Und dann soll ich mir das merken? Hat sich die andere Statue vielleicht geändert? Also ich wüsste es nicht. Ich finde halt die Hand von der 1 Statue so komisch, aber das hast du ja so ein paar Mal auch dinget. Ja. Gar nix. Was? Hat hier schon vorher so eine Blute? Macht aber Sinn. Die anderen haben doch auch Punkt. Ja, ob das Sinn macht oder nicht, das hinterfragt das Spiel nicht. Ja. 3, 2, 1, passt. Ja, aber keine Ahnung, ey. Ich mein, krieg ich dafür ein Gefühl, wann wir rausfliegen? Ja. Objekt Replacement in Giftjob, Objekt Replacement in Statue und Lights in Round Gallery. Okay. Echt jetzt. Objekt Replacement in Giftjob. Also erstmal hier. Hier hat sich aber nicht das verändert. Aber was dann? Was hat sich hier verändert? Ähm, frag mich nicht. Was? Was wurde hier Replaced? Ich weiß es nicht. Es sieht alles so wie vorher aus. Ja. Hier war leicht. Hier war leicht, aber das war jetzt am Ende. Das ist wahrscheinlich einfach nicht mehr aufgefallen. Und im Giftjob auch ein Objekt Replacement. Lustig. Ja, lustig. Ich seh hier nichts. Ja. Es mäßigt alles wie vorher aus. Ja, gut. Gehen wir auf zum anderen Spiel? Ja. Wir haben kein Internet. Vielleicht shoppen wir später 10. Wer braucht schon Internet? Vielleicht zaffen wir ja auch einen Level durchzumachen. Was zur Hölle ist hier passiert? Was hat sich hier alles installiert? Volker Virtualbox? VLC Media Player? OPERA? Warum? Etios? Kurz ins Fiegespielt und tippt sich komplett anders. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich mag doch nicht, wenn sich Sachen einfach ohne meinen Zug nun hingehen sind. Nee, aber das sind normale Programme. Die Anomalien aus dem Observation-Ding haben sich jetzt auf den PC gesetzt. Genau. Und da hast du sie gefunden. Glückwunsch. Mhm. Die Twitter Editions. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass ich hier auf den Desktop zugerufen habe. Geht weg. Ähm. Ja. Für uns. Jeden von diesen Programmen hat sich jetzt ein Virus reingesetzt. Yikes. Ja. Kann ich mir sogar vorstellen. Kann ich mir sogar vorstellen. Ich glaube ich muss sie nur wieder anmachen in der Mitte. Einmal. Aber ich muss einmal kurz... äh... Nimm das Spiel ohne Fingeln. Ist das richtig? Und ich muss sowieso noch vorne kurz den Titel ändern, weil ansonsten klagt mich Twitch an, aufgrund von Falscher. Aber... Ich klack Twitch an, wenn kein Internet da ist. Mhm. Das ist, glaube ich, Twitch relativ scheißegal. Mhm. Ja. Wenn ich ein deutsches Spiel angezeigt habe, können sich Leute mich schwer nach dem Thema, ich mache falsche Werbung. Ja. Dann kriege ich Ärger von Twitch. Ja. Äh... Na komm schon Maus. Heute hat echt nichts in Verbindung. Weder die Maus, weder das Internet. Mhm. So, jetzt mal bin ich gespannt, wo wir rein starten. Mhm. TikTok. Load Game. Yes. Ist schon mal die Box. Mhm. Ja, das hatten wir ja gerade schon. Vielleicht starten wir echt am Anfang von dem Kapitel. Hm? Nee. Nee, wir starten da. Und wir sind... Ja, von da sind wir ja gekommen. Dann geht's ja raus. Ja. Ja. Oh Gott, cool. Loco-Laden. Loco? Ja, danke. Ich bin nicht genug. Ich bin wunderschön. Das weiße Zeug ist, ich nehme jetzt keine Schokolade. Das ist Kakaobutter. Mit Zucker. Es ist weiße Schokolade. Akzeptiere ich nicht. Dann erst einfach weiße. Kakaobutter. Er ist doch das. Das ist eine Oreo-Sokolade. Wo ist das Objekt? Ach da. Ja, stimmt. Das war ja das, was so komisch in der Ecke liegt. Ach gut. Jetzt kommt eine Hand. Du hast gesagt, jetzt kommt eine Hand. Ja. Ich hab dir nur eine Hand gegeben. Ich hab dir nur eine Hand gegeben. Wenn wir noch heute keinen Zuckerschock bekommen, dann weiß ich auch nicht. Deswegen versuche ich jetzt nichts mehr zu essen. Ich hab dann so ein Kaninchen mitgegeben. Ich hab dann so ein Kaninchen mitgegeben. Ich hab dann so ein Kaninchen mitgegeben. Jetzt geht's hier. Ich hab dann erst mal nach der Höhe und wo einsammeln. Wir jetzt gehen. Oh, das ist sch 브� законnach. Ich fahGE mir H추. Ja, der ist noch wie mega. Ja, ich habe mich noch iPad und die Fl preaching gesehen. Was stephen wir cannot auf�be, wenn uns ins Kreioblem zu finden ist? All체 nichts? Ja, sehr gut. Was ist das? Ich wollte kein Glück. Was auf Gott. Dabei fällt mir ein, mein Twitch-Spot ist da nicht aktiv, aber... Ich glaube nicht, dass wir das heute schon haben, weil... Ja, ich guck gleich mal. Ja, ich guck gleich mal. Ja, vielleicht sollte ich aber erst mal keine. Wie bist du? Ah. Ja, ich guck gleich mal. Wir haben auch noch zwei Mirror Stones. Einen hat uns eigentlich verbraucht, deswegen... Ja, stimmt. Ja, ich guck gleich mal. Ja, ich guck gleich mal. Oh, du sollst schnell bewegen. Ja, ich habe gedutscht. Ja, wo mein ich das denn gekippt habe? Ich denke, es ist ein kaltes Fan. Ja, ich guck gleich mal. Mach einfach deine Roku mit deinem Kopf. Ja. Der Vorteil ist, wenn sie die Reft sind, ist schaden, aber... Das ist eine Option für eine fatal Prey. Ich glaube sie ist gar nicht still. Gott sei Dank. Meine Güte. Not taking any risks. Ich komme bestimmt auch gleich wieder. Wo habe ich jetzt das Foto eingesammelt beim letzten Mal? Eine Tür. Wo ist denn die Tür? Da. Es ist keine Tür, das ist ein Tor. Das ist eine Tür. Gittertor. Nenn mir jetzt mal bitte den Unterschied zwischen... Eine Tür ist massiv, Tor ist aus Gitter. Ja und warum nennt man es dann Zellentür und nicht Zellentor? Ich muss erstmal anvisieren, glaube ich. Ja. Für mich ist ein Tor etwas, was lose in einem Zaun drin hängt und nicht komplett eingebaut ist. Okay. Drei Boxen muss ich sehen. Nein. Es gab aber doch vorher ein anderes Foto da. Weil das ist weit raus. Das heißt, man muss sich hinter... Ne, hinter dich. Ja, ich... Ich glaube... Ne, du musst hinter die Box da, die rechts da zu sehen. Hinter die hier? Ja. Und da musst du fotografieren. Sodass die halt auch noch drauf ist. So die unter dir. Die muss halt noch mitzusehen sein. Das war... irgendwie... Halt mal die Kamera so ein bisschen nach unten vielleicht. Das war aber viel weiter... Hm, was war so das hier? Und das war nicht diese Box. Ja, deswegen geh ein Stück... Nee, geh ein Stück nach rechts. Warte, nee. Weil die Box war doch im Mittag drauf. Das war nicht die Box, die die dritte Box war, sondern die hier. Und an der Wand. Doch. Nochmal das Foto an. Such einfach. Du kannst ja nochmal... Ja, aber so kriegst du ja überhaupt nicht drei Boxen drauf. Das ist unmöglich. Das war hundertprozentig die da rechts. Weil... Das war gut. Guck dir das Foto nochmal an. Ich mach deine Pizza durch die Gegend. Ich hab dies... Andere Haltung. Ich sag dir, guck doch mal dir das Foto an. Ja, ja, ja. Sekunde. Hundertprozentig ist das wieder. Sekunde. Wo war das nochmal? Äh... Collections? Nee, Tokens, glaub ich. Ja, Tokens. Ja. Ja, guck. Ja. Chris, die Boxen stehen hier in dem Dreieck. Und das kriegst du nur über die eine Box drauf. Sodass das Tor auch noch ganz rechts ist. Das geht nicht anders. Es muss wieder rechts sein. Von der kriegst du es ja gar nicht drauf, weil alle in einer Linie stehen würden. Ist aber Truller anders. Also da in der Ecke. Wegen, das ist wirklich von da, von ganz in der Ecke. Okay. Du gehst nach links. Ja. Du stehst auf der falschen Seite der Box. Oh Gott. Du musst genau so weit zurück, wie du jetzt kannst. Und jetzt vielleicht ein bisschen nach unten gucken. Weil das ist schon, das ist auf jeden Fall das Motiv nur aus der Hocke fotografiert. Das ist so das Motiv. Ja, und wie fotografiert das bitte aus der Hocke? Ich habe keine Ahnung. Ich sage ja nicht, ich weiß ja nicht, wie du es machst, aber ich weiß nur, dass das hundertprozentig das Motiv ist, was wir auf dem Bild sehen. Du drückst einfach ein paar Tasten und guck, ob du dann geschossen kannst. Was ist mit dir los? Ich bin es mir nicht. Aber da ist halt auch nichts zum Anvisieren. Bei der Pupu und zwar, sie waren ja immer wenigstens Pfeile zu sehen. So überfordert. Also wie gesagt, das ist hundertprozentig der richtige Winkel. Okay, ich bleibe mal so stehen. Dann gucken wir noch mal das Foto an. Ja, das ist genau die Box, vor der du jetzt stehst. Du legst sie ein und denkst aber, wie gesagt, aus der Hocke halt. Ja, aber... Das Motiv ist richtig. Und wie soll man sich hocken? Wir müssen, glaube ich, auch kein Foto machen. Vielleicht müssen wir auch einfach zu der Box da gehen und die irgendwie anders öffnen. Warte mal. Warte mal. Wir hauen jetzt drauf. Warte mal. Ja, es ist die eine Box, die offen ist. Ja, aber das ist nicht ganz der richtige Winkel. Ja, aber da wird sich nicht viel verändern. Das ist auf jeden Fall die Box, vor der du da stehst. Ja. Und die, die offen ist, ist die dahinter. Genau. Ah, okay. Also. Also. Das da ist die Box, die sich öffnen muss. Ja. Das ist die Box, die links daneben steht. Und das ist die Box, die ganz nah am Boden dran ist. Und der Winkel wäre jetzt noch ein Stückchen weiter nach links, wenn du da hingehen würdest. Also praktisch... Ja, noch ein Stück. Ne, das ist schon zu weit. Ne, das ist schon zu weit. Ne, überhaupt nicht. Das ist halt nur aus der Hocke fotografiert. Wir sehen ja auch einen Teil von der Wand hier. Von der Box auf dem Foto. Ja, aber... Ich muss noch weiter nach hinten. Ja, aber das... Ich kann nicht weiter nach hinten. Du musst nicht weiter nach hinten. Du müsstest dich jetzt eigentlich hinhocken. Aber das kannst du auch nicht. Boah. Ne. Hocken kann ich nicht. Deswegen darf ich ja. Aber das wird ja auch angezeigt werden, wenn man da irgendwie was machen könnte. Okay. Versuchen wir mal. Aber ich hatte ja letztens alle Boxen durchgefunden. Naja, was steht denn da? It's the final deck. Ja. Sonst steht da nix? Ne. Ne. Probier einfach mal die Box aus einem anderen Winkel zu fotografieren. Aber ne, es taucht auch nix auf. Das ist doch kacke. Was steht an der Tür? Yikes. Jetzt kommt die wieder. Kannst du da einfach durchgehen und ich verschwinde. Also da einfach durchgehen und ich verschwinde. Nein, nein. Glaub nicht. Ich will die richtige Position haben. Dann will ich mehr Bewegung. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Das ist ne andere. Yikes. Ich verstehe ja bei Spielen, die dich bestrafen, wenn man einfach zu lange braucht. Ja. Das Problem ist aber, bei dem Spiel passt das einfach null. Weil das ist ja nicht so, dass wir zu lange brauchen, weil wir uns denken, wir gucken, ob hier noch Mut ist oder sonst was. Ja. Aber man weiß halt einfach überhaupt nicht was abgeht und dass da noch so Geister auftauchen ist halt einfach irgendwie dumm. Ja. Ich würde dir gerne helfen, wenn du mich nicht angreifst. Wie sagt die? Ich verstehe. You belong to be. Oder you belong to be, keine Ahnung. Ich verstehe. Ja. Du hast keine Reden mehr. Chill, 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 chill. Muss irgendwie ja. Wir wechseln. Dann halt so. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Malo, du hast keine Reden mehr. Chill, chill, chill. Muss irgendwie ja. Wir wechseln. Dann halt so. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Ich bin relativ gut Ich muss mich heilen Ich muss mich heilen Super Heilen Bist du schon? Keine Ahnung Aber gut, dass ich mich nochmal geheilt habe Wo ist das Vieh jetzt? Oh Gut So, dann gucken wir mal bei der Tür, weil ich will wissen, was da steht Also was wir in Anführungszeichen finden müssen Ja Ja Und an dem Bild steht da irgendwas dran am Text Äh Wir haben jetzt immer nur auf das Bild geguckt, was es ist, aber Ja Ähm, okay Nee Kannst du auf A mal gucken Bei Confirm Ja, nee Ich glaube, das öffnet auch nur das Bild, aber ohne Text Ja Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter Ja Hier sind wir das letzte Mal reingegangen Da waren wir ja gerade unterwegs Ja, aber da sind wir ja hergekommen Nee Doch Hä, sind wir da hergekommen? Ja Crowdstop in die Zone, es gibt doch keinen anderen Ausweg Ja Ja Weil ich habe so ein schlechtes Gebächt, das Okay Ja, da sind wir hergekommen, deswegen Das ist ja gerade das, was ich mich frage Es wird ja nirgendwo anders sein Und das Foto zeigt ja eindeutig Es gibt ja keinen anderen Raum Ja, klar Weil da ist halt jetzt die Frage, wie wir da irgendwas mit davor machen sollen Weil Weil Keine Ahnung Wurde vielleicht Nee, Boxen schieben können wir auch nicht Das einzige, was ich mich Was vielleicht sein kann Dass du es von der anderen Seite, von dieser Höhle aus fotografieren musst Dann bist du ein bisschen niedriger Das kann sein Aber Und Das heißt Ja, du musst ja wieder durchkriechen oder einmal drumherum Ja Aber ich Wetten, das ist es Das wird es wahrscheinlich sein Ja Das wäre so gemein Nee, das würde aber theoretisch nicht zum gleichen Motiv führen Dann hätten wir das anders darstellen müssen Weil das Motiv ist eindeutig Direkt von vor der Kiste fotografiert Aber gut, vielleicht mit dem Zoom Ja So, wo ist es hier? Nee, noch eins weiter Oh Gott, gehen wir noch damit hin Und da musst du halt irgendwie außen rum Und da musst du halt Da noch mal rumlaufen Wenn das überhaupt geht Haben wir eine Karte? Äh Und da muss Ups Unten wir Ja, weil guck, da kommt man nämlich überhaupt nicht hin Ja Hm, hm Du kommst nämlich überhaupt nicht da hin, wo man das fotografieren muss Oder Geh mal zu der anderen verschlossenen Tür Muss nie Ja, da musst du dich wieder umdrehen Da musst du dich wieder umdrehen Ja, da geht's raus Ja, da geht's Ja, da geht's Und links in den anderen Gang Hat sich da ja mittlerweile irgendwas getan, auch wenn ich das nicht glaube Warte, wo du die Beine dann fahren Warte, wo die Beine dann fahren? Woll auch, Gott sagen War da irgendwie inzwischen Ach, ne, ist auch noch ne Kiste Aber Ne, da kannst du nix mitmachen Da oben musst du die sein, ja. Da oben? Ja. Ich würde mich jetzt wundern, wenn da auf einmal was geht, aber... Nee. Ich glaube, das ist dieselbe Tür. Ich glaube, da kommt von R am Ende wieder raus. Aber... Check. Das ging vorher nicht, glaube ich. Das ist einfach nervig. Oh nee, ich bin wieder die. Guck mal, die machen. Wir müssen hier noch morgen. Ja. Ja, Lundon, die 50. Lundon, die 50. Lundon, die 50. Lundon, die 50. Super. Ich bin auch mehr. Spade. Guck mal. Das klingt auch jetzt irgendwie schön. Nein. Ja. Ich erinnere mich über den Tomlin Space. Lass mich. Ah. Und ja. Ah. Ach. Oh nein. Das bringt auch jetzt irgendwie nix, weil nämlich da kommen ja andauernd Geister. Ja, aber ich hab halt keine Lust, die Steine zu verschwenden. Ja, das bringt aber, wir gucken, am besten gucken wir jetzt erst mal, was wir machen müssen und dann... Hier hat nämlich noch einer das Problem. Hab ich mir schon fest gedacht. Hm. Am Ende war ich ein Back. Hm. Das kann auch gut sein. Was du musst tun, ist, dass du alle von den Boxen öffnest, wenn ein Geister nachher entstehen soll. Befeatet, dass der Geister dir die Schlüssel bekommen wird. Ja, das habe ich mir doch. Da war aber nicht wohl die Schlüssel. Hm. 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 Anscheinend müssen wir versuchen, jede Box zu öffnen. Hm. Da geht's auch raus. Ja, ich weiß. Hä? Wie sollen... Oh, ich will ja... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Meine Ahnung, vielleicht hat uns auch die Box da in dem Gang gefehlt. Vielleicht müssen wir jetzt auch checken. Ja, komm. Ja, komm. Ja. 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 Einfach mal mit dem Bereich in den Schritten nachdrucken. Und nachdrucken. Und wenn's dann immer noch nicht geht, ist es halt ein Bug. Okay. Ich bin erstmal rausgegangen. Hoppla. Gott. Ich will nochmal warten. Okay. So. Jetzt hoffentlich ist das Vieh weg. Weil das hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Ich will überhaupt nicht kämpfen können durch. Stammt. Ich bin überhaupt nicht kämpfen kann durch. Stammt. und andere leuten schreiben dann soll mit allen boxen reagieren ja aber probier es noch mal wir hatten ja die eine box im gang und dann soll wohl ein geist auftauchen der einen schlüssel trägt und da wird auch nichts an visiert muss ja irgendwas an visiert werden sonst geht das ja nicht probiere echt mal alle boxen einfach mit allen boxen zu interagieren ja was echt jetzt im ernst der soll wohl ein schlüssel haben warum werde ich dir keinen schaden machen wenn ich das verändern kann oder schnell Schnell! Schnell! Yay, wir sterben! Schnell! Das war nicht A. Ja, ich brauch Item. Eilung! Ich verbrauch mein ganzes Wasser! Ihr macht doch das obere. Du wirst ja noch nicht solo. So. Über ein bisschen Herbal-Medicine nehmen. Ja. Du kannst ja auch zweimal nehmen. Ja. Die Post hier. Da bist du Vieh. Ja! Ich hatte es doch! Das war mir nicht aufgeladen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Wird das schon erwähnt? Das bist du. Ach. Viel zu schnell! Mit so einem Scheiß-Run. Mit so einem Scheiß-Run. Hier ist ganz schnell. Das ist halt der erste. Ja! Wenn man pre-emptively abdrückt, dann ist es keine Fatal-Frame. Das ist okay. Bist du zu nah? Bist du zu nah? Bist du zu nah? Bist du zu nah? Oder Abstand einhalten. Habe ich es geschafft? Ich glaube ja. Halleluja! Heil! Hallo Julia! Hallo Julia! Wassergeister! Schlimmste was es gibt! In jedem Level, egal was es ist, Wasserzeckungen sind immer scheiße! Ja, das wird der Schlüssel gebraucht. Endlich. Ja. Ja. Hey. Ja. Das hätten wir uns denken können, dass wir jetzt das Tor aufmachen können. Der Schlüssel ist für das Tor? Ja, bitte. Was? Bist du... Das ist ja zu einer, der noch mal immer zu lange braucht. Ah, ich... Ich hasse Wassergeister. Hab ich das schon erwähnt? Das ist ein Wasser-Hart-Geist. Weil Wassergeister sind die nervigsten. Alles, was nervig ist... Du hast vielleicht keine Munition mehr? Nein! Du musst da auf irgendwas anderes... Ja. Ja. Sobald die mich lässt. Ich will keinen Scheißstein verschwenden für euch. Oh Gott. So. Und jetzt lass mich bitte, bitte wegziehen. Du bist schon auf dem. Du bist schon auf dem. Und endlich. Gut. Prall zurück, prall... Oh, prall doch zurück! Ah, ich glaub, da brauche ich diese spezielle Linse. Ja, ja. Den... 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 Die sie nimmt ab, der ja nicht. Ja. Und das... Das... Das man auch ständig unter Kamera losfiegt, wenn man getroffen wird. Ja, das finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil du dann die Chance hast, Du musst erst mal ein bisschen absamten generieren. Oder man wird dann doch nur den Beidlust zu finden. Danke. Wie lebt man? Nein. Warum? 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 Ich würde einfach mal sagen, wenn du dir noch nicht so schadest. Okay, schon. Oh, nice. Jetzt. 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 Hör! Ah! Wollen wir noch ein bisschen näher dran gehen. Ich verzieh es noch nicht gut. Nee. Gar nicht. Oder? Doch. Nee. Ja! Sie hat keine Luft zu sparen am Anfang. Nee. Trugs. Vor allem. Nein, nein, nein. Ja. Erstmal heilen. Panic Reaction heilen. Yay, wir haben gleich keine Heal-Sachen mehr. Okay. Ausweichen, 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 weg 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 weg. Die muss doch gleich tot sein. Ohne Witz. Keine Ahnung, ich schieße jetzt auch nur mit der 7-Ambunition. Ja, aber... Wie viele Fatal Frames. Ja, aber wenig Damage. Aber irgendwann wird sie trotzdem tot sein. Also wenn sie so auf dich zukommen, musst du halt einfach an die Seite gehen. Sonst bringt das nichts. Jetzt kriegst du auf jeden Fall Schaden. Ich versuch's auch nur. Das Problem ist, wenn die ganze Zeit Pisten hinter mir sind. Oder neben mir. Kann ich nicht. Guess you. Ja. Halleluja. Gott. Flödes Vieh. So. Jetzt schnell weg hier. Ja, nicht sie weg. So, proceed. Und gleich erstmal trocknen. Ja? Ich will auch proceed. Ja. Der Video ist lockt. Und Iris Flora ist und greift auf der Lock. Ja. 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 Wollt man sagen. Wir sehen nicht mal wie die Tür aufgeht. Er teleportiert sich an. Nein, wir können auch das führen gehen. Halleluja. Sie aufzumachen. Ach so. Jetzt erstmal trocknen, damit keine unnötigen Geister auftauchen. Mit den letzten zwei, die wir noch haben. Und jetzt kommt direkt wieder Wasser. Wehe. Ich weiß. Blut. Egal was da liegt. Mitnehmen. Totos. Egal was es ist. Das ist gut. Sie sind bestimmt wieder 14er. Ja. Ne, 61er. Egal. Alles mitnehmen. Das ist nett. Ja. Die 60er sind ja sogar besser. Ja. Davon hatten wir aber auch keine. Ist hier noch irgendwo? Nö. Da gehts ja wieder zurück. Ja. So. Aber erstmal die Kamera richtig einstellen. So, was habe ich. Die 60er würde ich nicht für Random Sachen nehmen. Ne. Unendliche 61er. 90er. Ja. Die Nuller habe ich nur eins. Nö. Die werden nicht benutzt. Dann. Dann bleibe ich. Dann ist weder die Kira Linse ausgewählt. Ich weiß nicht, ob du das willst. Ne. Eigentlich nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum Wasser in allen Spielen so verhasst ist. Außer in Sub-Nord. Da ist es super. Da war was im Regal. Da lag was. Egal was. Wir nehmen es mit. Ich glaube, die Main Attraction ist Wasser. Ich glaube, das ist Wasser. Ja. Das ist Wasser. Ah, das Wichtigste von allen. Wir können lieber ein paar Fotos reden. Ja, wenn wir mehr Schaden machen. Ach, im Instigar ist auch nicht so viel Schaden. Ne, Fernsehen. Wir setzen uns jetzt einfach da hin und gucken Fernsehen. Da weiss noch nichts mehr. Leider ist es auf der anderen Seite. Naja, dachte ich mir auch gerade. Oder auch nicht. What? Ja, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Er kommt aus dem Boden. Ja. Ja, eigentlich. Hey, zwei, na zwei. Nein 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 Bleib mir, bitte zu bleiben. Ist das nicht mental. Das ist einفra�elter frame? Ich habe gar nichts gemacht, der war dann Kilometer weit weg. Ja, ich sag ja, du bist doch egal. Ja, wir haben bestimmte Posen, die die Fatal Thrings auslösen. Ah, was? 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 Ach so, ja. Es wird doch nicht so weit zu beginnen bei denen, weil die machen eigentlich nichts. Ja. Also da bist du glaube ich eher im Nachteil. Okay, auf Wiedersehen. Das ist das Problem. Ja, aber er spawnt ja dann da. Ich will halt nicht, dass er in mir spawnt. Ne, das tun die eigentlich nicht. Ich will. Oh Gott. Ja, abdrücken darfst du dann schon nicht, wenn er so nahe ist. Da muss er dann schon auf eine Fatal Frame warten. Ja. 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 Da ist das kein weißes Ding mehr. Ja, da ist das jetzt kein weißes Ding mehr. Ja. 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 Du kommst von unten, aber wir haben uns noch nicht zu Ende umgeguckt. Haben wir oben alles gefunden? Nee, aber da geht es weiter. Deswegen darf ich erst mal unten umgucken. Weil vielleicht finden wir da noch Loot während es noch relativ ruhig ist. Weil da ist nämlich noch irgendwas. Vielleicht können wir da auch an den Schrank. Ja, garantiert, ja. Teppich. Medizin, Halleluja. Foto! Jetzt. Murmuring, Keiji, Jukas. Ich finde das auch lustig, wie immer, wenn du ein Foto machst. Dir einfach unten in der Kamera so kurz aufleuchen. Ja. Hier aber irgendwo war es. Oh ja, das ist ganz viel. Ja. Sehr gut. Was? Das war die Trace. Nun stand das nicht richtig vor dem Eid. Achso. Folkloris Nodes, ja. Krön. Na, wobei die Kind. Und was ist da diesmal dran? Noch mehr Decke. Ja. Noch mehr Decke. Ich hab nichts gegen Medizin. Okay, natürlich 90er Film. Kann man auch. Ja, aber... Ich finde das aber interessant, wie sie sich nicht mehr die Mühe gemacht haben, da irgendwie was in die Schubladen zu positionieren und dann einfach so ein Decken. Was sogar weg ist. Irgendwie... Wasser. Noch mehr Wasser. Und ein Telefon und ein Item. Erstmal will ich das Item haben. Wasser, was vor dem Wasser liegt. Ja. Der Typ bleibt echt von seinen Händen verschont. JAKES! Ist du ein Gegner? Ja. Ein Gegner. JAKES! Gegner, 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 Gegner! Bleibt weg von mir. Ohohohoh! Phew! Frag mich, was die so Glühle Gesicht dazu bedeuten haben! Es sind wahrscheinlich... Irgendwelche Bruchte drin... Nein, Mist! Ah, ich dachte nicht, dass den Fade so macht. Ja. Ja. Ja, ich kann schon sehen, auch. Nee, noch. Doch, berühren? Nee, du willst auch alle Geister berühren. So. Ja, ruf. Telefon, was ich klingel. Ah ja, das ist die. Ja. Moshi Moshi. Ja. Was machen wir hier nochmal genau? Sein Freund hat ihn ja angerufen, weil er... Kazuya hat ihn ja angerufen, weil er heiraten wollte plötzlich. Ach ja, das war ja das Telefon. Genau. Er hat die Geister geheiratet. Uro! Eiji, Vatarae... Vatarae... Heading wird für mich. Ach, in den Hau. Ich weiß nicht, was er ist. Ich weiß nicht, was er ist. Ich weiß nicht, was er ist. Ist das wirklich so einig? Ja... Das ist einigen Erdbeer. Oh... Ein Geist. Jängs! W hai! I... We love you in Ruhr. Oh, wie ein Schutz. Aber nur irgendwie Schaden. Ich muss nicht so weit zurück gehen, weil... Wer weiß, was du sonst triggerst da oben. Ich brauch mehr Kampfplatz. Ich hab's nur angezippt. Nein. Kuro. Prioritäten. Transfixed KG Watarai. Sebesu noch da jetzt? So. Es wäre... Halleluja. Umso besser. Umso besser. Aber wir kriegen weniger Punkte, wenn wir nicht besiegen. Egal. Hauptsache wir leben. Hauptsache ich lebe. Der erste war Tote. Ja. Wir haben das eine Buch natürlich gesehen in dem ganzen Bücherregal. Und wir genau wissen, das hat irgendeine Relation. Vor allen Dingen dort. Klar. Nimmt man dann auch das sofort. Ja, von wo? Ja, das sind Filme. Ich will doch nur meine 24er Filme, damit ich... Ja, sind sie. Ja. Ja. Ja, 24er Filme gibt's ja gerade. Ja, 24er. So, jetzt kann ich auch nicht mehr Schaden machen. Halleluja. Und heilen erstmal. Ah. Da wir die jetzt gerade bekommen haben, erstmal ein Foto verschwenden. Ja. Ne, ich hab ja nicht fotografiert, oder? Ne, ne, hast du nicht gewartet. Das wäre jetzt ja zu probieren. Ja, ne. Aha. Ne, so. Am besten auch mit der 4er Linde. Ach, wo sind die da? Ne. Am Fluss nicht. Ne. Haben wir jetzt unten eigentlich alles? Keine Ahnung. Bestimmt. Oder bestimmt nicht. Ne, garantiert nicht. Mit dieser blöde Geist. Ja. Das hier ist so zu realisieren, glaube ich. Ne, das ist zum Aufsammeln. Natürlich. Das ist eine Buch da, in der ganzen Bibliothek. Und mehr Lore. Da passen zwar die ganzen Special-Cutscenes, aber immerhin finden wir alles an Lore. Ja. Wir lesen das nur nicht durch. Du lesst noch irgendwas? Nee. Ja. Da kann ich, glaube ich. Nein. Oder? Oder? Ich glaube, irgendwer wird gelustet und labert. Ja. Uro! Ichi war da, Rai. Du lässt ihn dort. Das ist immer so spannend. Mhm. Da ist so viel zum Lesen. Ja. Und das hat alles auf 20 Millionen Seiten. Ich glaube, wenn wir das alles lesen würden, wären wir morgen früh noch dran. Ja, also diese Geschichten sind echt Story-heavy. Also diese Spiele sind echt Story-heavy. Was grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Ja. Aber ich bin... Ich liebe auch solche Spiele, die... Aber ich bin heute echt nicht in der Motivation, so viel zu lesen. Kein halbes Punkt. Was? Voll aus Strokant. Ja, mach ein Foto von. Das passt schon. Spilzers? Nee. Ah, vielleicht ist noch was hinter die Bücher, Ricard. Andere Seite. Warte, ja. Secret? Oder ist noch eine Tür? Die geht aus. Oh Gott. Richtige Macher, man sieht quasi gar nichts. Ich glaube, wir haben uns unnötig schwerer gemacht. Ich weiß nicht, was ihr meint. Das ist Herr Lies. Der Leider leads up to the attic. Das ist vielleicht in der letzten Part of the video. Wollte ich das? Genau. Das wollte ich nämlich nicht. Nein. Kassetten oder ist das was zu lesen? Kassetten. Filme, also Filme, ja. Ja. Nochmal 24. Ja. Nummer 24. Jetzt komme ich da hoch. Wieder? Kann ich da hoch? Und jetzt wirft dich ein Geist drum. Domska? In 3, 2, 1. Bam, bam, bam. Ah, okay. Ja. 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 Ich vergesse mal, dass man gedrückt halten muss die ganze Zeit. Aber das können alle sehr, sehr lange ziehen. 5, 10, 4, 5, 10. Und jetzt. Ich brauche es aber nicht. Drei. Zwei. 1. Dünn, dünn, dönn. Ein Dach. Oh das muss ja nicht gucken. Oh, aber hier. Nein, nein, nein 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 nein. What the fuck? Prost, left a note. Noch mehr zum Lesen. Yay. Hilfe. Wir haben sechs Bücher und sechs Seiten gefunden. Ah, Gott. So, was jetzt? Was war hier nochmal? Achso, ja. Was ist hier schon immer so neblig? Anomaly detected. Ich reporte sie. Warte, was? Da war ein bisschen oben. Ich glaube, da kannst du rausgehen, wenn du bis herkommst. Ja. Aber ich glaube, wir müssen auch zurück, oder? Ja, ja. Glaub ich auch noch. Oder witzig, glaub ich, das ist deutlich nebliger geworden. Nein. Okay, report a fog. Da sieht ja fast gar nichts mehr. Oh, warte. Hier. Ja. Da war das Vieh vorhin rausgekommen. Mhm, glaub aber auch noch nicht. Hier, eine Box. Hey, noch ein Vieh. Ja. Und das sieht sehr gesund aus. Soll ich mal Katzen, Katzen? Ja, es ist ein Katzen. Ich bin jetzt nicht mehr. Oh, Gott, Gott. Ah. Nein, nein, nein. Okay, halt einfach. Rihuel Ero einfach vor dich, und dann passt das schon. Ja. Gibt mir deine Fügel. Doch, war ich. Ja, jetzt. Oh, so spät. Dann wärst du eifer. Ja... Du bist jetzt schon da, Junge? Er hält keinen Corona-Abstgang. Nein, wo... Er ist nur gut vom Fenster. Nein... Wo ist das覆est覆? die Leute weil der will auch nicht in dir drinstehen der Teleport die sich auch weg wenn er zu nahe ist deswegen muss er eigentlich nur warten ich möchte auch auf dem Foto sein ok, kein Damage weil die Lienchen Sieht gut? Nein, Riva? Soll er nicht in mir drinstehen? Ja, will er eigentlich auch nicht aber er hat sich halt auf sie draufgeschmissen und sie stand halt in mir drin Wo ist er? Er greift gleich wieder sie an ich würde nicht zu weit weg gehen so wie der läuft es war auch ein Wunder, dass der einen... Ja, der... hat definitiv ihr mitbrot gemacht Es gibt hierfür auch sie ich bin nicht 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 aber ich bin nicht ich bin nicht es sieht auch sonst wird sie gleich sterben ja aber er ist drauf können wir ihn berühren? ja Verrühren Nicht verrühren! Ah, gut. Und wir im Blaulichtwürfel. Na toll. Willst du lieber in Rotlicht sein? Ja, ins Rotlichtmilieu. Auf geht's. Muss ich mir Gedanken machen. Wenn die Frau leuchtet, ist das doch triss. Ah! Ah! Und der steht eigentlich mit der Kamera. Ja! Help to get out of here. Ja. Einverstanden. Hey, Loot. Erstmal genau. Erstmal Loot auffüllen. Ach so, der Schlag. Nein! 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 Nope! Das erste Mal, dass bei dem Typen eine Hand kam. Mhm. Wir brauchen den nicht, weil da nicht gut was ist. Ja, das, was wir am seltensten brauchen, gefühlt. Weil wenn wir brauchen, lohnt das sich nicht. Und Deckel. Wasser. Halleluja. Halleluja. Gut. Gut. Willst bitte keine nervigen Geister. Da kommt schon einer. Das ist natürlich so ein aggressives Vieh. Warum? Warum? Und du sagst noch, bitte keine nervigen Geister. Englern, der kriegt nur eine Fatal Frame, wenn er chargt. Ja. Holy, holy, holy. Nein, nein, ich bin auf dem Flo. Wie passt. Da geh ich erst mal aufs Flo. Ah, ich wollte doch mal hier raus. Warum? Oh. Also dem würde ich echt so Schaden machen und versuchen auf Abkommen zu bleiben. Ja. Ja, ich weiß nicht. Und wenn das 1,60er ist, weiß ich nicht, dass das geplant ist. Ja. Ja, ich weiß. Die brauchen halt so lange zum Aufplanen. Ja, aber ich hoffe, ich kriege den so schneller weg. 200. Aber ich sehe irgendwie keinen großen Unterschied am Schaden. Also über 200 Schaden haben wir auch mit den Sieben lang gemacht, wenn da 5 Stück waren. So viel besser sind die irgendwie gar nicht. Nein. Ah, wieso komme ich da nicht weg? Ich komme hier nicht weg. Du bist in der Ecke. Oh, Mann. Oh, Mann. Er kommt raus. Ah, die Ecke ist gut. Gut, erstmal gucken. Ich möchte dann mal heilen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Hier ist keiner. Ah. Jetzt hast du einen 90er. Was? Nein. Rutsch nicht. Ich wollte gerade überhaupt den 60er. Also die 60er finde ich eigentlich schon die schlechtesten. Weil... Okay. Die brauchen viel zu lange um aufzuladen. Das ist... Ich werde mal ein Stück zurück gehen. Ich kann nicht zurück, das ist das Problem. Aber hier ist doch nichts. Ah, das ist doch nicht fertig. Ich werde mal ein Stück zurückgehen. Ich kann nicht zurück. Das ist das Problem. Aber hier ist doch nichts. Ich hab ja keine Ahnung was hinter mir ist oder nicht. Ich konnte auf jeden Fall nicht zurück. Mega merkwürdig. Ja, deswegen. John zieht vielleicht einfach den Giff. Ich glaub er kommt durch die Wand. Kann ich auf jeden Fall schauen. Der trommelt halt nicht so schnell zurück. Aber... Das ist einer der nervigsten Geister, die es gibt. Da kann ich halt nicht raus. Ich suche irgendwo, wo ich mehr Platz hätte. Ich würde mich eigentlich da in die Ecke stellen. Weil dann kannst du zu beiden Seiten hinwecken. Und er... Die mögen es ja auch nicht in der Wand zu sein. Die teleportieren sich ja dann wieder raus. Wenn sie merken, dass sie nicht mehr bei dir sind. Aber er hat selber zu viel gemacht. Guck mal her. Guck mal her. Ein bisschen Damage. Der ist nicht gegen mich. Seht doch nicht. Guck durch, weg durch. Ich bin jetzt auch in das Fenster verloren. Nee. Das finde ich. Ey. Wir haben uns zu nah. Von wegen dir. Wir haben uns zu nah. Ja. Ja, aber nicht, wenn sie in Angriffsreichweite sind. Ist doch alles gut. Hat doch perfekt funktioniert. Na ja. Ich weiß noch nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Was ist die? Was sind die Blümsen neben den Wassergeistern? Hinter dem. Denk, oder? Du musst echt raus. Ach, er ist unruhbar. Ach, er ist unruhbar. Mal wieder. Absurd. Er ruft auch viel genau. Wir halten einfach viel zu viele auf. Wie schön, dass sie mit drauf. Aber der ist tot. Oh ne, Schatz. Doch er ist tot. Aber. Ja, jetzt. Halleluja. Gott. Haben Sie schon erwähnt, dass ich die Viecher hasse? Auch noch nicht. Ich hieße sie. Aber du hast gesagt, dass du ein Bastard, der Viechstall hast. Ja. Ich glaube, ihn hätte sie berühren können. Ist mir egal. Diesen Fallen war mir grad wichtiger. So, ich will raus. Jetzt hast du was zu fotografieren. Was ist das? Jetzt raus. Jetzt ist es, glaube ich, weg. Das war das weiße Symbol. Aber du kannst jetzt rausgehen. Oder? Nee. Ich war nicht dadurch. Ich glaube, sie müssen durch die Tür. Ja, wir müssen durch die Tür. Ja. Wir sind ja zivilisierte Leute. Das ganze Haus ist abgerissen, aber wir gehen trotzdem durch die Tür. Bitte keine nervigen Geister mehr. Ja. Du darfst es nicht sagen. Jetzt haben wir noch drei Stück. Da haben wir ja schon alles. Ja. Ich hab da noch fünf. Für jede Kurve, die wir gehen rein. Da. Ja. Einfach oben. Schauen Sie mal auf den Slbey und Schloss. Hey, Wassergeister. Oder ist nicht mal Wasser? Ja, natürlich. Die nervigsten. Die zwei nervigsten. Und wenn du gesagt hast, hab ich nie am liebten, Max. Ich weiß nicht, ob sie gar nichts macht. Sie ist gerade auf der Welt von dir. Mach einfach genau das. Mach genau das, was du die ganze Zeit machst. Sie versteht nicht, dass sie da spawnt, wo kein Wasser ist. Was ist denn? Was ist denn? Nein, das solltest du nicht machen. Genau das solltest du nicht machen. Du bist du. Du bist überall, wo ich nicht zum Beispiel mache. So. Huy. Ich kann ja nichts machen. Aber geil solltet mich hier dann. Das besser nicht so oft, sonst hast du ja nachher ein Nacht der noch nicht. Ja. Komm mal, komm mal! Guck mal! Hier ist es. Du kannst einfach liegen. Warum kannst du nicht? Nein! Oh nein! Ah, Halleluja! Danke! Haben wir vielleicht zu viel Wasser? Nein! Ich weiß nicht, dass du es damit zu tun hast. Das war ein... Das war ein... Das war ein... Was? Das war jetzt wahrscheinlich alles verschwendet, weil wenn du jetzt aus der Tür raus gehst, ist das Level wahrscheinlich beendet. So, hier war doch irgendwo noch ein Item, oder? Nee. Dann gehst du nur raus. Dann rechts ist die Flinke. Nee, hier... Da, doch, da war's. Wenn du an der Tür rechts stehst, dann kannst du da raus. Ach, da... Gold, wie genau muss man da stehen? Na ja, der klingt... Erstmal noch schön alles... Äh... Rappen. Jikes! Ja, genau. Tschüss! Tschüss! Das ganze Haus war einfach nicht da. Ja. Einfach alles nur Einbildung. Jikes. Ah... Ach... Du musst da irgendwie an den Typen von Mirai Niki denken, der auch immer diese Maske trägt. Hm... Hm... Und nee, das Level ist scheinbar noch nicht vorbei. Du meinst, du da vorne bist. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass du dich nach der Cutscene geheilt hast. Das ist automatisch. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Medizin! Ich bin nicht sicher. Ist Herr Sakaki hier auch auf der Mauten? Mal sehen. Es ist ja so, wie die Böcke waren. Ah... Nein. Das sieht gut aus. Noch mehr Medizin. Ah, Gott sei Dank. Wir wissen was wir brauchen. Ah Gott. Ah... Ah... Er hat dich erwischt. Mist, wie? Oh Mann... Ah... Der kam auch so im letzten Moment. Hm. Da wollte sie noch betatsen. Proceed. Might as well as the cable. Hä? Was für ein Kabelkab? Was hören wir denn sonst noch lang? Da geht es nicht lang. Hast du eine Map? Da müssen wir auf jeden Fall ja. Wir müssen da irgendwie hoch, aber... Da ist eine Trette. Da, 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 da. Dafür brauchen wir keine Map. Und da ist noch ein Item. Ja, genau das. Ah, das Kabelkab. Noch mal eine Gelegenheit für eine Hand. Die. Aber jetzt kommen sie. Das wäre so funny. Ich frage mich auch, ob das... Aber ich glaube, so wie das Spiel funktioniert, sind die Hände wahrscheinlich einprogrammiert. Aber ich frage mich halt echt, ob das random ist oder ob es wirklich... Ich glaube, es ist random, wann die auftauchen. Sie können bei... So wie das Spiel bisher funktioniert mit, dass die Items einfach immer genau an der gleichen Stelle liegen, bezweifle ich irgendwie, dass es random ist. Und auf jeden Fall besser. Ren und Rui set out to find the folklorists house, relying on clues from a video recording. As they passed through the shrine of dolls, the white haired girl from Rens dreams appeared. She asked why he didn't bring her token, then vanished. Warum kriegen wir... Warum steht im Text eigentlich mal genau das, was einfach schon passiert ist. Tja. Das ist so unnütz. Ja. Ja. Na, danke. Ren und Rui arrived at the veiled house, where they discovered several of Keiji's, Vatari's, writings on the customs and beliefs surrounding Mount Hikami. They escaped the house only to see it, vanish in a thick veil. Ja, das haben wir alles gesehen. Spiel, danke. Halleluja. 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 Ich möchte noch ein Level machen. Bitte schön. Und jetzt mal was mit diesem Blumen, wo man irgendwas neues ankostet muss. Achso, wir haben bei ihr erstmal... Ich habe mir das auf Kostüm. Ansonsten haben wir anscheinend... Nix. Nein, warte mal, weiß er her. Ist er weg? Ich möchte wirklich aus, dann hat lieber die Kamera nicht. Fuck out. Ich glaube, bei Ihnen irgendwas Neues. Oh. Hast du zufällig einen Mikro und den Stecker? 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 Stecker. Hier, hier müsst ihr rein und blicken. Gut. Ich glaube, das... Ach, es gibt's... Ich hab rausgeguckt, das ist... Ups. Wolltest du sagen, guck, meine... Liegen nebeneinander. Nee, das ist ein USB-C. Achso, du brauchst ein älteres. Ich brauche ein Gipo. Genau, ich brauche ein Gipo-USB. Oh, ja, das habt ihr drin. Aber das Kabel... Kannst du natürlich auch mein Handy aufladen. Nützt dir aber dann recht wenig. Ja. Das bringen wir recht wenig. So, dann stecke ich mein Handy gerade ein und verschwinde mal aufs stille Örtchen. Mich von dem Stress erholen. Danke. Ja? Ja. Lädt nicht. Nicht? Aber das... Habe ich nochmal ohne Hülle? Vielleicht stirbt. Habe ich gerade den Stecker vielleicht aus Versehen rausgezogen? Ja, kann auch sein, ne? Also... Das Handy lädt auch hier rein nicht. Hier ist alles drin. Der scheint auch drin zu sein. Ansonsten gib mir mal das Handy mit dem Kabel. Mit Stecker oder ohne Stecker? Äh, nur das Kabel. Ja. Ops. Bitteschön. Weil das so ein Power-Lade-Kabel ist. Ja. Vielleicht, äh... macht das dein Handy nicht. Ja, kann rein. Passt nur auf wegen der Hülle dahinter sind Schlüssel. Nicht, dass die dann hier landen irgendwo drauf. Ist das dein Komplett? Ja. Jetzt lädt's. Jetzt lädt's. Okay, ich leg's mal vorsichtig. Ja. Äh... Äh... Ich hab eigentlich keine Chase gemacht, aber eher von mir aus. Ähm... Ach doch, ich hab's hier erstes. Meine Gürtelbauten versteckt. Ja, so. Ich komme gleich. Jo. Dann wird hier irgendwas Neues anscheinend nicht. Und wir tun können wie er für... Immer Raster besser, oder? Ja. Ja, deswegen. Dann passt das so. Ich muss ab und zu mal die Dinger abmachen. Wir brauchen noch ein bisschen. Ich habe hier die Dinger in die Hülle. Nachdem ich wieder zurückgekommen habe, Haruka ist, die ist, was sie wieder zurückgezogen ist. Diesmal hat sie sich wieder verletzt. Aus dem Film, Fuyuhi ist. Es gibt noch einen öfteren Fall von Hisokas File, eine verletzte Frau namens Miyu Hinasaki, die nach Hikami ging, in der Suche von ihrer Mutter. Yuri nimmt Miyu's Token mit ihr und setzt auf die Mauten, hofft, dass die Schlüssel zu all der Erwachsenen dort dort reichen wird. Die können wir auch noch vertreiben, das heißt, die werden wir auch noch mal spielen. Irgendwann. Nur da noch Trace. Ich wollte erstmal gucken. Bei den Kameras. Jetzt haben wir hier noch eine... Ne, haben wir nicht zusätzliche Linse. Wofür ist denn dann die andere Linse? I don't get it. Ist uns das mir eigentlich egal. Ist mir auch egal. Machen wir mal ein bisschen mehr Schaden. Und... Ne... Ich hab noch mehr Schaden, ne gut. So lebt du nicht. Ja, da wolltest du schon gehen. Ansonsten können wir auch mal dein Kabel probieren. Ich mag dein Handy auch einfach mein Kabel nicht. Das lebt ja. Ich mein, ansonsten ist das eh kein Problem. Also wir wollten dich auch gleich mit dem Auto zurück bringen. Ja, okay. Ich meine, wenn du dein Handy zuhause nicht brauchst, dann... Nee, zuhause kann ich so ohne Probleme aufladen. Das ist ja kein Problem. Ich dachte nur, wenn ich gleich mit dem Zügen oder so frage... Nee, ich sollte dich nicht mehr so spät in der Nacht dann mit Zügen gegen schicken. Alles klar. Dann ist es nicht so schlimm. So, Kotsura, da. So, wie viele Geister habt ihr besiegt? Null. Aber wir haben jetzt ein zweites Foto gemacht. Ah, perfekt. Und wir haben gerade hier die Kamera ein bisschen upgraded, dass wir ihm noch mehr Schaden machen. Äh... Ich hatte das, dass sie mich immer dreht nach so einer Katze. Und das ist irgendwie dumm. Ach, jetzt sind wir mit ihr hier? Ja. Wasser. Wasser. Es tut gut, aber ehrlich gesagt schlimmer, was die Sicht angeht, als den Kamerakopf. Echt? Mit die Kamera irgendwie. Die sind noch ansatzweise akzeptabel als Gegner. Ja, das sind auch glaube ich normale Geister. Ja. Wie gesagt, alles ist besser als Wassergeister und diese Fackelträger. Ja. Jetzt kannst du es auch ruhig sagen. Jetzt fehlt es dir irgendwo mit Piu. Ja. Du spürst sie ja nur, wenn du selbst bist. Geht auch nicht da in die Wand. Ich muss sie jetzt nicht erwischen. Da. Ich bin hier nicht gefühlt. Hier. Ich bin hier nicht. In der Nähe. Wie? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Ich bin hier nicht. Nicht berühren! Es gibt einfach nur extra Punkte, es bringt nicht mal irgendwie was anderes. Ein Rückblick oder so. Ne, das kommt nur bei speziellen Geistern. Die anderen geben nur Punkte. Hallo, der war bestimmt ein sehr spezieller Geist? Hm, ne. Der geht da lang, aber ich will gucken, ob der Loot ist. Nope. Vorwärts aber Loot. Ne, das ist nur ein Knochen. Doch, das. Hm, die Filme. Immerhin ist das meiste Loot wirklich auf dem Weg. Und wo ist noch Loot? Ich glaube das war kein Loot, das war irgendwas anderes. Hm. Eigentlich auch nicht lang. Irgendein Foto verpasst, naja. Aber egal. Ja, zum Glück können wir nur noch Prozent runen. Nee, aber dafür können wir ja abgelöst werden. Ja, ist. Na voll. Yay, mehr zum Lesen. Weißt du eigentlich, wie viele Kapitel das hier hat? Äh, nope. Soll ich mal googeln? Ja. Oder ähm, ich geb dir mein Handy und du kannst es mal eingeben, weil ne... Rechts war... Spächer. Ich glaub da kommt dein Name nicht raus, wenn ich das halb. Schnell. Oh, Fatal Framing, Fatal oder Drops. Oh, Drops. Hell Drops. Näm. Ähh, Blackwater's flood-ish. Nein. Wer mir nicht sehen? Nein. 14 Kapitel, den Prolog, das Zwischenspiel und dann gibt es auch noch eine Bonusnebengeschichte, die nochmal vier Kapitel umfasst. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel heute durchkriegen, wie gesagt. Nope, definitiv nicht. Also entweder wir sind einfach wirklich mega schlecht oder die Durchspielzeit von siebeneinhalb Stunden stimmt einfach nicht. Vermutlich stimmt die Zeit nicht. Ja, aber das ist eigentlich selten und eigentlich ist das sogar schon sehr hochgefasst. Also bisher kam das immer hin oder wir waren sogar schneller bei Spielzeiten. Oder das hat sich auf die alte Version bezogen. Ja, kann doch auch gut sein. Wenn man mich gefragt hätte, ich hätte gesagt, ich möchte Resident Evil spielen und da wären wir nie durchgekommen. Ja, aber dann bringt das sonst auch nichts. Ich nehme keine Spielvorschläge an, die länger als acht Stunden gehen. Ja, das ist, hat irgendwas mit, ich glaube, zwei Tagen zu viel Dauer. Jikes. Also die kürzesten. Ja, ja. Nehmen Sie zwei Tage. Aber sowas werden wir dann niemals spielen. Also nicht am September. Ja, geht ja nicht. Ja, ich weiß. Das ist ein bisschen zu lang. Ihr könnt ja einen Sabbaturn veranstalten. Dann sieht jemand anscheinend. Ja. Oh Gott. Ein Sabbatjahr. Das ist ein ganzes Jahr und 24 Bliebenhofer. Ach Gott. Ne. Also das wäre mir ein bisschen zu viel. Vor allem irgendwann hast du alle guten Spiele durcheinander und musst du dich durch die Trash-Spiele zwingen. Davon gibt es haufenweise. Es gibt auch sehr viele Blute. Ja, das auch. Aber es gibt auch sehr viele... Willkommen zum Spooktober Sabbat. Ja. Ja. Aber ein Jahr lang nur Horrorspruche. Oh Gott. Ne. 24,7 auf diesem Kanal. Natürlich schlafen wir auch nicht. Nein, wir spielen einfach durch. Wie viele Tage kann ein Mensch ohne Schlaf überleben, bevor er durchdreht? Ich glaube, zehn oder elf ist der Rekord. Ja. Was heißt, bevor er durchdreht? Durchdrehen wird man schon früher. Ja. Wenn man wirbt. Ja. Ich glaube, nach drei Tagen fangen die ersten Halluzinationen an. Also 24 Stunden ohne Schlaf sind gleichzusetzen mit, ich glaube, ein oder zwei Flaschen Bier. Also mein persönlicher Rekord sind knapp 75 Stunden. Also drei Tage. Drei Nächte. Aber danach war ich auch mehr als im Eimer. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist eine Woche lang immer zwei Tage wach zu sein und dann dafür 16 Stunden zu schlafen. Oder wieder zwei Tage wach und dann wieder 16 Stunden zu schlafen. Das ist ja irgendwie ein sehr merkwürdiges Schlafgegnis. Das war bei mir früher Standard. Aber ich habe sowieso sehr oft und sehr viel mit Insomnia zu tun. Warum mache ich bei ihr keinen Schaden? Keine Ahnung. Wird die ganze Zeit nur verfehlen? What the fuck? Bei mir ist halt das Blöde. Ich kann nicht einschlafen meistens. Das ist bei mir zu Hause. Wenn ich zu Hause bin manchmal, dass ich Probleme habe mit einschlafen. Wenn ich zu Hause bin manchmal auch so, ich bin total müde, leg mich ins Bett und kann dann aber trotzdem nicht schlafen. Ja, bei mir genauso. Aber komischerweise weiß ich nicht. Das ist bei mir zu Hause nur. Oder ich bin halt wirklich in so einer Art Beliebium, dass mein Körper komplett im Schlaf ist, mein Gehirn aber noch alles mitbekommt. Ja, genau so, dass du nie wüsstest. Hatsch! Berühren! Brian Maiden! Visions! Da ist alles ein Hackepfleger. Ich habe das in deinen Seelen gesehen und jetzt... Ich meine, der Stream und YouTube-Paterisch empfehle ich hier natürlich niemandem auf Drogen umzustreigen. Aber du solltest mal echt Marihuana ausprobieren. Ich glaube nicht, dass es bei meiner psychischen... Du solltest nicht das THC-haltige, sondern das andere hier... Wie heißt nochmal der andere Wirkstoff? Es gibt halt in Marihuana zwei Wirkstoffe. Ja, THC und CBD. CBD, genau. CBD, ja. Und das solltest du mal ausprobieren, weil das halt extrem beruhigend wirkt. Und das ist ja auch bei Leuten, die unter Angststörungen leiden und sowas wie... Wie heißt nochmal dieses Zittern, wo die nicht chill halten können? Das hatte eine O-Macht. ADHS? Ne, nicht ADHS. Sondern wo die die ganze Zeit wirklich so richtig gekrank habt am Zittern sind. Ja. Ähm, wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Bei denen hilft das und sowas, weil das halt einfach sehr beruhigend hilft. Und das hilft eben auch bei Leuten, die Strafprobleme haben, dass man dann einschlafen kann. Ja, wie gesagt, sowas, wenn überhaupt, dann müsste ich das eh mit meiner Therapeutin abklären. Ja, Therapeutin und auf jeden Fall auch Arzt. Ja. Aber bei Ärzten... Allein schon, weil ich ja auch ADs, also Antidepressiva nehme. Und nicht, dass da irgendwelche... Ja, das ist... Nicht meist... Nebenwirkungen... Also mit dem CBD-Gras eigentlich nicht... ...Kumbo-Wirkungen kommen. Die meisten Nebenwirkungen kommen halt in Kombination mit dem THC, weil das halt auf die Psyche einwirkt. Ja, THC sollte ich sowieso nicht damit in Berührung kommen, weil bei meiner Konstitution... Das heißt vielleicht schon so. Zur schlimmsten Zeit, wirklich zur Hochzeit, war ich kurz vor absoluten Wahnvorstellungen, ohne irgendwelche Substanzen, weil meine Angststörung derart ausgeschlagen hat. Ja, aber THC ist auch eigentlich nicht. Also THC, es sorgt prinzipiell nicht dafür, aber es kann das verstärken. Und das Problem mit Marihuana, wenn du psychisch instabil bist, kann es Psychosen begünstigen. Du denkst gerade an LSD, aber... Nee, Marihuana auch. Also das habe ich noch nicht gehört bis jetzt. Ich bin selber eigentlich auch noch nicht erfahren und ich bin eigentlich auch jemand, der sehr empfindlich für sowas ist. Ja. Also zumindest nach meinem Kenntnisstand. Ich finde das Kleid immer noch niedlich. Ich dachte, das ist auch schön. So eins würde ich mir auch kaufen. Aber wenn... Für 250 Euro. Was? Ich würde auch jeden Tag mit rumlaufen. Du weißt, wie ich manchmal rumlaufe. Aber dann geht's kaputt. Ja, aber das interessiert mich nicht, solange ich Spaß an meine Kleidung habe. Jo. Man, man, man. Trag mich auch, ob man mehr Punkte bekommt bei diesen Fotos, wenn man die mit einem anderen Film schießt. Ich meine, als du die mit den 7 angeschossen hast, gab's viel weniger Punkte. Ja, vermutlich ja. Weil, wie du sagst, die laden halt viel langsamer auf. Dementsprechend, die müssen ja irgendwelche Vorteile haben. Jetzt laden aber nicht mal wirklich weniger auf. Nur die 61er. Und die 90er zum Beispiel laden auch schnell auf. Aber sind dafür halt noch seltener. Mhm. Warum sehen in diesen japanischen Häusern eigentlich alle Türen aus wie Wände und alle Wände wie Türen? Shoji-Türen. Ich liebe Shoji-Türen. Ja, grundsätzlich ist das auch nicht schlecht, aber sie müssen nicht unbedingt aussehen wie Wände. Also, keine Ahnung, das könnte von mir aus auch eine Tür sein. Ja. Und die Tür könnte aber auch eine Wand sein. Ja. Ja gut, aber es hat Vorteile, um sich beispielsweise vor... Ähm... ...Auftrittskillern zu schützen. Woran denkst du? Hahaha. Feudales Japan? War das Gang und Huse? Zur Samurai-Zeit. Ja, aber wenn du jetzt nicht gerade über irgendein Ziel bist... Ich meine... Und wo du gerade jetzt Auftragstäler gesagt hast, dachte ich eher an Yorchosa. Ja. Ja, aber das ist halt nur... Nee, wenn... Ja, wenn... Wenn du dann... Ja, aber das ist ja auch kein Bauernhaus. Das ist ja ein Tempel. Ein Schrein. Und die hatten meistens Schrein. Und die hatten meistens Schrein. Auch ein Weinchen. Aber da kommen eher Diebe als Auftragsmörder. Diebe können auch Auftragsmörder sein. Beziehungsweise Mörder. Das ist genau so, dass das geil... Eine der geilsten Erfindungen während des feudalen Japans von Samurai war auch die... Der Nacktigallenboden. Kennt ihr den? Nee. Macht der Beweise? Genau. Die Bewohner haben da unter die Dielen von den ähm... Päufern äh... Kleine Holzkonstruktionen eingebaut, die wie Pfeifen quasi funktioniert haben. Und wenn du dich auf die Dielen draufgestellt hast, hat es ein Geräusch gemacht wie eine Nachtigall. Daher der Name Nachtigallenboden. Und es gab noch ganz bestimmte Punkte, wie man gehen konnte, ohne dass es ein Geräusch verursacht. Noch mehr Writings! Yay! Ich kann nicht lesen. Doch, ich kann lesen, aber ich will nicht lesen. Ja, kommt doch. Ich kann nicht lesen. Noch mehr Film! Ein Gerichtiger. Gegner! Ein Gerichtiger-Gal poliert. Je historisch. Where are you? Where are you? Verrückt, ich werde. Sie sieht nicht sehr gesund aus. Aber wir sind ja auch nicht verdrückt. Ich glaub sie jetzt gelingt. Glaub ich die, deren Auge ausdrückt. Hast du das trocken? Ja. Lauf, touch, touch. Der, der sie ausgerufen hat, war wahrscheinlich dieser Packelfeder. Berühren. Nicht berühren. Kriegen so viel Lore. Ja, genau. Das ist interessant. Dadurch, dass alles verschwommen und pixelated ist, sieht die Grafik sogar direkt viel besser aus. Und das ist ja auch genau der Grund, warum wir denken, dass alte Spiele früher eine bessere Grafik haben in unserer Erinnerung. Das war einfach, weil die Fernseher viel weniger Pixel hatten. Ja, klar. Und das genauso wie da dann besser aussieht. Ja. Das ist ja genau die gleiche Grafik im Endeffekt. So viel Ketchup. So viel Ketchup. Ja. Und mach Ketchup. Marmelade bitte. Ja. Ja. Das ist Marilyn Manson. In seinen guten Jahren. Ja. Und das ist Ozzy Osborn. Deswegen, wie wir die emerge haben. Nein. Ich werde es mitnommen. Kann ich dich nochmal rubbeln? Nein. Hartschatten. Anscheinend müssen wir aber weiter da lang. Aber ich würde gerne mal gucken, ob sie da drücken gehen müssen. ich glaube die sind doch gerade erst hier angekommen woher weißt du denn es sich vorher nicht ich habe auch keinen Sinn nach wie das hier follow the ghost hey wasser ja ich wir freuen uns alle wir aufgemacht und einfach wieder weg ja aber ich wollte eigentlich nur gucken ob sie offen ist denn hier zu viele gänger wo müssen wir denn lange anscheinend dadurch was ist denn dann hier unten da sind doch alle türen offen wo er war das spiel so linear und jetzt hat keine items verpassen ich weiß nicht mal was da liegt ein zettel anscheinend noch mehr türen hey bitte sei zu danke kein spieler dieser welt ich lebe ja open world aber nicht in einem linearen spiel das ist nur verwirrend auch world beinhaltet nämlich auch dass ich überall wo ich hingehe etwas machen kann was in diesem spiel ja leider nicht der fall ist das sind wir das haben sie nur so verkleidung aber ich bin das lustig dass sie hier auch schon die verkleidung an hat wir sollen da lang gehen dann gehe ich hier lang hier ist was mehr türen warum ist sie offen wahrscheinlich war die tür wo der geist war zu und du hättest dann hier lang müssen das sieht eher aus wie so eine boss arena da gehe ich später rein wie wie ist es auch offen es ist einfach alles offen hey das kennen wir doch das war doch ganz am anfang ja auskommt nein glaube ich nicht das glaube ich aha ich wusste dass ich es so drehen muss das war bestimmt nicht zufällig oder so mhm okay okay there is something in the picture there is light pouring from the moon down from the ceiling ah du musst irgendwie licht da machen reicht der kamerablitz nicht nope lekenfeuer voll voll gewonnen ich meine es ist licht also es muss ja von oben kommen ja hier wäre ja auch noch gegangen da einfach alles entzünden es darf ja nur von oben kommen und auch einfach von oben etwas anzünden wie geht es auch nach oben warum geht alles nach unten ist das so gut ja warum sind hier zwei türen und sogar offen die auch offen ja hey der raum kommt mir vor ok karte ah hier scheint es nach oben zu gehen und da ist alle hm keine ahnung ist sehr viel gebracht die karte ja eine wunderbare karte wenn sie so viel bringen ja okay hier ist zu das eliminiert auf jeden fall schon mal diesen weg es irritiert diese lücke die hier rumfliegt ja ich habe noch keine gesehen ich blieb gefühlt die ganze Zeit vor meiner Nase aha nein hast du Halluzinationen? das wollte ich gerade sagen nein ich habe keine Halluzinationen bist du dir da sicher? ja wirklich hundertprozentig ja willst du auch keinen joker nehmen? nein nein sag mal bitte den fifty fifty joker neun von zehn meiner stimmen sind sich einig ich habe keine Halluzinationen die zehnte sucht die Melodie von Tetris ja mit zehn stimmen in meinem box sagen ich bin nicht verrückt die zehnte sitz in der Ecke und suche mich auf Kontinu aber die Metalversion ich habe drei Stücke ich liebe Metal Tetris vor allem weil die Lieder aus Tetris ja eigentlich russische Volkslieder sind Der, äh, in Tetris Metal Version war mein Einlaufsong in deinem Abitur. Wie geil. Hast du einen Einlauf bekommen? Ja, für dich. Hahaha. Diese Art. Nicht diese Art Einlauf. What the fuck? Könntest du das bitte zu lassen? Die ist vorne nicht in dir drin. Nein. Ja, das ist ja auch ein Wassergeist. Der kommt von unten. Das ist was ganz anderes. Ich komm von überall. Geht euch bitte. Warum müsst ihr euch auch auseinander bewegen? So ist schon besser. Peng. That's what you got. Das war mir so gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist denn da? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie geht's dir was? Wie geht's dir was? Liegt schon noch? Ja. Ne. Jetzt nicht mehr. Wollte ich dich auch nicht berühren. Verdammt für mich. Ich hab jetzt keine Ahnung welche die Tür, die ist aus der ich gekommen bin. Aber ich würde einfach mal sagen die. Was sagt denn hier unser... Ich weiß nicht ob das jetzt noch gerade ausfokussiert hat oder ob es sagt wie soll hier lang? Hey eine Tür. Die Tür, siehst du, ist kein Gate. Ist lockt. Ist now locked. Was mach ich denn hier? Laufen. Tapsen, tapsen. Ich habe keine Ahnung, dieses Haus ist viel zu groß. Es ist eben ein Tempel. Ich meine, da wir jetzt eh festgelegt haben, dass wir dieses Spiel unmöglich durchbekommen, das würdet ihr dazu sagen, wenn wir einfach nach diesem Kapitel noch ein bisschen Observation Duty spielen. Ja. Ja. Vielleicht sogar davor, je nachdem wie sehr ich verzweifle an diesem Haus. Diesmal sind es wirklich nicht die Geister, die mich zum Verzweifeln bringen, sondern... Das war... Ja, das ganze Haus einfach verbreitet. Da kommt wieder einer. Weißt du, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Normalerweise ist das, glaube ich, in die Tato drin, ja. Eigentlich ist es, glaube ich, in die Tato dafür, dass ich ein bisschen Zeit verschwinde und ein paar Hände machen sollte, weil das Spiel dann sonst mit Geistern bespacht. Keine Ahnung. Oder du bist schon nass. Nee. Ich bin überhaupt nicht nass. Was komisch ist. Du bist die ganze Zeit durch im Wasser gelaufen, aber bist du nicht nass? Wie kann das keine Fatal Frame sein? Das war mitten in meinem Gesicht. So, der Geist kotzt mich echt an. Geh weg. Gut. Ich bin ein schreit. Ein schreit. Ja, ein schreit. Ja. Warum stirbst du hinter der Wand, da kann ich dich nicht berühren. Und sie möchte halt alleine sein bei ihrem Tod. Ich möchte nicht berührt werden, okay, verstanden. So, hier ist ne Queer, ich glaub die war bei den Zügen, ne die war nicht zu. Ach ne, hier war dieses komische Ding, aber da war ne Zurück, das heißt hier bräuchte auch nicht weiter gehen. Hier kann ich doch nach oben, das ist doch vielversprechend, wenn man rum geht. Wir müssen ja nach oben. Ist das ne Tür oder ist das ne Wand, ich weiß es nicht. Wir werden es niemals erfahren. Das sieht richtig aus. Ja, ja. Und sehr viel zum Einsammeln. Da liegt ein Zettel auf dem Boden, wie kann der drei Seiten haben? Ja, Nuller. Ich finde das gut, dass wir uns darüber freuen, obwohl wir sie irgendwie nie einsetzen. Ja, die würde ich auch für die, wenn du überhaupt für den allerletzten posten. Zum Beispiel für die? Ja. Wie ist das? Ja. Wie ist das? Ja. Du bist ja... Du bist ja... Du bist ja... Du bist ja... ...underschönig. nicht stehen lassen nicht gut sein das macht kaum schaden feuerwelle 90er sind mega schnell aufgeladen warum stirbst du jetzt auch im boden da kann ich dich auch nicht berühren müssen die mal irgendwo sterben wo ich sie nicht berühren kann der kammer ist reaktion zu die aufer und ja okay sollte aber keiner hey ich könnte mir eigentlich auch mal den Rädenlinse ausprobieren zu gucken wie viel in Räden nicht viel irgendwie passt gar nichts ich könnte mir einfach nur noch einmal Ja, okay. Das führt wieder irgendwo, wo du sie nicht platzen kannst. Ja, das ist schön. Das kann überall sein. Ich vermute mal, es ist in dem einen Raum mit den... Dings. Noch ein Foto. Warum ist das auf dem Kopf? Auf der Seite. Nein, das steht eindeutig auf dem Kopf. Boat? Ja. Noch eins. Das kann überall sein. Das erste Foto weiß ich, wo das ist. Soll ich anarbeiten? Ich habe keine Ahnung. Ja. 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 Ich glaube nicht. Die Zweifel Ein Weizkriegner? Ja Wenig Nicht mehr alle weg Und dein Unterschädel Boom Boom Die Schreinmeid wieder getrutscht Was hat sie hinten gebracht? Wo ist eigentlich die andere? Die ist tot, ja Da war das Touch-Tembol! Ich habe auch gedrückt! Du Penner! Und wohin jetzt? Also ein Boot könnte ja da sein, wo die ganzen Blumen waren, diese... Ich habe keine Ahnung, wo das war, ich glaube irgendwo in die Richtung hier Auf jeden Fall draußen irgendwo Was ist denn, was hier noch draus? Keine Ahnung! Guck mal auf die Karte! Meiner ist vielleicht hier! Wo auch das Wasser ist! Ja Ja Ich wusste jetzt nicht Da war doch noch ein Bild auf die Richtung Ja Wie komme ich da hin? Da ist das Boot Also das hier ist der richtige Ort, aber von der anderen Seite Wie komme ich da rüber? Ja Ist das das hier? Ja Nee, das ist doch nicht so weit weg Das ist wahrscheinlich dazwischen Irgendwie so ein Zwischenraum, ja Dass du noch nicht aufgedeckt hast Das wird das hier sein? Wie komme ich da rüber? Nee, nee, das ist schon da, aber das ist dazwischen Das hast du halt noch nicht aufgedeckt wahrscheinlich Warte mal, bin ich hier eine Etage weiter unten Ja, das wird halt Ja Ja Wird nicht vielleicht wahrscheinlich hier durch die Tür, aber die war vorher zu Da ist das hier jetzt auf Oder die Tür hier, die nach draußen führt Eine von den beiden Ja Auf jeden Fall dahin musst du Das drin, wo glaube ich null Ahnung Das ist schön, so erstes Foto wusste ich genau wo es ist Zweites Foto hatte ich ne Ahnung Aber muss ich noch ein bisschen suchen Und drittes Foto, ich habe absolut keine Ahnung, es kann überall sein Ja Ja Von allem ein bisschen Ähm So, hier nochmal gucken Ja Das ist entweder die Tür oder die Tür da unten Aber Von hier sind wir auch reingebrochen, aber da war keine Ahnung, oder? Wo höre ich die aus? Das ist ein Foto Das ist ein Foto Das ist ein Foto Und Medizin Und ein Gegner Ja, ein Foto Ja, ein Foto Ich will mir nur ein bisschen zu die Beifel WTF Du dumme Kuh Bleib mich doch nicht aus dem Wasser raus an Bleib mich doch nicht aus dem Wasser raus an Du dumme Kuh Ich hab mir mal wieder das von hier unten Okay, keine Ahnung, die Züge mehr Ich hab mir nicht zu mehr Du dumme Bitsch Du dumme Bitsch Du dumme Bitsch Wiedersehen Wird sein? Und? Ich hab mir die Beifelge zugegeben Nein, nein, nein Das hab ich mich auch immer gefragt Weil er in der Band war Und eventuell heilen Bei dir? Ach quatsch Ich bin keinen kräften Den Kais verjagt nicht gut Über den Acker Ich heile mich doch durch den Damage den ich mach Ich heile mich doch durch den Damage den ich mach Hast du denn die Linse ausgerüstet? Nein Ich heile mich durch den Damage den ich mache Ja, ne ist klar Und dann ruhen Und dann noch niemals weg Weiß aber auch nicht war nicht die Linse gewechselt Aber naja. So, und jetzt? Das ist nicht mal die richtige Position hier. WTF? Der Wehrgeist taugt jetzt auch, weil du durchlässst bist. Nein, nein, den kann man aber ignorieren. Ich gehe einfach weiter durch die Räume durch. Der weiß vielleicht überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Na, warte mal an. Okay, dann kriegst du halt aufs Raum. Jawohl, das ist nichts, ja? Ich bin hier nicht eingesperrt mit dir. Du bist hier eingesperrt mit mir. Ja, hau lieber ab. Alles klar. Okay. Das war der Mega-Damage. Damit hat sie auch nicht gerechnet. Ja. Ist sie gerade gestorben? Hilf mir weg? Ja. Ja. Recht sollten wir uns mal eben trocknen. Problem ist halt, dass wir die ganze Zeit im Wasser rumlaufen. Ja, aber ich glaube, solange du nur mit den Füßen im Wasser, das macht das nichts aus. Aber wo war ich denn dann anders im Wasser? Wenn die reinen Mäden dich angreifen, infizieren die dich. Die machen dich nicht nass, aber die infizieren dich trotzdem mit diesem schwarzen Wasser. Was quasi genau dasselbe. Den selben Effekt macht. Ich weiß nicht, was du jetzt willst. Weil das bringt kein bisschen nass. Bei einem 2. Das ist ein 2. Nein, das ist ein 2. Nein, der 2. ist ein 2. Achso. Achso. Okay, okay, okay. Also, die ich nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr. Was ist das? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr so. Das sind die Liebenerfilme, die sich wechseln. Ja, aber trotzdem. Der kann Mustersperren. Rieh! Patzi, Patzi. Mehr Erinnerungen! Noch mehr Menschen. Hier, wo das fällt. Oh, der auch nicht. Na doch. Ja. Grüß. Guck auf. Madame. Guck mal. Roto Nummer 2. Jetzt ist nur die Frage, wo ist das Dritte? Mhm. Keine Ahnung, aber greift sie mich jetzt an? Jetzt ist sie weg. Auch im Atmen. Was war denn auf dem dritten Foto nochmal? Einfach nur so ein Gitter. Ja, davon gibt's hier viele. Gut. Yay. Open Salami. Da ist auf jeden Fall Mut. Da ist das Gitter. Das könnte sogar das Richtige sein. Genau. Einfach ausprobieren. Du dummer Kuh. Probier das nochmal, ja? Du hast das Foto gesprengt. Corona Abstand. Ich zeig dich an. Corona ist schon vorbei. Nicht in dem Jahr, wo das spielt. In dem Jahr, wo es spielt, gab's das Corona gar nicht. Was? Was? Okay, ich habe gerade herausgefunden, wie die Linsen funktionieren. Okay. Erklär ich gleich, nachdem ich mich geheilt habe. Okay. Ich verkeh nicht, dass wir die ganze Zeit falsch fotografiert haben. Das ist falsch fotografiert. Dieses, äh... So. Man hat halt da unten so eine Leiste. Ja. Hier 20 Anzeigen. Ja. Die füllt man, indem man Geister normal angreift. Und wenn die voll ist, kann man die Linsen einsetzen. Ach so. Und dann aktiviert sich der Special Boost der Linsen. Ach so. Ja, wow. Und das macht man halt mit X, so wie bei der anderen mit dem Multishot. Cool, dass man das jetzt weiß. Ja. Gut, dass wir in den Tutorials so gut aufgepasst haben. Ich meine, wir haben... Ja, es wurde ja erklärt, aber das war halt nur auf der Vierfachlinse. Ich wusste nicht, dass das für jede Linse gilt. Ich meine, wir haben ja auch gesagt, dass wir nach dem Kapitel wahrscheinlich aufhören. Ja. Ja. So, ich habe alle Fotos gefunden. Der Ghost dropped something, ja? Okay, du, das ist gut. Gut, dass du so lange Arme hast, dass du da hinten dran kommst. Der Dark Sun Mirror. Du gott, das Slowlands. Ja, ja, gut. Ich glaube, ich nehme dann eher... Eilen. Ich bin weiter. Ich muss halt doch zum Alten machen. Oh, Salami. Oh je... Jetzt bin ich in Ruhe. Ich habe einen Nash recordn... Ich will nächste SandÜber... Ich hab eine Särbe. Und, was eigentlich... Der da überhaupt noch wehren, die Boxen? Hahahaha Glaub ich. Jetzt sind wir in der Hand, ja. Oder muss ich... nee, ich muss zum Altar. Erstmal hoch, ne? Ja. Oder? Da leuchtet doch schon Licht. Nee, ich glaube, du musst zum Altar hoch. Du musst hoch zum Altar und das komische Ding da anwenden. Das ist ja nur dezent klein. Wie spät haben wir eigentlich? Wir haben jetzt 10 vor 10, deswegen sage ich, ob wir es nach dem Kapitel, ich würde mir noch so eine Stunde Observation irgendwie oder so spielen oder wie günstig sind. Definitiv. Das Spiel ist auf jeden Fall keine 7 Stunden. Nee. Außer du hast Speedrun geguckt. Das ist mehr als 7. Mhm. Welchen Kapitel sind wir denn überhaupt? 6, glaube ich. Mhm. Und es waren wie viele? 14. 14. Ja, dann sind wir ja dann immer bei der Helden. Ja, ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine, es gab ja eine Version von 2015. Und das hier ist die von 2021. Soll das dann wirklich so viel kürzer gewesen sein? Keine Ahnung. So jetzt musst du nach unten. 20. 21 Kilometer zu lohnen. Jetzt. Mit viel mehr Tür als einem Gameplay. Oder hast du vielleicht einen anderen Teil geguckt? Nee, wenn du halt Fatal... Du kannst ja mal auch nochmal gucken auf dem Handy. Ja, weil von Fatal Frame, also Project You, gibt es ja mehrere Teile. Das ist beispielsweise der fünfte Teil, glaube ich. Also ich meine, da hätte auch die, äh, Maiden of Blackwater gestanden. Hm. Ich hab aber einfach nur nach Fatal Frame Playtime geguckt. Und das erste, was angezeigt worden ist, waren siebeneinhalb Stunden. Hey. 28 Stunden. Ja. Ja, das kommt schon eher hin. Aber welcher Teil war das denn dann, wenn du einfach nach Fatal Frame... Ja, ich guck mal gerade. Fatal Time. Das war, glaube ich, der erste Teil. War ein ganz anderes Spiel. Na gut, dann war es halt mein Fail. Naja. Ja. Beziehungsweise es ist das, äh, es ist auch dasselbe, ähm, dieselbe Reihe, aber es ist das erste. Der erste Teil. Der erste Teil. Ja. Ja. Ja, gut. Ich wusste nicht, dass es davon mehrere Teile gibt. Ich weiß schon. Ich muss ja auch sagen, ich kann dieses Spiel noch überhaupt nicht. Ja. So, nicht mal vom Namen her. Äh, was jetzt? Du hast keine Filme mehr. Das Digger brauchen zu lange zum Aufladen. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Nee, nur noch die Wiege nachkommen. BOOM! 744 Schaden. Ja. Ich glaube nicht, dass ich so von... Nee, will ich schon weg. Ja, also, ich muss aber echt sagen, das Spiel hat einige Flaws. So, einerseits, dass die Fatal Frames manchmal viel zu knapp auftauchen. Ja. Und dann halt, sowas wie mit dem Berühren, die verschwinden auch viel zu schnell. So, ich denke schon dran, lauf sofort hin. Das ist noch ein Hexen. Unser Zwilling. Ja, ich glaube, die, die so schnell verschwinden sind, die, die nur Punkte geben. Und die mit den Erinnerungen, äh... Ja, aber das war doch jetzt kein 0815 Geist. Das kannst du mir nicht erzählen. Das war so ein Minibus. Ja. Die, äh... Die, die halt sehr storyrelevant sind, die bleiben halt die ganze Zeit. Da muss man's. Ja. Aber zum Beispiel so einer, den hätten sie auch länger liegen lassen können, weil... Also... Das Prinzip ist richtig geil. Es ist halt auch sehr einmalig. Aber... Also es hat halt so viele rauhe Ecken und Kanten, die einfach geglättet werden müssen. Mata! Bin ich deine Mutter, auch wenn ich so aussehe wie du. Guck mal, dass man sie jetzt nur raus vergleichen muss und dann ist Ende. Aber als erstes... ... sollte ich nicht weggehen. Ich meine, die beiden sind auch die Hauptcharakterinnen im zweiten Teil. Crimson Butterflies. Ich weiß gar nicht, ob sie in jedem Teil die Hauptrolle spielen. Beim zweiten glaube ich definitiv. Kommt jemand? Ja. Ja. Mit Geist. Ich hoffe, die Kamera bringt gar nicht viel. Noch das schwarze Wasser. Die ist Jesus. Das heißt aber, es bringt nichts, wenn ich sage, sie soll mit der Kraft von Jesus verschwinden. Äh, damit verscheuchst du eher uns. Nein, Jesus, du hast auch schon bester Tage gesehen. Ich muss da langen. Ich muss da langen. Ja, ich muss da langen. Chöne. Ich muss da langen. Guck mal kurz. Weiß. Ich glaube nicht, dass ich sie bekämpfe muss. Ich kriege nämlich überhaupt keinen Schaden. Dann musst du ruhig abholen. Bitte nur, das war die Tür, wo ich her muss. Denkst du dich abfahren? Oder du kannst nur in ganz richtigen Momenten Schaden machen. Raus sein. Ich bin ganz am spülen, nein. Ich glaube... Vielleicht muss ich einfach woanders einlaufen. Kann auch sein. Die Tür ist ja offen. So, auf der einen Seite... Irgendwann, sonst was. Damit ich die Tür stelle. Das ist nur gesagt. Zum anderen. Ich kenne das schon. Wir wollten dich nur verabziehen von dir. Weil der ja jetzt auf den Weg raus bist. Also, ja, ich kenne die Tür. Oh, ja, ich skilke mich. Ey, ich kenne das jetzt. Schön, ey. Ich kenne das schon. Oh, die ist schallig. Ich kenne das schon. Ich kenne das schon. Na ja, ich bin dabei. Oh, genau. Ich kenne das nicht erst. Wir kommen beide auf einen Weg. Erstmal dich ein bisschen zurückgedrängt und die Kamera quer stellen und damit... Und die Frage ist jetzt, kann ich jetzt einfach wieder zurückgehen oder muss ich hier lang? Weil hier konnte ich vorher nicht weiter. Probieren geht über studieren. Der andere Weg wird gut sein. Wir holen jetzt hier noch das Vieh. Aber das schwebt dann besonders nicht. Weil das schwebt nur ein bisschen durch die Gegend. Kannst nicht bekämpfen. Also... Der Lüffel geht auf. Danke. Wie bin ich hier denn jetzt? Keine Ahnung. Hier sind auf jeden Fall viele Lichter. Die sind halt auch wunderbar, wenn man eine Chase-Scene hat und man dann einfach in ein Gebiet gesteckt geht, wo man vorher noch gut war. Ich glaub, das ist der Ausgabe, oder? Ich glaub, das ist der Ausgabe, oder? Das sieht sehr nach Ausgabe. Und das wär der Geist, oder? Wir müssen hier raus. Die Mountain ist nicht sicher. Ja. 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 Wir müssen hier raus. ich weiß nicht jemand davon aus wird es nicht noch mal in den regen und jetzt jemand da ja und es sind sogar zwei wo ist ruhig hier ich baumel da eigentlich besser wow was war das denn also der der hatte dich aber sehr lieb ich habe die Haube gemacht ich habe die Haube gemacht Komm mal wieder rein hier. Den kannst du auch anfassen. Ja, wenn... Oder auch nicht. Doch, aber der lebt ja jetzt wieder. Wieder oder? Der lebt wieder. Der ist irgendwo. Ich glaube, dass den muss ich sogar anfassen. Ja. Danke dafür. Nein. 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 Das Problem ist, ich glaube, die beleben sich wieder, wenn man die anfasst. Das andere Problem ist, wenn die halt da durch die Wand fliegen. Ja. Kannst du ja nicht da hin. Ja. 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 Eine relativ hohe Frust-Toleranz. Das kommt darauf an, wie gut man in Videospielen ist. Aber wenn man so ein Noobs ist wie wir, dann braucht man sowieso Frust-Toleranz in jedem Spiel. Ja, definitiv. Ich rief die jetzt. Ja. Die ist kaputt. Ich glaube, das Problem ist eher, wenn man Perfektionist ist, dann kann einen dieses Spiel auch sehr schnell in den Wahnsinn treiben. Wenn es halt einfach Momente gibt, keine Ahnung, Geister fliegen durch die Wand und du kannst sie irgendwie nicht mehr schnappen. Also ein 100% Run würde ich nicht empfehlen. Und Speedrun auch nicht. Und mit sehr viel Vorsicht, weil wenn du denkst, dass die Geister sterben, darfst du denen kein Crit verpassen, weil ansonsten werden die zurückgestoßen und landen eventuell in deiner Wand. Da kann man die nicht mehr berühren und keine Story über die erhalten. Du bist halt... Ja. So wie halt gerade mit dem Handman. Der wurde ja auch einfach in die Wand gestoßen und... Bye-bye. Ist da gestorben. Also verschwunden. Ne, sind sie halt sowieso schon tot. Und ihr steckt fest. Oder auch nicht. Die ist halb. Wir hätten ihr was Grünes anziehen sollen. Gab's nicht. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool bei dem Spiel, dass man den Leuten einfach andere Sachen anziehen könnte. Ja. Also die laufen eigentlich mit in Anführungszeichen normalen Klamotten rum. Normalen japanischen Klamotten, nicht mit Hexen. Nicht als Hexe. Oder als Goff. Wie man es auch will. Oder mit einer Kamera auf dem Kopf. Ja, das war ja der Dude. Ja. Der Kamerakopf ist super. Den würde ich auf jeden Fall da lassen. Der Nachteil von diesen Accessoires ist einfach, man sieht die Hälfte nicht. Das macht nichts. Ich höre niemanden. Das Aussehen ist doch auch gut. Viel wichtiger. Was geht da ab? You. Tall Woman. Ja, das ist das Vieh, die uns schon mehrmals besucht hat. Wie das? Ja. Das sind diese Riesenvieh. Ist jetzt die Kamera gedreht? Nee, ich bin von da gekommen. Die Frage ist, wie lange ist dieses Kapitel wohl noch? Keine Ahnung. Aber wir sind ja auf dem Busweg. Also sollte es gleich vorbei sein. Der Rückweg bei dem anderen war ein komplettes Haus. Und noch ein Vieh. Hey, wie geht's so? Okay? Ja. Sie greift mich gar nicht an, ich mach ihr einfach Lämmel. War anscheinlich mal ein böser Geist, sie war einfach sofort weg. Wollen wir durch den Tunnel? Ich glaube, ja. Gute Sache, nicht die Bibel. Da blinken Lichter auf jeden Fall. Ja, aber hier wurde gerade auch irgendwo ein Gegner angezeigt. Ja. Und das hat mich verwirrt. Und das hat mich verwirrt. Er nimmt Auto? No idea. Du kannst auch mal Auto wetten. Ja. Ja. Naja. Geh weg. Push. Er zieh dich. Du musst ja weisse, den Kufen-Begeist. Der ist noch schnellst. Aber es sind Horrorfilme immer so. Die Flücher, die Flücher sind immer die Schlimmsten und schnell. So rühren. Touch. Tatschi, tatschi. Es sah aus, als ob sie ihn haben. Er ist kaputt gegangen. Sein Auto ist kaputt gegangen. Natürlich, wieder auf die Frau nach. Das erklärt jetzt aber nicht, warum er unterm Auto lag. Was kommt jetzt? Er ist aus dem Auto rausgekrochen. Und jetzt wird er überfahren. Ja. Von seinem eigenen Auto. Ja. Weil ein Geist das Auto genommen hat. Und... Die Frage ist, wo will man in diesem Zustand umkriegen? Frage. Keine Ahnung. Jetzt erklärst du wieder nicht, warum er unterm Auto lag. Um. Da wäre es eigentlich besser gewesen im Auto drin. Ja, nicht wenn ein Geist im Auto ist. Aber kriechen nützt dir ja auch nichts, wenn du verletzt bist. Ich glaube, wenn du unter Schock stehst, dann denkst du nicht logisch. Du vielleicht nicht. Ich denke immer logisch. Zu jedem Zeitpunkt. Dann würde ich mir Gedanken machen. Ich denke immer logisch. Der halbe Arm fällt dann von ihm ab und er denkt logisch. Und das ist nicht logisch. Denkst du vielleicht? Du kennst doch meine Logik nicht. Du hast drei Stück. Ja. Wir machen jetzt noch. Wir machen dann mit kleinen Geisterfahrten. Mit diesem Spiel habe ich so richtig Bock auf den. Und schön, also ja. Wir haben schon auch noch. Ja. Das lässt mir berühren. So viele Punkte. Ich berühre die Luft. Kann ich dir dritten auch noch berühren? Nein. Aber dahinter ist Spaß, genau. Und Rötchen. Damit habe ich nicht gerechnet. Meine Reihe hier. Weil bisher kamen die Fotos sonst immer nur bei Collectibles und nicht bei... Bei Items. Ja. Nicht bei Notizen. Aber ich sag ja, die kommen gefühlt echt random, diese blöden Hände. Die Frage ist, muss ich jetzt da lang? Oder ich gehe lang? Ich bin eigentlich hier aus dem Tunnel raus. Dann würde ich eher sagen, dass es in der Richtung ist. Ja. Aber hier war es noch auf jeden Fall nicht. Ja, dann in dem Zugang auch nicht. Geist? Ja. Wassergeist. Ja. Dann würde ich mal einen Namen runter können. Dann würde ich überhaupt mal raus kommen. Alles gut. Dann würde ich mal raus und schlafen. Dann würde ich den Anfang runter machen. Gern schon. Dann würde ich den Anfang einnehmen. Noch mehr Blut. Also die Anzeige ist nicht super. Auch wenn uns das ganze Zeug wahrscheinlich nicht mehr geliebt. Ja super. Wie die Powerful Force, die das hier blockiert. Ich bin der weg. Schau mal auf wie ich so viel rumzutelte. das sah jetzt aus als ob sie den am aß habe ich auch das war nicht nur so aus das war auch ich habe überlegt mich zu trocknen lohnt sich nicht soviel zum thema wir sind ja auf dem rückweg wir sind auf dem rückweg der auch noch mal eine stunde dauert wo gehen wir dann noch hier jetzt kannst du nicht vielleicht doch in die bereich eine gasse jetzt gibt es ein kapitel das fertig passt nur noch zwei stunden jetzt nur noch durch fünf häuser ein schloss zwei züge eine flugreise und einmal durch komplett und dann haben wir auch schon die hälfte dieses kapitels geschafft aber nur die hälfte ja ja ich habe schon losgelassen aber ja 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 14 ja da bringt mir gar nicht mehr hm 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 vielleicht nach dem wir sind jetzt hier auf dem dach vielleicht kann ich sogar eine Mutter schützen was du übern willst du? was du übern willst du? eine witch kleid ist mir zu weit irgendwie passt sieh da nicht rein sie sieht so normal aus warum können wir sie nicht verteilen mother das ist immer noch nicht fertig was soll das denn nein nein spiel das nennt man vergewaltigung auch wenn es Frau auf Frau ist das ist ein schöner aberration effekt aber aberration steht also für nothing und empty wissen wir bescheid schön auf den Arsch ich wusste doch dass touching zu nichts gutem führt und da sie schläft kann sie kein content geben also nennt man das vergewaltigung was fehlt noch in dem spiel oder in dem stream wir haben jetzt schon über Drogen gesprochen wir haben über Vergewaltigung wir haben darüber geredet Kinder zu essen wir haben ähm hä von der wird denn darüber geredet als wenn ihr den Donut gegessen hat ja das ist an mir vorbei gegangen boah das ist für mich schon alt ecklich weil doch mal so Marmelade rausgekommen ist das merke ich mir nicht da fehlt doch bestimmt noch was im Thema wir hatten Fuchsfetischismus mit Quentin Ferentino also ich weiß nicht wir haben auf jeden Fall ein sehr breites Spektrum abgedeckt du betatzt auch andauernd Tote Kinderpornografie das ist noch was ja du betatzt aber auch andauernd Tote also das ist ja auch so ein Fetis necrophilie ja guck das ist auch sehr sexy mit ihr da ja guck das ist auch sehr sexy mit ihr da ja aha an der Brotst wusste ich doch ah das ist mir gefallen immer kann ich verstehen volles Verständnis für volles Verständnis für Hirohinis äh Hinasaka was found in a reliquary within the shrine of the ephemeral Yuri attempted to glance the sleeping Mio's memories but found the tables turned against her it seems Mio also possesses the same shadow reading ability as Yuri ja alles was wir bereits gerade erfahren haben ja Rink A yay und das ganze muss dich mit den nächsten unterstreichen yay ja also wie gesagt das Spiel hat 14 Kapitel das wäre jetzt erst der 7te wo wir rein starten würden wir werden es auf einen voll schaffen wir haben noch maximal also wir hätten maximal 2 Stunden und äh die Zeit verbringen wir lieber mit Observation Duty weiß ich nicht ich glaub wenn das Spiel ist mega cool aber sehen wir diesen ganzen Stream halt mehr als sneak peek in das Spiel und äh für die Leute die äh die äh es an Interesse gebackt hat ist ja schuld damit das Spiel ja ordentlich unterstützt für uns heißt es jetzt auf jeden Fall erstmal weiter Fehler suchen und hoffentlich nicht so schlecht sein wie gerade und verkacken ja vor allen Dingen wir waren in Spa und im Museum und haben bei beiden verkackt ich nenne den Titel und wir sind so schlimm unser Rekord liegt bei 7 Anomalie mit dem Spiel ich hätte einfach den Titel gesagt das große verkacken bei Observation das ist das Wichtigste vor allen Dingen das musst du rein schreiben das ist das Wichtigste Drei blinde Hühner suchen das Anomalien ja ok wir haben Brillen auf was ist dein ich bin ein Hahn was ist deine Entschuldigung was ist eure Entschuldigung ihr habt Brillen auf wie schlicht ja ok auch in die Factory unsere Entschuldigung ist wir haben eine so schlechte Seekraft wir sind Menschen und das ist eine Anomalie das ist eine Anomalie hier sind Menschen Fleisch ist das Menschenfleisch? ich sehe es ist Menschenfleisch jetzt haben wir noch mehr Kannibalismus also ich sag ja das hier wird abgepackt in Menschenfleisch A2 und hier auch irgendwas A1 Quality Control Canning Line Maintenance wir werden auch hier so verkacken das sehe ich jetzt schon ja was ist das? warum ist hier Marmelade? das hat nichts an Fleisch zu suchen da auf der anderen Seite ist auch Marmelade mhm hat einer Marmelade ausgekippt Muschen ich wette da ist dann irgendein so ein Helm weg und wir hacken es nicht dass da irgendwie so ein Helm weg ist wir sehen also wenn wir den hier in der Ecke nicht mitzählen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Helme ja da muss ich ja nur die Anzahl merken hier sind Kaffeebecher vier Stück an der Zahl und äh 2 so wie viel zu viel anderer Schatz Papier Pese komische AI Bilder ey soll das Pese sein? so und? nein das ist Pese nein das Bild ne das ist eine Frau oder so soll das sein nein das ist Pese da hab ich die Pee einfach da weh ach ich hab auch keine Ahnung was hier abgeht ich hab auch nicht ok waren alle Computer schon ran? ich glaub ja keine Ahnung wer stellt hier oben einen Kaffeebecher drauf? keine Ahnung stand hier schon vorher 2 Kosen? ja ich hab mir so ungefähr gar nichts gemerkt ich hab auch nicht es hat es hat verkacken wir haben hier auch schon immer 3 keine Ahnung ich hab mir echt gar nichts gemerkt außer den 6 Helmen ja das weiß ich hier sind 6 Helme ja ich geh ist da an der Dusche dieses leuchtende Ding ist das neu? das ist nur ne Reflexion ich glaub die war schon vorher ok und hier sind 4 Kaffeebecher ja so viel weiß ich der Rest die Mehrheit haste ich nicht gemerkt ich brauch mir auch nicht mehr merken für den Rest hab ich euch und das geht Pese das haben wir auch gemerkt und da sind 2 so Dudes die übersehen schon irgendwas war dieser Monitor schon an? keine Ahnung ja was ist denn fair das überhaupt? der Image oder noch mal die? hier sind immer ein Sprung? no auch genau hierzu? keine Ahnung die sieht falsch aus also wenn sich der Chat gerne an diesem Spiel beteiligen möchte wir sind nämlich zu schlecht da drin ja am witzigsten fände ich es ja wenn bei den 2 Typen da ein Intruder auftauchen würde da ist einer er ist nackt aber er hat nen Helm auf das ist alles was zählt ja ich mein das andere ist ja egal ne Hauptsache der Kopf ist geschützt ja für was anderes gibt es keine Vorschriften man soll nur immer seinen Helm tragen jikes so wie die beiden das ist schon ne Anomalie dass die keinen tragen das ist ne Anomalie dass die überhaupt da sind sonst ist nix nur einer aber trotzdem irgendeine übersehen wir schon ja garantiert irgendwas ist anders mindestens eine war die Box schon vorher offen? nein ich glaub nicht ich weiß es nicht ähh Object Manipulation? ok sind deine Helme noch da? ja die sind alle da aber war der locker hier schon vorher offen? dann jetzt mal aber nehmen wir einfach mal so da war ein Flackern in der Kamera? äh ich dachte kurz beim Umschalten hätte nicht geflackert aber jetzt sei mal nicht manchmal plackert die Kamera so ein bisschen aber das ist Teil des Spiels die sind immer noch hässlich die wahre Anomalie ist es hier drei Kaffeeböcher sind obwohl hier nur zwei Leute sind etwa einer ist extra aber ich wüsste jetzt nicht welcher wahrscheinlich der hier ist nice drei Anomalie sind ja super ich bin bin ich war das Licht schon vorher? oder war das schon immer so ein Haus auf dem Display? das ist ein Ordner der offen ist ach schon das Licht hier sieht aus wie so ein Haus oh Gott kann Leid nicht reporten also ja die Hälfte waren da auch schon da und die Kaffeeböcher vorher ja ok meine Helme sind alle da aber wir werden jetzt verkacken ja versuch 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 mal wenn es äh spinnt ja oah Anomalie ich weiß es nicht object movement keine Ahnung ich glaub nicht object movement ich glaub oah Anomalie ist es nicht object movement wir verkacken das Ding hier lag doch nicht vorher oder? das kommt mir irgendwie extra für ja ja also unser Titel lügt nicht falls ihr das gedacht habt ne das große Verkacken ist nein der Titel ist wir sind so schlecht in diesem Spiel ja aber wir verkacken halt ja das das war wir haben grad mal drei Tor Anomalie zwei Tor Anomalies im Locker Room doch hä? hab ich doch ausgeführt das hab ich doch ausgeführt Door Anomalie Image Anomalie in Quality Control und Door Anomalie im Locker Room und im Canning Room äh Canning Line ok ne wir gucken jetzt durch und sehen es trotzdem nicht Quality Control hier war Image Anomalie aber ich kann Quality Control der Bildschirm war anders oder? ja ich glaub schon aber das hab ich doch einmal ausgewählt ich weiß es nicht ist nichts passiert hier war eine Tür offen hier war eine Tür offen oder war hier der Bildschirm anders? also ne warte mal war das irgendein Quality Control oder eine Canning Line? keine Ahnung keine Ahnung oh Gott mit dem Lockern was war denn hier anders? hä die Tür ist da auch ja war die hintere vielleicht zu? ich hab keine Ahnung keine Ahnung kein Schimmer oh Gott kann es sein dass die neue Version deutlich schwieriger ist als die alte vom letzten Jahr? kann sein kann sein ich glaub weil irgendwie hab ich das Gefühl wir waren letztes Mal deutlich besser anscheinend waren hier einfach die Tür noch also in der Demo-Vision die einer Dings war jetzt nicht so schwer fand ich da haben wir aber auch oft verkackt ja aber es ging da sind wir also beim ersten Mal sind wir da auch bis 4 Uhr gekommen hier haben wir es ja nur einmal bis 3 Uhr geschafft naja vielleicht sind wir ja auch einfach nur scheiße sowieso das steht außer Frage aber ich sag ja heute war einfach irgendwas in der Pizza drin ja ich hab hier schon immer eine Blutpuppel ja 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 weiß es nicht ist doch alles irgendwie jetzt sind wir einfach zu viel an diesen Orten ach sowieso das hier sieht irgendwie merkwürdig aus aber das war schon so auch ja ja weiß ich auch nicht was man da irgendwie was da ich sag ja es ist einfach zu viel es ist irgendwie viel zu viel ich hab hier schon immer ein Stück Fleisch oh ja ich doch schon kann sein du weißt es nicht irgendwas anderes hm ich weiß es nicht ich glaub irgendwas geht hier gerade ab ja irgendwas stimmt hier nicht aber ich kann nicht sagen was ich auch nicht hat hier schon immer ein Stuhl? keine Ahnung ja drauf hab ich nicht geachtet drauf hab ich nicht geachtet Gott ja da haben wir ja Paranoia lag da unten schon immer dieses Kugubeer ja ok ok meine Helme sind alle da ja ja hab den Becher auf hat das nicht ein anderes Bild hier? glaub nicht ich bin mir aber nicht sicher genau ja gut dass man nicht zu oft Anomalien klicken kann ich meine aber wenn man häufiger klickt verstärkt sich die Anzahl in dem neuer Anomalien-Spawn also das ist nichts was irgendwie bestätigt ist ich hab nur irgendwie das Gefühl warte da kommt Fleisterdosen raus ja es ist ungedreht da gehen Dosen rein und kommt Fleister wow eins gefunden super ja aber was ist das für eine Anomalie? äh was hast du denn? Object Manipulation? das hab ich gerade ausgebild Object Replacement? ne ja was ist das denn für eine Anomalie? was hast du denn noch für eine Wahl? movement? gleich weil ich weil ich das getrost hab ne oder muss ich einfach auf die Maschine drücken? keine Ahnung ist schon irgendwie ein bisschen dumm mit dem generellen Report ja toll ja klar wir wollen was reporten und da sind wir aber nicht ver... wie? ja ehrlich gesagt okay keine Ahnung vielleicht ist das auch gar nicht hier sondern im... ne aber hier ist noch alles weg also es muss hier sein ist das schon ein bisschen dumm ja ja aber wie soll das hat gekloppt? das macht es nicht irgendwie... ja gut lass uns dann weiter gucken und gucken dann äh wie das meint glaub ich dass ich irgendetwas anderes finde war ja jetzt so ein... hier das Ding ist neu ja 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 also entweder das ist extra oder movement wow okay das ist extra aber wie soll... sind... ja die Helme sind hier mhm hm 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 das wie man... mal das reporten so... keine Ahnung das ist doch... eigentlich ist es so ein... lustes wenn man das irgendwie... wie denn? lag unter der bank schon immer dieser zettel? ich hab keine Ahnung Ich krieg das jetzt mit den Dosen und dem Fleiß an. Sagt dir schon immer einen Kaffeebecher neben dem Lülleimer? Weiß ich nicht. So viel Scheiß. Ja, und das eine kannst du nicht mehr so richtig Dings, weil man nicht weiß, was man braucht. Ach, da ist es vielleicht ein Object-Ofenbank bei dem Dicken. Irgendwas muss es, ich stand hier schon immer einen Stuhl. Irgendwie falsch aussieht, oder? Ja, nur weil es falsch aussieht, heißt das ja nichts. Ja, hier sieht vieles falsch aus. Wenn hier ein Gesundheitsinspektor reinkommen würde, der würde den Laden dicht machen, aber... Und ich glaub, der Typ auf... wie sah das nun immer so aus, der Typ? Nee, der ist ein bisschen durchgeschnallt. Der rote Kaffeebecher hat ja schon immer geleuchtet. Das weiß ich gar nicht. Das ist ja nur heller, aber... Object manipulation eventuell. Und das ist normal. Sag doch, ist es Menschenfleisch. Immerhin finden wir Sachen. Ja, vor allem ist das jetzt wahrscheinlich gerade die letzte Anomaly, aber wie zur Hölle reportet man die? Keine Ahnung, das wüsste ich ja gerne. Einfach alles ausprobieren. Object Anomaly vielleicht das allererste? Object Anomaly? Oder was steht da ganz oben? Select Anomaly. Achso, Select Anomaly. Achso. Ich weiß auch nicht, wie man das irgendwie... Soll man denn da... Nee. Hat die schon immer so'n Ding drauf? Anders ist das schon mal ein Stapel von drei? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Allerhellen muss ich nicht drauf. Ja. Wobei mir es ehrlich gesagt auch nicht auffallen würde, wenn sich einer davon jetzt bewegen würde. Ich zähl die nur. Leute, eure Line läuft falsch. Ich weiß nicht, ob die... Also... Jetzt haben wir hier genau das gleiche Problem. Ja. Ach, ein Haus. Was? Ja, aber... Ja, und was soll das... Und was soll das denn da sein? Check Replacement. Ja. 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 Das hatte ich ja schon ein paar Mal, aber... Objekt Replacement? I don't know. Wow. Ich dachte eigentlich, das hätte ich schon ausgewählt, aber am feinem noch nicht. Aber vielleicht hast du nicht das Fleisch getroffen, sondern das Laufband. Ne, ne, das Fleisch... Ja gut, vielleicht bei dem Replacement nicht, aber das... Äh... Ausflugzeichen ist auf jeden Fall ein paar Mal da mitgelaufen. Unbeliebe. War hier nicht vorher was drin? Ne, ich glaub nicht. Ich glaub nur in den hinteren... Ich glaub nur in den hinteren... Weil im hinteren was drin? Ja. Okay. Ja, Leute. Ihr seid auch keine Hilfe. Hat das hier schon immer auf den oberen Monitoren? Keine Ahnung. Warte. Der isst mir zu viel. Dass ich das überhaupt mit dem Fleiß gesehen hab. Das Bild hat sich geändert, oder? Zum Wunder. Wow. Ja. Get out. Hey. Wir kommen weiter. Yay. Voll. Kommt zwar weiter, aber haben keine Ahnung. Solche Fies sich geändert haben. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, in der Tat nicht. Der isst wieder denn? Was soll das denn hier? Geh sofort raus aus unserem Break-Room und mach dich wieder an die Arbeit. Klar, er soll nackt weiter arbeiten, ne? Er hat nen Helm auf. Ist bestimmt genehmigt. Ich seh da kein Problem. Aber was hat sich hier an dem Bild überhaupt geändert? Ich meine, ich hatte recht, aber... Ja, keine Ahnung. Ich seh irgendwie keinen Unterschied. Das kann ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben es schon bis halb drei geschafft und noch keine Benachrichtigung. Okay, er hat meine Benachrichtigung. Ja, die Benachrichtigung? Ja. Mhm. Okay. Er hat das hier schon immer? Ja. Hat das auch schon immer so aus? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nur, dass es da lag, aber wie es aussagt, kann ich mir nicht sagen. Hm, anscheinend schon. Kann hier jetzt nicht irgendwie wieder sowas einfaches kommen? Ah, ja. Der hat die Mikrowelle da Augen? Das ist ne Kaffeemaschine. Achso. Achso, das sah aber am Brand wirklich so aus, als ob da irgendwas Augen hätte. Ich hab hier schon immer so ne Flasche. Das ist, glaub ich, der Wasserkran, oder? Das hier. Ne, versuch's mal. Sieht nicht aus wie ein Wasserkran. Oh, auf jeden Fall da. Gut, dass wir die Matten nicht zählen müssen. Sind wir vorher schon Matten? Ja. Das eine Tor da. Ja, das ist auch. Ah, die Toranomaly. Ja, und das war's jetzt. Mehr hab ich keine Ahnung mehr. Lag das hier nicht vorher auf dem Boden? Ne. Nee. Es war immer schon da angelehnt. Wie viel das so Paranoia fühlt? Yeah. Hm. Ja, Kaffeebecher sind da. Das Spiel, das dich dazu bringt, mein ganzes Leben und die Realität zu unterfragen. Und weil man dann auf einmal anfängt, im Reelife alle mal hinüber zu sehen. Ja. Ja. Hier eigentlich schon immer die Sachen geleuchtet. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Irgendwas wird sehen, wie gesagt. Ja, das ist bestimmt. Wie immer. Im Wunder, dass wir gleich drei Uhr haben. Hm. Oder auch nicht. Ich hab irgendwie das Gefühl, entweder hat sich das bewegt, oder ist es extra. Hm. Hat sich hier irgendwas auf dem Tisch geändert? Hier lag doch nichts unter dem Kaffeebecher, oder? Keine Ahnung. Doch. Da kann sich auch alles verändern, irgendwie gefühlt. Da könnte ich nichts sagen. Der mittlere Monitor hat sich, glaube ich, verändert. Der große. Ich glaube der hier eher, weil die aus irgendeinem Grund sind... Also entweder die beiden, oder die beiden, weil ich glaube nicht, dass die so getauscht sind. Ich glaube die gelben Quadrate waren nicht da. Der hier? Ja. Und wir waren vor allem nur mit O durch. Ja. Oder auch nicht. Okay. Nein. Acht. Einen mehr als vorher. Ein Dead Buddy im Stor. Wo war der? 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 Missing Object in Canning Line und Intruder in Quality Control. Okay. Ich glaube den Intruder, den haben wir wahrscheinlich einfach nicht mehr gesehen. Ja, weil da sind so viele. Aber Dead Buddy im Stor. Da können wir jetzt gerne noch mal gucken, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den nicht sehen werden. Ja. Und das Missing Object in Canning Line, da können wir mal drauf achten. Ne, hier ist alles gleich. Okay. Hier war ein fehlendes Objekt. Ah! Lustig. Hat eine Matte gefehlt oder was? Keine Ahnung. Vielleicht seine Palette da hinten. Lustig. Vielleicht war ein Fleischstück weniger auf war. Oh Gott. Sehr lustig. Ups. Hier sollte ein Dead Buddy irgendwo rumlegen. Eine Leiche. Hier vorne, ne? Ja. Ja. Weiß ich nicht, wieso der Titel war. Hallo. Okay. Gut dran. Ja. Und? Habt ihr schon was gesehen? Ja, alles. Nee. Es sind ja noch ein paar Minuten bevor es anfängt. Mhm. Wo man sich noch die Bilder einprägen kann. Toll. Der Typ hat einen Schnurrbart und eine Käppi auf. Der Typ wahrscheinlich auch, aber man sieht es nicht. Jetzt sind Zwillinge. Ach. Aber ich sind Zwillinge. Nee. Nee. Ich bin Einzel. Ja. Und von Sternzeichen bin ich auch kein Zwilling. Tja. Da bin ich Löwe. Ja. Offiziell bin ich Waage, aber faktisch bin ich Skorpion. Was ja auch sehr bei Diana Grins ist. Mhm. Ja. Also. Was hat sich verändert? Achso. Ja. Aber jetzt können wir andere Marleen wieder aufmachen. Ja. Jetzt sehe ich noch nichts. Jetzt ja. Ja. Okay. Hi Jungs. Hier sind die Monitore. No? Ja. Börsenmuffement. Ich wollte gerade sagen, das ist kein Objekt. Es sei denn, wir lassen Roboter für uns arbeiten. Wow. Börsenmuffement. Ja. Aber das war jetzt auch wieder so eindeutiges. Ja. Ich glaube, wir sehen nur eindeutige Sachen. Trotzdem hat sich ja ein Bildschirm verändert. Weiß ich nicht. Kein Mensch immer. Das Problem ist, wenn wir es nicht wüten, dann sehen wir es auch nicht, wenn es nochmal passiert. Ja. Und da war eine Fliege drauf und das hat sich geändert. Ach so. Ja. Ein Pixel. Ja. Und da hat man ja auch nicht die Leiche gefunden. Oder der Dead Buddy eher. Ja. Ja, das ist echt ein Wunder. Aber zugegebenermaßen, wir haben auch sehr spät erst den Dead Buddy im Dings gesehen. Ach so, ja. Ich weiß wo. Aua. Mein Fuß. Mein Bein. Also hier war ja ein Arm drin. Ja. Ich habe auch sehr spät erst gesehen. Ja. Aber der Arm, den sieht man ja eher so... Aber ich weiß jetzt schon, dass ich demnächst auch noch ein bisschen... auf jeden Fall noch mal meine Augen abchecken muss. Ich glaube meine Sehkraft ist wieder gefallen. Weil vieles erkenne ich nämlich überhaupt nicht. Das gaukelt dir das Spiel nur vor. Danach... Danach müssten wir alle eine Brille haben. Ja. Dieses schwarze Fenster. Es kann sein, dass es manchmal auf der anderen Seite ist. Immer sind noch alle da. Ja. Eine Kaffeebächer auch. Und der Typ ist immer noch normal da. Also ist noch normal. Das stimmt. Ein Arm. Da sind auch noch Dosen. Ja. Aber irgendwas übersehen wir mittlerweile wieder. Hm. Das ist zweitlich nicht. Was ist im Beam-Raum? Ich habe keine Ahnung. Ja. Vielleicht kommt wieder die Bahnbildung, ey. Ne, ich sehe nichts. No. Ist hier vielleicht irgendwas drin? Nichts. Man könnte singen. Ich habe auch das Gefühl, also ich habe bei manchen YouTubern auch die ältere Teile gesehen, dass man manche Sachen einfach besser sieht, wenn man direkt vor dem Bildschirm sitzt. Ja. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja klar. Wir sind drei Meter vom Bildschirm weg. Ja. Der Fenster ist zwar groß, aber wir sitzen trotzdem weiter weg. Ja, so kleine Teile wird man halt eher sehen, wenn man da... Vorsitz. Deswegen meine ich. Beispielsweise was auf dem Bildschirm und so ist, erkenne ich nämlich überhaupt nicht. Ich glaube, der Himmel ist anders. Es ist mir nämlich... Weil hier ist er zum Beispiel... Ja, das ist es nämlich. Er ist hier halt komplett weiß, so wie auf dem Bildschirm. Und hier war der gerade so wie bewölkt. Das ist aber auch eine sehr kleine Kleinigkeit. Hm. Ja, in so Kleinigkeiten sieht man wahrscheinlich wirklich eher, wenn man da direkt vorsieht. Ja. Ja, richtig. Deswegen frage ich mich halt auch, ob hier vielleicht was drin ist. Und ob hier... War hier schon immer so ein guter Blick links am Rand? Oh Gott, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, glaube ich. Aber wenn da zum Beispiel jetzt ein Dead Buddy drin wäre, würden wir den, glaube ich, gar nicht sehen, weil es natürlich so dunkel ist. Ja. Die Kaffeebecher sind alle da. Hat hier schon immer eine Cola-Dose? Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen falsch aus. Wir fallen da auf dem Boden. Aber warum schreien? Also ich sehe zwar die Monitore, die da sind, aber weiß ich nicht. Ich könnte nicht sagen, was da irgendwie für Fehler sind. Ja. Ich glaube, da wird sich irgendwas offensichtlich ändern. Dann will ich mal hoffen. Also das finde ich hier schon wies mit dem Himmel. Das ist... Ich kann nicht verstehen, wie man das übersehen kann, aber... Warte mal, mach mal zurück. Ist da ein Monitor runtergefallen? Ja, das ist schon die ganze Zeit. Okay. Das ist aber eigentlich auch das, worüber sich die Leute immer bei Observation-Duty-Spielen beschweren, dass halt zu viele Kleinigkeiten sich ändern. Und eigentlich will man mehr so die Jumpscares und sowas haben, weil... Also je nachdem, wie der Spielziel ist, aber... Das ist ja immer noch ein Horrorspiel. Ja, einerseits schon. Aber andererseits, ich glaube, wenn zu viele von diesen Jumpscares von offensichtlichen Sachen kommen würden, wäre es auch langweilig. War er in dem Mülleimer... Warte... In dem Mülleimer... War da schon immer was drin so auf mich? Ich glaube schon, ja. Auf jeden Fall schon eine ganze Zeit. Okay. Hm. Eine Warnung hatten sie noch nicht, ne? Ja. Ja, das ist ja aussprechend. Ja, natürlich. Fehlt hier auf dem Tisch irgendwas? Nee, aber ich frage mich gerade, ob der Stift da schon die ganze Zeit war. Welcher? Der Stift, ja, der war da. Okay. Hm. Und mal wieder sieht man nicht, was los ist. Und wie wir sehen, sehen die Lichts. Ja. Das Bild hat sich geändert. Sicher? Nein. Aber ja. Ja. Okay. Was waren es denn vorher? Ah, okay. Ich wusste, irgendwas stört mich daran. Noch zwei weitere. Warte, geh mal nochmal zurück. War da schon immer diese Pfütze? Wo ist da drunter? Toll. Ja, das war, glaube ich. Ja, genau. Da, ja. War da schon immer da? Ich glaube so, ja. Da müsste doch was sein. Ja. Und hier haben wir zwei Kaffee welche? Ja. Ich hab keine Ahnung. Aha. Die Helme sind ab alle da. Ja. Oh, das ist doof. Oh, das ist doof. Ich hab hier schon immer was auf dem Schrank. Auf Menge auch so viel. Nein. Also die letzte Runde? Keine Ahnung. Ja, aber weiß ich nicht, wie lange das da kommt. Was heißt Cola-Dose hier, ey? Das unter der Cola-Dose. Die Zeiten sehen irgendwie komisch aus. Ja. Die waren aber auch so. Die waren schon immer da. Alles irgendwie komisch aus. Ja. Ich sehe schon Sachen, die eigentlich normal sind. Ja. Das ist normal. Keine Frage. Das ist die neue AI. Die überwacht halt das Fleisch. Natürlich. Wo klappt das Fleisch? Es ist Quality Control, ja? Das ist moderne Quality Control. Sorry. Wir haben immer noch zwei. Ja. Zwei, die wir irgendwie nicht sehen. Ich kann ja mal gucken, wenn ich die Flüsse auswähle. Aber ich wüsste halt auch nicht, was es ist. Weil es ist kein extra Objekt. Es ist halt... Also ich will die Flüssigkeit nicht als Objekt bezeichnen. Mhm. Ich bin gerade am überlegen, wie da eine Leiche sein könnte. Ich hätte wen. Oh. Ja, aber da könnte auch... Weiß ich nicht. Könnte... Könnte man auch irgendwo anders noch. Ich gebe mich jetzt in das Gehirn eines Maffinörders. Wo würde ich hier eine Leiche verstecken? Ein Fleischwolf. Ich höre, diese Cola-Dose, ne? Das ist bestimmt... Entweder Objekt Movement oder Objekt Replacement. Vielleicht man schon einige, das könnte schon auch Movement sein. Ja. Der Band, genau. Das Band läuft falsch. Das ist jetzt Manipulation? Jetzt das Band. Band Manipulation wahrscheinlich. Ja. 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 Ja, das Spiel hat ab und zu eben doch Mitleid mit uns. Und denkt sich so... Ach komm... 1 und 2 senke ich den mal. Ja. Damit sie noch nicht rausfliegen. Damit sie noch mehr Zeit vergolden. Und dann verlieren sie trotzdem. Das Spiel ist eigentlich diabolisch. Hm. Natürlich. War der Karton da schon immer offen? Ja. Okay. Ich hab mich gerade gefragt, ob uns irgendwo eine Kamera fehlt. Gott, die sind noch alle da. Unfair ist auch bei so YouTubern oder sowas. Die haben halt einfach... Also gerade bei den Streamern, die haben halt einfach so viele Leute, die da mitgucken und helfen. Ja. Ja. Das ist einfach so unfair. Ja, klar. Nächstes Jahr sag ich einfach zu meinen Leuten, mit denen ich befreundet bin. Guckt den Stream und... Aber nur wenn wir Observation League spielen. Der Rest ist egal. Ja. Guckt den Stream. Wenn nicht, dann kündige ich euch die Freunde. Das ist auch gut. Das sollte ich auch machen. Guck mal ein paar Zuschauer. Das ist aber glaube ich echt, wie man am schnellsten groß wird, indem man halt echt einfach so 10, 20 Leute hat, die so ein bisschen mit dem Stream und deinen Videos auf YouTube interagieren. Das pusht Videos so hart. Vor allem wenn... Also auf YouTube wenn Kommentare oder... Ich seh das immer, wenn... Wenn mal irgendwo ein Kommentar kommt oder ein zusätzlicher Like oder so von irgendeiner Prenner, dann hab ich einfach so viel mehr Aufrufe auf dem Video. Und wenn das jetzt wirklich, keine Ahnung, 20 Leute machen, das wird... Ja klar. Objekt... Das wird das so pushen. Movement in blablabla... Hi, vielen Dank für den Follow. Und willkommen im Stream. Ich glaub der Kaffeebecher könnte eventuell sein. Keine Ahnung. Objekt Movement in Maintenance und Objekt Replacement in Storeroom. Können wir einen anderen machen? Ja, aber ich möchte einmal kurz gucken. Ja. Ja, der Kaffeebecher. Das ist mir sogar aufgefallen. Ja, mir auch. Der stand vorher hier. Ja, mir auch. Ich dachte... Keine Ahnung. Aber ich dachte, der stand vorne voran da, deswegen hab ich nichts gesagt. Ja. Deswegen hab ich auch nichts gesagt. Ja. Hier hab ich keine Ahnung, was sich hier gebooft haben soll. Das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Und das war unsere Kamera. Bye bye, Kamera. Ähm... Jetzt tot? Ja, ich glaub schon. Jetzt hört man uns nur noch. Aber das macht nix. Ich steh die gleich komplett aus. Ja. Und was war... Wo war das Object Replacement? Hier? Äh... Ja... Ja... Storeroom, genau. Storeroom. Aber was? Keine Ahnung. War das vielleicht was anderes? Nee. Weiß ich nicht. Ich glaub nicht, dass das irgendwas offensichtlich ist. Ah ja. Dann sollen wir zurückgehen zu einem Level, das wir schon hatten? Oder äh... Was wären sonst noch die Optionen? Kannst ja mal noch... Ansonsten würde ich noch mal die Spa machen. Ja, oder irgendwie gucken was sonst noch. Ja. Genau. Also aufhören zu ruchten? Mhm. Du bist raus. Nein. Ich mein, schlimmer wie die, die uns schon gespielt haben, können die anderen auch nicht sein. Mhm. Also Spa. Was sind noch... äh... Das andere wäre Apartment oder Gärstation. Lockcabin. Ja, das ist halt der aus der Demo, den kennen wir. Achso, okay. Oder Apartment. Man würde wahrscheinlich uns umbringen... Ja, aber... Ja, dass Gärstation besser ist. Das kann auch und das ist... Machen wir mal Apartment. Meine Pankstelle kann auch einen umbringen mit den ganzen kleinen Sachen wie... Also verkaufen. Was? Du willst ne Katze! Ja. Kitty! Nein! Die Katze ist süß. Noch nicht. Noch nicht. Am Ende wird die Katze zu so einem Dämon. Und dann wird einfach weiß. Wer stellt so viel Scheiß in den Flur? Mein Nachbar. Das kann doch nur Amerika sein. Ich mein, mein Nachbar... Amerika würde eigentlich am wenigsten Sinn machen, weil die können sich da ja wegen jedem Scheiß verklagen, wenn jemand da über, keine Ahnung, da einen Teppich stolpert. Oh mein Gott, da hat bestimmt ne Billiardkugel weg. Oh Scheiße. Ja. Wer wollte das Apartment? Wer zur Hölle stellt zwei Stühle vor so nen fetten Fing? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und dann hat aber sechs Stühle um einen scheiß Tisch rumstehen. Ganz ehrlich, da würde ich mir den Fernseher doch eher hier irgendwo so hinstellen. Ja. Ja, die Billiard kannst du vergessen. Ich hoffe mal nicht, dass sich irgendwas an den Kugeln ändert. Ja, Peso. Garantiert. Nur das AI-Bild, Peso. Wunderschön. Ja, das bitte soll Peso sein. Was ist Peso? Wieso ist es AI? Hinterfrag's nicht. Die Sache ist, der Spa, der war zwar noch am angenehmsten. Das Problem ist, der haben wir trotzdem nichts gesehen. Wie gesagt, wer wollte das Apartment? Alles ist... Wie viele Räume gibt's hier denn? Deal. Apartment ist groß. Und Reifen liegen hier oben. Katze. 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 Nein, nein, die ist normal. Jei. Mein Kater kann das auch. Mein Kater kann das auch. Ja. Oh. Ja, X. Es ist die Giratze. Vielleicht kennt sie nicht. Ich meine, nochmal eine Gelegenheit, hier alles im Auge zu behalten. Das ganze Kaffeebächer, ey. Was ist das überhaupt für ein Raum? Hat sich der Stuhl da bewegt? Ne, der stand schon wo er so schlägt hat. Oh, okay. Was ist das hier? Oh, das ist ein Sticker oder sowas, ne? Ah. Ja. Öl. Was ist denn heute hier oben? Ich glaube ja. Was ist das überhaupt? Ich weiß nicht wo. Die Katze guckt immer noch freundlich. Ja. Ja, der Stuhl ist ja super cool. Zäh. Nee, Sane. Das ist Santa Grazo. Ich weiß. Aber... Da steht irgendwann mal da insane oder so. Ja, aber was anderes. Also ich kannst du immer wieder sagen, wenn sich der Chat beteiligen möchte, wir sind viel zu schlecht um dieses spiel zu schaffen und unser rekord liegt bei acht mittlerweile wunderschön als das spiel noch in der demo war war ich da besser drin und letztes jahr waren wir auch wie gesagt ich bin immer noch der meinung dass wir letztes jahr besser waren mir wäre der zettel jetzt auch nicht aufgefallen auf irgendwas muss ich achten war das blaue getränk oder die blauen becher ja fünf stück wobei ich weiß nicht ob das ein becher ist aber ich habe es mitgezählt ja gut ach so da hinten ja da sitzt der wie heißt noch mal der eine typ ja genau der sitzt das bete das beter bestimmt drauf glaube ich dass sie die lizenz für den haben ja dann eben eine billige nachmache wiegt da irgendwas ja das lag hier aber schon auf war das schon immer so ein rotes ding auf dieser pinwand da oben ne da in der da genau das doch ja ja doch ok bestimmt wieder irgendwo mindestens eine war da immer schon drei dosen auf dem ja 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 aber es kann sein dass sie sich bewegt haben aber eine und noch also eine anomalie ist garantiert irgendwo mittlerweile schon noch mal zurück das sah gerade aus als ob da ne doch ne da sind keine gesichter in den müllbeuten ich habe einen müllbeuten nein ich habe es dann irgendwie paranoia ich sehe überall gesichter genau oh ich sehe überall katzen da ist eine katze miau zu viele vielleicht ist das ja der clubraum von dem gesamten apartment jaja natürlich das ist doch abartig aber wer hat sowas da muss man mit menschen interagieren alles hier durch die gegend kippen mhm ja also wir übersehen auf jeden fall wir wandeln immer so viele paarräder das klingt hier zum beispiel ich glaube ja war der wesentlich vorher rot? ich achte auf die katze katze ist toll ja vor allem die wie hieß die gera die war katze? gerakenkatze war der rot? oder hab irgendwo einen roten besen gesehen nett nett am ende ist es irgendeine von diesen blöden billiardskugeln hier war bestimmt irgendwas mehr im regal missing object ja kann sein, dass da mehr drin war doch nicht ja oder da kann sich auch so viel verändern nein nein hier steht was wie reporte ich das? ich weiß nicht ich weiß auch nicht ob das von vorher da war ich weiß auch nicht ob das von vorher da war ich weiß nicht was ich da auswählen soll manipulation vielleicht vielleicht ist mir immer eine tür oh gott ich guck da war ja schon immer noch ein füße ja füße ja füße ich hab jetzt mal gebläht ich weiß nicht ob hier immer text war aber Ja, versuch's einfach. Die verlieren können wir ja nicht. Ah, da. Wichtig. Ende ist noch irgendwo. Wenn nicht sogar jetzt schon wieder eine zweite. Die bewacke hat sich irgendwas bei dem Billards-Ding. Das kann... das weiß ich nicht. Da sind noch alle da. Er hat die Kugeln gezählt. Haben sich vielleicht die Becher wirklich bewegt? Das kann man. Aber wenn, dann minimal. Ja. Gibt immer noch keiner auf dem Dreirad. Hm. Wo ist mein roter Wesen? Gibt's nicht. Dann hast du dir einen gebildet. Erinnert mich wieder an diesen Mandela-Effekt. Hm. Ja. Ja. Das ist auch ein Kugeln, den ich letztens hatte, war, wenn du dir das Monopoly-Männchen vorstellst. Du siehst ihn mit dem... einem Monocle. Hm. Aber in Wirklichkeit hat er nie einen Monocle gehabt. Das ist unbeliebt. Ja. Oder was auch gut ist... Kennst du die SpongeBob-Folge oder den Film, wo der am Ende Gitarre spielt? Ja. Welche Form hat die Gitarre? So, äh... drei... drei, glaube ich. Sie hat die Form einer Erdnuss. Hä? Mhm. Ich glaube, man verwechselt das bei dem SpongeBob-Ding mit dem, wo die, äh, Sweet Victory singen. Ja, wahrscheinlich. Und da hat Sandy so eine dreieckige Gitarre. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, damit verwechselt man. Aber es sagen auch alle, dass diese Dreiecksgitarre in dem Film war. Aber das war auch nie und auch in keiner Version von dem Film. Ich weiß gar nicht, ob ich die Filme überhaupt noch so richtig kenne. Also, ich hab sie gebraucht, aber ich weiß halt nicht... Aber es gibt so crazy Mandela-Effekte. Mhm, ja. Richtig creepy. Yay, wir haben verkackt. Okay. War doch sowas von klar. Vier Stück nur. Äh, Object Replacement in Basement. Können wir gleich gucken. Ja. Object Manipulation in Stairway. Und, okay, Smoke. Wäre uns wahrscheinlich aufgefallen, haben wir wahrscheinlich nur nicht mehr geschafft. Ja. Ich weiß nicht, dass Smoke uns auffällt. Ähm... Also, beim... nach dem dritten verkackten. Wie ist... Object Replacement? Ne, nach dem vierten. Also, drei kannst du haben und wenn dann vierter kommen würde, verkackst du. Ah, okay. Der vierte wird dann nicht mehr angezeigt. Hier war Object Replacement, aber ich seh nichts. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und dann war noch... Wo war das andere? Im Basement. Basement war irgendwas. Hier hat sich das... Vielleicht verändert. Das sah, glaube ich, noch genauso aus. Ich bin da nicht sicher. Ich würde sagen, wir probieren hier noch eine Runde. Können da noch mal in den Spa gehen, weil ich den, glaube ich, echt für einfache empfinden. Genau, auf jeden Fall. Ja. Dann schauen wir mal. Erstmal haben wir ja noch Zeit, uns das hier alles einzubringen. Ja. Einen ganzen Scheiß. Kann hier mal bitte jemand aufräumen? Das macht unsere Arbeit auch einfacher. Eigentlich ist das Spiel doch ein Hinweis auf Umweltverschmutzung. Ja. Und Messi sein. Das ist ein roter Besen. Da gab's nie einen roten Besen. Das kann aber nicht sein. Ich hab den roten Besen gesehen. Mandela-Effekt. Ja. Wenn du noch weiter über einen roten Besen redest, bring ich den Gästen meinen roten Besen mit. Der rote Besen. Der rote Besen. Dann fragt zwar mein Vater was willst du mit dem roten Besen. Okay, los geht's. Die niedliche Katze. Ja. Die nicht weird ist. Die nicht nicht. Die eigentliche Anomalie ist, dass sie die ganze Zeit da sitzen bleibt. Das wird keine Katze machen. Ja, das stimmt. Kommt drauf an. Die Stühle... Ich fühl mich irgendwie so beobachtet. Ganz dezent. Warte immer noch mal drauf, dass jemand auch... Die sind ein Dreifazil-Set. Ich warte immer noch auf den nächsten Intruder. Ich weiß doch auch, dass die Katze einfach weg ist. Und dann sagen wir, es ist eine Anomalie. Und dann ist es normal. Und zwing die Katze wieder dahin. Was sind die für Ärschen. Die arme Katze. Also man kann eigentlich sagen, so alle 15 bis 30 Minuten kommt eine Anomalie. Okay. Bindere. Also es sollte eigentlich noch irgendwo eine sein. Mittlerweile. Ja. Also spätestens um 5.40 Uhr ist irgendwo eine. Und halt oft das HRMG an. Ja. Aber wieder liegt gut. Ja. Ich weiß nicht, was ihr da habt. Das ist normal. Nein. Ich wasche mein Blut immer ab, bevor ich an der Decke rumlaufe. Achja. Stimmt. Du singst nur, wenn du an der Decke rumlaufe. Nein. Ich singe das Dänische Lied. Warte mal. Ist das kaputt da unten? Das war schon immer kaputt. Das hier meins. Ja. Das war schon immer kaputt. Okay. Das war auch das schon. Okay. Jetzt ist auch schon immer so kaputt. Ich mache ihn sauber. Nee. Lag da schon immer was Rotes auf dem, beim Waschbecken da? Das sind Becher und so. Ja. Okay. Ah. Okay. Jo. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Danke. Beste an dem Level ist Luca. Ja. Das ist die rote Seite. Ja. 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 Was ist jetzt in meine Nase reingestellt? Hab hier noch irgendwo Taschentücher? Nee. Nur so wirklich jene Tücher. Ich hab hier. Sehe doch. Danke. Das ist zwar nicht so toll für die Nase, aber... Ja. Es härtet ab. In der Not frisst der Teufel nie. Jetzt stellt hier Pflanzen rein. Keine Ahnung. Waren die doch schon? Doch schon. Ja. Ich würde vielleicht Kunstpflanzen so lange da lagern, aber doch keine richtigen... Ja. Richtige Wunder nie überleben. Ist das ja klar. War die Tür da schon immer offen? Oder ist sie überhaupt offen? Sieht noch ziemlich zu aus. Nee. Die da. Ja. Nee. Ja, aber das sieht aus wie ein Satten, oder? Hört auch. Hier sieht er zu aus. Okay. Ah, meine Güte! Jetzt hört dich auf. Ich merke, dass hier irgendwo eine Anomalie ist. Ich reagiere alle auf. Wir haben zu oft über Katzen geredet. Und du hast da eine Katzenhaarallergie. Hast du nicht eine Katze? Ja, aber auf die reagiere ich nicht allergisch. Aus irgendeinem Grund. Okay. Ich glaube, an die habe ich mich nicht einfach gewöhnt über die Zeit. Haben sich die Fahrräder verändert? Oh Gott. Oh Gott. Es wird alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Und wie man sieht, sieht man nichts. Wo ist Nora mein roter Besen hin? Da war nie ein roter Besen. Wo ist er geblieben? Und dein roter Besen, ey. Also, ne? Schon? Sieht ein bisschen falsch aus, aber ich kann dir nicht sagen, ob die davor es schon war oder nicht. Extra-Aufgift. Ja. Fehlt hier irgendwas? Nicht, dass es mir auffallen würde. Da gibt es uns was geraubt oder keine Ahnung. Ey, jetzt kriegen wir gleich wieder die Warnmeldung. Natürlich. Kriegen wir sie. Logisch. Was auch bei uns. Jetzt sieht das hier schon immer so schwarz aus. Ja, ich glaub schon. Ah, kann ich denn in Truda kommen? Oder in die Katze wieder kommen? Ja. Da geht schon immer eine Fußmotte vor. Ich glaub... Ja. Ja. Nein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, nein, nein. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Es ist halt Luxus. Ja, der kann ja mit seinem Haus machen, was er will. Ja. Dann scheint. Ja. 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 Und da ist die Warnmeldung. Das war klar. Ja. Ja. Wo ist die dritte Anomalie jetzt? Ja. Ja. Ich sehe nix. hier fehlt ein reifen hier fehlt 100 pro was dann hat sich der bewegt hier lag vorher so ein reifen dran ich wollte schon sagen so paranoid bin ich dann doch nicht waren hier schon immer so viele mühlsäcke? ne ich glaub nicht, so viele nicht vielleicht haben die nackt mal noch einfach über den müh rausgebracht da lagen nur zwei, das waren sechs oder so ok, dann jetzt noch eine ich habe mich wieder was dazu gefunden ich versuchte jetzt nicht hm war da unter dem auto, kommt da was raus? das sieht übrigens so raus, ne? ja special reports sind immer super, da braucht man es nicht mal reporten um zu wissen jetzt haben wir immer noch eine katze, was hast du getan? das skateboard war da aber auch die ganze zeit, ne? ja die zwei grünen dinge auf dem waschbecken, waren die da schon? mhm ich habe irgendwie das gefühl, dass sich hier irgendetwas verändert hat war die tür vielleicht vorher zu? glaub nicht, weil du konntest ja immer schon dieses sitz sehen ja, aber das wäre ja nur eine hälfte mhm hier vielleicht etwas zugekommen oder so? könnte weiß ich nicht jemand rumten hören und ich würde es nicht merken ja, das weiß ich nicht aber das würde uns schon auch ballen ja hat sich der political gedreht? keine ahnung hat hat bestimmt gezwinkert und das war dann der fehler ja, die anomalie mhm katze zwinkert nur noch mit einem Auge statt mit zwei genau bild könnte sich auch verändert haben und niemandem wird es auffallen mhm da läuft gut raus das ist normal da hat jemand seine Tage der Fahrstuhl hat seine Tage das ist ein Locker, glaube ich, oder? das heißt aber in der... ne, ich glaube das ist der Fahrstuhl tatsächlich das hier ist der Fahrstuhl ok neul das heißt in der was? in dem Raum ist auf jeden Fall keine andere Nommelie, die es ja neu dazu kommt mhm, ja das heißt die eine die uns fehlt man kann ja immer mehr aufschließen ja hier kann sie ja auch nicht sein auch wenn hier mittlerweile irgendwas anderes sein könnte mhm haben sich vielleicht die Hefte irgendwie verändert? könnte sein, weiß ich nicht oder oder ich denke gerade eher ob hier eins von den beiden extra ist aber anscheinend nicht ne da ist ein Riss die eine die uns fehlt, kann aber auch nicht hier sein dann ist die entweder hier oder sieht da die Tür auch mal anders aus kann durchaus sein kann durchaus sein ich glaube die waren nicht äh da war kein Glas also die war massiv, glaube ich hier könnte halt auch was sein wobei, ne, hier war die äh Müll, Mülleimer, Mülldinger, genau hier kann aber auf jeden Fall was sein aber da würde mir auch nix auffallen vielleicht wie gesagt die Magazine dass die sich bewegt haben bewegt man sie? ja oder eine andere Farbe geht auch und erstmal Image und nochmal lieb also ich meine die hätten da gelegen ja gelegen auf jeden Fall aber ich dachte vielleicht haben sie sich quergelegt also ein bisschen verschoben boah das ist ja auch mies aber dann stand hier schon immer was drin keine Ahnung, probier's aus nicht aber das ist es dann Es wäre, glaube ich, eine extra Anomaly, aber keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, sah der Teppich vielleicht mal anders aus? Ich glaube nicht, nein. Da hinten, glaube ich, oder? Ne, das sind die Walfs oder so. Oh Gott. Ich glaube, schon immer was nehmen? Ja. Aber hey, wir sind über 3 Uhr gekommen. Ich bin trotzdem nicht begeistert, weil da nur die Hälfte ist. Waren die Vorhänge schon immer grün? Waren die überhaupt jemals Vorhänge? Weiß ich nicht. Objekt-Replacement? Entschweinend? Extra-Objekt? Okay, wieder acht. Missing Object in Clubroom. Okay, da bin ich mal gespannt. Object Manipulation in Stairway. Und Object Replacement in Basement. Okay. Fail. Aua. Missing Object in Clubroom. Ja, was? Ne Kugel bestimmt. Mhm. Könnte sogar sein. Garantiert, ey. Dann... Also hier war nix, oder? Das stand auch... Im Basement war irgendwas, oder? Ja, aber da könnte ich jetzt nicht sagen was. Entweder Replacement oder Missing. Ja, aber... Könnte ich nicht sagen. Könnte ich jetzt auch nicht sagen was. No. Und das andere war... Wo war das letzte im Storage? Storage, ja. Genauso keiner Spurkel. Keine Ahnung. Nicht genau überfragt. Ne, nicht auf in den Spa. Probieren wir damit nochmal unser Glück. Ja. Also Rekord ist immer noch acht. Ja. Ich bin nicht dran begeistert. Aber der Spa sieht einfach aus und den kennen wir jetzt schon. Ja. Genau. Einfach. Mieter aus und ist aber trotzdem size. Vor allem, dass wir immer in anderen Räumen versagen und nicht bei dem hier. Ich glaube, wir sollten uns die Zeit nehmen, das hier auf jeden Fall mal alles einzuprägen. Mhm. Weil das ist eigentlich nie das Problem, weil du schon sagtest. Ja, das war ja meistens nicht da, die Sachen, die da... Ja, eben. Eben. Es war überall anders. So, wir haben hier zwei Leitern. Zwei von den Dingen und drei von denen. Hier sind kleine Pflanzen. Eine große. Und da ist nichts dazwischen. Was ist denn mit diesen Schächten? Hier ist einer. Hier sind zwei. Hier... Da ist einer. Und da. Ja, jetzt sieht man auch einen. Also insgesamt fünf Stück. Mhm. Die wir sehen können. Ja. Hier sind es zwei, die wir sehen können. Hier ist noch ein Loch. Ich glaube, hier wird es relativ auffallen, weil die Pflanzen, die stellen ja auch immer ein Pärchen hier rum. Ja. Wir müssen uns so merken, dass hier sind kleine und hier sind groß. Großer Eingang klein, kleiner Eingang groß. Da sind die wässlichen Bilder. In den Handschuh hier rum. Nein. Nachschuh gucken ins Loch. Badeanzug liegt davon weg. Und das blau. Schwarz. Ja, dunkelblau würde ich eher sagen. Schwarz ist junger. Da ist eine Lampe und drei Pflanzen. Oder was auch immer das ist. Und drei Türen. Mhm. Und die Klinken gucken sind auf der rechten, rechten und linken Seite. Es sei denn, es hat sich jetzt schon irgendwas verändert. Hat sich das Magazin verändert? Nee, ich glaube nicht. Hier fehlen die Stammten. Ja. Wenn ich mich da admittet worauf. Ja. Welchen? Pein. Pole reporters. Ich gebe es jetzt gleich bei einer Seite. Auf shelter. Was du da? Ja. ��. Oh. Ich muss das noch eine Seite aufhangen. Pfeifanzungsverhältnisse. Und da auch hier mit meget, ist man dahint. Ich kann Tiere sagen, wie vieleメenriote? Das ist nella Seite aufhangen. Ich weiß noch nicht, wo hier jemals Fußspuren sein sollten, aber okay. Ist, weiß ich nicht. Kamera. Hey. Wir sind noch gut dabei. Mhm. Wir sind noch gut dabei. Denken sind, glaube ich, noch klar. Mhm. Füße sehe ich auch nicht. Nein. Du hast die Kopfhörer noch auf. Mhm. Warum? Ja, weil ich keine mehr aufhaben. Ja, ich auch nicht. Und wenn da dieses Geräusch wieder in dieser Grammophon oder so wieder... Ja. 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 Ja, die stand doch hier schon anders gedreht als die. Ah, okay. Aber ich frag mich eher, ob... Ja, ich glaub hier ist alles gut. Ja, ich glaub hier ist alles gut. Ja, das stimmt anders. Ja. Ja, das sieht komisch aus. Ja. Ja, das ist eine Anomalie. Ja. 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 Aber... Ich will nicht zu früh, Freunde. Wir sind erst bei 1 Uhr. Ich freu mich über jede Anomalie, die wir hier noch nicht gesehen haben, die wir finden. Mh, mh. Weil die, die wir schon kennen, darauf denken. Ja. Ja gut, das stimmt. Ich guck auch auf die Silda, weil nämlich da trau ich auch zu, dass die sich irgendwie wegkriegen. Ja, das wird auf jeden Fall irgendwann passieren. Ja, das wird natürlich. Aber die Pflanzen regen mich auch, weil die mich vielleicht echt irgendwann drehen. Und der Raum ist da Katastrophe immer noch. Ja. Das wird ja auch nur sein Leben lang bleiben. Ja. So lange wie das viel existiert. Hat sich das Magazin geändert? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Oh. 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 Da ist wieder, ja. Oh. Ja. Ja. Ich glaube, hier ist sowieso eine einzige Verarsche, weil das so sieht, ja, wenn hier irgendwas ist, das muss ja sofort auffallen. Und wir hatten hier schon so häufig Anomalien, die uns überhaupt nicht aufgefallen sind. Ja. Während hier überhaupt nichts passiert. Und wenn da was passiert, finden wir das. Ja. Was auch irgendwie verarschelt. Ja, weil es sehr offensichtliche sind. Das ist der eigentliche Punkt des Spiels. Die Orte, die einfach aussehen, sind die schwierigsten. Mhm. Diese Pac-Man-Stühle sind einfach so witzig. Die können auch voll bequem sein. Ja. Aber die können auch voll unbequem sein. Und vor allem, was ich am geilsten an diesen Pac-Man-Stühlen finde, ist, die kannst du komplett zumachen. Dann ist doch wohl, ja. Einfach mal weg. Mhm. Bin dann mal weg. Der optimale Introvert-Stuhl. Ja. Genau, innen drin so eine Leuchte, so eine Druckleuchte rein. Und dann da drin schön lesen. Ja, genau das. Ah, mein Traum. Und wenn einer anklopft und mich nerven will, wird er mit einem Elektrosucker kraftrieben. Genau, so ein Kraftfeld, da wird immer mal ein Rückenstoß, die da reingeholt. Ja. Voll normal. Ich warte immer noch auf den Wurm, der aus der Rutsche kommt. Ich warte auch irgendwas, was man sieht. Mhm. Ja. Irgendwo ist Gansch jetzt irgendwas mittlerweile. Ich seh keine Füße, oder? Regulass, was erspielt deine Elfenauer. Hm. 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 Da stand hier hinten schon immer so ne Flasche auf dem? Ich glaub ja. Das ist aber im Spiegel. Hm. Bist du sicher? Ja. Ja und kontrollier nach. Hm. Ja. 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 War halt so, ne? Wer ist halt so. Ich fänd's auch lustig, wenn auf einmal die Stühle zu wären. Hm. Mh. Das würde auch passieren. Oder wenn sie Augen hätten. Ja, ist gut. Ich sag ja so, pack man Augen. Ich werde das Bild verändern. Ich glaub nicht. Da denkt man aber wirklich, da würde man alles sehen. Ja. Ich wette, dass hier schon irgendwas ist. Und es fällt uns einfach ein Ja natürlich. Ja klar. Natürlich. Ja und bestimmt sind die Fehler bei denen, wo eigentlich offensichtlich sein muss. Ja und bestimmt sind die Fehler bei denen, wo eigentlich offensichtlich sein muss. Ja. Ja. Ich dachte, das hier ist ne Image. Unnormally. Das sah vorher anders aus. Wusst ich. Was ist da? Was passiert hier? Der Pool wird abgelassen. Ja durch das Loch. Ja. Dafür ist das Loch. Kann sein, dass das schon mal irgendwann passiert ist? Keine Ahnung. Und uns einfach nicht aufgefallen ist, dass der Wasserstand auf einmal niedriger war? Ja. Nein, aber... Zwei weitere Anomalyen. Ja. Ich glaub trotzdem irgendwie... Irgendwas ist jetzt an dem Bild hier anders. Kann ich sagen was, aber irgendwas. Wahrscheinlich ist da auch was. Wahrscheinlich ist da auch was. Ja. Das stimmt mit Sicherheit was und wir sehen es nicht. Ja. Hat sich die untere Pflanzen vielleicht gedreht? Ja, das frag ich mich auch schon die ganze Zeit, aber... Ich weiß Pflanzen da in der... In der Lobby einfach. Das kann doch nicht sein! Im Prinzip... Ne, das war keine Frage. Und vor allen Dingen, dass sie... Das ist... Das ist... Zu den anderen Sachen... Ja eigentlich... Easy. Ja. Sollte zumindest sein. Sollte. Aber weiß ich nicht. Objet movement. Jedes Mal wenn ich jetzt hier bin, werde ich... Und der Hörer fehlt von dem scheiß Telefon. Oh. Wow. Ja. Dann kann da aber kein zweiter Peter sein. Nee. Wow. Okay. Mindestens noch zwei irgendwo. Ja. Wahrscheinlich... Würde ich sogar sagen, dass das dann aber nicht in den Raum mit den vielen Sachen ist. Sondern... Wahrscheinlich in einem Raum, wo wir nicht mit berechnen. I don't know. Das kann... Also ja muss ja. Wenn zwei sind. Können ja nicht zwei im gleichen Raum sein. Ja. Das ist kacke. Dir fehlt das Ding. Hm. Stimmt. Ja. Dieses komische Ding, ne? Das, wovon ich erst dachte, dass es zu viel ist. Vielleicht war es auch zu viel. Weiß mal. Weil es uns fehlt. Es fehlt wirklich. Nee, es fehlt. Vielleicht hat das mal gefehlt. Und deswegen dachte ich, es wäre zu viel. Ja. Ja. Aber trotzdem ist einer noch irgendwo... Liegt da am Hügel auch der Schrank? War das schon immer dann? Der hier? Ja. Auch schon. Hm. Stand hier schon immer eine Pflanze auf dem Tisch? Ja. Ja, ich glaub schon. Also irgendwas stand da, aber ich weiß nicht, ob es eine Pflanze war. Oh Gott. Ich weiß es nicht. War hier schon immer so eine Treppe rein? Ja. Hier irgendwo... Hier waren Leitern. Ja. Aber warum ist hier eine Leiter, wenn hier... Ja. Aber einfach mal extra. Nee. 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 Kann ich die Rutsche anfangen zu atmen? Ja. Oder der Wurm. Ja. Oh. Oder irgendwas anderes zu schauen kennen. Oder wieder der Intruder in der Sauna, den wir nicht erwischt haben. Ja. Das werden wir bestimmt sehen. Ach Gott. Aber dieses Mal ist es tatsächlich eine Anomaly hier irgendwo. Das ist aber nicht schlimm, solange die andere Bäume die ganze Zeit finden. Hm. Ja. Wenn... Wenn. War das schon vorher hier so? Das ist komisch auch mal. Haben wir das mal? Haben sich die Liegen verändert? Oben? Mhm. Doch nicht. Die standen schon immer so schräg. Ach Gott. Ich weiß sie. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Da liegt was. Wollen wir das wissen? Ja. Wenn es ein Kopf ist, muss ich dead body reporten. Ansonsten ein extra Objekt. Irgendein Objekt, okay. Aber das ist kacke. Meinst du das, was da drin lag? Oder? Nee. Das nicht. Mit den ganzen Fehlern. Ist hier... Nee, oder? Was? Ich hab so komische Punkte an der Tür, aber das war glaube ich schon vorher. Ja. Es ist die Holzmaßung. Sind die Türen einfach größer geworden, weil die sehen so groß aus? Da muss ich noch mal drauf achten. Mhm. Ich hab hier auch schon immer so ein Ding hier an der Seite. Ich glaub ja. Drei Uhr. Yay. Mhm. Guck, die Türen sind so extrem hohe. Ist die mittlere Tür nicht größer als die andere? Als die anderen beiden? Nee, die ist nur weiter drin. Das sieht so aus. Lag auf dem Zettel schon immer ein Stift mit drauf? Ja. Ja. Okay. Ah! Nee, das sind nur weiteren Locker. Aus den Zettel. Nee. Vielleicht ist das tatsächlich der Bügel. Who knows? Ich probier's jetzt einfach mal. Ja. Kannst ja mal probieren. Hier sind auch noch alle Dinger da. Nee. Okay. Okay. Was? Keine Ahnung. Ich auch nicht. 8 haben wir wieder gefunden. Nur Manipulations? In Dressing Room? Hä? Object Movement in Main Pool. Object Manipulation in Lobby. Ich würd' sagen eine Runde noch. Ja. Vor haben wir. Ja, eine Runde noch. Dann haben wir ungefähr 12. Mhm. Und dann bringst du da noch eine Ecke. Ja. Object Manipulation in Lobby. Eine andere Ecke. Das war jetzt erst ganz am Ende. Das heißt in der Lobby war die ganze Zeit nichts bis zum Ende. Ja. Also die andere. Main Pool Movement und Dressing Room Manipulation. Unter Room Manipulation. Also der ganze Raum einfach. Es könnte sein, dass wir hier am Ende gar nicht mehr waren. Aber die Türen sind so komisch. Aber ich glaub da kamen wir nicht mehr hin. Ja. Aber wie? Was hat sich bitte in diesem Raum verändert? Hat der Boden verändert? Ich glaub der Boden sah anders aus. Echt? Weiß noch nicht. Ich hab keine Ahnung was hier sonst abging. Hab ich auch nicht. Oh Gott. Und Main Pool war ein Missing Object. Was hat hier? Hat diese Pflanze gefehlt? Ich glaub diese Pflanze hat gefehlt. Das kann gut sein. Ja. Deswegen sahen die liegen so komisch auf. Ja. Weil da einfach keine Pflanze mehr voraus. Das kann gut sein. Oh Gott. Es ist einfach. Du starb die Bären so lange und so intensiv an, dass dir irgendwann gar nichts mehr auftritt. Ja, aber es ist auch so dumm. Weil eigentlich, das müsste uns auffallen, weil diese scheiß Pflanzen immer in Paaren kommen. Ja. Wenn eine Pflanze fehlt, würde das eigentlich voll auffallen. Ah. Wahrscheinlich weil man da wirklich so lange drauf starb, dass man dann irgendwie nichts mehr sieht. Und das Bild ist so hässlich. So, wir gucken jetzt mal. Hier ist ein dickes Blatt nach rechts. Ja. Hier ist ein dickes, also dicke Blätter immer aus dem Bildschirm raus. Und das dicke Blatt guckt uns an. Und das ist weg. Und hier ist halt kein dickes Blatt. Ja. Und bei denen, keine Ahnung, die gucken nach hinten. Die sind beide so nach innen gedreht. Das könnte auch so ein Dingsbum sein. Dingsbums. Genau. Dingsbums. Alles Dingsbums. Nur noch. Ja. Eindeutig Manipulation hier. Okay. Aber... Hier. Das Ding. Was? Das hier. Das war vorher hier. Okay. Das war die Manipulation. Ich wusste doch, dass das da nicht hingehört. Das war aber nicht extra. Es hat sich nur bewegt. Hm. Ich wusste doch, dass sieht falsch aus. Ähm. Mit meiner Flasche? Ja. Aber kann ich verstehen. Wie sieht da irgendwie so lost aus? War hier oben schon immer so ein Ding? Ja. Ich glaub schon. Ist da auch. Ja. Wir waren nie nach dem Becher. Nee. Hat einer angefangen zu rauchen. Ungesund. Er hat stresst rauchen. Ich wusste doch, hier war keine Treppe. Oh. Der Schatten von den Dinger sieht irgendwie komisch aus, weil so wie das Licht fällt... Ja. Aber ich glaub, das ist ein Spielfehler. Ja. Ja. Eindeutig. Manipulation hier. Hey. Keine Ahnung, wie da... Da ist jemand. Jetzt spielen wir Sims. Da sind tote Leute im Pool. Nein. So hab ich meine Sims nie umgebracht. Ich hab sie immer in einen Raum gesperrt mit einem Grill und dann sollten sie brennen. Du bringst die Sims ja auch nicht so um. Die bringen sich selber um. Ja. Ein Pool ist das Tödlichste, was du einem Sim geben kannst. Ja, mittlerweile können die aber auch ohne Leiter rausgehen. Ja, mittlerweile können sie auch ohne Pool sterben. Ja, das auch. Die können ja durch euren Blitzlag auch sterben. Ach. Oder wenn du irgendwie, weiß ich nicht... Ich glaub das Schwierigste im Sim ist wirklich die am Leben zu halten. Jaaa. Kamera. Das ist... Weiß ich nicht. Die können ja mittlerweile durch jeden Zeissgefühl sterben. Mhm. Und wenn die was reparieren, können sie sterben. Die essen ja nicht einmal selbstständig. Wenn die nicht genug essen, können sie sterben. Kommt drauf an, wie hoch du die Eigenständigkeit stellst. Das Problem ist, wenn du die Eigenständigkeit sehr hoch stellst, sterben sie halt durch so einen Scheiß wie der Pool. Und du kannst die aber nur ausstellen oder anstellen. Und wenn du sie sehr niedrig stellst, dann äh... Ja, eigentlich kann man die auch einstellen, wenn du... Aber dann musst du irgendwelcher... Und dann musst du mal eine Mod, glaub ich, für haben. Nee, das ist glaub ich kein... Also... Ich weiß nicht wie's bei Sims 4 ist, aber... Also bei Sims 4... Bei Sims 3... Bei Sims 3 kannst du einfach extra ein... Also du kannst... Sozusagen... Äh... Die Einstellungen... Ja, aber... Da. Ja. Und bei Sims... Ist da ein Gehirn drin? Ist... Irgendwie... Und da. Ja, was willst du denn von mir? Oh, Manipulation vielleicht. Aber... Bei Sims 4 kannst du halt nur Eigenständigkeit anstellen oder ausstellen. Ja, dass es nicht erst noch eine andere Einstellung für... So Profi-Einstellungen oder sowas gibt? Nee, ich hab ja die Eins... Also ich war ja schon öfter in der Einstellung, weil ich Mods aktiviert hab und... Äh... Halt auch... Du kannst auch... Ähm... Einstellen wie lange die leben halt. Ob sie lange leben, kurz leben oder normal leben. Also... Ja, das ist normal. Viele... Ja, aber ähm... Ja, aber das ist so wie auf dem Handy. Auf dem Handy kannst du auch Developer-Settings aktivieren und hast dann 20 Millionen Mal mehr Einstellungen, die du machen kannst. Und ich mein, das war bei Sims 3 zumindest auch so. Ja, Sims 3 war aber auch laut vielen Streamern besser als Sims 4. Ja. Das war einfach besser. Ja, ich hab Sims 3 nie gespielt. Mhm. Ging an meinen damaligen Laptop nie. Ich hab mir das... Hast du was verpasst? Ich hab mir das Spiel damals gekauft. Ich konnte einen Sim erst stellen. Ja. War richtig toll. Und dann ging... Und dann ist das Pilum abgestürzt. Hat sehr viel gebracht. Ja. Warum tauschen sich die Schilder nicht aus? Das regt mich auf. Das, womit man rechnet, passiert einfach nicht. Wahrscheinlich genau deswegen, ja. Schreinerei. Aber hey, wir hatten einige neue Anomalien schon. Mhm. Das ist gut. Ich komm mir jetzt mal durch. Kommt halt drauf an, wieviel es insgesamt gibt. Jetzt sind wir alle richtig gedreht. Ja. Sobald sie sich überhaupt drehen können. Vielleicht merkt man sich auch einfach zu viele unnötige Details. Das ist noch an der richtigen Stelle. Geht mir auch kein zweites Mal, ey. Ein Wurm. Oh, ja. 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 Ich find das immer wieder lustig. Wenn man reifere Objekte sich bei den Ruben erwischt, oder sowas. Ja, das war jetzt... Glück. Ja. Das kann doch zufällig in dem Raum sein. Ja. New. Ich frag mich, ob man auch sehen könnte, wie die verschwinden. Bestimmt. Oder wenn eins auftaucht. Ja. Ist noch in so einer kleinen Rauchwolke. Das hab ich echt noch nie gesehen. Oder wie so ein Intruder auftaucht. Die kommt einfach reingelaufen. Winkt dann noch fröhlich. Westenpuff. Es kann auch sehr gut sein, dass man halt nur das Movement sehen kann. Fangen wir halt drauf an, bis es einprogrammiert ist. Ja. Könnten die bei Sims 3 auch durch jeden Fall sterben? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaub nicht. Wir waren einfach 20.000 Mal besser. Ja, ich kenn Sims 4. Ja, Sims 4 ist... weiß ich nicht. Wir reparieren eine Mikrowelle und sterben. Gefühlt. Das ist halt so, wenn sie nicht in der Fähigkeit hochkönig sind. Wie reparieren sie die Mikrowelle? Ist sie noch am Strom angeschlossen und sie bohren da mit einem Metallding drin rum? Ja, das weiß ich nicht, ob sie auch am liebsten ist oder nicht. Das ist logisch. Ja, aber ich bin zum Beispiel auch nicht geübt, in Mikrowellen reparieren. Aber ich weiß, dass ich eine Mikrowelle vorher ausstecke, bevor ich daran arbeite. Aber das ist halt so, weiß ich nicht, wenn die in manchen Fähigkeiten nicht hoch genug sind, sterben sie dann da. Ja. Oder irgendwie, du kannst auch von, weiß ich nicht, wenn du durch ein Fernglas guckst, kannst du auch in unserem Kometen entflagen werden. Lol. Ist mir noch nicht passiert, habe ich beim Let's Play Mal geguckt und gesehen. Die sind wieder groß. Ja. Object Manipulation. Aber gut, äh... Du kannst von Hühnern totgepickt werden. Ich glaube, den meisten Sims-Spielern geht es auch genau darum, ihre Sims möglichst kreativ zu killen. Ich habe sogar mal eine Mod runtergeladen, wo ich dann Auftragskillerin spielen konnte. War lustig. Ich weiß nicht, warum ihr eure Sims machen könnt. Wenn ich Sims-Spieler... Nein! Meine Simen war am Leben. Bloß ihre ganzen Freunde oder Ex-Freunde waren nicht mehr am Leben. Alle anderen waren nicht mehr am Leben. Ja. Und sie hatte scheiße viel Geld dadurch. Aber die Mod habe ich nicht mehr, weil mein Stil dadurch immer sehr verpackt war. immer noch an der Pflanze richtig gerät. Mhm. Auch wenn ich mich frage, ob man die überhaupt... Ich sag ja, ich weiß nicht, merken wir uns da unnötige Informationen oder... Keine Ahnung. Garantiert. Aber die Frage ist, was ist unnötig und was nicht. Das ist immer die Frage, weil die... Das ist eigentlich die einzige Frage in diesem Spiel. Ja. Sobald man alle Abnormalities kennt... Aber besser filtern. Hier hängt irgendwas. Wir haben erst halb drei. Und wie kommst du mir schon vor als... Wir sind schon länger in dem Level. Ja. Vorteil ist, wir haben noch keine Warnmeldung bekommen. Sag das nicht zu laut. Genau. Nee, die kann jetzt auch nicht kommen. Wir haben zu viel schon gefunden. So, wir sind auch gerade auf dem neuesten Stand. Das wäre geil. Neuer Rekord. Incoming. Oh, Maus. Maus hat keinen Bock mehr. Ja. Maus sagt nein. Wir nehmen uns einfach eine Kamera ab. Keine Ahnung. Ich möchte... Bei Menschenräumen ist das so offensichtlich und dann... Ja. Ja. Okay. Object Manipulation? Ich meine... Ja. Okay. Warum war dann Wasser wendiger bei uns hier im Pool? Hättest du lieber einen Feuer wendiger? Keine Ahnung, aber ist nicht so cool, wenn der mal ein ganzes Wasser klaut. Ja gut, er hat sich geklaut. Er hat es nur an die Decke befördert. Ja. Doch das stört sämtliche Wurzungen des Pools trotzdem. Der Pool ist ja unbenutzbar. Hänge dann auch auf eine Decke? Ja, am besten im Wasser drin. Ja. also für die leute wie zu so viel auf jeden fall also diesmal läufts gehts erst richtig los in der lobby passiert gefühlt am wenigsten aber da ist die ganze zeit irgendwas ja und wir sehen es nicht 3 uhr morgens zeit für ein kammer keine ahnung die lobby die sieht so einfach aus und dann ne die regt mich auf ja eindeutig schon manipulieren hier ist alles anders hat sich das ding gerade bewegt? ich glaube nicht ne ja ab der abyss ist da in der sauna ja ja wie schnell weg der wie sonst war es so slow hm hm können sich anomalien wie abyss nebel und so eigentlich in allen räumen vorkommen oder sind sie dann jeweils auf den einen Raum beschränkt wo sie auftauchen Ich hab keine Ahnung, ich... keine Ahnung... frag mich nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die in allen Räumen... also die wachsen nicht so groß. Ja, ja, nee, klar. Aber... Aber jetzt zum Beispiel, da war ja einmal das Abyss, kann der jetzt auch in einem anderen Raum auftauchen? Oder nur in diesem einen? Ich weiß... also das weiß ich wirklich nicht. Ja... Was zur Hölle ist das? Licht, würde ich sagen. Rot. Die Sauna wurde zum Pupen. Es geht im Moment auf die Sauna ab, ey. Der erste Abyss, dann wird sie zum Pupen. Perfekt. Das ist bestimmt mittlerweile irgendetwas anderes. Hm. 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 Jetzt müssen noch Nebel in der Sauna kommen. Hm. Jetzt müssen die Schule in der Sauna gleich. Ganze Partys da gleich. Hm. Nix. Was ich auch witzig finden würde, ist, wenn sich die Rutsche so spiralförmig drehen würde. Wir brauchen raus. Wir brauchen raus. Das würde uns auch nicht auffallen. Hm. Nee. Aber jetzt schon. Jetzt achten wir dann raus. Natürlich. Vielleicht ist sie auch die ganze Zeit schon spiegelverkehrt. Ja. Und wir haben es nicht bemerkt. Hm. Hm. Das war ja meine Idee für eine Rutsche in real life. Eine, die sich einfach die ganze Zeit dreht. Hm. Aber die Frage ist, wenn sich die Rutsche die ganze Zeit dreht und du gleichzeitig rutschst, rutschst du dann überhaupt runter? Die muss sich in eine gewisse Richtung, glaube ich, drehen. Dass man überhaupt runterrutscht kann. Dann bist du nämlich eher schneller rausgeschleudert, stand hier schon immer eine Flasche. Okay. Dann muss sie sich entgegen der Rutschrichtung drehen. Ja. Dann müsstest du sogar schneller rutschen, die Rutschrichtung. Ach, Physik ist so... Nee. Too much. Das ist genauso. Ich habe mal, als ich mal ein Abi nachgemacht habe, mit einem Mitschüler auch stundenlang darüber diskutiert, ob es im Weltraum überhaupt Vakuum gibt. Und wenn ja, wie das funktioniert. Weil eigentlich, wenn es ja Vakuum ist, dann dürfte da ja nichts existieren. Also die Planeten müssen dann ja auch zerquetscht werden. Oder zerrissen werden. Nee, nicht unbedingt. Wir haben noch zwei Anomalies, die uns nicht auffallen. War hier schon immer eine Flasche? Noch einfach. Wir haben es bis vier geschafft. Ich glaube, wir haben unseren Rekord gebrochen. Ja, ich würde es aber gerne komplett schaffen. Ja, klar. Wir sind schon bei vier Uhr. Aha. Wir sind schon bei vier Uhr. Zwei Stück, die uns nicht auffallen. Was ist denn hier los? Ich weiß. Der nicht das erste Mal. Ist hier ein Handtuch oder so? Nein, nein. Eine Fliese ist mehr. Ja. Irgendwie da Fußspuren garantiert. Ja, die man nicht sieht. Da. Ja. Ganz klar. Sieht man. Scheiß. Hier fehlen die Dinger. Ja. Das war aber gerade noch nicht. Das heißt... Halt sie die Rutze, das und immer mit Zweiringern. Also... Ja. 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 In dem Raum sind die zwei aber sowieso nicht, weil da ja gerade ein extra Oblick war. Ja. Die müssen in irgendwelchen anderen Räumen sein. Ja. Da könnte es gut sein, aber... Ist der Telefonhörer dran? Wer ist dran? Sind da... Warte, zurück. Ich glaube... Die Pflanze. In der oberen rechten Ecke. Das stimmt. Das ist ein Objekt. Da ist noch eine. Der ganze Raum ist falsch. Mh... 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 Das war immer der Raum, wo ich auch immer dachte, da wäre einer, aber da ist keiner. Mh... 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 Eine muss trotzdem noch irgendwo sein. Mh... Mh... Eine oder zwei mittlerweile. Mh... Alter Maus. Ja, da war ja die Pflanze. Mh... Genau. Ich gehe mal da stark von dem Raum hier aus, aber... Mh... Mh... Ich weiß noch was... Kann doch alles von nichts sein. Das Ding ist hier wieder auf der anderen Seite? Ja. Auf der Kuchen. Ist aber auch neu. Ja. Oh, mein Handy hat es immer noch. Ich will nicht abwickeln. Ich schalte sie einfach ab. Ja, was soll ich machen? Hat nur noch 20%. Fällt mir ein. Ich musste ein Kabel dann von deinem Auto haben. Haben sich die Türen verändert? Die Maserung? Das wäre dreist. Das wäre wirklich dreist. Aber ich glaube, bei weniger. Nein. Nein. Aber gut, solange wir immer die letzte Anomalie finden, schaffen wir das trotzdem. Wir hätten jetzt wieder einen Puffer von zwei, aber trotzdem. Ja. Das Wasser ist anders. Ja. Ja. Frozen? Das sieht für mich nicht Frozen aus, aber whatever you mean. Ja. Aber ja. 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 Das Problem ist, wir sind jetzt langsam auch auf der Stufe, wo wir alle Anomalies gesehen haben, die wir schon kennen. Mhm. Das heißt, es kommen jetzt fast nur noch Unbekannte. Mhm. Das kommt vor. Ja, toll. Uh. Theoretisch könnte noch Nebel. Hier in der Sauna kann auch richtig viel passieren, aber... Ja. Und eine Tuda in der Sauna kann auch kommen. Ja, das ist halt das Problem, dass richtig viel in der Sauna passieren kann. Ja. Und in den anderen Räumen haben wir keine Ahnung. Ja. Ich glaube, hier ist irgendwas, weil hier passiert auch sonst nichts. Mhm. Da ist halt nur Rosten. Hier kann theoretisch noch die Rutsche atmen. Ja. 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 Ja, in Truda. Wer bist du? Wie viele Grows? Was? Hä? Ist es? Was? Hä? Was war das denn? Das war ja jetzt unfair. Wir haben aber 19 Stück gefunden. Nice. In Truda in Nobi? Ja, den habe ich gesehen. Ja. Im... Im... Dei Video Imagen Cut Imagen Cut In Dressing Imagen Cut In V umgo Imagen Cut Okay... Imagen Cut relativ wenig Imagen Decay Auf In Circuit Aber es sah doch nicht anders aus, oder? Keine Ahnung. Also wenn nur leicht. Ja, vielleicht leicht. Naja. Gut, machen wir hier erstmal Pause. Ja. Return to Main Menu. Ja, und das war der letzte Stream des Booktobers. Tut mir leid für das Ende. Da gab es ein kleines Problem, aber das macht nichts. Deswegen hier die Verabschiedung. Ja, also das war das Ende des Streams. Das ist der vierte und letzte Stream des Booktobers 2024. Und ja, ich hoffe euch allen hat es Spaß gemacht beim Zuschauen. Und natürlich gilt es wie immer, ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen grausigen Abend, eine schaurige Nacht. Oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, ein Spooky-Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal, bei welchem Spiel auch immer. Bis dahin. Bye, bye. Und dann bis zum nächsten Mal, bei welchem Spiel.